Hallihallo meine lieben Leute und ein herzliches Willkommen! Ich den Polizisten Danzen neben einem BMX. Ja, wo ist es jetzt aus? Wir sind wieder back am Start, Leute, mit Sven Rumpel, meine lieben Damen und Herren. Das heißt, heute geht es auch mal wieder auf Streifel und bevor wir hier überhaupt anfangen, gibt es etwas ganz, ganz Wichtiges. Wisst ihr, im letzten Stream habe ich auch angekündigt, bezüglich Samstag, das wäre gestern gewesen. 1 zu 7 neues Anwesen, dies, das, anders. Das Ding ist aber, wer mir auf Instagram folgt, das ist wichtig und richtig. Danke, lieber MTP und Zocker-Content, dass ihr schön mal ein Hashtag drüber dingen müsst mit eurer Donation. Unglaublich präpudent, die ihr hier wieder einen Tag legt. Oh, Dankeschön, hier auch Herr Manuel, jetzt kann ich das nicht einblenden, super. Er wisst jedenfalls, nee, Spaß, danke für die Donis, Leute. Jedenfalls, auf Instagram hätte ich es angekündigt, wer es nicht gewusst hat. Jemand hat es auch auf Discord reingepostet, danke auch, die Leute, die immer meine Sachen von Insta auf Discord erst mal reinposten. Jedenfalls, die ganzen Sachen kommen erst am nächsten Samstag. Hat den Grund, ja, Trommelwürfel bitte, dass wir dann alle Leute zusammen haben. Ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, ich habe gar nicht gefragt, wird am Samstag Zeit. Und mir war wichtig, dass am Samstag die meisten Leute da sind. Und das MLO und alles drum und dran ist so gut wie fertig. Das Schöne ist, ich kann es noch ein bisschen Feinschliff machen, bisschen Feinschliff, dies, das, bis diesen Samstag. Und wenn dieser Samstag ist, also wird es wieder nächste Samstag, also ist ja gar nicht dieser Samstag, nächste Woche Samstag, ist der 13., haltet euch den Termin frei, da gibt es dann einen Stream. Da wird dann das neue MLO und alles neu vorgestellt. Also MLO, wer es noch immer nicht weiß, das ist ein Interior. Das heißt, das neue 1 zu 7 Haus ist dann fertig. Und dann wird es vorgestellt. Ist einfach wichtig gewesen, dass die meisten Leute auch anwesend sind. Fertig bekommen habe ich es ja eigentlich und das haben wir wichtig. So, jetzt erstmal aber wieder als Copparino auf dem Weg Richtung Polizeistation. Es ist heute, by the way, brachial viel los. Wir haben heute 180 Spieler. Anscheinend lief die Einreise. Aber wir haben heute mal sechs Leute vom AMR und acht bei der... Oh, das ist aber heute krass. Okay, heute wird krank, Leute. Ich habe schon lange nicht mehr mit so vielen Spielern gespielt. Gut, das heißt was, dass wir so viele Leute heute aktiv dabei haben. Aber das ist schön. Das ist richtig hart schön. Das freut mich. Und ich werde mir heute überlegen, neues Auto zu kaufen, die Copperei. Und warum bin ich nicht schneller? Hallo? Excuse me? Warte, ich sitze ein bisschen falsch. Hört mal gerade so ein. Warte, ich muss mal anhalten. Also ich kann ja gar nicht anhalten. So, jetzt bin ich richtig. So, jetzt sitze ich richtig. So, und los geht die Luzi. Ich freue mich drauf, wieder mal als Cop unterwegs sind. Und später gibt es noch so GAP, mal gucken. Der Lukas ist auch dabei, um 5 Uhr 20 aktiv. Wie geht es dir heute? Sehr gut, mein Lieber. Ich bin ja gerade dabei, den Schlafrhythmus reinzukriegen. Ich scheitere fast täglich daran. Probier war mein Bestes, dass mir dahinter haut. Ich habe heute wieder ein Mittagsschläfchen gemacht, kann man so sagen. Also ich habe einen normalen Schlafrhythmus gehabt. Ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden. Ja, normal 5 Uhr morgens. Wer kennt es nicht? Erst mal einen Kramberger um 5 Uhr morgens. Gleich in die richtige Richtung, ja. Und habe da wieder ein Nickerchen gemacht, weil ich einfach zu wenig Schlaf wieder hatte. Ist halt so. Es ist ganz schlimm derzeit, aber ich kriege das schon irgendwie hin. Irgendwann pendelt sich das ein und dann klappt das auch. Soundpack ist installiert. Deshalb habe ich auch heute ein bisschen einen Stream verpennt für euch. Ach, der Manuel. Boah, Golde. Ist super, schau nach der Arbeit des LKW-Fahrer gerne deine Streams noch weiter so. Das Geld ist für dich und dein Akkus geht raus. Kuss, kuss, kuss. An Manuel, äh, boah, Golde, der LKW-Fahrer. Jetzt haben wir noch einen LKW-Fahrer hier am Start. Der Xunzabub ist ja auch der... Xunzabub guckt sogar den Stream währenddessen der LKW fährt, aber er kann den Stream nicht gucken. Er hört den sich halt an, ne. Er muss ja auf die Fahrbahn achten. Das ist dann für ihn so ein bisschen zum Anhören. Warum habe ich überhaupt das Fahrrad da hinten mitgenommen? Ich weiß es nicht, frag mich nicht. Ich bin da hinten aufgewacht, habe ich das Fahrrad genommen und dachte mir so, gut, los geht's. Das Fahrrad habe ich gefunden auf odro.de. Ja, falls ihr mich da fragt, okay? Nur falls ihr mich da fragt. Ist geklaut. Ich den Polizisten klauen BMX-Räder. So, äh, Leonank für 1,90. Ihr müsst mal gucken, da haben schon Leute wieder vorm Stream gespendelt. Ich verstehe Leute nicht, weißt du, denen ist das scheißegal, dass die eingeblendet werden. Hauptsache sie hauen raus, das ist echt ehrenhaft von euch. Vielen, vielen Dank schon mal für 20 Minuten, da hat man donatet. Ist ja abnormal. Äh, von Gurt Kurt. Ach nee, wenn ich das vorlese, geht aber mein Gerät an, ne? Und ich siege, warum sind Frauen so komisch zu mir? Mein Name ist Alexa, kennst du mich? Grüße aus Bayern, es geht hier mein Gerät an. Bitte nicht angehen, ich hab dich nicht gemeint. Spiel Jodelmusik. Macht sie es? Ah, sie macht es nicht, schön. Da kriegst du die Jodel aus mir raus. Erstmal Copyright Infringement, das ist super. Christopher Street, moin auf einen chilligen Stream zusammen, das freut mich. Dann Manuel Borgolte, der hat schon vorm Stream 2 nie donatet. Das ist derselbe gewesen, derselbe E-GW-Fahrer. Oh, ich dachte, ich werde jetzt angehalten, das Kopf, Alter. Wie soll ich denn das erklären, dass das Bike geklaut ist? Ich meine, ich hab's gefunden, ne, aber... Ach gut, das wird schon nichts sein. Wir haben die Bike geklaut. Sind sie Polizisten? Ja. Ich schau mal, was ich heute für ein Motorrad, soll ich schon sagen, was ich für ein Polizei Auto fahr. Motorradstreifen wäre manchmal lustig, ne? Aber da gibt es eine extra Ausbildung für. Ich halte ja die, was für eine Ausbildung, ich fahre immer drauf und dann werde ich angeschissen am Ende des Tages. Das ist doch einmal, wo ich Motorrad gefahren bin und der eine mich angeschissen hat. Aber ich wusste nicht, dass es da eine Regelung für gibt, dass man nur zu zweit fahren darf. Oh ja, da wurde ich richtig eingestuhlt von jemandem. Also nur im RP, aber trotzdem. Ja gut, ich schau mal. Aber hört ihr? Soundpack ist drin. Für alle, die sich wieder beschwert haben. Ich hab heute extra geguckt, deshalb das schon ein bisschen später. Weil das Ganze zwei Minuten, äh, drei Minuten genommen hat. Jo, ist halt so. Ah. So Penriss müssen wir rüber. Was ist eigentlich Penriss für eine Firma in GTA? Weiß das jemand? Penriss? Da oben steht es nämlich Penriss. Da ist ein riesen Auge drauf. Also keine Ahnung, was das hier ist. Art und no. So. Hauptplatz ist hier die Hölle los. So wie es aussieht. Wird sicher viel los sein. Aufgrund der Spielermenge, die gerade da ist. Äh. Oh ja, da ist viel los. Uiuiuiui. Holy shit. Ach du Kack. Okay, da ist echt viel los. Uiuiuiui. Guck dir das mal an hier. Sogar 1 zu 7er sind da. Richtiges Treffen hier. Der eine parkt da ein bisschen komisch. Habt ihr schon mal den Kopf gesehen, wie er mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt? Also ich nicht. Ich dachte mir heute mal umweltfreundlich. So. Da ist ein Auto auf dem Kopf. War auch nicht schlecht. So, dann parke ich das Ding mal hier vorne. Und dann schauen wir mal, ob das später noch dasteht, wenn ich von der Arbeit komme. Gucken wir uns das mal an. Oh, da muss ich aber heute viel vorlesen. King for. Was? Cloud Farida ist echter Polizist. So, dann etwa. Was ist denn los? Äh, guten Tag. Warten Sie auf jemanden? Wir sind zur Bewerbung hier. Ja. Ach, ist der heute Bewerbungen? Ach, das wusste ich gar nicht. Und wie viel Uhr ist das? Es hat schon angefangen. Ja. 19 Uhr beginnt. Okay, alles klar. Es ist der Sound auf der Spende. Ist das peinlich, Alter. Es ist heute Bewerbungen. Ach ja, es sind ja neue Leute da. Es ist der Sound auf der Spende. Deshalb ist vielleicht so viel los. Ist gerade Bewerbungsphase bei der Polizei. Aha. Heute ist die Polizei. Guck mal hier. Aber halt Gericht oder so. Wie bitte? Das ist Ocean. Im Osten los waren. Okay, ich will jetzt nicht zu viel abhören. Nicht, dass da irgendeine Informationen kriegt. So, ich muss mir erstmal On-Duty melden. Das ist immer das Erste. Aber ey, krass, wie viele da warten. Polizei-Bewerbung ist heute. Richtig krass. Ja, heute geht was ab hier. Heute geht die Luzi richtig steil. Erstmal anmelden. Ähm, ich brauche erstmal nichts zum Anziehen. Nichts, mich immer so um, wenn was ist. Boah, Streifenhörnchen mal fahren wir auch lustig. Ich fahre ja nie uniformiert, ne. Die meiste Zeit nicht. Vielleicht mal Streifenhörnchen unterwegs. So, das haben wir ja alles. Munition, Rüstung, Funkgerät haben wir auch. Haben wir Spikes noch dabei? Drei Stück. Ich muss mal die RPG loswerden. Die habe ich mal für die Popo-RPG bei Ande, glaube ich, genutzt. Die muss ich mal echt loswerden jetzt. Ich stelle mal vor, irgend so ein Typ nimmt mich einfach. Und dann, äh, hat das jetzt auch ein Gespräch? Es sind überall Gespräche, Alter. So heftig. Ähm, ich stelle mir vor, irgendwer untersucht mich und findet dann die RPG da drin. Und ich denke, was macht denn der kommt mit der RPG? Wie hat er die so klein bekommen? Genau. Wie passt die RPG überhaupt da rein? Hat er die eingeklappt? So, ähm. Jetzt ist halt die Frage, als was fahren wir heute? Ich, weißt du was? Ich schaue mal schnell, wie viel ich auf der Bank drauf habe. Ich glaube, auf der Bank hat sich eh was zusammengezogen. So, 160.000 Dollar. Das ist viel Geld. Äh, ich hebe mir ein bisschen ab. Ich schaue mich mal bei der Polizei, was es alles für Autos gibt. Und dann entscheide ich mich vielleicht für etwas. Oder auch nicht. Oder wir fahren was Ziviles. Vielleicht aber auch aus Streifenhörnchen unterwegs. Ich weiß auch nicht. Vielleicht Streifenhörnchen, vielleicht auch nicht. Sven Ruppe das Streifenhörnchen. Ich fahre über Skype, in jedem Fall Spudger dazuhören. Der ist nämlich krank und der fühlt sich nicht so wohl. Da hat sich ein Reiz daran. Der Herr Batscher. So. Oh, diese Tür. Da habe ich ganz schreckliche Erinnerungen daran. Guck mal, hier drin war ich. Guck mal, wie der rüber gucken kann. Hier drin war ich einfach eingeschlossen. Oh, man kann sogar hier reingucken. Aha. Aha! Das heißt, wenn sich da in den Raum versteckt, erstmal Bug-using. Ich gucke erstmal rein. Wer ist denn da drin? Hallo? Was Neues gefunden? Schauen wir mal rein. Oh, was kostet so ein Autochchen? Ein Civic wäre auch nicht schlecht. Ein Civic wollte ich schon mal lange holen, weil der ist richtig gut. Ein Caprice Unmarked wäre 35k. Die kostet ja gar nicht so viel. Ich habe das voll vergessen. Die ist ja voll günstig. Schaut mal, so ein Civic kostet 35k, Leute. Was hält ihr von so einem richtigen Honda Civic? Der soll nämlich U-Zellen in der Stadt. Also in der Stadt ist der der Burner der Wagen. Das ist der Sound auf der Spende. Also Civic kann ich mir gut vorstellen. Das ist nicht mal High Speed und der fährt sich echt gut. Da ist auch mal was anderes. Ich fahre sonst nie mit... Also das wäre das erste Mal Civic unterwegs, ne? Ich fahre den sonst nie in den Wagen. Sonst fahre ich immer was anderes. BMW gibt es hier noch. Wird nicht mehr so häufig gefahren. Warum auch immer. Fragt mich nicht warum. Haben wir sonst irgendwas Kugelsicheres im Sortiment? Ach, schaut die Marshals. Das war ein Taurus, Red, Blue. Ein Subaru. Den Subaru nehme ich nicht. Da hat Ande letztes Mal richtig fetten Unfall gebaut, weil der vorne eine komische Collision hat. Nimm ich nicht. Voll für den Neen. Ja, ne. Dodge wäre geil. Dodge Rambo. Oh, wie wäre es mit so einem Grocery-Getter? Wie wäre es denn da mit so einem Honda? So ein Honda-Familienbus? Das wäre schon nicht schlecht. Dann fällst du gar nicht auf mit. Monster Truck, ja. Ich hole mir jetzt einen Monster Truck aus dem Polizeipräsidium. Auf alle Fälle. So. Staro an Markt 6. Ich weiß noch nicht. Gibt es hier noch etwas Kugelsicheres? Das ist auch nicht schlecht, das Staro. Er muss mal gucken, ne? Chat schreibt, ja, nein, ja, nein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Chat meint. M5F90. Ich glaube, der ist kugelsicher. Ist ein BMW M5. Ich weiß noch nicht, dürfen wir den fahren, weil den fahren ja immer die Marshalls, den Wagen hier. Da ist auch der Marshall-Skin drauf. Ich bin mir nur unsicher, ob wir den als Cop fahren dürfen. Aber eigentlich schon. Doch. Warte, die Marshalls haben doch eine andere Abteilung. Wir teilen uns dann die Autos. Die Marshalls? Ich glaube, die haben ja eine ganz eigene Garage. Wenn es mich ganz irrt. Oder können die hier auch einkaufen? Ich weiß es gar nicht. Mein Charakter lädt nicht. Ich bin ein NPC. Das ist schlecht. M5-Fair war schon cool, ne? MCC. Was ist das denn für ein Ding? Baut er ein bisschen lang zum Lorden, ha? Achso. Ja, gut. Damit heute auf normale Streife fahren. Wer hätte es gewollt? Ich schon. Ach, das ist der Chief-Wagen. Den dürfen wir auch nicht fahren. Hier wäre ein gepanzerter Chevrolet. Aber das ist halt für die SWAT-Einheit. Steht auch dabei. Den dürfen wir sowieso nicht fahren. High-Speed-Units. Ach, das ist der andere Gefahr. Hier. Den WRX. Der ist aber ziemlich schlecht vorne in der Kollision. Keine Ahnung. Ein Challenger an Mark. Den haben wir, glaube ich, sogar. Oder haben wir den? Haben wir den gekauft? Ich weiß gar nicht, ob wir den gekauft haben. Aber ich will nicht immer High-Speed fahren. Das ist das Ding. Also so ein Civic würde ich fühlen, irgendwie. An Mark Civic, ich weiß nicht. Das ist der Sound-Offel-Spende. Border Patrol. Durango. Wie wäre es mit so einem Durango? Ist der gut eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Fährt sich der Durango geil? Weil den fahren viele. Damit kann es auch offroaden. Das ist ein geiles Auto an sich. Komm, wenn man wieder blinkt hinten. Ich weiß nicht. Das Durango würde ich cool finden. Das fahre ich. Bin ich noch nie gefahren, den Wagen. Noch nie. Ich schau scheinbar an, wie der aussieht. Der ist richtig heftig. Oder wir fahren irgendwas zum Markt. Das ist auch möglich. Das ist jetzt alles an Markt-Section. Markt könnten wir halt hier gucken. Da habe ich noch gar nicht reingeschaut. M5 wäre halt auch eine mögliche. M5 dürften wir, glaube ich, eh auch fahren. Aber I don't know, wie das Handling da ist. Ich weiß nicht. Wir fahren jetzt nicht so der Caprice. Ah, schau mal. Taurus. Ein Ford. Ne, Ford Explorer. Nicht Taurus. Ich gucke hier. Taurus. Taurus ist ja der ganz andere Wagen. Der ist ja ein Taurus. Was ist denn mit so einem Ford Explorer? Den würde ich auch fühlen. Ja, nur die falsche Leitbau oben drauf. Aber scheiß drauf. Da kommen ja auf 3.0 neue Polizei und ist mit dem richtigen Gleitbau teilweise drauf. Damit könnten wir auch offroaden. Damit können wir aber auch mal Markt fahren. Weil ich mache es uns in Abstimmung, Leute. Wir machen es uns in Abstimmung. Ich hätte gesagt, wir machen eine Abstimmung. Warte, Leute, wir machen eine Abstimmung für euch. Ihr dürft jetzt mal abstimmen, was ich heute fahren darf, okay? Damit der Chat heute auch mal mitdingsen kann. Also wir machen einmal Civic. Das ist der ganz am Anfang. Der sportliche. Dann machen wir einmal hier den Ford Explorer. Ach, warte, ich mache noch Honda Civic dazu. Honda Civic, Ford Explorer. Option hinzufügen. Was hatten wir noch? Was ich zur Auswahl hätte? M5 haben ganz viele gesagt. BMW M5. M5 tue ich noch zur Auswahl hinzufügen. Ich schaue, was wir noch haben. M5 hätte ich in die engere Auswahl getrieben. Und sonst hier den Durango. Finde ich auch noch geil. Durango in SRT sogar. Also der hat eine richtig Leistung in der Wagen. Also den können wir auch noch. Aber warte, ich schreibe noch Dodge dazu. Damit die Leute auch wissen, was das für ein Auto ist. Nicht, dass sich dann jemanden hier auskennen, was das für ein Ding ist. Und Highspeed möchte ich heute nicht fahren. Also Highspeed heute ist immer ausgeschlossen. Ich auch wirklich mal King, King. So, also Abstimmung, welches Auto soll ich heute kaufen? So. Ich frage die Community. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt könnt ihr abstimmen. Ah, der Chat rasselt aber richtig durch. Ich mach schon eine Abstimmung. Da könnt ihr reinballern, was ihr wollt. Dann sehe ich es auch. Ach, das ist schön, dass YouTube die Funktion hat. Das ist echt gut. Hat sowas Twitch eigentlich auch? Oder hat das nur YouTube die Abstimmfunktion? Also Honda Civic wäre, ich geb's euch nochmal durch, Honda Civic wäre in der Stadt sehr sportlich. Also ich sag euch jetzt mal ein paar Sachen an. Also der hier wäre in der Stadt sehr sportlich unterwegs. Einer der besten Fahrzeuge, was das Handeln betrifft. Dann haben wir nochmal hier den, wo war er denn hier? Der Durango. Geiles Auto, den würden wir dann so an den Markt fahren. Vor allem Lichtzeit abgefällt mir. Damit können wir auf Offroaden immer wollen. Oben hätten wir dann noch hier den Ford Explorer. Sehr schnelles Auto, auch Offroad fähig. Sehr schön unterwegs damit. Und sonst hätten wir, wo ist er denn noch? Wo war er denn, der M5? Wo bin ich denn mit dem M5 hingelangt? Sag mal, bin ich blöd? Oder Special M5? Ich glaube Special ist ein M5. Hier M5. Weiß ich wie er fährt, keine Ahnung. Ich hab's, ich weiß es nicht. Also 37% sagen M5. 28% sind für Honda Civic. Erst dann kommt der Durango und ganz am Ende der Ford Explorer. Also mich wundert so gerade so viele den M5 wollen, weil ich weiß nicht wie der fährt. Ich weiß, der Civic fährt sich richtig heftig geil. Beim BMW bin ich mir unsicher. Ich weiß noch nicht. Darf dem BMW nur das SWAT fahren? Wisst ihr was? Ich informiere mich zuerst, bevor wir jetzt kaufen gehen, okay? Ich informiere mich zuerst. Ich habe das Gefühl, M5 ist SWAT und Marshal. Deshalb, ich frag mal schnell. Ah, das ist ja verdrückt. Perfekt. Ah, dann kann ich ihn abfangen. Guten Tag. Warten Sie auf jemanden? Also hier. Hallo, Entschuldigung. Ja. Ich hätte eine Frage. Bevor ich jetzt irgendwas falsch mache. Ja. M5, BMW M5 anmarkt. Der ist ja unter Spezial, ne? Fahrt das jetzt nur SWAT und Marshal? Oder fahren das hier auch die King Units? Ja, ich glaube, den dürft ihr auch fahren. Nur der wird halt sehr, sehr oft von SWATland und so weiter gemacht, weshalb der unser speziell eingetragen ist. Aber am besten, warte mal. Weil jetzt, ich will nichts Falsches machen. Ich bin nämlich kurz davor, den zu kaufen. Aber ich wollte mich nochmal informieren. Weil ich mir jetzt unsicher war, weil ich keine King Units damit rumfahren sehe, ne? Und Fahrzeugeinteilung ist ja eher was Internes. Ich kaufe dann einfach trotzdem. Ich frage ihn lieber. Warte, was ist das Dings hier, ne? Captain, ja? Ja, das Ding ist, ich bin auch schon als King Units Highspeed gefahren. Das ist nicht das Ding. Ah, ich weiß. Nur wenn bei jetzt M5 explizit ist für SWAT und für Marshal ist, dann will ich den gar nicht anfassen. Wenn der explizit dafür ausgestellt ist. Handy Drift ist überfallen. Ne, den könnt ihr, denke ich, auch fahren. Wir können jetzt drücken den auch unter Sonnenblumen hochfahren. Also, okay. Ja, so, der kann mit dem sein. Perfekt, dankeschön. Pass. Alles klar, danke. Hat viel Spaß. Danke, ciao. Ja, Leute, wir dürfen auch im Film fahren. Ich habe einen höher gesetzten gefragt. Ich bin so froh, dass ich nicht höher gesetzt. Da komme ich mir nicht so blöd vor, wenn ich jemanden frage. Ich komme mir nicht immer so doof vor, wenn ich über jemanden stehe und jemanden was frage. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich nur Lieutenant 2 bin. Und nicht Captain oder sowas. Genau aus dem Grund möchte ich kein Captain oder höher sein. So, gut. Ich hole mir mal meinen Anmarkt, wo ist er denn? M5. Dann holen wir uns den. So, 37% sind dafür. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Wir haben es geschafft. Wir holen uns unser Special Anmarkt M5 Dings raus. Aber mich wundern es echt, dass wir den M5 an sich so als Special drin haben. Und es steht nicht dabei, was es für Special ist. Meistens steht es halt dabei. Und er wusste jetzt auch nicht, dass das für irgendwas ist. Aber cool. Das hätte den M5, den ich damals gemacht habe, vor Jahren schon. Könnte ich auch mal updaten mit neuen Sachen. Guck mal. Da sind noch die alten Dings drin, die da eigentlich gar nicht rein können. Hinten auch. So Kennzeichen wir mal hinten dran. Perfekt. Gut. Ja, der Wagen ist eh ganz geil. Ich mag den. Aber könnte mal ein bisschen geupdate, das Ding. Vor allem die Heckblitze, wo die so nicht mehr einbauen, wie sie jetzt sind. Weiß nicht. Die stören mich ein bisschen. So. Haben wir uns ein neues Auto gesnackt, Leute. Etwas älterer M5. Ist ja schon neuer, die Version. Jetzt muss ich nur noch On-Duty melden. Perfekt. Und ganz wichtig, bevor wir jetzt durchstarten. No Admin. Streamer Mode. Und dann ins PCAD eintragen. So, wie viel ist heute da? Alter, heute ist... Ich bin die einzige King-Einheit heute. Anscheinend, so wie es aussieht. Perfekt. Lieutenant 8, Funkname. King 4, Fahrzeugtyp sind wir Straßenwagen. Gebiet. Haben wir frei Sondereinheit. Besatzung sind wir Lieutenant 2. Wo ist die Lieutenant 2, oder? Doch, Lieutenant. Wo ist hier Lieutenant... Achso, ne, passt eh so. Ich dachte gerade, dass das anders sortiert. Es werden Rumpel. Und dann sind wir 10.05. Genau. Passt. Bisschen vorbereiten müssen. Unsere Weste mit. Funkgerät. King 4, Teil 8. Ja, hallo, wer ist da? Na, bei uns, hallo. Ah, sieh ich schon wieder. Das ist ein Glückstreffer hier. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's Ihnen? Ja, gut, Ihnen? Ja, muss, muss. Wir haben gerade in den Dienst gekommen. Wie lange sind Sie schon im Dienst? Hey, du, Teil 8, kurz, kurz, bitte. 3 Stunden, 4 Stunden. Heute ist ein bisschen was los, ne? Gestern, äh, gestern Nacht. Sag, gestern Nacht. Gestürmt. War wieder. Mischlo wurde gestürmt? Ja. Was? Äh, was passiert? Ich wurde von den Kollegen um 2 Uhr morgens aus dem Bett geklingelt, dass sie Hilfe brauchen. So wie bei mir damals, waren die so alleine drin eingesperrt oder was? Ne, 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 schlimmer. Es waren zwei Gefangene von den Bellingers unten. Mhm. Und dann war King 15, also Cooper war draußen, hinten bei dem, also hinterm Plakplatz, den haben sie dann hochgenommen, haben dann mit ihm die, alle Tune aufgemacht und sind dann rein. Dann haben wir die beiden Gefangenen befreit, ich gehe rund durch den Keller, äh, habe ich schon die drei, die ersten drei M4s im Gesicht gehabt. Ach du stolz. Dann kam ich zu einer Schießerei, um Spidi. Ja, ja. Äh, ja, ich fuhr dreimal in die Weste, einmal ins Bein. Moin. Genau. Hi. Hallo. War viel los gestern. Das ist das Sound auf welchen Rände. Gut, das ist... Wir waren mal kurz mit drei Biercats und der R1 zum Kartellgelände hoch. Äh, wie ist es ausgegangen? Äh, nix. Die waren dann nicht mehr da und dann haben wir gesagt, gut, wir fahren jetzt alle ins Bett, weil jeder war... Nee, ist aber irgendwas passiert, ist wer draufgegangen. Also ist wer angeschlossen worden, nicht. Also komplett unter Waffengewalt geklärt. Ja, ja, es gab Schießereien vereinzelt, aber so keiner schwer verletzt. Keiner schwer verletzt, alles gut. Ich meine... Spannend. Eieiei. War schon länger, dass hier gestürmt wurde, ne? Mhm. Mhm. Ich war aber auch sehr schreckt, dass sie auf einmal drinnen waren. Mhm, das glaube ich. Ich gehe rund in den Keller, auf einmal... Nein, das ist ergeben... Äh, das ist der Kleidung im Gang. Ich so, oh oh. Ich bin den Herzinfarkt kriegen. Da war ja bei mir noch Blut, aber... Also bei mir war ja auch fast gleich, die wollten ja auch mit mir mit reingehen. Ich habe... Ich glaube, ich glaube aber bis heute, dass die, äh, auch irgendwas wollten, dass da drinnen irgendwas ist. Weiß ich, vielleicht wollten die irgendwas ausnehmen, die Kammer oder sowas. Ja, hab ich dann. Die wollten sich ja mit reinkommen. Meinen Sie da, wo sie mit der X-Ray-Einheit da noch am Ende versichert haben? Ja, 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 da war er ja dabei, da war er noch, äh, drüben bei den Marschus. Ja, auf jeden Fall wäre, glaube ich, tatsächlich eine King-Einheit ganz gut, die sich das hier mal anguckt. Stimmt, ich war ja auch, dass du dann mal im Dienstgrund bist, haben wir neben euch. Ja, genau. Äh, King-4 wäre einsatzbereit, können Sie das nochmal wiederholen? Wo genau? Ja, das... Ich habe einen 10-20 geschickt, den schicke ich gleich nochmal, das ist Palito bei den Bahnschinen oben auf dem Dach. Alles klar, danke, schau ich mir gleich an. Jawohl, es sind, wie gesagt, 40 Pflanzen. Alles klar, danke. So, dann muss ich mal los, dann muss ich schnell hin, sonst geht es nicht so gut. Danke, weil ich bin grad... Ja, das ist von oben hier auf der Fabrikhalle oben drauf. Äh, bei, bei Palito, ja. Weiß ich schon wo. Ja. Ja, 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 ich kriege 11 nochmal in Formatik, äh, ich mach mich dann jetzt hier vom Acker, dass, äh, jetzt nicht noch auffällt. Link, nix, defreeze, 10, 90, bescheuert. Pasen auf Sie auf, Kollege. Ebenfalls. Was ist das? So, fangen wir da mal hin, erster Einsatz, 40 Pflanzen auf dem Dach, da sind wir unterwegs, Leute. Sorry, dass ich die Donis grad nicht vorlese, ich bin grad mitten im RP, ich lese den mal vor, wenn ich, äh, kann, Leute. Ich seh schon, ihr supportet wirklich hier heftig rein, das ist echt viel. Wird alles gleich dann, oh. Wird alles dann gleich vorgelesen. Ich fand den jetzt halt ungetuned den Wagen, wenn man das wusste. Oh, der ist nicht so laut, das ist ja richtig angenehm. Richtig geil, oh nee, das Handling ist aber nicht so, der Burner. Ach, das ist okay. Ich fährt aber schnell fürs umgetunte. Ich muss unbedingt die Volume einstellen. Wie viele sind jetzt da, bitte? 202 Spieler, äh, ich hoffe, das schafft das Server. Wenn ihr denkt, das Framework, was wir derzeit drauf haben, ist für 32 Spieler ausgelegt. Ähm, so alt ist unser Framework schon. Und wir haben das so krank optimiert, es sind einfach 202 Spieler gerade gleichzeitig online. Framework einfach maximal 200 Spieler. Also maximal 32 Spieler, jetzt auf über 200. Ja, mal gucken, ne, ob's das aushält. Ich glaub, wir hatten schon lange keine 200 Spieler mehr, 205 jetzt insgesamt, ne, krass. Wenn ihr denkt, das sind alle Spieler, die durch diese krasse Whitelist durchgekommen sind. Wir haben ja ne kranke Whitelist. Und, äh, wir, wir, ähm, haben eher Qualität vor Quantität gesetzt. Das ist das Ding, was die meisten Server heutzutage nicht machen. Also vor allem die 5M-Server. Also, 5M-Server gibt's ja Sand am Meer. Ist auch der Grund, warum sehr viele sagen, 5M-Server sind schlecht. Das liegt halt wirklich daran, es wird wirklich Quantität vor Qualität gesetzt bei meisten Servern. Und uns ist lieber, wir haben weniger Spieler, dafür gute Spieler, als viele Spieler, die dann scheiße machen. Ist so. Und die meisten Servern ist scheißegal, hauptsache Spieler, so gefühlt. Journal-Informativ. Zwecks Ausbildung, befinden wir uns aktuell auf der Militär-Base. Okay. Gut, da fangen wir mal hin, gucken wir uns das mal an. Aber, ey, 200 Spieler, nicht schlecht heute. Journal-Wechsel-Zoomit wieder den Funk. Mal gucken, wie lange das so aushält. Check. Ich bin sehr gespannt, ob er das Server packt. Aber sollte er packen. Wir haben ja so viel optimiert, Leute. 32-Spieler-Framework auf 200-Push, das ist halt auch eine Sache für sich. Aber da haben wir Stunden rein investiert. Ich bin da Stunden gesessen, um das zu optimieren, dass das überhaupt klappt. Hätten wir das vor zwei Jahren so gemacht, wäre das aber einfach schon bei 100 Spielern abgeschmiert, glaube ich. Wir sind sogar damals bei 70 Spielern abgeschmiert, das weiß ich noch. Also, wisst ihr noch, als wir 70 Spieler bei so einem Event hatten und der Server ist immer abgeschmiert? Wisst ihr das noch? Das lag nicht am Server, das lag an den Scripts, die liefen und das Framework, was nicht optimiert war. Das war mal vorbei. Hier auf der Fabrik, haben sie gesagt, ne? Das checken wir gleich mal ab. An der Fabrik sollen hier irgendwo neben den Schienen Dinger stehen, ne? Ich hoffe, dass ich vielleicht Backup oder so hole. King4 bräuchte vielleicht mal Backup bezüglich den Pflänzeln in Palito neben den Bahngleisen. Ja, dann 4x4 ist auf dem Weg. Ja, x-ray 11 ebenfalls. Naja, x-ray 11 ebenfalls. Naja, x-ray 11 ebenfalls. Naja, x-ray 11 ebenfalls. 1,3 Kilometer. Müsste aber noch einmal Auto wechseln auf Off-Router. 4 von Adam 1. Die Plätscherte ist von Frau Health unter Frage, ob Anwälte heute zwischen 17 und 18 und MRPD waren. King4 von Chief 1. King4 hört. Informativ, wir stehen mit einem zivilen M4 gegenüber bei dem Motel. Also falls Flucht besteht, wie ist denn da? King4. King4. 67, 186. Manifest 160, 1,40 mit dem Kennzeichen WUM WUM. Und die Person, die gerade wegen dem Anwälten gefragt hat, schon gut möglich in dem Zeitraum, dass da jemand da war. Wir lassen ihn ja auch Kruschenko. Und die Frage kam von der Frau Harris. 157 mit der Frage, wo der Smart, Kennzeichen WUM, heute schon das erste Mal oder das zweite Mal angehalten? Der Boot heute schon einmal mit 140. Hallo. Also mit 140 Hersteller angehalten. Ja, ich möchte mal Backup bezüglich dem Pflänz, dass ich allein hochgehe. Ich weiß nicht, ob die sich da umverschanzen oder so, aber die sollen hier oben sein. Ja, die Pflanzen sind oben, aber es waren noch keine Leute zu sehen. Die Pflanzen sind Stage 3. Alles klar, ja, das Ding ist, wenn Leute sind, es können trotzdem Leute irgendwo oben sein. Die können sich auch oben verstecken, in einer Ecke oder so. Da ist mir lieber, dass ich jetzt nicht alleine hochgehe. Ja, alles gut, ich bin dann da. Wollen wir zu zweit oder? Ja, nee, gehen wir am besten zu dritt hoch, weil ich habe keinen Bock auf Hinterhalt oder so. Man weiß ja nicht. Dann gehen wir drei hoch. Ich glaube, hier über die Leiter drüber, ne? Hier, die eine hier vorne direkt. Nee, aber schau mal, hier vorne ist der Leiter, guck. Wenn wir da draufsteigen, auf die Mistkügel, über die Leiter und dann können wir rüber. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Aber lass die Autos mal irgendwo verstecken, ne? Ja, ja. Versteck mal die irgendwo hinten. Wo in Palito waren jetzt die Pflanzen nochmal? Genau, auf dem Dach oben. Kollege, beste. Ja, ich glaube, wir bauen sie einfach nur ab. Oder sollen wir warten, weil ich denke nicht, dass die jetzt da raufkommen. Ja, ja, alles gut. Aber nicht, dass die hier reinkommen. Nee, 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 nee. Wie gesagt, unten steht er da im Vierparad, solltet was sein. Er sieht ja, wenn da wer reinfährt. Der steht ja am Eck vorne. Also sollte wer reinfährt, wissen wir es eh. Ja, alles klar. Okay, also die werden hier oben stehen, ne? Auf, äh... Ja, genau, auf da, wo das Gitter ist, da oben. Alles klar, gut. Ja, da kommen wir hin. Ich denke, wir wollen die Schrotfinnen in der Hand, bevor irgendwas da oben passiert. Gehen wir mal hoch. Wir brauchen die Verstärkung. Aktuell nicht, Stadtwerke sperren ab. Und FD hat gesagt, wir brauchen aktuell keine Unterschütze auch. Ja. Das ist der Sound, wir spielen den. Ja, an die Einheiten oben im Polito am Mischro, ähm, Mischro sag ich, am Polito-Bankwitz stehen mehrere Fahrzeuge vorm Kartell. Ganz vor. So, der Kollege steht hinten gleich an der Leiter und guckt, dass da keiner hochkommt oder sowas. Alles klar. Ähm, ich bleib hier stehen, dann kannst du die Dinger vernichten, ja? Ja, ich hätte sonst noch gesagt, ich gucke hier nochmal nach oben, nicht, dass da wer raufgerannt ist in der Zwischenzeit. Ja, okay. Die Air One ist ja rüber geflogen, glaube ich. Und wenn die sich da irgendwo in der Ecke verstecken und dann hier hochgehen, man weiß ja nie, ne? Nee, Air One, äh, Air One ist hier nicht rüber geflogen. Achso. Ich bin, ich habe dir das gemeldet. Alles klar, okay, gut. Ich dachte, dass eine Air One drüber. Gut. Dann vernichten wir mal die Sachen. Ich stelle mich hinten an die Treppe. Jawohl. Gut. Dann stelle ich mal die ganzen, äh, Kisten hier. So. Ach, das ist immer geil. Erstmal Pflänzchen gefunden, der Kollege. Weil da jetzt zu warte, wenn die auf, äh, der Stage sind, das, äh, lohnt sich nicht, rentiert sich jetzt nicht. Kann man nur hoffen, dass da jetzt keine irgendwie von oben runter schießt oder so, man weiß ja nicht, ne? Wenn die jetzt einen Hass auf einen schieben und da oben steht, wer und schießt da runter auf uns, muss man halt aufgucken, ne? So. Ja, ich gehe sehr gerne mit meiner Schrotflinte in letzter Zeit rum. Ich liebe das Ding. Vor allem, wenn du Pflänzchen hast irgendwo, ist meistens Nahkampf, dann nehme ich meine Schrotflinte mit. Man weiß ja nie, ne? Deshalb immer Schrotflinte aktiv dabei. Kurt die Schrotflinte. Kurt das Schrotbrot. So, ich muss mal, äh, gucken, komme ich irgendwie dazu, jetzt mal was vorzulesen in der Zwischenzeit, währenddessen ich hier die Sachen mache. Ah, es tut mir so leid, Leute, dass ich so lange mal brauche, dann, ne? Wollen wir nicht erwarten, ob wer kommt, oder? Ähm, ich würde nicht warten, wobei... Die sind jetzt Stage 3, ne? Die müssen eigentlich bald gedüngst werden. Ja, aber die müssten einfach noch gedüngt werden, deswegen. Das Ding ist halt, äh, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis sie jetzt kommt, weil... Das kann ja eine halbe Stunde dauern, müsste jetzt gedüngt werden, oder? Also, ich schätze mal jetzt so noch 10 Minuten, 10, 15 Minuten, maybe. Ja, man kann ja sonst ein, zwei Pflanzen hier vorne einfach stehen lassen, dann sehen die das nicht von unten, weißt? Du meinst, die hier so stehen lassen? Ja, einfach, einfach die drei hier stehen lassen und die Rest kann man ja wegmachen. Genau. Weil, vielleicht sehen die so noch da, zack, und dann kommen die hoch. Das wäre natürlich top. Das wäre top, ja. Äh, wenn die halt dann hier stehen, äh, es kann auch sein, dass die hier von drüben runter gucken, ne? Hier von drüber, weißt du, was ich meine? Ja, die können ja auch auf dem Berg stehen, aber man kann ja einfach mal, einfach mal machen, mal gucken. Wenn die in 10 Minuten nicht da sind, dann einfach Rest zerstören, würde ich sagen. Ja, ja. Es waren doch sogar mehr als, äh, 40, ne? Also für mich sah es aus wie 40. Ja, habe ich auch gedacht, aber ich habe ihn dann auch nicht mehr sicher. Ja, zwei, vier, sechs, acht, zehn. Hast du abgezählt, wie viele es sind? Ich habe jetzt nicht abgezählt. Nö, ich habe nicht abgezählt. Perfekt. Es waren ja genügend. Ja, auf jeden Fall. Wir lassen lernen, was kleiner. Ich müsste sonst nochmal in meine, äh, Bodycam gucken, aber... Da habe ich ja auch drauf, wenn wir es sein sollten, wenn wir die genaue Anzahl brauchen. Ich dachte nämlich, äh, ihr habt schon abgezählt, dass das 40 sind. M-m. Okay. Ich hatte durchgegeben, also mindestens 40. Jetzt sah das aber eben doch ein bisschen mehr aus, aber ich glaube tatsächlich, das waren 40. Also wenn man die kriegen sollte, machen wir das eh. Dann schau mal. Wenn sie nicht kriegen sollten, ist eh egal. Da müssen wir halt gucken, dass wir unten wegkommen, ne? Jawohl, gehen wir mal runter. Nicht, dass die jetzt von den Schien kommen, dann sehen die die Autos direkt, ne? Genau, dann würde ich irgendwo ganz wegstellen, ganz, äh, rüber in Palito oder so. Ja, richtig. Ja, richtig. Oh ne, das ist schon wieder so'n Ding, wo du nicht runterkommst. Mal hoffen, dass die Pflänzern umso bleiben. Zwischenzeit können wir in Auto-Tune fahren. Lp 57, 297. Beim letzten Distage. Schauen wir mal, ob da wer kommt. Äh, ich dachte, dreht sich das Ding hier. Gut, ich weiß nicht, sollen wir jetzt eine Investigation starten und schauen, ob die hier kommt. Ich guck mal. Ich will mich hier mal einparken. Boah, schaffe ich das auch ohne, dass der so'n Ding voll Schrott macht? Ach, warum fahre ich heute genau so'n extra langes Auto, ne? Sagen wir mal gute Sicht zu dem Pflänzern, also da kommt einer. Kann er da rein? Dann ist jetzt die Frage, fahren die hier rein oder nicht? Ich seh das ja von hier, sobald er reinfährt, ich seh das ja von hier. Mal gucken, weil hier hinten bin ich ziemlich geschützt, glaub ich. Wäre besser, wenn ich mich hinter dem Zaun verstecken könnte, ne? Ach komm, ich sitze hinter dem Zaun ein bisschen. Also ein bisschen Zeiarbeit, ja, guck, es klappt doch. So machen wir das hier. Äh, King 4 hier, es fahren ganz viele Fahrzeuge gerade, äh, in das, äh, Palito, in, in die Chickenfabrik rein. Also dort, wo die Pflänzern rumstehen, circa 5, 6 Fahrzeuge, brauche ich dir mal richtig Backup. Sind da auch Sportfahrzeuge bei? Wenn ja, würde ich mit Highspeed responden. Hab ich jetzt von hier aus nicht gesehen, ich hab nur gesehen, 4, 5 schwarze Fahrzeuge. Ich bin leider zu weit weg, um das jetzt zu sehen. Redmond 3, der ist mit der Highspeed in der Nähe. Das müssen die Kartelleute sein, sind mehrere GT 63 S und ein Maybach. Alles klar. Ja, äh, bitte, bitte noch nicht, äh, in die Richtung fahren, ich beobachte das, ob die auf die Leiter gehen, Richtung Pflanzen. Weil es sind noch drei Stück oben, die haben ja extra Sköder umgelassen. Stand for. Nicht so den Namen der Frage, war gerade ein blauer BMW von euch auf der Militär Base? Ja, in den Bonn. Stand for. Da kommen sie schon. Da kommen sie. Ähm, sollen die zwei Highspeed-Central-Wine-Dinnehe responden? Wenn nötig, bitte ja. Aber ich glaube, das ist hier gerade nicht nötig, wenn das nur Maybachs sind. Es sind mehrere GT 63 S, die 4-türigen Mercedes-Limousinen und einen Maybach. Ähm, Adam 57 informativ, der Hauptplatz wird einmal komplett gesperrt wegen der Massenkarambolage. Massenkarambolage im Hauptplatz, Alter. Sie bis jetzt können hochgehen. Edward 38 informativ, Stand by Palito Parkplatz. Ja, X-Ray 18 und X-Ray 11 stehen ebenfalls in Bereitstellung. Edward 38 ist responding. Schauen wir mal, ob die da oben sind auf dem... Wenn ich die auf das Fischertater tappt, dass die hier oben sind, dann ist es offensichtlich. Link 57, ganz dringend Powernappen. Ich habe kommend, dass ich Kopfschmerz. 63, Spektinates 8, Copy. Stand for. Ja, die gehen da. Ungefähr gerade Palito, nochmal hier King 4, ca. 6-7 Personen gehen gerade in die Richtung der Chickenfabrik. Bis jetzt sehe ich noch keinen auf dem Dach. Wie viele Leute sind im Palito einsatzbereit? Sollte es zu irgendwas kommen? Fort in der Weltwehrhöhe. Sandy, äh, Dingens State Prison. Komm jetzt auch weiter in Richtung Palito. Das ist einer von euch in einem blauen Ball im WM, Palito? Ja, Erdogan. 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 Palito bräuchte Backup. Ein paar Einheiten die einsatzbereit wären. Es sind sehr viele Leute. Vor Link 64, rück auf die City an. Wird Offroad oder Straßenwagen benötigt? Wäre eher beides, aber eher Straßenwagen. Keine Offroad-fähigen Fahrzeuge sind da jetzt gerade am Start. Also es ist nichts mehr. Ein Lenker-Stick gewonnen wird damit Straßenwagen mit anderen Rücken auf dem 10-20. Gegenüber von meinem Temtrenti, die Chickenfabrik dort wäre er das. Der Linke 690 Spawn-Danks 10 Kilometer. Das ist richtig hart-strange, Alter. Aber die gehen da nicht hoch, ne? Die gehen da nicht hoch auf die, auf die Dings. Was? Ich hätte mich besser hinten stationieren sollen. Wäre besser gewesen. Das ist was ich glaube ich stationiere mich nach hinten. Das bringt sich hier gerade nichts. Ich habe keine Übersicht über irgendwas. Eieieie, das ist ja sowas von verloren gerade. Kann ich mich mit der Highspeed auf dem Palito Parkplatz stellen? Sehr sauer als Sache. Ja, ich stehe da. Ich muss drüber rutschen, ich bin deppel. Ich denke mir wohl wieder monatlich an. Wenn du mit dem Quaren weg bist, dann ist das auch auf dem Palito Parkplatz positionieren. Hier kommt man nicht hoch, ne? Ja, vertieft. Goldener Ferrari hat gerade die Absperrungen am Hauptplatz weggerammt. Warum ist es Nacht? Man sieht nichts, Alter. King 4 für X-Ray 11. King 4 hört. Ja, kannst du einmal bitte einen Status geben? Was ist da Phase? Kannst du irgendwas sehen? Also auf dem Dach bei den Pflanzen sehe ich gar keine Person. Die Personen haben sich aber unten bei der Chickenfabrik eingeparkt. Sind dann Richtung Pflanzen gegangen, aber oben auf dem Dach befindet sich niemand. Bin mir also unsicher, ob die überhaupt was damit zu tun haben oder ob die da hinten gerade ein Treffen veranstalten. Was ist mein Ding hin? Hab ich jetzt gemacht? Oh, sag jetzt nicht mal ein Internet schmeißt oder so. Ah, Alter. Ich dachte schon mal ein Internet schmeißt es. Hallo? Um die Uhrzeit, ne um sieben haut es mir mein Internet immer raus. Ist da ein Ping im Arsch? Ne, ein 57er Ping. Ich hoffe mein Internet hast das jetzt geschmissen. Weil oben, ne um 1.07 Uhr ist das sonst immer. Da haut es mein Internet einmal raus. Pflanzen sind immer noch da oben. Also ich glaube die haben damit nichts zu tun. Die parken hier einfach. Das sind ja alles goldene C irgendwas. Ne, S, was waren das? S 63 AMGs mit, äh, mit ein paar Dings sind dabei, ja. Ein paar, äh, Maybachs sind eingeparkt. So ist es. Ne, also die haben damit nichts zu tun, so wie es aussieht. Aber ich frag mich, was die hier machen. Das ist sehr strange. Das ist sehr strange Sache. Oh ne, da komm ich ja nicht mehr runter, ne. X-ray LN, Code 0. Fing von 63, äh, Paddy 3D. Ist der Raptor hinter uns, äh, von uns. Kennzlachen B4B. Die würden nie, also ganz ehrlich, das Kartell würde niemals auf die Idee kommen, hier 40 Pflanzen anzubauen, oder? Selbstverständlich. Und dann hier nicht rauf zu kommen. Hier ist ja keiner oben. Und du kommst ja nur von hier rauf, also. Ich glaube die haben damit null zu tun einfach. Die haben hier sicher eine Besprechung unten drin. Ob der mit dem Kartell zu tun hat. Äh, King4 hier, bitte wiederholen. Es ist bekannt, ob der Herr Stenzel was mit dem Kartell zu tun hat. Linke, 64 Informativ, ich bin bei X-ray 4 mit dem Zielwagen. Edward, 36108, Abend. Es ist der Sound, aber ich spreche dich. Äh, King4 hier, ich könnte uns nochmal gucken. Da sind gerade sehr viele Kartellfahrzeuge. Ähm, ob eins auf den Herrn Stenzel angemeldet ist. Nochmal Update zu Palito-Situation. Das Kartell hat anscheinend nichts mit den Pflanzen zu tun. Die haben da anscheinend irgendwo in der Nähe der Pflanzen ihre Besprechung. Ähm, keiner fest die oben an. Dann fahr. Punkt, check. Check, check. Check. Check, check. So, Morton für Seven David. Schuss. Schüsse. Oh, Schüsse, Schüsse, Schüsse. Schüsse, Schüsse. Schüsse, ne, wir fahren. Ja, wir fahren. Wir fahren. Schicken. Aufpassen, da sind zwei Motorradfahrer auf einer KTM, die Richtung Schüsse gefahren sind. Schüsse, Sie sind die Motorradfahrer auf einer KTM. Ach, das ist schön. hallo an sie gerade die schüsse gehört gehört hier gerade hier vollmann schüsse hier ich habe nur gesehen dass hier hinter dem gebäude ein lkw quer steht ja und wir haben oben vom berg ausgesehen dass circa 20 mann dahinten in die lagerhalle rein sind warum warum haben sie hier die kennzeichen dran das motorrad ist beschädigt das hat nichts damit zu tun sie müssen mit kennzeichen fahren ich bin voll wogegen gefahren das ist abgefallen ich kann es ja nicht mehr dran machen da müssen wir stehen lassen müssen mechaniker holen wenn es abgefallen ist direkt stehen bleiben rechts ran und mechaniker holen da gibt es keine ausnahme na gut der kollege das ist das problem dafür fahren und auf schienen sich auch aufpassen dazu kommt dann sind sie weg können sie mal bitte absteigen ich brauche mal von ihnen führerschein natürlich der kollege kann ich es vielleicht den anderen machen im kollege ich will übernehmen ohne kennzeichen frage wird derzeit irgendwo unterstützung benötigt dann wollen wir dann noch spätestens behalten dankeschön herr steffen reed alles klar genau dann gebe ich das mal durch vorne ist gerade aus der lagerhalle raus und hat richtung uns geschaut und ist wieder weggerannt alles klar danke bitte das ding ist was da drin gerade passiert ist in der lagerhalle in der schicken fabrik das ist nicht das problem die haben anscheinend auch nichts mit dem pflanzen um zu tun die können ich dir ich glaube die haben nicht geschossen ich habe es ja gesehen sind nur die langen gefahren als sie gefahren sind kamen schüsse die kam nicht von denen auf gar keinen fall die kam von viel weiter hinten die waren sind in die richtung gefahren und da weiter hinten richtung fällt da sind schüsse gefallen wie gesagt da hinten in die lagerhalle sind auch 20 man bewaffnet rein gewaffnet schwer bewaffnet in der leute reingegangen also also hinter hinter dem gebäude stehen circa acht mercedes oder sowas ja das habe ich gesehen haben wir sehen was das für eine bewaffnung war waren das lang warum gewährlich definitiv wie gesagt wir haben das von nach oben gesehen und dann werden wir wahrscheinlich viel mehr mit ihnen wegen der weitermachen müssen wir weitermachen wenn da drüben gerade leute mit langen waffen stehen das fahrzeug ihr fahrzeug müssen stehen lassen müssen bitte den abschlepper holen die kollege da weiterfahre so ein führerschein hat hat der kollegin den führerschein abgenommen hat angeguckt ja wie gesagt einmal einen abschlepper holen der würde das ist ja an der tieren wenn das möglich wäre ja ich hätte jetzt sonst vorgeschlagen dass wir mit dem motorrad hier schnell aus gefahrenzone rauskommen das wäre vielleicht auch nicht schlecht haben sie recht dann fahren wir einfach rüber an die tankstelle ja aber sie parken es nicht ein so und trotzdem ja natürlich dann ich bringe sie schnell rüber ja dann machen wir das stelle drüben dass wir dann mal raus sind king for ich bringe nur ganz schnell die motorradfahrer aus der gefahrenzone ich würde sagen wir schauen uns das gleich an wegen bewaffneten leuten in der chickenfabrik wie viele einheiten sind jetzt hier gerade in palito vielleicht mein pk darf entfangen ich kann ja ganz normal einparken ja solange sie kennzeichen haben sie können mal einparken ne kollege nicht der muss ein kennzeichen haben und hier so ah passen sie auf von mir kriegen sie also alle 106 eintragen richtig und genau im überblick lagt er in den türen nach vorne 57 äh 228 108 haben wir alle 106 eintragen dann bitte einmal bezahlen das ding und dann hat sich die sache perfekt gut ich muss jetzt leider weiter wegen den bewaffneten leuten da drüben ja ein hat mich sogar umgetragen auf 106 ist sehr lieb von ihm also ich komme heute glaube ich gar nicht zum vorlesen aber ich glaube das ist auch gut so ich glaube das ist auch für den chat ok so und für die leute die hier donaten dass ich erst vorlese weil ich wirklich zeit habe und nicht mehr p bin ihr wisst ich lese jede einzelne donation vor ich hoffe ihr wisst das leute auch wenn es ein bisschen länger dauert aber wir haben hier gerade richtig die scheiße am dampfen hier ist gerade richtig die scheiße am dampfen wenn die der schlade auch nicht mit langen waffen drin stehen das kann ich nicht nehmen durch für den helm wir sind aus der ersten waren und freien einheit genau das ist mal überlegen was wir den vorwerfen illegaler waffen das ist wahrscheinlich mit lang waffen sind genau möglichst viele einheiten wir wissen jetzt nicht wie viel da wirklich drin sind es wurden ja 20 genannt oder so das heißt wir müssen halt gucken dass wir noch ein paar einheiten dazu holen ich hole meine jungs noch mal von den marshals dazu wie ich kriegen kann dass wir möglichst viele sind und dass wir dann quasi das gebäude umstellen und quasi dann halt die leute daraus ich war jetzt mit dem kollegen vom swat einmal zum palito pd und unterstütze ihn dann wie viele einheiten können wir dann heran kriegen das fragt ich bei uns müsste ich einmal gucken wie viel ich da holen kann kurz mal stopp ich lehr das eben darf mit blaulicht und sirene vorbeigefahren werden ja oder nein bezüglich wo palito bitte wenn stille anfahrt die haben da drin anscheinend gespräch oder irgendwas also dass sie das von außen nicht mit kriegen hat irgendwer ein blick auf die chicken fabrik von außen wenn nicht king für euch würde sonst immer schauen dass ich im blickkontakt der fabrik bleibe dass sie auch nicht aber auch abhauen können da leute da braucht sich was zusammen wenn ihr denkt wir haben wegen pflanzen investigation gestartet und dann ist genau an dem spot ein riesengroßes treff mit mit kartell anscheinend oder irgendwas also fahrzeuge würden jetzt erstmal da hinweise geben wir packen uns da ein weißt du was wir schauen zuerst hinten ob wir ach komm wir schauen erstmal hinten dass die da nicht wegfahren aufgepasst kartell mitglieder sind jetzt bei den autos sind nicht mehr in der fabrik drin der frage werden noch weitere einheiten um in palito gebraucht ja auch an bekommen zu euch die schweiß heraus ist der bewegungsunschärfe kann ich die ausmachen die als bitte noch zurückbleiben x29 ist noch im funk genau x29 ist aktuell im funk 1 wir sind aktuell noch in der ausbildung gebunden wenn ihr uns 20 minuten geben könnt werden wir da ja perfekt beeilt euch bitte das war ich klares ab ähm eine frage ist irgendwo ersichtlich dass sie waffen haben äh king 4 ich habe gerade alle in sicht kontakt ich sehe keine langen waffen dann haben die ihnen dann blödsinn erzählt oder die haben die waffen weggesteckt schon ja die sind gerade ich habe jetzt gerade ich habe gerade blickkontakt zu denen sie sind gerade alle bei den autos also es kann dass sie gerade weggesteckt haben wo ich gerade reingefahren bin und die gerade sehe bin mir gerade noch ein bisschen unsicher der 57 mit der frage welche fahrzeuge benötigen wir denn da oben äh fahrzeuge in palito schützen straßen fahrzeuge vorgekommen das sieht in meinem gespräch aus hier ne ich sehe leider keinerlei keinerlei langen waffen x-ray 18 für x-ray 9 warte bitte einmal palito pd anfahren und den rookie übernehmen dann nicht einmal einsatz teilnehmen ok eine person äh king vorher eine person zieht gerade eine waffe und zielt auf eine andere steckt gerade die waffe wieder ein nirgendwo 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 Kingfoyer hat hier irgendjemand gerade ne Langwaffe glaube ich draußen bin mir grad unsicher ich sehe es von hier gerade aus nicht aber die haben auf jeden Fall vorhin gerade ne Pistole oder irgendwas gezogen was machen die denn ich weiß nicht ob der eine jetzt hier ne Box oder was ich glaube der hat ne Box in der Hand der hat keine Waffe aber irgendwer hat da gerade vorne Pistole oder was gezogen und die auf jemanden gezielt aber ich glaube die machen hier gerade Spaßereien nochmal Frage wäre es den Grund genug die Person zu durchsuchen aufgrund der Aussagen der Zivilisten mit sich mein Supreme kurz kurz abklären 10-4 15 David im Funk Wo wird aktuelle Unterstützung benötigt? Wie gesagt einmal Richtung Hühnerverarbeiter Palito Bay anfangen weitere Instruktionen vor Könnt ihr mal bitte kommen da kommen da ganz viele Leute zu mir könnt ihr mal schnell anfahren Jaa X-Ray 11 und X-Ray 25 werde Palito in die Anfahrung bringen Hallo Hallo Ja 10-4 So schwer Hallo So sehr kann er gar nicht spammen Hallo Guck es dir an Ey hier kommt das Wort auf Jaa Wegen einer Beförderung Guten Tag What's poppin' guys? Da sind sie doch Was geht ab man? Wir hatten ne Beförderung Das Ding war nur dass wir hier Schüsse gehört haben Schüsse? Ja Die haben sie gehört definitiv Können sie bitte lauter reden? Schüsse haben wir gehört Aha Ja Haben sie die auch gehört? Ja Haben sie die auch gehört ja Oh haben sie bei uns nicht angerufen oder haben sie die gehört? Ja wir sind sehr stark da Haben sie geschossen oder irgendetwas? Wenn sie sie gehört haben Ne das haben wir auch gehört War aber eher die Richtung Ja ja genau genau in die Richtung Sehr komisch Ja wir standen da hinten gerade wir sind jetzt gleich hier unterwegs Soweit können wir uns auf die Aussage von dem Zivilisten gehen Alles klar Sollte das nicht stimmen ist der Zivilisten verantwortlich Jetzt macht das nicht strafbar Warten sie mal ganz kurz Vor Äh dürfen die Dürfen Aber war ein gelungene Aufstieg Ja so kurz die Hände Ich hab das zügig an 7 David für X-09 Natürlich Äh wo würdest du uns benötigen? Einmal die Richtung grüner Fahrerbeiter bitte Ähm sollen wir dann einmal mit allen Fahrzeugen zu nach hinten fahren wo die Menge ist? Das ist jetzt das müssen wir die alle Dürfen Leute das ist jetzt Einfach Absolut Äh King 4 hier das Ding Das Ding ist äh wir müssten auch die Fahrzeuge durchsuchen nicht nur die Person Ja so positiv denk dran dass zwei Einheiten die wirst vorne den Eingang auch zumachen Also wenn der wird für X-09 könntest du mir einmal ein 10-20 geben Kriegst du sofort Auf Wiedersehen Ja Wir bräuchten hier vorne unbedingt mehr Einheiten wir sind hier viel zu wenig für die Menschenmasse 15 David hat noch 2,7 Kilometer Wir werden gebeten uns in einer Reihe Wir haben die Flügelheit bitte 900 Meter da Bitte ohne Q3 anfahren Wenn man gerade abends wobei gefahren ist Um was geht es denn? Um was geht es denn? Was ist hier los? Das kann mein Kollege dann rechts von übernehmen Ja Ihr wart ja da vorne schon so stumm Soll ich das übernehmen? Hier übernimmt gar keiner was Darf ich das? Ja klar Darf ich Ihnen kurz erklären was hier vorgefallen ist? Ja ich kann Ihnen erklären was hier vorgefallen ist Wir hatten gerade eine Beförderung und gehen das jetzt feiern Ist ok Ist ok dass das Hören Sie mir kurz zu Das ist nicht das Problem Das Problem ist dass hier Passanten Ich weiß nicht ob Sie es gesehen haben Da sind Passanten vorbeigefahren Und die haben zu uns gesagt nachdem hier die Schüsse gefallen sind Dass da drin Sie waren ja da drin in diesem Häuschen da ne? Was für ein Häuschen? In dieser Halle da drüben waren sie doch Sie waren in der Fabrik? In der Fabrik oder so Oder in der Nähe von der Fabrik Irgendwo da sind sie rumgestanden Gerade in der Nähe einer Fabrik Ja ja und da meinte Da meinten jetzt Passanten zu uns Es waren zwei Stück Die dann vorbeigefahren sind Dass da drin 20 Leute schwerstbewaffnet mit Langwaffen stehen Was? Können die denn reingucken wenn sie vorbeifahren? Das ist das Ding ist Beim vorbeifahren Der war gut Beim vorbeifahren Wir waren drin Wo waren die Leute bitte? Wie sollen die sowas sehen? Anscheinend waren da Drei Pistolen draußen Ja ja Warten Sie mal Anscheinend war das so dass die hier Vorbeigefahren sind Da ist ja Offmünden ne? Die sind auch vorbeigefahren Aber wir waren es nicht offen Ne Aber wie kommen die auf die Idee Dass hier 20 Mann drin stehen Das ist das Ding Und dann auch bewaffnet Ich sag mal so 20 Mann ist ja in Ordnung Aber es hatte zu keiner Zeit auch nur irgendwer Ja dem wollten wir jetzt halt auf den Grund gehen Das ist das Ding Zum anderen Das Ding ist ja Darf ich schon kurz sagen Dass das hier alles ein bisschen Zufall war Hier oben auf dem Dach waren Pflänzchen Auf der Fabrik Damit haben sie glaube ich eh nichts zu tun Das will ich ihnen gar nicht vorwerfen Das waren wahrscheinlich eure Kollegen Die uns gerade Keine Ahnung wo Ja Ihre Biker waren das wahrscheinlich Gerade Ihre Passanten waren das Gerade Die angesprochen haben Das ist aber schon ein bisschen lustig Selber damit zu verraten Ne ne also ich sag nur Da oben stand was Und deshalb war das auch ziemlich auffällig Dass sie hier umgefahren sind Und rumgestanden sind Bis wir dann gecheckt haben Okay da ist doch Haben sie hier nichts mit zu tun Alles gut Aber das Ding ist ja wenn der Wer vorbeifährt und sagt Da stehen Leute mit langen Waffen Da müssen wir dann auch auf den Grund gehen Was hier los ist Das ist das Ding Da haben wir Fragen gehören Wie die zwei Leute Die da hochgeklettert sind Auch zu ihnen Wo bin du hochgeklettert Die da hinten auf die Silos rum Mit den langen Waffen in der Hand Ja Die gehören zu euch Die hier oben Die da hinten Ja die gehören zu uns Ja die gehören zu uns Die sollen zu uns gehen Und da hinten waren auch zwei Ja ja Die können sich nicht entscheiden in dem Fall Eine Frage Haben sie beim Passanten einen Drogentest gemacht Ich weiß ja nicht was die genommen haben Ne da ist eine ohne Kennzeichen gefahren Da haben wir das Datenamt genommen Und gesagt das ist das Kennzeichen Wir wollen hier was feiern Können wir die Situation werden Ja oder nein Nein Ich frag nicht dich Die Situation jetzt dass wir sie durchsuchen Ja sie werden jetzt einen durchsuchen Das Ding ist Wir haben im Court angefragt Die Zeugenaussage reicht aus Das ist das Ding Achso Also zwei kleine Zwei kleine Leute die Zwei kleine Drogen Anbauer Die da keine Ahnung was Kommen mit irgendeiner Scheiße Da kommt Swat Und es werden 20 Darf ich Ihnen kurz was sagen Sollten wir keine langen Waffen finden Dann werden die auch vor Gericht Noch mal eingezogen Sie werden hier gar nichts finden Weil sie hier nichts durchsuchen werden Ganz einfach Wir können auch sonst mal schriftlich Das vom Court einholen Das Ding ist Hören Sie mir kurz zu Das Ding ist Wir müssen dem nachgehen Wenn uns etwas reportet wird Wir müssen dem nachgehen Auch wenn es eine Lüge ist Da sind 20 Leute mit Langwaffen Es kommen 20 Leute raus Keine Langwaffe zu sehen Alles bla Schönen Abend Ja wie gesagt Ich kann nur so viel sagen Ich habe sie nicht beobachtet Wie sie raus sind Ich habe sie erst dann wieder gesehen Als sie beim Auto standen Sehen Sie ja das Schlechte Ermittlungsarbeit Das ist genau der Grund Warum Sie hier niemanden durchsuchen werden Das ist genau der Grund Sie glauben jetzt 200 statt 20 Okay Habt ihr ein Kennzeichen? Das Ding ist das wir Das wir den Sachen nachgehen müssen Das ist das Ding Wir haben eine Anweisung Wir haben aber eine Anweisung bekommen Wir haben sie alle zu besuchen Deshalb habe ich sie gebeten Sich in eine Reihe aufzustellen Und wem? Auf welcher Rechtsgrundlage? Erstens dessen zweitens bringen sie den Beschluss Genau Wir haben den Beschluss vom Supreme Court Ja dann zeig den doch vor Dann pack aus Das Ding Außerdem habe ich von Ihnen jemanden gesehen Der hier mit einer Waffe hantiert hat Mit einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit Ja Das hat nichts mit dem offenen Tragen zu tun Wenn sie eine Schusswaffe in die Hand nehmen Und auf Leute ziehen Ist das für mich kein offenes Tragen Dann ist das hier Auf wen haben wir gezielt Warte, stopp, stopp, stopp Wem unterstellen sie jetzt auf Dass wir auf wen gezielt haben? Das ist eine Unterstellung Ich hab das Darf ich kurz noch sagen Ich hab das auf meiner Bodycam Dass hier wer eine Pistole ausgepackt hat Und hier rumgewucht Äh rumgewucht Rumgespielt hat Hier vor den ganzen Leuten hier Wenn die losgehen sollte Haben wir ein großes Problem So war's kurz, Kollege So Einmal für sie Einmal für sie Sie kriegen kein 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 schreiben Sie haben einen Tatverdacht Sie werden durchsucht Sollten sie sich dem wieder setzen Dann werden sie festhalten Es gibt keinen Tatverdacht Doch Es gibt einen Tatverdacht Nein, es gibt keinen Tatverdacht Mein 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 Vorgesetz hat mir gerade gesagt Dass wir sie durchsuchen Dann holen sie den vorgesehenen Das kann der uns selber sagen Wenn wir uns nicht kooperieren Was haben sie für Probleme Weil das ist nur Wir machen Wir müssen die Party Und ihr versaut komplett alles Ihr habt den ganzen Abend jetzt zerstört Hören sie mir mal kurz zu Ich kann es verstehen Das Ding ist nur Wenn wer vorbei fährt Der dann befragt wird Und der zu uns kommt Wir haben den nur befragt Weil wir Schüsse gehört haben Und der uns sagt Da stehen Leute Schwerst bewaffnet da drin Da müssen wir dem nachgehen Ob es stimmt oder nicht Wenn es nicht stimmen sollte Jetzt haben sie auf einmal Schüsse gehört Ja, aber die kam ja von der Seite Hören sie mir kurz Hören sie mir nicht zu? Vorhin waren doch Vorhin haben sie ja nicht von Schüssen geredet Doch Haben sie nicht Darf ich ihnen kurz sagen Hier hinten fielen Schüsse Hier Ich will ihnen gar nicht irgendwas an Ankreiden Das Ding ist nur Da waren mehrere Schüsse In die Richtung Und da ist nicht Jagdgebiet hier hinten Da ist ja nichts mit Jagdgebiet zu tun Und da fielen Schüsse Und deshalb Haben wir jemanden angehalten Der hier hinten war Hören sie mir kurz zu Ich möchte ihnen kurz die Geschichte erzählen Ich glaube sie verstehen mich nicht ganz Boah der ist wie eine Schallplatte Ich kann dir gar nicht zuhören Na Weil sie mich nicht verstehen Sie denken jetzt Ich will ihnen die Schüsse ankreiden Was ich aber nicht meine Ich wollte ihnen damit nur sagen Warum ich die angehalten habe Da waren dann diese zwei Typen Die habe ich aus dem Grund angehalten Weil da Schüsse gefallen sind In die Richtung wo sie gefahren sind Da habe ich gefragt Haben sie auch die Schüsse gehört? Dann kamen vor denen Nein haben sie nicht Ja wahrscheinlich Und dann kam aber die Aussage Nicht von uns aus Sondern von ihnen aus Da hinten standen Männer Und Frauen Schwerst bewaffnet Mit langen Waffen In der Halle Und das war das Ding Bitte Wie können die Leute das denn sehen Wenn die hier nur vorbeifahren Das kann ich ihnen nicht sagen Aber woher weiß das Hier 20 Leute drin stehen Woher weiß das Weil hier zwei Autos gefühlt auf dem Parkplatz stehen Das ist doch logisch Das mit den Schüssen War nur um ihnen zu sagen Warum wir die angehalten haben Und wie das gerade abgelaufen ist Dann habe ich an sie eine Frage Es hieß wir hatten Langwaffen Haben wir irgendwelche Waffen Im Kofferraum mit Nein Wir sind ohne Langwaffen raus Haben sie doch gesehen Ich habe es eben nicht gesehen Waren sie ganz kurz Kann ich das ganz kurz klären Mit einem Kollegen Geht das? Ich gebe da ganz schön was Durch den Funk durch Und dann haben wir das gleiche Kann das bezeugen Ich würde hier zwei Noch die Nationalbank mit anfangen Entfer Ja, Entfer Die Kollegen mit dem Verheiß Jetzt müssen einen Eingang von Mitte blockieren King, vorher Ich habe eine Frage Bezüglich der Palito-Situation Hat irgendjemand gesehen Wie die von der Halle rausgegangen sind? Nein, aber ich habe gesehen Wie die Provide Jetzt zweimal schon In den Kofferraum gegangen ist Nineteen, der wird Ten-Eight Tschüss Ich habe wirklich etwas weggesteckt Extra-Generator In der Frage Bei der Funk war das nochmal Die Schüsse sind wie gesagt Dahinter gefallen Die habe ich auch gehört Wir können auch gerne ihren Zivilstreifen kurz Giften fragen Der hier vorbeigefahren ist Mit seinem BMW Mit seinem blauen BMW Der hier vorbeigefahren ist Wie kommen sie jetzt da rüber, der Herr? Der hat mich gefragt, ob hier alles in Ordnung ist Ich habe gesagt, hier ist ihm keine Schüsse gefallen Wir kommen von anderen Richtungen Wir kommen von hinten Hier war nichts Und die sind auch ohne Waffen hier alle rausgekommen Und bin totaler Zivilist Ich weiß nicht wer die sind Oder Ich kenne nur ein, zwei davon Aber wie gesagt Ich kenne die nicht Ich kann nicht dazu Ich bin einfach Zivilist Und die hatten definitiv keine Waffen beim rauskommen dabei gehabt Auch nicht am Rücken? Auch nicht am Rücken Definitiv nicht, nein Warten sie mal ganz kurz Ich check nur schnell was ab Ich bin auch vorne gewesen Ich war hier hinten kurz Habe eine geraucht Halt Bin halt hin und her gelaufen Ja Aber wenn die zu genießen Dann hier irgendjemand mit langen Waffe umgelaufen wäre Dann hätte ich das ja gesehen Wie gesagt Wir haben einen Verdacht Wir haben einen Tatverdacht Und aufgrund dessen werden sie alle durchsucht Haben wir Beziehungsweise die Anweisung bekommen Sie alle zu durchsuchen Und den werden wir auf Folge leisten Das Ding ist halt Sie meinen jetzt mal Man hat sie da drin nicht gesehen Und die sind vorbeigefahren Haben die Autos gesehen Und sagen da sind 20 Mann mit Waffen drin Mit langen Waffen Und die Herren müssen sie gesehen haben Sie hätten nicht einschätzen können Dass sie 20 Mann sind Hätten auch 10 Autos sein können Mit 10 Leuten Ja aber Wie gesagt Ich stand hier direkt vor Ort Und habe keine langen Waffen gesehen Weder am Rücken noch Dass jemand die aus dem Auto reingelegt hat Oder rausholt Aber das können sie ja sagen Um ihre Kollegen zu schützen Dürfte ich genau fragen wo sie standen Ähm Genau Da vorne wo ungefähr ihr gepanzertes Fahrzeug stande Und was machen sie hier zwischen der ganzen Leute Eine geraucht Und wo Mit wem fahren sie mit Also in welchem Auto saßen sie Ähm In den Von Billy Welches wäre das? Ähm Gott die schauen alle gleich aus Einer der Mercedes Ja also sind sie Sind sie mit den Kollegen mitgefahren Also gehören das schon irgendwie dazu Also sie sind jetzt keine Unbekannten Ähm Ja eigentlich kenne von denen genau Einen Einen Sie sind aber drin mit gewesen In der Halle Ich war drinnen nicht mit gewesen Ich habe hier draußen gewartet Ja aber das heißt ja nicht dass ich irgendwie jetzt hier Lügen erzählen würde Was habe ich denn davon? Ne ne aber es ist komisch ist dass ich vorhin vorbeigefahren bin wo alle Autos hier standen Ach sie denn im BMW? Jaja darf ich Ihnen kurz was sagen Äh da standen alle Leute Äh standen ja hier draußen wie ich jetzt hierhin gefahren bin Davor als ich hierhin gefahren bin habe ich auch nochmal abgecheckt Da standen auch schon alle Autos hier aufgereiht Und da war keine hier am Parkplatz der auch gestanden hat Also da waren alle irgendwie weg Ey ich habe doch mit ihnen geredet Ja aber Wenn sie der blaue BMW zivilschwarze zurückstand hat Wenn sie den zieht haben und wir einfach umgefahren Ne mit dem blauen haben sie nicht geredet das war wer anderes Ich bin mit einem schwarzen BMW hier Da meinen sie den äh Zum blauen Glaub ich war das Wo war das genau? Wie gesagt das war direkt hier vorne an der Hausgrenze sage ich mal Wo das gepanzerte Fahrzeug bin Also ich glaube vielleicht was ich deshalb nicht gesehen wenn sie mit ihm geredet haben Ja also das würde ich Da ist er vorbeigefahren Alles klar Und da hat es so blitzlicht da vorne drin gehabt definitiv Jawohl Jawohl Waren sie mal ganz kurz Waren sie mal ganz kurz Ging vorher ich möchte nochmal schon was abklären Äh ich würde nochmal gerne die Person die diese Aussage gemacht hat nochmal befragen Was die da genau gesehen hat Ähm Gebündetting aber bitte das AMR nachalarmieren Das Problem ist halt die Telefonnummer nicht wir müssten einen Aufruf machen Brauchst eigentlich nichts abklären wir haben schon die Aussagen Das Ding ist halt Mehr können die uns auch nicht sagen wir haben die schon gefragt Das Ding ist halt ich würde die Gene befragen ob die das aufgrund dessen dass die Autos draußen standen sich gedacht haben oder ob das wirklich deren Aussage war dass die hier drin bewaffnet standen Das war ja deren Aussage dass da 20 Leute äh schon reingehen sind oder dort standen Ja mit langen Waffen aber keiner hat die langen Waffen jetzt gesehen außer die das das Ding Ja das Ding ist ich kann dir auch sagen dass die Herren nicht bekannt sind bei uns die alle Du kannst bei jedem eigentlich in die Akte schauen du hast überall mal illegalen Waffenbesitz Mord etc Schon klar schon klar das Ding ist halt nur wenn ich da jetzt keinen sehe mit langen Waffe Und auch ich vorhin ran gefahren bin wo die rum standen keiner hat eine langen Waffe dran Das ist ja komisch Dann wird unsere Chiefs die Anträge gegeben wir sollen die durchsuchen und dann machen wir das auch Ja gut Und ich sag's so wenn die nichts haben dann können sie sich ja durchsuchen lassen Das stimmt schon ne Also das Ding ist halt wäre blöd wenn der uns hier angelogen hat nur um den irgendeins auszuwischen Ich weiß ja nicht was Man darf immer so denken wenn die mir hier vor Ort sagen sie können mich zwar auch anlügen dass die da ganz weit drin standen Wobei ich frag mal die Kollegen wo die genau standen der muss das doch wissen Entschuldigung Ja Können sie mir wenigstens sagen wo die genau standen Ähm innen drin oder was Ja ja sagen sie mir das mal Ich war ja nicht drinnen Ich hab nie gesagt dass ich drinnen Ja aber haben sie es wenigstens gesehen Sie müssen das von außen ja gesehen haben wo die hingegangen sind oder Die sind vorne einfach in das Toll reingelaufen Können sie gerne reingehen Ja aber standen die dann vorne oder hinten oder wo standen die dann Nö das kann ich wie gesagt nicht sagen Ich war ja nur ich stand ja nur die sind ja ausgestiegen sind nur hingelaufen Ich hab gesagt ich bleib hier und brauch eine Alles klar Ich hab heute die ganze Zeit geschuftet und hab dann halt mit Billy Kontakt gehabt und hab halt einfach hier entspannt geredet Alles klar danke Und ich mein ähm vergessen sie bitte nicht vielleicht dass die anderen eher nur ihren Arsch retten wollten Vielleicht haben die auch einfach rum geballert und haben selbst hier auf die geschoben Nö ne die haben nicht geschossen ich hab die ganze Zeit in Kontakt gehabt Die Schüsse kamen von da drüben und die saßen auf Motorrad und von denen sind keine Schüsse gefallen in dem Moment also die haben damit nichts zu tun Ja aber aber ich ich sie waren nie da drüben Die kamen immer nur aus der Richtung Die gehen einmal alle weg Die gehen dort wieder hin wo sie gerade eben standen Was soll das denn jetzt hier? So sollten sie sich jetzt nicht durchsuchen lassen werden sie vor euch festgenommen Ja dann holt sie erst mal ein paar Busse jetzt Weißt du an die sie hier auf dem Berg wahrscheinlich angebaut haben Sie kommen einmal bitte mit Ihr seid einfach der größte Haufen Scheiße den es gibt Hey So ist es 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 Richtig so Hey Hey Bussi Aufsfeier Glückzug, Glückzug in den Herrn Zerburben Hast du gern einen Ein Hände mit Städis Zweite mit Städis Rechtsseite Nummer 2 und 3 Eine Person hat aber die Hände oben Die andere sehe ich nicht Da sie direkt Beide Personen sind weg Die Hände oben Steff Ah eine Person Wie kann ein Toter sprechen? Ihr seid ja absolut krank Steffi White hat ein Handy Ach der hat er drin Und jetzt hol mich aus der scheiß Karre raus Nehmenfalls auf die Seite Hol mich aus der Karre raus Komm Ich hab ein Ich hab ein Kollegen Crossfire bekommen Nehmen sie bitte die Hände nach oben Nehmen sie bitte die Hände nach oben Nehmen sie bitte die Hände nach oben Steffi White hat ein Handy Wir sind noch oben Ja es reicht mir danke Und dann bin ich fest Geht euch da hinten Sonst hau ich euch den Kopf weg Ihr kranken Idioten Verpisst euch da hinten Achtung Drohungen Verpisst euch Einer wenn ihr zu nah kommt Handy weg Handy weg Sofort das Handy weg Gesetz ja absolut krank Polizei Gewalt Kein Wunder Kein Wunder dass sie euch alle wegdemonstrieren in anderen Ländern Absolut krank Ich bin gefesselt Sieh doch nicht auf mich Was willst du von mir Ich glaub ihr solltet vielleicht mal lieber das FD rufen anstatt hier mit eurem Waffendebel umbeziehen Ja wäre vielleicht ganz gut wenn wir erstmal in Sicherheit wären bevor sie jetzt hier mal labern Weil die können immer noch bewaffnet sein Dankeschön für ihre Hilfe Ja Einfach geschossen ohne Waffe Ja ja Die meisten hatten nicht mal eine Waffe gezogen aber ey Ehren Leute Bitte Ich war grad nicht live dabei war da grad alles legit Ja Es kam ein Report rein Ne wir hatten alles abgeklärt mit dem Court auch Es wurden Langwaffen gesehen wurde reportet von Zivilisten die vorbeigefahren sind Da gab es ein riesen Problem Wir hatten vom Court was angefragt dass wir sie suchen dürfen Die haben sich alle geweigert Und unkooperativ auf einmal fangen die Kartellmitglieder an die Leute weg zu boxen Einer hat die Waffe gezogen geschossen Und dann gab es hier ein Mass-Shootout Das ging nicht mehr anders Okay Ich muss ehrlich sagen ich habe jetzt sogar unter Crossfire vor mir stand ein Kollege den habe ich jetzt getroffen Das war nicht vorhersehbar dass das jetzt hier so ausartet wegen einer normalen Ich sag mal wir wollten normal hier einmal durchkontrollieren Nur wegen Langwaffen sonst gar nichts Ganz normal durchkontrollieren und dann geht das hier in so einem Shootout Wir haben nicht mal geschossen wo die hier Wir haben dann nur erstmal angefangen zu tasern Weil die angefangen haben zu boxen zwei Stück Und auf einmal hinten fängt einer an die Waffe zu ziehen Dann der nächste, der nächste, der nächste Was willst du machen? Wir haben dann nur noch probiert hier wegzukommen Unser Leben zu sichern Ich wollte nur weil ich war nicht live dabei kamen Das war jetzt die Massenschießerei hier Aber Das ist zu Unrecht gewesen sein Aber das glaube ich eigentlich nicht Ne ist es auch nicht Ist es nicht Passt Hab ja alles auf Bodycam alles gut Ja kein Problem Alles klar Es sind grad wenn du schaust es sind über 200 Leute da Ja 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 Überall Das habt ihr nicht umsonst gemacht Könnt ihr auch ein SQP gewesen sein Und das könnt ihr auch aufpassen wie ihr wollt Drohung versprechen ist mir scheißegal dafür zahlt ihr Das können sie machen Wenn sie das wollen dann werde ich das nochmal vor Gericht einbringen Dass sie mir jetzt nochmal Gewalt anbauen Wir werden unser eigenes Gericht haben glaubt mir das Kollege Ja natürlich hören sie das Ja natürlich hören sie das Das werden sie auf jeden Fall Verstehe ich wo das Problem ist Schauen sie mal was die hier angerichtet haben Ne wie ist ihre Dienstnummer Na guck mal was du angerichtet hast Was hab ich denn angerichtet Ja guck dir das doch an Was ist denn passiert Die Polizei dein Freund und Helfer und jetzt liegt meine Familie am Boden Hätten sie erstmal ihre Waffe nicht gezogen Hätten ihre Kollegen nicht angefangen zu schießen Wäre das nicht passiert Wärten sie ganz normal durchsuchen können Wäre alles super gewesen Dann schießt die Waffe Ihr habt keine Rechtsgrundlage zur durchsuchen Verdammte Scheiße Wir haben am Court angefragt Wenn das Court uns das Go gibt Dann können sie Können sie mir kurz Hallo 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 Ich rede jetzt Jetzt ist mal still da drin Seien sie mal leise da drin Ich rede jetzt Seien sie mal leise da drin Hallo Nein nein Wollen sie die haben 65 10 05 Bitteschön meine Dienstnummer Sind sie jetzt glücklich damit Wie wäre die Dienstnummer 65 10 05 69 31 Was labern sie denn Wie was labern sie Bleiben sie mal professionell Was labern sie denn 69 31 Wollen sie damit Was hat das mit der Dienstnummer zu tun Sie wollten meine Dienstnummer haben Jetzt kriegen sie meine Dienstnummer Und was wollen sie jetzt Warum sagen sie jetzt 69 31 Irgendwo ist klar Der hat es einfach nicht gecheckt Nö wirklich nicht Du weißt ja was sie von mir wollen Jetzt Wollen sie witzig sein Ihr Freund und Helfer Das ist ja nicht so klar Also wenn ihr Meine Kollegen so am Boden liegen Wäre ich jetzt ganz und gar nicht witzig Also dass sie das nicht ernst nehmen können Ist schon traurig Glauben sie mir Das ist schon sehr ernst hier Und das verspreche ich ihnen Dass das sehr ernst bleibt Ich kann ich kann ihnen eins versprechen Dass sie hier drin im Auto Ganz lange sitzen bleiben werden Und dann werden sie ganz lange im Knast sitzen bleiben Das ist wirklich schön Warum Was hab ich denn gemacht Ich komm lange rein Schon witzig Der Herr im Auto War ja die ganze Zeit im Auto Richtig Ach 69 69 31 haben sie gemacht Genau das Ah Wow Jetzt kommt die Retourkutsche Jetzt Na jetzt kommt die Jetzt kommt die Retourkutsche Also wirklich unglaublich Ach du kleiner Vogel Was bist du eigentlich Was hab ich denn gemacht Neuer 60 31 Ach scheiße Alter So ein Shootout Bruder Hauptsache der König hat überlebt Ah TN4 haben wir noch mehr verletzte Officer Als die zwei Äh ja King4 ich bin am Kopf verletzt Aber äh ich steh noch Ich meinte bewusstlose Officer Ich glaub das sind jetzt alle Also ich glaub nicht das sind noch wer wer steht Also alle liegen da in der Mitte An alle Einheiten Informativ Wir haben hinterhin Zwei Befusslose Officer Wenn noch mehr sind Bitte hier hinterbringen An alle Einheiten Impolito Bitte bitte eure Dashcam Aufnahmen sichern Ähm Ich möchte dann von jedem Officer heute noch die Dashcam Aufnahmen noch mal erzeugen Hey John Einmal bestätten Mh TN4 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 Was ist denn das los alter was ist mit denen Ich hör dich kaum Ja Unkooperativ Bis zum geht nicht mehr Ähm Dann zückt der einer die Waffe Und alle zücken die Waffe Und dann gehts los alter Was ist denn das los alter Natürlich das Ding ist Du hast ja gesehen Zwei von denen haben angefangen zu boxen Und einer hinten zieht die Waffe Wird auf unbewaffnete Leute geschossen Ja nicht wegen unbewaffnete Leute Sie alle hier haben Und dann nicht nur der Ich glaube die anderen haben auch dann angefangen zu ziehen Natürlich Das ist jeder Ich hab bei mir einen das Ding gehabt Der hat erst auf mich zielen Und jetzt sagt man hat nicht geschossen auf mich Also sorry aber das ist ja Ich weiß immer noch Ne das war wirklich Also dass man da nicht kooperativ einfach rangeht und sagt Ja komm guck mal mal die Waffen durch Wir haben vom Court die Sachen abgesingelt bekommen Alles supi Ja wo sind die Sachen denn Woll doch leise Und wenn du deinen scheiß Höhnen kriegst Nee ich kann es mir nicht anhören Was ist mit ihnen los Wir haben vom Court das angefragt Ja was ist denn mit ihnen los Wir haben das vom Court angefragt Wenn sie irgendwas dagegen hätten Können sie jederzeit vor Gericht gegen uns vor uns gehen Ja Wenn das nicht stimmen sollte Genauso gegen die Person die das Darf ich ihnen kurz was sagen Darf ich ihnen kurz was sagen Sie hätten auch dagegen vorgehen können Hatten wir nichts gefunden Und die Person hat eine Lüge erzählt Die da vorbeigefahren ist Das hab ich ihnen auch 50 mal probiert zu erklären Dass sie gegen die Gericht nicht vorgehen können Das Problem ist wir werden durchsucht So oder so Ob wir wollen oder nicht Nein sie werden nicht so oder so durchsucht Wir hatten einen Verdacht Der sich bestätigen muss Und den können wir nur bestätigen Wenn sie sie auch durchsuchen Wenn wir da hören Genau Wir hätten keine Wahl gehabt Dass wir durchsucht werden oder nicht Wir können uns gar nichts Nee Also Hören sie mir kurz zu Und für die Kollegen dahinten Hier gibt es keinen Täter außer die Cops Nur die Täter haben Nur die Cops sind Täter Was labern sie denn Die Kollegen haben jetzt nicht geschossen Und nicht herboxen Darf ich ihnen sagen Dass ihre Kollegen angefangen haben Unsere Kollegen einfach zu boxen Einer K.O. gegangen ist Dann die Dame angefangen hat zu boxen Dann getasert wurde Und dann ihre Kollegen angefangen haben Ihre Waffen rauszuholen und zu schießen Darf ich ihnen das kurz vorlegen Geht das? Sie haben recht ein gutes Auge Ich habe ein sehr gutes Auge Ich habe auch alles auf Dashcam Das kann ich ihnen vor Gericht dann gerne vorspielen Ja Was ihre Kollegen hier gerade aufgeführt haben Genau Und dann erklären sie mir auch direkt im selben Gerichtstermin Warum ich Gerade ich Wegen 6931 Hier so lange im Auto sitzen muss Aus dem Grund weil sie unkooperativ sind Unkooperatives Verhalten Direkte Festnahme Bitteschön Da haben sie ihr 6931 Genau Unkooperativ Wunderbar Wenn sie das Fenster auflachen Lachen sie gerade wegen unkooperatives Verhalten Ja da muss ich schon so ein bisschen lachen Wenn der Kollege mit ihnen spricht Unkooperativ Geile Wesse Sehen wir irgendwie aus als wären wir Unprofessionell war es vor allem dass sie auf mich schießen wo ich dann nur rumstehe Darf ich ihnen sagen dass ich sogar einen Kollegen angeschossen habe aufgrund dessen dass es hier Crossfire gab Trotzdem habe ich schon nichts gemacht oder? Hat mein Kollege was gemacht in dem Moment? Eine Kurzschlusssituation wie diese hier die gerade jetzt passiert ist Da passieren halt Fehler Wird ihr euch vielleicht später diskutieren? Ja Sie haben einen Sie haben einen Der hat ja nicht geschossen Also Ja Und außerdem habt ihr auch Taser ne? Jaja Taser Wir haben unseren Darf ich ihnen was sagen Der Taser wurde benutzt Und dann wurde von ihnen ihre Seite die Waffe gezogen Aber danke Dankeschön Von einer einzelnen Person Und sie haben in eine unbewaffelte Menschenmenge gehalten Bitte? Eine Person hat eine Waffe gezogen Mehrere Personen haben Waffen gezogen Ich habe das alles auf der Schrift Eine Eine hat gezogen und geschossen Nicht nur eine Eine hat angefangen und dann haben die anderen mitgezogen Das habe ich so gesehen Und da können sie nichts gegen sagen Das habe ich alles auf der Schrift Ja dann machen sie bitte bei mir auch jetzt schon mal direkt einen Schmauchspurentest Damit ich nicht nachher beschuldigt werde ok? Ja Gott sei Dank Gott sei Dank konnten die meisten noch nicht schießen wo wir dann schon geschossen haben Danke Gott sei Dank Sonst wäre das hier ganz anders ausgegangen Dann wären hier ganz viele Kollegen auch Ich weiß nicht die meisten liegen da ohne Waffe Wäre das ganz anders gelaufen Ich bin der Täter Wir wollten mit ihnen hier vernünftig reden Ja darf ich ihnen nur sagen Hätten wir sie Hätten wir sie einfach besucht Wäre das alles jetzt nicht was schreit Das ist das Schöne Bitte Natürlich 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 Geben sie mir eine Sekunde Oh ne das ist auch noch sein BMW Wollen sie weiter diskutieren? Naja Ich stelle sie dann irgendwo nach hinten Dass sie da weiter diskutieren kann Der Chief hat es ja schon verstanden scheinbar Was hat der Chief verstanden? Darf ich fragen? Ja sagen sie mir mal warum ich hier im Fahrzeug sitze Weil sie sich unkooperativ verhalten haben So und dann rotzen sie nochmal in eine Menschenmenge wo keiner bewaffnet ist Genau ich rotze in die Menschenmenge Perfekt Genau sie machen ihren Job Genau so machen wir das Die sind Alter die sind ja richtig mad Aber ich weiß nicht ob die jetzt OOC mad sind Oder IC Ich weiß es nicht Aber end's mad Tja das ist ein Funk 106 ja Das Auto extra weit weggestellt Dass die da weiter diskutieren können im Auto Fahndungswander und Fahrzeuge vorbei Bitte wo fahren Fahrzeuge vorbei? Hauptstraße Hauptstraße in Palito? Ja positiv Für alle Kollegen die jetzt noch da sind bitte schauen wegen Weste und so dass ihr euch anzieht Gibt's eine Beschreibung des Fahrzeugs? Gibt's eine Beschreibung des Fahrzeugs? Ich weiß nicht Entschuldigung Bitte Ich seh sie gerade Genau wir wurden hergeholt von der Frau White Ja Die kann gerne später mit Ihnen reden Wir haben hier gerade einen riesen shootout Bitte verlasse das ist jetzt wirklich wichtig Hier gab es gerade eine Massenschießerei. Okay, dann funke ich nur gut. Gordon, wir haben Anweisung bekommen, wir sollen uns nicht verlassen von dem BDler. Nee, hier ist gerade eine echt schlechte Situation. Vor allem ist es noch ein bisschen angespannt. Es kann sein, dass hier noch Kollegen kommen. Ich weiß es nicht. Wir haben hier gerade eine sehr angespannte Lage. Also wenn sie hier rausgehen, dann besser vor allem ein bisschen den Umkreis verlassen. Ist gerade ein bisschen eine problematische Situation. Hier läuft gerade ein Anwalt. Ja, dann bitte aber nicht hier. Das können sie später machen. Wir haben hier gerade eine Crime Scene. Das ist gerade, da darf jetzt gerade keiner von außen bitte rein. Das wäre sehr nett. Okay, und die Frau White darf nicht mit raus wahrscheinlich. Die Frau White hat an sich sich nur unkomparativ verhalten. Es hat aber keiner von uns geschossen. Nur ein einziger. Und sie haben alle einfach unbedingt alle. Können Sie mir kurz zuhören? Sie haben, ach warte, warum sind Sie nicht festgehalten? Sie haben noch einen Kollegen zusammengeschlagen. Wo sind wir einen zusammengeschlagen? Sie haben probiert, den zu schlagen, natürlich. Wollen Sie sich getasert? Lassen Sie mich einmal bitte mit dem Anwalt reden. Ähm, warte mal. Äh, ist das so? Die King-Anwalt bitte einmal zu mir Richtung Norden. Ich möchte nur mal kurz mit dem Anwalt reden. Dann nach oben. Ich bin das freiwillig. Ja, King-For, bitte nur ganz kurz. Wurde die Frau White, wurde doch getasert, oder? Ja, das ist korrekt. Warum wurde die nicht festgenommen? Das kann ich nicht sagen. Äh, Frau White? Frau White, können Sie bitte die Hände nach oben geben? Vielleicht, darf ich einmal kurz mit den Anwalt reden? Frau White, sind Sie überhaupt festgenommen? Wurden Sie schon festgenommen? Nicht? Ja, dann werden Sie jetzt hiermit festgenommen. Bitte drehen Sie sich mal um, nehmen Sie die Hände nach oben. Lassen Sie mich doch erst mal mit den Anwalt reden. Hallo, ja, hallo, Sie sind, hallo, bitte. Drehen Sie sich um, ist eine Festnahme, bitte tun Sie mir einen Gefallen. Ja, ich bin auch nicht. Sie müssen einmal da runterkommen, man sieht sie nicht, oder? Ja, dann kommen Sie bitte weiter rüber. Es geht nur um die Festnahme zu unserer Sicherheit. Ich sage bitte, keine Leipfung, wenn man von den Freien einhalten hat. Na, es, hallo, hallo, bitte. Nehmen Sie bitte die Hände nach oben, wenn Sie mir den Gefallen haben. Ja, hau eben null. Warum, wenn Sie das, wenn Sie das nicht machen, dann muss ich Sie wieder tasern. Bitte nehmen Sie die Hände nach oben. Frau White, bitte, jetzt tun Sie mir den Gefallen. Frau White, bitte. Frau White, machen wir so. Frau White, bitte, tun Sie mir den Gefallen. Ich möchte Sie jetzt nicht tasern. Nehmen Sie bitte einfach die Hände nach oben, ja? Wenn sich die Frau White jetzt festnehmen lässt, ist es in Ordnung, wenn wir dann hier... Dann können Sie gerne hier reden, das ist kein Problem. Okay, ist in Ordnung. Nur die Frau White muss bitte festgenommen werden. Ich habe das gerade überhaupt nicht gecheckt auf dem Schirm gehabt, dass die Frau White hier noch rumläuft. Okay, ist gut. Dann, Frau White, machen Sie das kurz, was der Officer sagt, dann können wir in Ruhe reden und ich bin mir sicher, dann klein wir die Situation. Hallo, Frau White, bitte. Ja, dann komm. Ja, dann nehmen Sie bitte den Gefallen nach oben, bitte. Nö, warum? Demo, nimmst du doch eh wieder runter. Na gut, wenn Sie meinen. Es ist halt zu meiner Sicherheit, ich weiß ja nicht, ob Sie sich umdrehen und mir dann drüberklatschen wollen oder sowas. Da werden Sie merken, wenn Sie eine kriegen. Ja, dann haben Sie keinen Bock drauf, nirgends, Frau White. Alles gut. Es ist uns ja selber schuld, was Sie hier anstalten. Aber bitte, es ist jetzt wirklich, Sie müssen wirklich aufpassen hier. Gehen Sie am besten zu einem Fahrzeug, wo Sie in Ruhe reden können. Stellen Sie uns dahinter diesen großen LKW. Eigentlich dürften Sie gar nicht hier sein. Das ist das Ding, warten Sie ganz kurz. Ein bisschen problematisch hier. Dürfen die Anwälte ziehen bleiben? Warten Sie mal. So. Gut. Bitte. Naja, an sich. Eigentlich wäre es besser, wenn Sie halt wirklich hier weggehen. Das Ding ist, dass die Frau White festgenommen wurde. Bitte fünf Minuten mit den Reden. Geben Sie mir doch einfach nur fünf Minuten. Das, wissen Sie, wissen Sie, was das Ding ist? Das hier dauerhaft Leute vorbeifahren. Wir nicht wissen, ob die noch von den Leuten hier nachkommen oder was auch immer. Wir wissen nicht, was hier noch passiert. Das hier ist eine Crime-Scene. Da hat eigentlich keiner was zu betreten. Wir haben fast das halbe Kartell niedergelegt. Also bitte, wer soll denn noch kommen? Ja, das wissen wir ja nicht. Das ist ja das Ding. Wir wissen es ja nicht. Ja, das halbe haben Sie geschafft. Geben Sie uns fünf Minuten. Geben Sie uns fünf Minuten. Ja, bitte. Schauen Sie, wir machen ein Angebot. Einer darf sich da hinstellen, aber so... Es geht nicht darum, dass ich das nicht will. Das Problem ist, es geht um Ihre Sicherheit auch, dass das eine Crime-Scene ist. Hier vielleicht noch Leute reinkommen, es hier noch eine Schießerei gibt. Eine zweite, wir wissen es nicht. Wenn hier jetzt noch mal zu einer Schießerei kommt, dann sind Sie bitte so lieb. Und dann sind Sie selber dran schuld. Dann haben wir damit nichts zu tun. Wir wollen eigentlich nur, dass Sie sicher hier wegkommen, dass hier nichts mehr ist. Wir wollen das hier alles aufräumen. Mein ganzer Job ist eine Verantwortung. Ja, unser Job ist auch die Verantwortung für Ihre Sicherheit, dass Sie ja nicht umgenietet werden, weil hier gerade eine riesengroße Schießerei war. So etwas gab es echt noch nie. Und wenn so etwas sich noch mal wiederholen sollte, dass hier noch mal Leute kommen und dann schießen die hier wie wild rum, dann haben wir ein Problem. So, was machen die Arbeit jetzt da? Gut, wir sind fünf Minuten da. Ja, wir sind dann weg. Fünf Minuten da. Ja, fünf Minuten. Gut, fünf Minuten wollen Sie jetzt, dass wir Ihre Sicherheit auf dem Gewissen haben, wenn irgendwas passieren sollte. Super. Die Herrschaften, was machen Sie da? Ja, die wollen jetzt... Das ist gerade alles ein bisschen... Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht später machen kann. Ehrlich gesagt. Lachen Sie das, Frau White. Sie kommen jetzt mit mir mit. Wir machen das später. Das ist ein Tat. Bitte, tut uns mir den Gefallen. Es kommen immer wieder Leute vorbei. Wir müssen da echt aufpassen. Bitte, tut uns mir den Gefallen. Verbrauchst du mich? Das ist jetzt auch interessant. Erstmal das, was wir heute gehört haben und jetzt das, ich bin es eh echt. Genau. Und nachdem ging auch noch gestern. Ja, bitte. Das ist gerade echt ein bisschen... Also, wenn da jetzt ein Anwalt in die Crime-Scene kommt, das ist echt schrecklich. Schau dir das hier mal an und der will hier als Anwalt fünf Minuten reden. Das ist halt ein riesengroßer Crime-Scene hier. Du kannst hier nicht einmal reingehen. Au. Ach. Steinchen. Ja, mir ist ein bisschen schwindelig. Bitte? Karma. Du hast wegen dem Steinchen? Ja. Ja, toll. Ja, da kommen noch einige mehr, glaube ich, auf sie zu. Ich habe Ihnen nichts getan. Ich habe ja kein Problem damit. Check. Ich auch nicht. Dann lass uns mich einfach raus und nicht gehen, meines Weges. Ach. Das wollen sie auch noch, dass ich korrupt werde. Sie rauslasse. Und wir haben nach drei noch Einheiten benötigt. Nein, ich bin ja nichts dafür. Sie machen, sie gehen ja nur dem Gesetz nach. Das ist das Ding. Unschuldig, also Freiheit. Sie sind nicht unschuldig, das ist das Ding. Was habe ich denn verbrochen? Was wird mir denn vorgeworfen eigentlich? Sie haben sich geweigert, sich durchsuchen zu lassen, obwohl wir vom Supreme Court die Anweisung hatten. Auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage, dass wir vom Supreme Court die Anweisung hatten, daraufhin, dass eine Person, anscheinend mehrere Personen mit Langwaffen gesehen hat. Die Schallplatte geht wieder los. Ich höre immer vom Supreme Court, wer hat denn zu welcher Zeit das angeordnet? Ich kann gerne fragen, aber das können wir auch gerne vorrücken. Muss ich Ihnen das jetzt hier sagen? Das müssen Sie wissen, ob Sie mir das sagen müssen. Also müssen tue ich gar nichts. Ich kann jetzt auch einfach rüberfahren. Ich muss Ihnen gar nichts sagen. Ich kann Ihnen nur Ihre Rechte vorlesen, wenn ich Sie zu irgendetwas befragen sollte. Das werde ich jetzt hier auch nicht machen. Folgendes. Sie sind alleine schon aus dem Grund im Auto drin, weil Sie sich geweigert haben, sich durchsuchen zu lassen. Das ist unkooperatives Verhalten. Sie haben sich unkooperativ verhalten. Ihre Leute hier haben sich unkooperativ verhalten. Es wurde angefangen zu boxen. Die Leute liegen am Boden. Und die Schallplatte spielt wieder. Und die Schallplatte spielt auch gerne wieder für Sie, damit Sie es auch mal wirklich mal erklärt bekommen, dass Sie sich diese Schallplatte vielleicht mal als Kopie in Ihrem Kopf abspeichern können. Nämlich, Ihre Kollegen sind problematisch geworden mit dem Boxen. Dann wurde getasert von unserer Seite aus. Und dann wurde von Ihren Kollegen die Waffe gezogen. Ich wurde getasert, ja. Ach, Sie wurden getasert. Ich dachte, die Frau White wurde getasert. Irgendwer wurde hier drin getasert. Ich auch. Aber ich habe schon gar nichts gemacht. Und dann kamen Ihre Kollegen und haben die Waffe gezückt. Und da hat es dann angefangen. Da ist es dann eskaliert. Aber dann frage ich Sie jetzt mal, aber selbst wenn es so sein sollte, dass einer von uns geschossen hat, mit welcher Grundlage schießt man dann auf unbewaffnete Leute? Eine Menge mit langen Waffen, ohne dass sie bewaffnet sind. Darf ich Ihnen kurz erklären, was hier gerade vorgefallen ist? Ich war dabei. Ich war auch dabei. Alles gut. Das, was hier gerade passiert ist, sollte nicht passieren. Das Problem ist, wenn Sie da in einer Menschenmasse stehen und ich sage Ihnen, wie es ist, die Sie als menschliches Schutzschild unter Anführungsstrichen verwenden wollen. Das war jetzt ein amokgleicher Zustand. Ja, das war es. Und das hätte so nicht sein dürfen. Das war nicht jetzt von PD-Seite. Das Ding war, dass das jetzt komplettes Chaos war. Vor mir waren Kollegen, den habe ich angeschossen. Finden Sie das auch toll? Weil der vor mir reingelaufen ist, dass ich angeschossen habe? Das ist schlecht von euch. Das nennt sich Crossfire. Das lernt man in der Nacht. Das ist Crossfire. So ist es. Aber der ist mir reingerannt. Das ist schlecht bei uns. Das Ding ist nur, das hat sie so zugespitzt, aus dem Grund, weil sie sich nicht durchsuchen haben lassen, sie eine Menschenmenge waren. Wir wussten, hier muss irgendwas mit Waffen im Spiel sein. Ich habe gesehen, dass mehrere von ihnen bewaffnet waren. Dann bekommen wir noch gesagt, dass sehr viele bewaffene Leute hier stehen. Und dann fangen die Leute an, hier Waffen zu ziehen. Das lassen wir uns, nein, nein, den Schirm ziehen wir uns an die Stelle. Sie haben niemanden gesehen mit Waffen. Doch, habe ich. Maximum eine Person mit einer Glock. Ja, die haben sie vielleicht. Das war's. Und wie gesagt, die Personen, die uns das gesagt haben, deshalb gab es ja auch diese Besuchung gerade, die wir angefordert haben, vom Supreme Court, dass das okay geht, wenn uns die Person das gesagt hat. Und das verstehen sie, glaube ich, nicht. Das Court interessiert uns gerade gar nicht. Doch, wir verstehen das, aber das Court interessiert uns nicht. Ja, aber dann ist das ihr Problem, nicht meines. Sie haben es sich auch an die Rechte zu halten. Nee, nee, nee. Das ist mir scheißegal, aber mein Problem ist, dass auf unbewaffnete Leute geschossen wurde. Das ist auch ein Problem von mir, aber darf ich Ihnen ganz ehrlich was sagen? Wenn ich in einer Menschenmenge stehe, dann würde ich niemals auf die Idee kommen, eine Waffe zu ziehen, wenn ich vom Polizisten umstellt werde. Tut mir leid, bei allem Respekt, aber das ist von Ihrem Kollegen, der die Waffe gezogen hat als erstes, den würde ich schon mal behaupten, dass der schon vor allem er sich gehandelt hat. Weil der hat so gesehen Ihre, darf ich kurz sagen, bitte lassen Sie mich aussprechen. Der hat Ihre Kollegen als Schutzschild benutzt, in meinen Augen. Der stand ganz vorne. Nein, der stand nicht ganz vorne. Und ich sag Ihnen noch was dazu. Der stand in der Mitte. Er hat nicht zuerst geschossen. Das ist mir scheißegal, ob der zuerst schießt, wenn meine Kollegen... Ja, dann nieken Sie ihn halt um, um sich zu schützen, aber doch nicht den Rest. Nicht alle. Wenn die anderen anfangen zu ziehen, die anderen anfangen zu ziehen. Wir haben noch gesehen, wie die anderen auch gezogen haben. Es gab hier mehrere, nicht nur einen. Zeigen Sie mir mal einen, der da mit einer Waffe liegt. Darf ich Ihnen das sagen? Sie werden vor Gericht, werden Sie dann die Dashcam-Aufnahmen sehen und da werden Sie selber dann auch sehen, dass es nicht nur eine Person war. Ja, aber begründet es trotzdem, die unbewaffneten Leute niederzumählen. Das wollen wir auch nicht. Es sind auch hier noch viele am Leben gewesen. Das Ding ist nur... Volateralschaden. Man kennt ihn. Nein, 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 darf ich nur ganz kurz was sagen? Von uns sind ebenfalls Leute niedergegangen. Ist nicht schön. Ja, selbst auf den eigenen Reihen. Hören Sie mal mal zu, das will ich doch gar nicht schlecht reden hier. Äh, gut reden hier, was ich jetzt hier sage. Das Ding ist nur, wenn Sie in einer Menschenmenge stehen und einer zieht die Waffe raus, es gibt eine Kurzschlussreaktion, die hier heute passiert ist. So was... Das sind von Gioch vor Gericht, alle. Einmal bitte kurz zu uns. Ich werde auch vor Gericht kommen, natürlich. Ja, natürlich. Und zwar noch ein ausschlagender Zeuge. Natürlich. Ich werde hier aussagieren. Wollen wir sehen. Naja, ich hab mal schauen, ob ich... Wir werden sich verteidigen können, glauben Sie mir. Ja, ja. Ich hab mich hier heute Gott sei Dank verteidigt. Ich hab Gott sei Dank nur was im Kopf abbekommen. Komischerweise, es hat ja nur einer geschossen, haben Sie gesagt. Warum hab ich dann im Kopf irgendwas abbekommen? Gott sei Dank in meinen Helm rein, dass ich hier jetzt noch übergeben darf. Wahrscheinlich von meinem Kollegen, Crossfire. Von meinem Kollegen, natürlich. Ja, aber merkt man gar nicht, dass Sie was im Kopf abbekommen haben. Nee, 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 überhaupt nicht. Ich bin schon als Kind, hab ich den Leid auf den Kopf bekommen. Das merkt man auch nicht. Das merkt man überall. Zweimal in die Duft geworfen, einmal in die Duft. Ich verstehe nur in Ihrer Hinsicht nicht, warum Sie sich so unkörperativ verhalten, wenn Sie nichts zu verbergen haben. Das verstehe ich nicht so ganz. Nee, nee, nee. Das Problem ist, wie Sie auf uns zugekommen sind. Nicht Sie persönlich, sondern der Kollege, der meinen Schlagring in die Fresse bekommen hat. Völlig zu Recht. Wenn einer herkommt zu einer Menschenmasse und ihr wisst, wer wir sind. Ihr wisst, dass wir keine scheiß Zivi-Truppe sind, die, ja, ja, mach mal, kein Problem. Ja. Wir bestehen auf unser Recht und wenn der kommt, ihr stellt euch jetzt alle in der Reihe auf vor einem Befehlston. Nein. Ihr solltet deeskalierend wirken. Das habt ihr überhaupt nicht geschafft. Das Ding ist, wir waren deeskalierend. Nein, wart ihr nicht. In meinen Augen waren wir das. was deeskalierend war, war der Schlagring. Ja, das ist Ihre Ansicht und das ist die falsche Ansicht. In meinen Augen waren wir deeskalierend. Der war nett zu Ihnen. Sie waren unkooperativ und das unkooperative Verhalten hat das hier jetzt alles hier vorgelegt. Nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Was haben Sie gesagt? Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte nicht weiter diskutieren. Nett. Das ist die kleine Schwester von Scheiße. Lass uns auf keine Diskussion einverlieren. Lieber zu? Ist nur eine Verniedlichung. Was haben Sie gerade gesagt? Hier war niemand nett. Und darüber brauchen wir auch jetzt nicht zu sprechen. Da war niemand nett. Meine Leute liegen da hinten am Boden. Ich habe mit Ihnen ganz normal geredet. Ich habe hier nichts getan. Ja. Mhm. Und Sie haben mir gerade angedroht, dass Sie... So wie der Cheat zuvor. Darf ich ganz kurz sagen? Sie haben mir angedroht, dass Sie mir was Schlechtes wollen. Das ist halt schon traurig, weil ich habe Ihnen persönlich nichts getan. Wir wollten ja einfach nur der Sache auf den Grund gehen und Sie machen hier so ein Spektakel draus. Das verstehe ich halt nicht so ganz. Wieso nehmen Sie es denn persönlich? Nein, ich nehme es persönlich. Sie nehmen es gerade persönlich. Natürlich, weil Sie persönlich zu mir gesagt haben, ich werde noch von Ihnen hören. Sie werden das anders regeln mit mir und das haben Sie auf der Seite. Wenn wir mit Ihnen sprechen, dann sind Sie immer im Allgemeinen betrachtet. Im Allgemeinen? Wir alle. Sie meinen euch alle. Genau. Sie alle. Na, vielleicht, weil ich nicht maskiert bin. Wissen Sie, die Kollegen sind ja teilweise maskiert und ich bin unmaskiert. Wissen Sie? Ach so, warten Sie. In dem Fall wird uns das nicht jucken, wer da frei steht. Ach nee. Sie wird das nicht jucken. Sie werden einfach auf jeden Polizisten schießen, den Sie sehen, oder was? Das haben Sie nicht auf die Tour. Naja, das haben Sie jetzt aber gerade so bestätigt, so auf die Autos. Nein, 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 das haben Sie gesagt. Nö, nö, aber ich wollte es nicht vorwerfen, aber so kommt es halt drüber, wenn ich das zu hören von Ihnen. Das können Sie auch gar nicht, weil das war ja auch nicht der Wortblatt. Vielleicht war das ja auch nur ironisch von Ihnen gemeint, kann ja auch sein. Das war erotisch von Ihnen gemeint. Das war vielleicht auch erotisch einfach gemeint von Ihnen. Ja, stimmt, auf jeden Fall ist das. Jo. Können wir uns das mal dann gleich hier wegkommen. Dann muss ich auch nur ins Krankenhaus, wird super. Vielleicht kannst du aber auch ein bisschen Schießübungen machen. Im Krankenhaus Schießübungen machen? Nein, wenn es Ihnen besser geht. Ich habe heute kurz dann gut geschossen, bis auf den einen Kollegen, der vor mir stand. Sonst habe ich sehr gut geschossen. Ja, ja, aber Ihre Kollegen ja scheinbar nicht, weil sie wurden ja angeschossen. Ja, ich glaube, ich wurde von einem Kollegen von Ihnen angeschossen. Bin ich ehrlich. Das wage ich zu bezweifeln. Wenn wir auf der Dash-Kam groß werden. 92% der Leute hatten keine Waffe in der Hand. Ja. Und 92% der Leute, die auf Parship sind, werden keinen Partner finden. So sieht es aus. So warten Sie ganz kurz. Ich schaue schon meine Dash-Kam an. Wow. Immerhin verliebt sich einer alle 10 Sekunden. Ja, wenn das stimmt, ne? Einer. Da fehlt einer für zwei. Ja, vielleicht hat sich wer selber liebt. Wer weiß das schon? Irgend so ein narzisstisches Ego. Die sind einfach so, die kein Match kriegen. Ja, vielleicht irgendein Narzisst. Wurmeister nicht. Für dich aber. Ich gucke mir nochmal die ganze Dings hier an, Alter. Ey, das war eine Massenschießerei gerade. Es war nicht gut, dass das so eskaliert ist. Aber ey, wie mad die waren. Wir wollten das jetzt nur ganz easy klären hier. Und dann gibt es hier so eine Massenschießerei, Bruder. Holy shit. Das wirst du deinen Lebtag nicht vergessen. Das war die Beförderung. Hasen, ich habe euch lieb. Ich hole euch ab. Ich hole euch ab. Okay, die hat ja angefangen zu schießen. Dann wollte ich meinen Taser ziehen. So, wo heu liegt. Und die eine Person hat auf mich geschossen. Ach, schön, auf der Dash-Kam habe ich es gerade gesehen. Der Kollege hat auf mich geschossen. Der erste Schuss, der fiel, lief auf mich von ihren Kollegen. Ja, da haben sie ihre Bestätigung. Das freut sie doch, oder? Ah, perfekt. Das ist doch ein Ego-Push. Da sieht man sogar, dass sie zuerst geschossen haben. Perfekt. Ich habe sie geschossen, ne? Ja, ja. Mache ich reinscheißen? Haben sie das jetzt in ihrem Computer hier? Ich habe mein Tablet offen, ja. Ich habe da rechts mein Tablet. Ich gucke mal das gerade an. Mache ich reinscheißen? Sie dürfen ja reinbeißen. Taser-One-Fortenkündigung ist auch ein No-Go. Also, ich muss jetzt los, bevor ich... Und schlagen außerdem eines... Warum gehen sie denn? Sie müssen ja noch hier bleiben. Sie sind ja noch nicht... Nee. Warum denn? Stopp. Fragen Sie Herrn Harris? Ich wurde gerade freigelassen. Er möchte gerne hier nebendran stehen bleiben, weil er kein Auto hier hat. Dürfte ich nochmal ganz kurz den Chief... Äh, King 4, ich müsste ganz kurz den Chief fragen. Darf die Frau, äh, White jetzt gehen? Negativ. Die hat eine... Die ist so festgenommen wegen, äh, aber Verletzung. Die hat doch auch Beamten eingeschlagen. Ja, weil da wurde gerade gesagt, sie wurde hier gerade, äh, freigelassen. MacNeil ist mein Name. Nein, die Dame ist hier vorne im Fahrzeug. Ich habe einen Schmauschpunktest bei ihm... Wie heißen sie? MacNeil. Das wurde gerade von... Ach, sie sind... Ach, sie sind gar nicht Frau White. Ich dachte, sie sind ja Frau White. Oh, Frau White hat leider nicht... Ach, äh, Entschuldigung. Äh, Update, Entschuldigung. Ich dachte, es wäre Frau White, das ist Frau Neil ist das vor mir. Äh, ist die frei? Die ist frei. Alles klar, danke. Ich dachte vorhin, das wäre die Frau White, die vor mir steht. Alles klar, danke. Wegen meinen whiten Haaren? Nee, ich habe... Ich dachte, sie sehen sehr gleich aus. Aber die Frau White hat ja diese pinken Haare. Ich habe es gerade überhaupt nicht gedacht. Lila pink, keine Ahnung. Der Herr, ich möchte mit diesem Fahrzeug nicht bewegt werden. Lila pink ist noch mal anders. Das ist unsicher. Perfekt. Jawohl, dann können Sie gehen. Bitteschön. Danke, tschüssi. Tschüssi. Ich sitze so ein bisschen nach links runter und rutsche abgefüllt. Das ist okay so. Das muss so. Echt so, dann reife ein bisschen. Okay. Also, ich rutsche fast auf seinen Schoß. Und Tink. Sie hat den Traum auch nicht angeschnallt. Sie hat den Traum auch nicht angeschnallt. Ich auch nicht. Alter, ja, das war krank. Aber das muss so. Einer hat angefangen zu ziehen. Also, das nächste Mal, wenn ich zum Mechaniker gehe und sage, ich bitte mach... Und der hat das dann alles ausgelöst. Aber... Ich glaube, er hat doch da ein paar Probleme zu ziehen. Und der hat gezogen hinten. Einer hat noch gezogen. Es waren zwei Leute, die die Dings gezogen haben. Ja, du kannst mein Auto gerne mitnehmen. Bei dir war jetzt noch was auf. Stell dich neben irgendwen. Das war gar nicht gut, ey. Das war gar nicht gut. Wie der eine Kollegin ins Crossfire reingerannt ist. Der Herr Officer ganz kurz im Funk durchgeben, dass ich den... ...Mailbox knacken gehe. Alter, wie der da durchgelaufen ist. Nein. Aber ey, bei dem Officer, da konnte ich nichts. Der ist in die Waffe reingelaufen. Der eine Officer... Der ist wirklich in die Waffe. Und wir haben da nur noch reingeschossen, weil noch mal Schüsse fielen. Aber es war halt die richtige Panikaktion. Die sind dann hier weggerannt. Ja, das ist auch so. Äh, Frage. Werden die ihr Fahrzeuge alle abgeschleppt oder dürften die ihre Fahrzeuge mitnehmen? Äh, bitte was? Warten Sie. Könnten die... Genau. Sagen Sie, wenn Sie bereit sind. Ja, okay. Es scheint wohl, um den T... Äh... Ja, bitte. ...einen zu handeln, der in den Fahrzeug mitnehmen ist. Einen von den Wägen. Was wollen Sie mitnehmen? Einen von den Wägen. Mein Auto. Genau. Ihr Auto. Äh, da dürfen Sie jetzt bitte gar nichts mitnehmen. Das ist in der Crime Scene. Das bleibt alles, was hier ist. Okay, darf ich nicht. Okay, alles klar. Bitte erstmal nicht, ja. Das war's schon. Danke. Alles klar, danke. Servus. Die Fahrzeuge werden jetzt auch noch durchsucht. Natürlich. Ja, von den Tätern. Äh, haben wir die schon durchsucht? Das Ding hat ja noch auf sie geschossen. Und wer ist denn ein Täter? Perfekt, dann schauen wir mal. Wer ist denn ein Täter? Die sind nun mal ins Auto gesetzt worden und sie geklärt. Ich hab mir die Dashcam schon mal angeschaut, ne? Ähm. Ja, ich auch. Das Ding war, einer in der Mitte hat die Waffe, der hat auf mich geschossen. Ich hab's drauf. Deshalb, ich hab was Gott's Dank auf dem Hamm-Up bekommen. Ich hab zwar ein bisschen am Schädeln Kopf Verletzung anscheinend, aber nichts im Kopf. Sonst sieht das hier ganz anders aus. Das kann ich bestätigen. Das werde ich machen, aber auf alle Fälle hat der zuerst geschossen. Ich hab's auf Band alles drauf. Das berechtigt trotzdem kein Amoklauf. Das berechtigt das, dass das kein Amoklauf war. Das war wie ein Amoklauf im Serbis. Das war PD-Amok. Können Sie auch mal schnell in Ihre Dashcam schauen und sehen, wie viele unbewaffnet waren? Ja, sehr viele sogar. Sehr viele sogar. Aber das wird dann das Gericht klar, was da vorgefallen ist. Ja, das ist nicht sehr gut. Ja, das ist wirklich sehr gut ist das für uns. Dass Leute unbewaffnet waren. Ne, als hätte ich das mit Absicht gemacht, dass ich da in eine Masse reinballer, ne. Natürlich. Und ich sehe so, dass ich... Ja, das wird man so auf der Dashcam sehen, oder? Ist ja nicht so, als hätte ich einen Schuss Richtung Kopf bekommen und hab nur probiert, mein Leben zu schützen. Ja, wahrscheinlich von Ihrem Kollegen. Ne, nicht vom Kollegen. Ich hab's auf Dashcam. So wie Sie Ihren Kollegen angeschossen haben. Ne, mein Kollege ist reingerannt. Das sieht man auch. Ach so hoch? Ja, der ist reingerannt. Haben Sie ihn ja nicht angeschossen, sondern er hat die Kugel gefangen während dem Flug. Richtig, das ist ein Unterschied. Das kann man sagen, ja. Er hat die Kugel gefangen. Ne, ich hab geschossen und in dem Moment, wo ich auf den Nieder gestreckt hab, der mit der Waffe hinten war, ist der reingelaufen in meine Waffe vorne. Er ist einfach reingesprungen. Na gut. Ich will nur sagen, bevor du die mitnimmst auf CPD holen wir die noch kurz raus. Natürlich, natürlich. Das sowieso. Die sind stinksauer. Ja, die sind auch stinksauer. Was heißt stink? Was heißt denn bitte stinksauer? Ach so, bitte. So. Dann holen Sie mal die Langwaffe aus meiner Tasche. Also eine Mossberg ist schon eine Langwaffe, aber das ist okay. Ja, aber die hat man nicht raus. Die dürfen Sie auch hier tragen, das ist das Problem. Ich weiß, ich weiß. Aber die hab ich nicht getragen. Ja, warum ist das so ein Problem, dass Sie hier einfach zusammen dürfen? Das ist das Problem. Ne, ne. Ich wollte nicht. Ich würde direkt an Sie hier rein richten. Schau, so was steht. Ich hab gesagt, ich wollte Ihnen meine Langwaffe. Ich hab gesagt, ich wollte Ihnen meine Langwaffe. Sie haben sich vorhin selbst, weil Sie haben sich also unerwartet. Mach einfach deinen scheiß Glückliches Demittlungsakte und ihn dort erwähnen, so dass er da eine direkte Beziehung drauf hat. Mach einfach deinen Job. Warum sind Sie so, so, so pisst? Was ist denn los mit Ihnen? Ja, das weiß ich nicht, warum der Mensch so unkooperativ ist. Äh, okay. Ich hab nicht mitgezählt, aber unzählig viele Leute aus meiner Familie liegen da hinten auf dem Boden. Sie machen dann hier vier Yay oder was? Nein. Sie waren schon davor sehr salzig, aber okay. Wie ist damit zu tun? Weil er wieder reinschaltet. Sie wissen, dass Ihr Reifen platt ist, oder? Mein Reifen ist nicht platt, der sieht nur so aus. Ah. Sicher? Ja, hundertprozentig sicher. Sieht nur ein bisschen luftleer aus, oder? Ah, vielleicht wird nur Werkzeugkasten dabei, kann das sein. Achso, warte ich, sonst hole ich mal das vom Kollegen. Sie haben einen Werkzeugkasten dabei, nehme ich mir mal schnell, ne? Wir machen nur Spaß, alles gut. Nein, nein, alles gut. Dann checken wir mal ab hier. Wetter ist. Ja, aber das war echt unnimmig. Schauen wir mal, wurden die jetzt schon untersucht, die Autos? Ja. MP5, die hat, äh, AOG, MP5, die haben das reingelegt, hundertprozentig. So, dann machen wir mal auf, also hier, ähm, King4 hier, könnte mir wer helfen, bezüglich den Autos, äh, das durchsuchen? David G4 kommt dazu. Perfekt, danke. 19, David, back, 10-8. Äh, ja? Nehmen wir alle Autos jetzt, oder? Alle, 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 da hab ich schon lange Waffen drin gefunden, hier drin. Ich hab den anderen, den zweiten durchsucht. Ja. 11, David, 10-9, Mission-Glock. Ja, hier ist ne AOG drin und ne MP9, äh, MP5. Glock 18 ebenfalls, also da ist alles drin. Ja, perfekt. Hallo? Zieh das mal raus. So. Ähm, Kennzeichen notieren. Hallo, ja, ich bin auch noch da, ja. Ja, sorry. Äh. Kennzeichen notieren? Ja. Na klar. Ähm, mach da einmal nen Namen. Schon wieder. Ich mach das mal auf, alles was ich hab. Sorry, ja, natürlich. Ja, Buchstein. Ich mach mal alles auf. Das ist, äh, zack, zack, ich schreib mir das auf. Da hatten wir jetzt, ich mach mal ne neue Notiz. Weil wir brauchen unbedingt Notizen auf dem Server, fällt mir grad ein. Ja, ey, 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 ey. Äh, da hier so, das ist... Wir haben noch ein Wort hier. 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 LL... Wir brauchen dich gut. DLN 14, da hatten wir jetzt ne MP5, ne AOG und ne Glock 18 da drin. Weil die ganzen Leute hier weg haben. Ja. So, erstes Auto haben wir fertig. Kofferraum verschlossen. Äh, Kollege? Ja? Äh, sie machen ja grad die ganzen Autos auf, ne? Genau. Äh, und die soll dann den Kofferraum gucken. Das Ding ist, wenn sie die aufmachen, äh, ich krieg die nicht auf. Die sind zu bei mir. Ach so, also ich hab jetzt meine schon dokumentiert. Also sie können... Ach so, die sind schon dokumentiert, haben sie schon rausgenommen die Sachen auch? Also, eigentlich die, die offen sind, ne, ich hab jetzt erst nur noch Fotos gemacht. War jetzt noch ein Handy-Satsches hier. Ja, weil rausnehmen wär halt auch nicht schlecht. Ich würd sie nicht rausnehmen. Ja, na klar, machen wir noch. Dann machen sie Fotos. Äh, können sie sich nur was notieren? Wenn sie... Machen sie die ganzen... Machen sie die kompletten Autos mit Notierung? Äh, ne, ich hab jetzt nur die... Also wir haben die dokumentiert, wir sind zu dritt. Also wir machen da die Fotos von. Okay, weil in einem einen Auto hab ich schon rausgenommen, da war eine MP5, eine AOG und eine Glock 18 drin. Das war das erste. Ich weiß nicht, ob sie das schon dokumentiert haben. Das hier. Ich mach da mal ein Foto. Warten Sie kurz. Ja, ich hab sie jetzt schon rausgenommen. Ich tu's uns nochmal rein. Ja, das ist kein Problem. Ich nur fürs Kennzeichen. Ja, ja. Ich hätt's uns auch reingelegt für Sie, aber ist so geil. Pause nicht. Ich schreib's mir auf, ja. Das heißt, äh, ich mach's und so. Sie machen auf, ich nehm die Sachen raus. Genau. Dann machen wir das... Ist der offen hier? Der ist nicht offen, ne. Warte mal. Ja, ich mach nochmal auf für Sie, ja? Jawohl, danke. Bei einem, bei einem ist Schwarzgeld gefunden worden noch. Ja, ich hatte ja hinten auch eine AOG. Ne, die Frau White war auch an irgendeinem Auto hintendran. Ich glaub eher an dem hier. Ja, das war das. An dem, an dem. An dem, an dem. An dem, an dem. Wir waren oben, wir haben sie von oben gesehen, wie sie am zweiten Fahrzeug, das war der. Okay, aber da ist nix drin, da liegt nix. Da ist jetzt was rausgeholt. Ne, sie war, sie war, sie war zweimal, sie war zweimal am Kennzell. Einmal hat sie was vermutlich reinklickt und einmal hat sie es wieder rausgenommen. Also sie müssen noch versuchen. Ja, ja. Perfekt. Informativ an die Einheiten, die Frau White muss noch versucht werden. Ich fahr mal schon mein Auto näher ran. Wir sehen, was mach ich zu wollen. Boah, Alter. Schifahren mit der Impffahrt. Alle Einheiten, die was jetzt mal da sind, bitte ins Fahrzeug setzen und die Fahrzeuge irgendwo mal sammeln, damit man wissen, welche mal abschleppen müssen und welche. Oh, bitte fahrt sich vor. Die sind ja nicht angeschnallt. Oh, und dann dreh doch noch die Räder durch mit dem Plattenreif. Da soll ich nur mal gucken. Ich dachte, der wäre nicht. Die Frage ist, sollen wir die einfach draußen auf den Hof fahren, die nicht abgeschrackt werden müssen? Ne, oder stellst du es da auf die Bank, also irgendwo hin, wo man es sammeln sehen kann. Keine Ahnung. Bei der Ausfahrt, wer auf die Option? Ja. Bei dem hier war noch 600 Schwarzgerät. Wurde sie sich nicht angeschaut. Hier ist noch eine AUG drin, oder? Äh, Glock 17 nicht hier, die ist legal, alles gut. Hier ist eine AUG drin? Jawohl. Ja. Kofferraum ist verschlossen anscheinend wieder. Ja. Äh, die Dinger verschließen sich immer. So wieder aufmachen. Das schon. Perfekt. Ganz komisch, dass sich immer verschließen die Dingsen. Unglaublich. Secken voll die viel backträte nach vorne. Tja, voll einfach raus. Sehr gut. Okay, perfekt. Ah, kann ich nicht trauen. Wenn du die AUG hast, haben wir alle. Äh, die kann ich leider nicht rausnehmen, die müsstest du rausnehmen. Ich versuch's. Äh. Ich hab nämlich schon eine. Ja. Ja, ist eine Einheit frei. Die muss kurz die Frau Weid aber abarbeiten kann, weil ich als Körperverletzung... Ja. Die Frage, ein Mechaniker hat sich gerade gefragt, welches BD-Fahrzeug er abschlippen soll. Das ist sicher auch gerade. Perfekt. Wir waren nur noch auf der Felge. Perfekt auf rein. Wir sind gerade am Sortieren. So, mit dem Fahrrad. Gerade einen kurzen Moment. Jo, mein Scheiß. Entschuldigung. Eine Frage. Äh, an den Mechaniker. Hätten sie einen Reifen dabei? Oder Reifen-Flix-Kit? Mein Reifen ist kaputt leider. Der wurde angeschossen. Tatsächlich ja. Oh, das wär super. Machen sie das? Äh, der hier, der Wagen. Der BMW. Der BMW, ja ja. Nicht wohl denn da sitzen zwei Elfer-Laschige drin. Aber der Reifen, der war platt hier. Der hat einen platt Fuß. Was geht, Michaelika? Ja, das geht. Wie geht's dir? Was geht, Mann? Nicht so. Krieg ist gut. Von ihnen. Ich rutsch hier gerade gegen die Türe. Die anderen Einheiten, die da kontrolliert haben. Oh. Ja, wahrscheinlich mit den Weißen. Der wird negativ. Genau deswegen. Der wird negativ. Der wird negativ. Dankeschön. Gott, der wird negativ. Ich hätt auch gar einen Schmachspunkt. Bei uns hat halt niemand geschossen. Wir haben nicht geschossen. Wir haben nicht geschossen. Alles gut. Ja, von unseren Leuten hat niemand geschossen. Beweisen Sie, dass scheiß gehen kann. Hab ich. Hab ich auf der Dashcampe. Von ihnen Leuten hat wer geschossen. Ja, Crashkernel. Ja. Das kann doch ne Reflektion sein oder so. Ja, natürlich. Ich hoffe, Sie haben einfach vor Gericht von jedem Schmachspurentest. Dann passt das. Brauch ich gar nicht. Wenn ich sehe, dass der Richtung mir schießt. Ich hab's alles drauf. Ich hab's nicht geschossen. Das wissen Sie doch gar nicht, ob das ne Kugel von uns ist. Ja. Holen Sie sich einen Schmachspurentest. Ich geb Ihnen den Tipp. Ja. Perfekt. 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 Warum sagen Sie mir eigentlich, ich meine Arbeit so fühle? Das ist schon ganz lustig eigentlich. Weiß ich nicht. Ich sehe es einfach als Hilfestellung. Als Hilfestellung. Perfekt. Ja, man kann an jeder Situation lernen. Perfekt. Ich werde einfach die Situation... Ich werde einfach 6931 im Kopf behalten, dann wird das schon. Ich werd's fühlen. Das werden Sie nie vergessen, oder? Werde ich nicht vergessen. Sehr gut. Wenn mich jetzt irgendwer fragt, warum bin ich angehalten? 6931. Danke. Stellen Sie sich vor, da kommt ein neuer in Dienst und kriegt dann die Dienstnummer. Mhm. Sie lachen sich schlapp. Jedes Mal, wenn der in Form kommt. Das ist das Sound, ob ich schwinge. Ja, die Dienstnummer kann er gar nicht kriegen an sich. Das ist unmöglich. Dann machen sie's möglich. Das kann ich leider nicht. Das kann ich leider nicht. Ich wünsche was. Das müsste das... Das müsste der Staat machen, wenn dann. Ja. Können wir... Wir könnten sie ja einreichen, beim Start. Die Unterdienstnummern. Auf 6931. Machen wir erstmal. Als Anfangsdienstnummer. So. Würde ich schon fühlen, wenn Lincoln 31, King 69 eine Adam einhält. Wär schon was Feindes. So, der ist ja noch dran am Auto. Sind die zwei Zivilisten, die was da jetzt noch stellen? Ja, die beiden Zivilisten können eigentlich gehen. Die Frau Wilde müsste eigentlich mal aus dem Fahrzeug raus. Und am besten ja eine Petal Unit übergeben werden. Einmal. Achso. Ja, dann haben wir's. Äh, King 4 hier. Wir haben uns nun. Der eine positive Schmauchspunktest ist von Peter Siele. Alles klar. Äh, King 4 mit einer Frage, äh, die zwei Personen, die sich unkooperativ verhalten haben, äh, ins BD bringen. Wir sind mitgefahren. Bei denen hinter uns. Genau. Äh, Vorsicht. Oh Gott, der Zahn. Der Zahn macht mich echt vor. Wollen wir vielleicht, wollen wir vielleicht von dem Zaun runtergehen? Wäre das sofort. Äh, ich vergete. Also, bei mir liegt der Zaun wie überall rum? Ja, Sön, der hat informiert. Alle Täter, beziehungsweise Personen, die nie abschossen wurden, sind alle. Ich hab's die Wirklichkeit. Achso, sie müssten gleich einsteigen. Ja, ja, ja. Warten sie. Achtung, ich hab gefurzt. Ich weiß nicht, ob die Herrschaften dafür raus müssten. Nee, nee. Alles gut. Ich, ja, ich vertrauen da. Sollten sie wegfahren, dann, ähm, das ist ein großes Problem mit ihr. Okay. Ja. Also, oder geht's nicht? Geht's, ich werde hier drinsitzen. Das war ja die Frage. Das sollte, das müsste kommen. Ja, warten sie. Pack ich die mal raus. Nichts. Frag ich. Ich hab eh grad gepupst, das stinkt ein bisschen. Das stinkt widerlich, man. Ekel. Ey, so schlimm ist doch nicht. Oh, stimmt das. Gehen Sie denn hin? Hallo. Bitte? Wo sind Sie hingehen? Kommen Sie mal mit. Sie haben doch gesagt, gehen Sie mal. Na, kommen Sie mal mit zu mir. Kommen Sie mal alle hin. Achso. Ja, dann komm ich zu Ihnen. Wir schauen dann gleich, was wir mitmachen. Es war ja nur unkooperatives Verhalten, den man so gesehen hat. Hat sich nichts dabei gehabt. Ja. S6, Abstand 7, 0, 0. Könnten auch zwei Os sein. Puh, oh ne. Da kommt der nicht mehr raus. Da kommt der nicht mehr raus. Da kommt der nicht mehr raus. Mannse. Bist du ausgerutscht. Ich mach Ihnen kurz Kabelbinder an, ja? Ja. Wie war das hier mit dem Karma? Mhm. So, Kabelbinder. Verdammt. Für Sie. Können wir mal hier Dings dran machen. Wichtige. Jetzt geht's. Bitte legen Sie sich hin, sind Sie immer so nett. Ja, ich war grad ein bisschen faul. Hat's funktioniert? Ja, hat's funktioniert. Können Sie die reinpacken. Was, bin ich entschuldigt? Ach, wurscht. Passt schon. Ah wirklich? Denk beim nächsten Mal drüber nach. Denk beim nächsten Mal drüber nach. Nein, Sie werden nicht nichts drüber nachdenken. Sie bleiben auf der richtigen Seite. Ich überleg noch, ob ich Sie grad noch mitnehmen soll, oder was wir jetzt mit ihm machen können Ich werde noch meinen Vorgesetzten fragen. Ich hab, vielleicht müssen Sie sich noch was befragen. Ich weiß ja nicht. Komm, lass mich nicht allein. Ui. Was ist los? Ich überlege, ob ich vielleicht Backup brauche, weil ich da die zwei Leute hinten drin hab und ich nicht weiß, was da passieren wird vielleicht. Unangenehmes Gefühl mit denen rumzufahren. Ich würd mit der Birkett hinterher kommen. Wär, glaub ich, gar nicht so schlecht, ne? Kannst du auch mal in Suburban nehmen. Oh, warte es. Beides geht. Für mich die Birkett. Suburban ist schneller als die Birkett. Jawohl. Dann fahrts mit Suburban hinterher. Wurde ich mich nochmal mitnehmen und kurz befragen und dann hat sich das. Ja, passt. Seid ihr beide mit Suburban da? Ja. Das ist ja eh nicht weit bis zum Palito PD. Ja, stimmt. Fahr mal Palito rüber. Geht ja. Mach mal. Perfekt. Ja. Die Person, die bei dir hinten links drin sitzt, ist die Person, die auf Officer eingeschlagen hat. Ja. Ich fahr auch ins Palito PD rüber. Perfekt. Der Schief ist, glaub ich, auch da. Den anderen kann man dann eh gehen lassen. Der war nur unprofessendes Verhalten. Den lassen wir dann drüben gehen. Hätte ich gesagt. Ja. Aber da hinten links war der Täter, der auch geschlagen hat. Perfekt. Jawohl. Danke. Weiß ich das. So. Also. Kann ich Ihnen Folgendes sagen. Alles, was ich sagen kann und wird gegen vor Gericht, gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Gegen Gericht? Ja, vor Gericht kann das gegen Sie verwendet werden. Ach so. Sie können sich jederzeit einen Anwalt holen, wenn Sie darauf Bock haben. Ne? Und mir geht's nur darum, dass Sie auch wissen, ob Sie das auch klar und deutlich verstanden haben. Hast du? Gut. Also ich muss sagen, das war jetzt recht bröckelig. Bröckelig. Das soll ich auch mal sagen. Bitte. Alles, was Sie jetzt hier sagen, kann und wird gegen Gericht vor Sie verwendet werden. Sie haben das Recht. Gericht vor uns. Ja. Im Gericht. Gegen das Gericht vor uns. Nein, vor Ihnen. Ach so. Gegen Sie, vor Gericht, gegen Sie verwendet werden. Ach so. Gegen uns. Ja, gegen Sie. Und alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet. Verstehen Sie das? Ah. Und Sie haben jederzeit das Recht auf einen Anwalt. Wir fahren jetzt ins PD rüber und da werden wir noch mal ein bisschen reden, ja? Alles verstanden jetzt. Ja, dann sage ich bis dahin nichts, sonst brauche ich ja scheinbar einen Anwalt. Naja, wir können einen Anwalt direkt herholen, wenn Sie wollen. Aber es dauert halt. Dann warten wir halt noch mal eine Minute und dann warten wir bis der Anwalt da ist und dann fahren wir mit dem Anwalt rüber. Boah, wenn die in der Minute da sind, dann schon. Ja, wie gesagt, wir würden jetzt ins PD rüberfahren. Aber ich glaube, die brauchen länger. Ja, ja. Wir fahren direkt ins PD rüber, ist kein Problem. Dann runden Sie sich dort einen Anwalt, ist kein Problematikum. Oh, oh nein. Kein Problematikum, was? Kein Problematikum, habe ich gesagt. Hab ich noch nie gehört. Aber das mit den Rechten, können Sie das auf Spanisch? Ich. Äh, no Espanol. Wo ist denn dein 1020? Leider tut mir leid. Leider tut mir leid. Alle fahren wir leider schon. Ich hab vor euch, ich müsste dich am Palito PD gleich mal kurz schwenken. Ja, ich kann mir nicht. Türe zu machen, nicht so fest. Wissen Sie, ich fahre einen BMW, da muss man die Türen fest zuhauen, da gibt es kein Saftklaus. Ja, aber uns ist wirklich schwarz vor Augen geworden, komplett. Ja, perfekt. Das wollte ich genau, genau das wollte ich. Ach, das haben Sie bestimmt auch auf Ihrer Bodycam. Das habe ich jetzt auf meiner Bodycam, genau das wollte ich verursachen, dass sie, dass ihn schwarz vor Augen wird. Genau das. Ja, perfekt. Das wird jetzt vor Gericht gegen mich verwendet werden, weil ich das mit voller Absicht ... Mit voller Absicht habe ich da die Türen zu krass zugeclashed wurden, das tut mir wirklich sehr leid. Ja, ich habe es nur als Tipp gegeben, weil wenn den Passanten, also den Mitfagern ... ... ... ... ... Ja, es tut mir schon leid, denn in Irgendwann sieht man das schon recht dazu an. Wäre ich drüber nachdenken, dass wir das machen nächstes Mal. So, wir sind da, meine Jungs. Na, na, das war Schüsse. Ja, da wird die informiert, die ersten Personen sind jetzt recht fertig mit der Überhandlung. Das war jetzt extrem abwertend, der Herr, oder? Dann kommen Sie mal bitte mit. Ist denn abwertend? Schief? Oh nein, danke. Wir müssen hier am Weg. Ja, perfekt. Hallo. Ich mache schon auf für Sie mit, bitte. Haben wir es schon, perfekt. Oh, nee, das ist ja das Raucher-Puddy. Genau, das Raucher-Puddy, da wird immer gehaft. Genau, so ist es. Warst du schon mal oben im Büro? Ich war schon mal oben, ja. Ich auch. Das ist richtig schlimm. Ich bin nicht Raucher. Widerlich. So, dann jungs mir mal durch, du Zellen. Für den einen schaut's rosig aus, für den anderen eher weniger. Ja, okay. Wir freuen uns drüber, oder? Wir sind die Rosen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Hallo, du bist denn da? Toni, informieren Sie gerade die Anwälte? Ich habe die Anwälte informiert, die kommen alle. Hast du schon gemacht. Achso, perfekt. Ich habe die sogar schon aufgeklärt. Alles gut, halbwegs. Dann passt das, jawohl. Wollen Sie eine Einzelzelle, oder wollen Sie zusammen eine? Nee, wir wollen zusammen. Nein, komm. Ja, nee. Ich habe keinen Durchfall. Ich möchte jetzt gar nicht blöd klingen, aber ich kann Männer nicht in die Frauenzelle stecken, ist leider so. Doch, das hat aber, Herr Officer, das ist den anderen eben ... Was soll das denn jetzt heißen? Dann gehen wir zu dritt in die Diverse. Ja, eben. Stimmt, wir sind alle diverse. Ist trotzdem problematisch. Kommt mal rein. Bitte, bitte, uns ein Gefallen. Das muss man trotzdem so machen. Seit wann wird das getrennt? Das wird du, wie Sie auch ... Na, einfach nur zur Sicherstellung. Ah, nur zur Sicherstellung. Alles gut. Herr Officer, wie ist das denn? Ach, ist mit Ihrem Kopf eigentlich noch alles in Ordnung? Ja, ich werde heute noch nicht rausfallen. Achso. Können Sie bitte mal herkommen? Ich würde in die Handfesseln abnehmen. Sehr gerne sogar. Ja, ich durchsuche sie nur noch einmal. Ah, einen Schlagring haben Sie doch dabei. Aber das hat der Kollege nicht abgenommen. Das ist aber ... Das ist aber ... Wegen der Körperverletzung, was der Akte erstellt. Haben nicht Sie mich durchsucht? Ich habe sie nicht durchsucht. Das war unser Kollege. Doch, doch. Ich war das nicht. Doch, doch. Wir haben noch diskutiert, weil ich gesagt habe, viel Spaß mit meinen Langwaffen. Äh, ja. Nein, ich habe ... Doch, doch, doch. Sie hat die Mossberg von mir gefunden. Ich habe doch ... Echt jetzt? Ich glaube, Sie sollten mich doch mal durchsuchen, falls ich doch mal was dabei habe. Ja, perfekt. Genau, deshalb mal stoppelt. Hallo, bitteschön. Bei Ihnen auch einmal. Hallo. Hallo, schön. Aber alle kennen Ihre Rechte. Feuerlöscher, nehme ich mal ab. Feuerlöscher. Nehmen Sie mir den Feuerlöscher ab. Weil Sie damit hier Scheiße bauen könnten. Kannst du die Rechte gerne vorlegen. Die Rechte haben Sie schon bekommen? Bitte? Sie können gerne die Rechte vorlegen. Die Rechte und die Linke. Kann ich die Rubbellose haben, oder brauchen Sie die noch? Ne, die gerade. Nehmen Sie die ruhig. Die Rechte und die Linke, die dein Kollege bekommen mit einem Schlagring. Was? Spielsucht, was? Meinst du die Rechte und Linke, die dein Kollege mit einem Schlagring bekommen? Nehmen Sie ruhig die Rubbellose. Vielleicht haben Sie auch mal Glück. Wie zum Teufel haben Sie 22 Lichtmodule reingekommen? Ja, das hat doch jeder gesehen, aber Sie können mir gerne die Hand schon abnehmen. Was? 22 Lichtmodule, weil Sie das geschafft. Fucken Sie mal das Jackett. Da ist noch vieles anderes drin. Glaub ich Ihnen auch. Okay, dann nehme ich hier mal die Handfesseln ab. Passt. Gibt es da noch einen einzugestehen? Ich habe vor 50 Leuten den Kopf wieder gekümmt. Dann nehme ich Ihnen mal die Fesseln ab, ja? Ganz ehrlich. So. Einmal freilassen. So. Gut. Gut. Alles klar. Ich habe ihn auch freigelassen. Ja. Jawohl. Check den Durchschnitt was ab. Ohne Zigarre? Ja. Ey Jus, das ist ja was viel geileres. Ja. So. Folgendes. Der eine wird ja, äh, ist das Problem, dass der die, ähm, den einen Officer geschlagen hat. Hat er ja gerade nochmal von mir zum gegeben. Genau, ja das hat er auch. Und der mit dem weißen Jackett, der, äh, hat sich nur unprofessionell verhalten an sich. Der hat, äh, äh, unter anderem auch so ein bisschen rum beleidigt und halt sehr unprofessionell sich verhalten. Okay. Aber der hat an sich nichts Illegales dabei gehabt, äh, und sonst. Keine illegalen Raffen, et cetera. Also, nicht, dass ich wüsste. Ich müsste es sonst mal fragen. Aber ich hab, äh, ich hab, ich hab, ne, warte, ich hab ja den Herrn in Schwarz. Warten Sie mal ganz kurz. Ich checke das noch statt. Äh, Rechnung der Personen. Ähm, der Herr mit dem Jackett hier. Wunderschön, wo alles reinpasst. Mhm. Äh, wer hat Sie durchgesucht, wenn ich fragen darf? Äh, der Kollege, der da bei Ihnen war. Welcher Kollege? Ja. Ne, welcher denn? Ja, der da mit am Auto stand. Wie heißen Sie, wenn ich fragen darf? Also, er hat doch einen ziemlich, ziemlich strengen Ton. Wie heißen Sie, wenn ich fragen darf? Ich frage mal schnell, weil ich hab ihn nicht besucht, das war ein Kollege. Ich frage mal schnell. Ich möchte mal kurz mit Chief Horn mal sprechen. Mhm. War das der Chief Horn? Ähm, ja, gerade im Fall. Ich sag mal, kein Anwalt, ganz ehrlich. Herr Wornfrau. Äh, King4 an Chief Horn. Ja, hat sie. Haben Sie Herr Tony Magnum besucht? Also, positiv illegal. Also, das war der Herr mit dem grauen, sagen, europäischem Sako. Genau, positiv. Ja, also, positiv illegaler Waffenbesitz hat eine U290 bei sich. Danke. Bitteschön. Schon zwack. So, dann haben wir schon alles eigentlich vorbereitet für Sie. Einmal für Sie, also es sieht doch für beide nicht so rosig aus. Okay, das heißt. Einmal haben wir für Sie, also für Sie, Herr Magnum, ist das folgendes Problem. Wir haben zwei illegale Waffen von Ihnen gefunden. Äh, das wird Ihnen vorgeworfen. Ja. Das andere ist dieses, ich sag mal, ähm, Verhalten, das Sie den Tag gelegt haben. Das war auch nicht so schön. Hätten Sie sich ein bisschen besser verhalten können. Nee. Und beim Kollegen sieht es so aus, dass es ein Kollege geschlagen hat. Ja, mein Verhalten können Sie nicht ahnden. Mein Verhalten können Sie ja nicht ahnden. Das nicht. Aber deshalb sind Sie auch mitgenommen worden. Und dann wurden Sie ja auch nochmal... Ja, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich bin eigentlich mittlerweile glücklich, dass ich in dem Fahrzeug saß, sonst hätte ich wahrscheinlich da gelegen. Ziemlich sicher. Äh, das stimmt, ja. Ich muss, ich muss auch, ich muss auch, ich kann auch ganz ehrlich sagen, es war nicht die, die schönste Situation, die wir hatten, aber das, was hier heute war, war wirklich eine ziemlich blöde Notsituation. Äh, X-Ray... Sollte so eigentlich... Sie wollen, Sie wollen doch die Blume sagen, da ist sehr viel schief gelaufen. Ja. Ich muss, ich muss Ihnen ehrlich sagen, von meiner Seite aus, es sind sehr viele Leute gefallen, die nicht fallen hätten sollen. Aber das Ding ist... Niemann fallen dürfen eigentlich. Doch, es gab hier schon ein paar Personen, die hier angegriffen haben, die auch Waffen gezogen haben. Ähm, das Ding ist... Ja, Waffe ziehen und Waffe einsetzen, das sind auch mal... Das Ding ist nur, wenn Sie in einer Menge stehen und manche sehen so aus, als würden sie grad was ziehen und dann geht's halt ab. Das ist... Ach, ganz ehrlich, wenn jetzt im Hauptplatz einer unter von zehn anfängt, auf die Kopf zu schießen, könnte nicht alle niederrotzen. Ist halt was anderes als... Nur, wenn die gerade da stehen. Darf ich Ihnen kurz was sagen? Es ist halt schon ein bisschen anders, wie wenn alle in dem selben Anzug miteinander befreundet dastehen und man weiß, dass die... Ach, so ein Blödsinn. Das Outfit ist nicht auch... Nee. Also, bitte. Wissen Sie, wie das für mich aussieht? Sie gehören ja alle zusammen irgendwie. Alle dasselbe Auto, alle in dem selben Anzug haben. Weiß ich, sie kennen sich gegenseitig. Wenn jetzt eine Formel steht, mit einem anderen Auto an einem Hauptplatz und die sehen alle komplett anders aus, dann weiß ich... Da kann ich nicht im Nachhinein wissen, sind jetzt zusammen, was machen die, dies, das... Herr Officer, Sie werden doch Ihre vorzügliche Polizeiarbeit durchführen und rausfinden, dass wir alle geschossen haben. Oder halt nicht. Oder Sie werden Ihre... Das ist kein Problem. Wir haben es doch. Wir haben alles auf Deutsch. Wenn Sie Ihre Polizeiarbeit, dann finden Sie raus, wer wir sind. Machen Sie Ihre Polizeiarbeit. Wir machen unsere Polizeiarbeit sehr gut und gründlich. Wenn wir nur ansatzweise vernünftig im Rechtssystem arbeiten, werden Sie das rausfinden. Natürlich. Äh, für Sie sind es folgend... Merken, merken Sie sich diese Maske. Das heißt, wenn Sie so eine sehe, weiß ich, dass Sie es sind perfekt. Für ihn da ist. Ja. Ja, da sollten wir... Aber auch, Sie bei Funk ist so laut. Ja, das ist ja. Ich glaube es. So, ähm, für Sie sieht es auch nicht so rosig aus. Bei Ihnen ist eben das, dass Sie einen Kollegen geschlagen haben. Das haben Sie auch zugegeben. Ja. Genau. Eigentlich bräuchten Sie dazu gar keine Anwälte, wenn Sie sich schon zugegeben haben. Aber gut. Ich verstehe meine... Ich verstehe sie nicht. Äh, tut mir leid. Ich, äh, hab halt mit beiden gerade geredet und dann hört mich der eine und der andere vielleicht nicht. Deshalb hab ich ein bisschen lauter geredet gerade. Gibt es eventuell externe Räume? Externe Räume? Äh, da müsste ich schauen. Ich glaub schon, ja. Warten Sie ganz kurz. Äh, Chief Worn für 7-11. Äh, was kriegen die? Nicht beachtung einer rechtwesigen Anordnung oder Winderung der Justiz? Warte, der Funke ist so laut, ne? Nicht die letzten Räume zum Verhören. Voll auf. Das hat er verdient und ich steh auch dazu. Ich lass Sie jetzt nach und nach sein. Soll jeder wissen, dass Sie den Kopf mit meinem Vollgoldschlagring niedergestanden haben. Grüße, Herrschaften. Schönen guten Abend, Dieter. Mitkommen, ja. Oh, ich sehe Sie das noch nicht mal vertreten. Ist es die Frau Harris? Jawohl. Wir können uns doch bestimmt erklären, wer das angeordnet hat, uns zu durchsuchen und wann das war. Sehr gut. Die Herrschaften, Sie sind vorläufig festgenommen wegen Behinderung der Justiz. Ja, natürlich. Bitte was? Wir haben schon ein Haftbefehl gegen Sie. Äh, zur Info der Herr Weddington und der Herr Beuthen werden gerade unsere Fresse genommen. Können Sie mal bitte ganz anziehend zum, äh, Lead-Divis kommen? What the fuck? Aber ganz, ganz schnell. Ja. Ja, ich will auch nichts dazu sagen, weil ich bin beim Rechts... Ja, das ist gut. Sie werden in Ruhe aufgeklärt, das ist alles gut und schön, ja? Äh, ich hab... Ja, dann, hier in der Zelle ist noch Platz, Jungs. Die Justiz hat eine Behinderung, was? Das sagt man nicht. Einschränkung. Keine Ahnung. Ach, Einschränkung. Was ist denn da gerade passiert? Äh, kann ich, äh, gerne woanders erklären? Da wird das Recht durchgesetzt. Ja, machen wir das mal. Schon hart. Mhm. Kann ich auch mitkommen? Okay. Ja. Hart trifft es eigentlich. Warte, das war die, äh, die Crimes in rein sind? Äh, es war jetzt gerade einfach nur Zufall. Wen nimmt die Anwälte als Anwalt? Äh, die, die zwei, ähm, möchten, also, die zwei gegen die zwei liegt ein Haftbefehl, äh, vor, bezüglich der Behinderung der Justiz, äh, dort war ein Ermittlungsverfahren und, ähm, das Ganze war jetzt einfach gerade nur Zufall, dass die zwei hier sind. Ach so, das hat mit dem Fall heute gar nichts zu tun gehabt. Nein, 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 um Gottes Willen, das hat gar nichts mit dem Fall hier zu tun. Alles. Das sind zwei verschiedene Sachen. Okay, und, äh. Das war jetzt gerade einfach nur Zufall, ähm, dass sie hier waren, ähm, natürlich, wenn die da, äh, ihre Anwälte haben möchten, können die gerne noch auf die anderen zurückgreifen. Ja. Ähm, das war jetzt einfach nur Zufall, dass die zwei hier waren. Das ist das schön. Das sind zwei verschiedene Sachen gewesen. Okay, ah, okay, verstehe, ne, ich dachte, das hat schon gar nichts zu tun gehabt, weil die heute einfach in die Crime, ich fand's auch schon so ekelhaft, wie die, wie die in die Crime-Sinn rein sind und mit, mit der Frau White sprechen wollten, das fand ich schon so komisch. Ja. Ja. Na, das... Na, das... Ja, das Ding ist auch noch, die regen sich die ganze Zeit auf, weil wir ja diesen Durchsuchungsbefehl hatten für die, halt, Durchsuchungsbefehl, dass wir die einmal durchsuchen dürfen, das kam ja vom Quad aus, ne? Ähm, ja, natürlich, weil, ähm, die Meldung kam, ja, so wurde sie mir ja zugetragen, dass die Herrschaft mit langwarten Gesichter worden ist, da ist Gefahr in Vollzug. Ja. Das heißt, ähm, natürlich hat das PD das Recht, einfach kurz nachzuschauen, ob, ähm, ob das so stimmt, dass man so ausartet, hätte ja jetzt keiner denken können, also... Ja, ja, ja. Ne, also liegt ja da irgendwo auch was Wahres dahinter, ne? Ich muss auch ehrlich sagen, ich hab ja ein bisschen die, äh, Bodycam ausgewertet, äh, wie ich im Auto gesessen bin, und, äh, man sieht halt einfach, wie der eine einfach diese Waffe gezückt hat, und er hat direkt auf mich geschossen, ich war irgendein Ziel, keine Ahnung warum, ein Schuss ging in meinen Helm rein, hätte ich heute meinen Helm nicht aufgehabt, ich wäre nicht mehr da gefühlt, ja, und, äh... Ich weiß gar nicht, wer Sie sind, glaube ich. Ich bin der Herr Sven Rumpe. Ja, der Herr. Ah, ja, hallo. Kennen wir uns gar nicht. Hm, ich glaube nicht. Ich glaube, ich hab's schon mal irgendwo gesehen, vielleicht mal Vorwisch oder so irgendwo mal gesehen. Ja, das kann sein. Das kann sein, ja. Ah, ne, Sie sind immer im, 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 im Dings unten, im, äh, PD. Ja, das kann auch sein. Aber ich glaube, ich hab mich noch nicht mit Ihnen unterhalten. Ne, ne, aber... Perfekt. Man weiß, glaube ich, schon, wer Sie sind. Ja, leider. Ne, aber, aber, wie gesagt, ausgewertet ein bisschen, oder es war halt echt nicht schön, also da... Gab's ne Massenschießerei. Ne, also, ich hab oben auch gesagt, bei denen, wo ihr als PD hundertprozentig sicher seid, die geschossen haben, dort könnt ihr gerade im Ort ersten Grades, ähm, äh, veranschlagen. Diejenigen, die mit einem Schlagring geschlagen haben, wäre versuchter Mord, und bei denen, wo ihr es nicht sicher seid, wäre, ähm, Behinderung der Justiz. Ja, das Ding ist nämlich, es sind auch sehr viele gefallen, muss ich sagen. Also, wenn ich mir die Dashcam angucke, die keine Waffen in der Hand hatten. Sehr viele. Ja. Und das wird auch für uns, äh, etwas negativ ins Licht fallen. Ja. Das Ding ist halt, das war so eine Notsituation, du hast halt nicht mehr gesehen, die haben sich ja alle vermischt, ne, du hast nicht mehr gesehen, was macht jetzt wer. Ja. Und man hat einfach nur noch geschossen. Ja, dann müsste halt irgendjemand, äh, beziehungsweise ich, beziehungsweise der Staatsanwalt, oder die müsste sich halt wirklich da hinsetzen und jede einzelne Bodycam-Aufnahme wirklich... Wird heute eh eingeschickt. Dann wird gesagt, Bild für Bild für Bild. Wird eh eingeschickt. Ja. Das, das Ding ist halt nur, wir werden da hundert Pro auch noch im Nachhinein Probleme für kriegen für den Fall heute, weil es war wirklich zum einen Crossfire, äh, vor meine, vor meine Waffe ist ein Kollege sogar reingesprungen, den hab ich auch erwischt. Ja. Also, es lief gar nicht gut, auch für unsere Seite nicht, wenn man, wenn man die, die Opfer sieht, die heute, also es ist glaube ich für keine Seite heute gut gelaufen. Ähm, trotz all dem jetzt für die, für die Herrschaften, die in der Zelle sitzen, veranschlagen wir erstmal das Höchste, was möglich ist. In der Verhandlung selber können wir ja nochmal zurückrudern und sagen, okay, wir gehen auf Versuchsmord oder sonstiges oder Torschlag. Das ist möglich, das ist auch kein Problem, wenn wir es dann irgendwie auseinander klavüstern können, wer was irgendwie gemacht hat in irgendeine Richtung. Ja, ich sag nur, Sie können schon mal ein bisschen ready machen, äh, ganz viele, die halt keine Waffe in der Hand hatten in dem Moment, die werden sehr viel mit einem Anwalt vorgehen gegen das LAPD. Kann ich jetzt schon einen Freund einen sagen. Ja, die gehen immer mit einem Anwalt vor. Da wird ein bisschen was auf uns zukommen, aber geht ja. Also die Situation wie heute, damit hat keiner gerechnet, muss man ehrlich sagen. Können die gerne machen, damit habe ich kein Problem. Ne, wie gesagt, das… Vor den Anwälten habe ich keine Angst. Wird auf jeden Fall lustig werden, also für uns alle. Ja, ich freue mich. Ja gut. Wird das dann mal wenigstens eine spannende Verhandlung. Ja, schauen wir mal. Da wird sicher, glaube ich, das ganze LAPD mit angeklagt. Gefühlt. Ja, im Prinzip steht ja dann eigentlich nur euer Gemisch nach vor. Hast du jetzt eine Nummer? Soweit? Ne, ähm, das kriegen wir schon hin. Und selbst wenn, dann würde man das ausklabüstern und könnte man gegebenenfalls auf einen Vergleich oder eine Einigung kommen. Dann müssen wir mal gucken, ne? Gut. Dann geht er mal zurück, dann möchte ich das nochmal klären hier hinten. Genau. Ähm, den einen Anwalt könnte man noch fragen, ob er Unterstützung haben möchte. Wegen mir kann dann nochmal seine Kollegen dann da rein, weil zwei seiner Kollegen ja fehlen. Ja, aber das ist, glaube ich, Azubi. Ich weiß das gerade gar nicht. Ja. Gut. Ja, bin ich gespannt, wie das dann auslaufen wird vor Gericht. Wird lustig. Für uns alle. So. Ey, Kollegen. Wollt ihr denn jetzt auch noch hops nehmen, oder was? Was denn? Hm? Der Anwalt in der Schützung braucht von den Kollegen noch, weil er ist ja jetzt quasi gerade alleine hier im Dienst. Ach, der Anwalt ist schon da. Der Anwalt? Ja, der Student, der ist gar kein Anwalt. Die Anwälte wurden gerade festgenommen. Ich habe schon einmal richtig verstanden. Ja, genau. Hat aber nichts mit ihrem Fall zu tun, tatsächlich. Können Sie das erklären? Aber immer noch Azubi und keine Rechte. Ich muss Ihnen das nicht erklären. Ich könnte nur so viel sagen. Das mit heute hat das nichts zu tun gehabt. Alleine zu fungieren. Das ist ein ganz anderer Fall, warum die festgenommen wurden. Mir wurde gesagt, ich darf alles hier aufnehmen. Also nehme ich hier alles auf. Haben Sie verstanden? Haben Sie verstanden? Bitte? Haben Sie mich verstanden, was ich gerade gesagt habe? Nein, habe ich nicht, leider. Ähm, das mit Ihren Anwälten, die da jetzt da waren. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum die jetzt festgenommen wurden. Ich kann Ihnen nur sagen, die wurden nicht aufgrund des Falls heute festgenommen. Das hat nichts mit heute zu tun. Sie es mir auch einmal noch mal erzählen. Okay. Falls Sie denken, Behinderung der Justiz wurde ja einmal durchgesagt, aber es hat nichts mit dem heute zu tun, dass die zu euch gekommen sind oder so. Also das ist ein blöder Zufall. Das war jetzt ein Zufall, dass die reingekommen sind. Also nicht, dass Sie jetzt denken, gehen wir jetzt einfach ihn weg. Das war jetzt einfach ein Zufall, dass die da waren, weil die standen schon länger auf der Liste. Ja, ich sag mal so. Das war ja auch ein Zufall, dass die da in der Nerverbearbeitung waren. War ja auch ein Zufall. Äh, nee, das war kein Zufall. Das habe ich Ihnen auch erklärt. Alles gut. Zufallsprinzip. Soll ich Ihnen nochmal das wiederholen, was passiert ist? Nö. Darf ich nochmal meine Zeitplanung spielen? Darf ich nochmal spielen? Nee, bitte nicht. Okay, warten Sie. Ich habe alles aufgeschrieben. Warten Sie? Ich habe alles auf meinem Brett, auf meinem Klemmfeld, habe ich das extra aufgeschrieben. Nö. Soll ich extra reden, dass Sie es hören jetzt? Also. Lassen Sie es doch. Sie wollten es doch hören. Wie ist denn Ihr Name? Ich pinkel durch die Gitter. Ich sag's dir. Oh, ne bitte nicht. Die rechte können Sie mir aber gerne vorlesen. Die rechte können Sie mir gerne vorlesen. Sie wissen, warum ich da war, oder nicht? Sie werden angepackt wegen Körperblättern. Ja. Warum Sie persönlich da waren? Sie haben den Auftrag dazu erhalten wahrscheinlich. Ne, wissen Sie, was der Auftrag war? Ich glaube, Sie haben sich verstanden. Oben auf den, auf den, das war alles Zufall. Oben auf diesen. Hat der mal da angebaut? Auf dem Dach hat der angebaut, ja. Das waren gar nicht Sie. Wir haben da einfach nur investigated, wer da angebaut hat. Dann haben wir gesehen, dass ganz viele von Ihnen da eingeparkt hatten. Und dann muss ich halt gucken, wann Sie das da angebaut haben. Hab ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. So viele Leute, das waren nicht so viele Pflanzen. Das kann ja nicht sein. Ich bin gleich noch die Gitter. Und dann habe ich auch gemerkt, sie haben damit nichts zu tun gehabt. Und dann kam, wie ich halt gesagt habe, dieser Typ vorbei mit dem Motorrad. Er hat gesagt, da sind halt Leute, Schwerstbewaffene drin und das war das Ding. Deshalb haben wir sie dann angehalten. Sonst hätten wir sie nie angehalten oder irgendwas. Also wäre dieser Typ nicht gewesen, dann wäre alles gut. Wäre alles Schnuppe gewesen. Haben Sie einen Namen oder ein Kennzeichen? Das, äh... Bitte. Hallo. Also nachdem Sie mir das angedroht haben, was die machen wollen, so ein bisschen, dann sage ich Ihnen sicher keine Namen da. Aber hallo. Äh, Zeugenschutz. Achso. So bleibe ich ja auch nicht. Ich sage Ihnen schon viel. Andere Kollegen würden Ihnen gar nichts sagen. Ich sage Ihnen schon genug, was ich sagen kann. Ich sag mal so, der Rest von unseren Leuten draußen wird das schon mitbekommen, haben wir das mal. Ah, ja. Exakt. Können Sie das so machen, aber... Wenn da irgendwas passieren sollte, dann bringen wir auch wieder sie in Verbindung, ne? Wenn da irgendwas passieren sollte mit der Person. Also wenn wir da drauf kommen, der wurde von heute wieder geschossen, dann sind Sie der erste Anlaufspunkt. Wenn Sie sagen, oh, Sie... Wollen Sie mich bestimmt wieder durchsuchen mit so einer halblosen... Dann werden Sie wieder halblos durchsucht, genau. Dann werden Sie nochmal durchsucht, dann schauen wir mal, ob Sie eine Waffe dabei haben. Ich mache Spaß. Ne, aber passen Sie auf. Lassen Sie den Scheiß. Die Person hat das ausgesagt. Wir wollten heute ganz normal eine Untersuchung machen. Es lief alles schwer. Scheiße für beide Seiten, muss ich sagen. Nicht nur für Sie. Ich habe Ihnen schon gesagt, hier zu Frau Harris. Kennen Sie ja auch. Haben Sie gerade gesehen vorhin. Ja. Habe ich auch gesagt, vor Gericht wird es auf beiden Seiten nicht rosig aus. Auch für uns nicht. Rechte wurden Ihnen noch nicht vor. Weil Sie immer glauben, es läuft bei uns alle so super. Glauben Sie mir das, glaube ich, bei Weitem nicht. Eigentlich war das heute ein Parade für das, was wir glauben, wie es bei Ihnen läuft. Entschuldigung, der Herr. Naja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das, was heute passiert ist, das war echt eine Notreaktion teilweise. Also, ich war ja mitten dabei. Es war so unübersichtlich. Alle sind durch quer gerannt. Man hatte keine Übersicht mehr. Wer hat sie war verzieht, wer nicht. Und dann war es halt nur noch... Die Herren schreien so laut vor mir. Ich kann kein Wort verstehen hier, was Sie sagen. Ja. Die Herren, Sie schreien ein bisschen. Eleven David Hurt. Na, jetzt geht's. Perfekt. Nee, Quatsch. Ich muss Ihnen sagen... Wie ist denn Ihre Schuhgröße? Ach, jetzt war der da hinten. Ich glaube es nicht. Ihre Schuhgröße. Wissen Sie, was Ihre Schuhgröße ist? Okay, Frage. Bist du... Nee, also... Es lief, es lief bunt drüber. Und ich muss Ihnen wirklich, wirklich ehrlich sagen, aus meiner Sicht hätte es schon besser laufen können, aber es war keiner drauf vorbereitet, das wäre von Ihnen die Waffe zieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, wir können das einfach durchziehen und dann hat's die Sache. Achso, hier ist es... Keiner vorbereitet hat denn aber alle Maschinengewerbe in der Hand. Nee, ich muss... Jaja, das schon. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht gedacht, dass einer auf die Idee kommt, in dieser Masse, wie Sie dort waren, eine Waffe zu ziehen. Das ist... Für mich war das Selbstmord, bin ich ehrlich. Also, wenn ich in so einer Gruppe stehe und ich ziehe die Waffe in der Gruppe, dann ist das für mich wie Selbstmord von der Polizei. Also, ich habe ein ganz gutes Erinnerungsvermögen. Und ich glaube, die Waffe wurde unsererseits gezogen, als die ersten bei uns auf dem Boden gezittert haben. Ja, das stimmt. Und wissen Sie, warum die gezittert haben am Boden? Ja, weil er zugeschlagen hat und dann ist das ja... Nein, nicht nur er, mehrere Leute haben zugeschlagen. Ich habe zwei Leute. Beide wurden getasert und die haben beide zugeschlagen. Genau. Das war einmal die Frau White und einmal waren das sie. Und sie beiden wurden dann getasert und dann wurde die Waffe gezogen. Und da war dann Ende. Und für mich, ganz ehrlich, ich sage Ihnen wie es ist, da ist für mich Selbstmord. Wirklich, das ist wie so ein Selbstmordkommando für Sie gewesen. Und ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, was auch immer der Kollege da gemacht hat, ich würde an Ihrer Stelle vielleicht mal ganz genau überlegen, ob Sie den nicht schon mal ein bisschen ans Bein pissen und zu dem mal sagen, was da passiert ist an dem Tag. Dass der auf die Idee kommt, in einer so einer Menschenmengen eine Waffe zu ziehen. Aber kein anderer... Ganz gut trainiert darin mit Waffen werden, oder? Das ist für mich nicht gut trainiert. Wenn ich von Cops umstellt bin, mit allem drum und dran, dann haben Sie gesehen, was heute passiert ist. Da hat niemand unsere Leute angeschossen. Das mag sein. Aber ich muss auch sagen, von Ihnen hatten die Leute noch nicht alle Waffen in der Hand. Exakt. Und wurden sie niedergemäht. Das ist ja das Problem. Ja, weil einer bei Ihnen die Waffe gezogen hat. Und dann ging's ab. Und dann hat keiner mehr gewusst, wer zieht jetzt Waffe, wer nicht. Das muss man sagen. Respekt dazu. Sie müssen offen zugeben, es war einfach ein Fehler, dass auch unbewaffnete Leute erschossen wurden. Es war für die Seite Fehler einfach, ganz klar. Absolut. Ich kann Ihnen halt nur so viel sagen, wenn ganz viele Leute mit demselben Outfit in einem Kreis rumrennen. Nein, das wird vor Gericht geklärt. Das wird vor Gericht geklärt. Das ist kein Problem. Ich sag nur Ihnen, wie es ist. Das, was Sie hier heute gemacht haben, oder was Ihr Kollege heute gemacht hat, dass er in der Mitte der Menschenmassen eine Waffe vor der Polizei zieht und damit auf uns schießt. Das ist für mich Selbstmordkommando. Und das für Ihre ganze Gruppe. Das können Sie ihm auch sagen, dass diese eine Person Ihre ganze Gruppe da mit reingezogen hat. Diese eine Person müssen Sie erstmal nachweisen, dass er geschossen hat. Das stimmt. Und das habe ich auf der Dashcam und das kann ich schon nachweisen. Ich habe das auf meiner Dashcam drauf, wie er auf mich geschossen hat. Habe ich drauf. Ich bin gespannt, wie das Gericht das bewertet wird. Ja, was hast du gemacht? Also vor Gericht sieht es, ich sag mal für uns jetzt auch nicht so rosig aus. Weil ich muss Ihnen auch sagen, sehr viele Leute umliegt wurden, die keine Waffen haben. Da gebe ich Ihnen komplett recht. Das wird aber vor Gericht, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, trotzdem für Sie auch nicht, wo Sie ausfallen. Die Anwälte werden festgenommen. Ja gut, das werden wir ja dann entsprechend sehen, ne? Also Sie wissen, sobald Schüsse fallen, haben wir das Recht einzugreifen. Und das wissen Sie auch. Und auch wenn es jetzt der Gruppe ist. Nein. Was geht ab? Du bist weiblich, du darfst von mir. Gut, ich gehe mal. Ich gehe jetzt noch mal. Dann bitte einmal aufmachen. Ich meine das Problem ist... Ich habe es nicht geschossen. Jenny. Ich auch nicht. Das Lustigste ist, die Anwälte wurden festgenommen. Wie hat das jetzt hier geklärt? Weil ich würde das mal abreißen. Ja. Habt ihr die... Warte mal, kommt doch mal raus. Kommt doch mal raus. Das hört doch keiner. Ja, meine auch. So. Hallöchen. Ihre zwei Leute bekommen jetzt ebenfalls Behinderung der Justiz. Und dann können sie schon abtransplantiert werden. Aber wir schicken sie mit der Post. Ah, okay. Alles klar. Weil die X-Ray-Einheiten haben jetzt keine Zeit. Dass die da jetzt hin und her fahren. Ah, wir haben Besuch in der Zelle. Alles klar, verstehe ich. Ja. Äh, gut. Also alle, die was jetzt nicht geschossen haben, also das sind zwei Leute, was ich jetzt so mitbekommen habe, die nicht geschlagen haben, bekommen Behinderung der Justiz. Gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Es war auch Behinderung... Keiner hat mitgespielt, alle haben gesagt, Ne, sie wollen ... Wirst du jucken? Äh, sie wollen sich nicht so suchen lassen. Hat keiner. Woll. Gönn dir. Das ist halt alles Behinderung der Justiz. Gönn, gönn. Perfekt. Ich würde dann mal wieder auf Streifen fahren, wenn es okay ist. Fass das wenn man nur Frauen reinwirken. Alles klar. Perfekt. Äh, Jungs, mal ne kurze Frage nehmen an. 特ine Kurze frage, kann ich irgendein von euch Sim-Karte und Batterien geben? Alter Falter. Oh, ich muss essen. Alter, Bruder, mein Essen. Uiuiui. Ach, du Scheiße. Ach, das war gerade richtig knapp. Ui, war das gerade knapp. Ach, du Heilige. Aber wisst ihr was los ist, Chat? Also jetzt mal an den Chat hier. Habt ihr gerade gesehen? Ich habe voll Angst, um zu beschossen zu werden. Aber da hatten sie, wie lange das gedauert hat. Jetzt hiermit her, die letzten Leute, ab und zu transportieren und dann sind wir ja durch. Ja, Moment. Vielen Dank. Ja, ist dann so. Danke schön, das ging es. Ich muss zu meinem Allerdings fahren. Wie gesagt, die David-Units hier zu mir, jetzt mit her, die drei Leute da noch rausholen und dann abmarschen. Es war zu viel informativ. Und der Dispatch wegen dem Rückruf habe ich mich schon rumgemacht. Oh, eine Maske. Und dann müssen die Fahrzeuge doch dann irgendwie wegkommen, oder? Oh, ich muss ins Krankenhaus, Leute. Ich wurde ja angeschlossen am Kopf. Das heißt, wir fahren mal Richtung Krankenhaus. Und ich gehe mal ins PCRD und trage mich mal um. King 4 hier, bitte ganz wichtig darauf achten, im PCRD umtragen für alle, die bei der Hühnerfarm waren. Da steht immer 10-6 drin. Ja, bitte nochmal an alle Einheiten. Bitte beachten Sie, dass der Herr Peter Siege wegen Modärzten gerade ist, angeklagt wird. Und der Rest nicht wegen Behinderung der Justiz. Holy shit, Alter. Dass das heute so ausgehen wird, hätte ich mir gedacht. Alter, schwer. Das war so ein Shootout. Ich muss auch ehrlich sagen, es hätte echt schlimmer laufen können. Ich bin froh, dass wir Gott sei Dank so ausgestattet waren. Aber ey, dass der Typ, der in der Menge sich getraut hat. Also, ich muss ehrlich sein, das war Selbstwortkommando, was der gemacht hat. Der hat ja null, wirklich null sein Leben geschützt. Ich sag nichts, wenn alle gleichzeitig im selben Moment ihre Waffen ziehen. Und dann geht's hier ab. Ne, dass die so ein Timing haben und sagen, gut, jetzt schießen wir gegen die Cops. Aber dass einer vom Kartell auf die Idee kommt, vom Polizisten umstellt, die Waffe zu ziehen. Das war dumm. Das war richtig dumm. Und da kann keiner mal sagen, der hat sein Leben nicht geschützt in diesem Moment. Bei allem Respekt. Und dass wir da jetzt so reingeschossen haben, das war halt Verteidigung. Du hast halt nicht mehr, ich dachte, ich wusste nicht mehr, wer schießt. Du hast es nicht mehr gesehen. Weil da so reingeballert wurde, dass der erste Schuss fiel. Aber da muss man echt sagen, der hat, also, wäre ich jetzt im Kartell drin, den hätte ich rausgeschmissen. Oder stell dir mal vor, bei 1 zu 7, einer würde es bei 1 zu 7 machen. Du stehst einfach da, in der Menge, und einer von 1 zu 7 kommt auf diese Idee, seine Waffe zu ziehen. Einfach, einfach ohne Grund. Also den hätte ich rausgeschmissen bei allem Respekt. Der hätte ich einfach, der hätte ich rausgeschmissen. Nee, aber der hat echt die sein Leben geschützt, Bruder. Dass man auch so eine dumme Idee kommt. Aber wie ich gesagt habe, wäre nicht das Problem, würde der Typ mit seinen Kollegen sagen, so auf 3 ziehen wir alle die Waffe und dann geht es hier los, weißt du. Würde ich komplett nachvollziehen können. Aber das wäre ja RP-technisch auch geil, weil dann, aber, ey, als einzelne Person gegen solche Cops, die ich umstellt habe, ist halt so dumm gewesen. Also das, bei 1 zu 7 würde sowas, glaube ich, nicht passieren. Nee. Die Mods sind auch nicht die besten. Hier muss man nicht verstehen, warum die Mods. Die sind super. Also meine Mods hier, die machen ihre Arbeit richtig gut, finde ich. Ihr werdet auch nur weggeblockt, wenn ihr dauerhaft zum Beispiel im Chat rein spammt oder beleidigt oder wenn Meta oder Wechselgaming passiert. Dann wird hier für 300 Sekunden ausgetimt, aber sonst nicht. Ja, positiv. Ja, aber ich habe den jetzt richtig nett behandelt, auch im Kartell da drin. Ja, check. Den, äh, ich meine, ich weiß IC nicht, dass das der Kartell Boss ist. Ich weiß natürlich, OOC ist Kartell Boss. Aber ich habe den jetzt relativ nett behandelt drin, weil die ja nie so viel Scheiße gebaut haben, die haben die Waffe nicht gezogen. Wisst ihr? Ja, GV mit der Infos bringt nicht, wenn ihr uns da das, ähm, Politobity-Vorrahm mit Leuten weil wir können die nicht zu schnell abarbeiten. Die Mods sind gut. Ja, die machen sehr gut. Also kurz geht raus in die Mods. Ich bin froh, dass die überhaupt da sind und das hier machen. Also man muss auch bitte die Mods respektieren im Chat. Die machen das komplett freiwillig. Die bekommen dafür kein Geld, kein gar nichts. Die sind einfach, die nehmen ihre Zeit in Anspruch, um den Chat zu moderieren, dass hier keine Scheiße passiert. Und dass wir, äh, ihr müsst auch bedenken, dass wir hier einen offenen Chat auf YouTube haben. Weil stellt euch mal vor, ohne meine Mods könnte ich den Chat hier schließen und könnte nur noch, ähm, VIP-Only machen. Dann können nur noch die Vips schreiben. Dann muss man auch nicht so viel moderieren. Und dank den Mods könnt ihr überhaupt den Chat reinschreiben. Also seid denen etwas dankbar, dass ihr überhaupt den Chat schreiben könnt. Ohne die wäre das nicht möglich. Ohne die hätten wir hier dauerhaft 24-7-VIP-Chat. Und da geht echt Kuss raus, dass die sich hier die Zeit nehmen, äh, den Chat zu moderieren. Und wer da jetzt richtig Disrespectful wird und sagt, die machen einen Scheiß-Shop, dann, äh, habt ihr aber gewaltig was falsch verstanden hier. Also Kuss geht raus für meine Mods. Alle mal ein Herz für die Mods in den Chat, Leute. Mal ein Herz hin rein da. Macht mal. Aber mal ein Herz ringen für die Mods. Come on, let's go. Können wir schon mal machen. Leute, lassen alle mal ein Herz im Chat. Hoh mal raus hier. Herz in den Chat für die Mods. Ich werde jetzt sicher denken, ich will den Laden überfallen, weil ich so eine Maske aufhabe. Hallo. Ach so. Wollen Sie mal ganz kurz. Kink vor, äh, kurz Ten-Ten. Gehört der im roten Hemd dazu? Schüsse unten im Mischemopidi? Äh, im Palitopidi? Intensivs-Motion. Schüsse negativ. Schüsse negativ. Schüsse war negativ. Wir mussten eine gefangene Person tasern, da sie auf den Officer losgegangen ist. Äh, informativ. Ähm, die Person im roten Hemd war meines Wissens nach, äh, eher unbeteiligt an der Situation. So, Entschuldigung, ich muss nochmal den Funk aufstellen. Alles gut. Was kann man für Sie tun? Folgendes, ich war vorhin, ich war vorhin in einer, äh, Schießerei. Ähm, ich wurde am Kopf getroffen, ich hatte aber meinen Helm auf. Ich blute auch nicht, ich hab nur noch, ich hab nur noch ein bisschen Schmerzen. Das heißt, äh, wär die Kugel im Kopf, wär ich jetzt eh nicht mehr hier. Ich hab einfach nur... Das ist richtig. Ja, wär ich am Boden. Also, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, da gab es gerade einen riesen Shooter. Ja, ja, ich hab's gehört. Genau, und ich bin jetzt... Kommen Sie mal mit nach hinten, dann können wir uns das gerne machen. Also, ich hab Gott sei Dank ein relativ, relativ Glück gehabt, weil auf mich wurde als erstes geschossen. Und ich hatte meinen Helm, Gott sei Dank hab ich den vorne aufgezogen, hatte ich dann. Also, ich betitel das nicht als Glück, wenn er auf mich als erstes geschossen ist. Nein, aber ich kann vom Glück sagen, ich kann vom Glück sagen, dass ich trotzdem meinen Helm auf hatte und der es abgefangen hat, aber ich war kurz davor, nicht aufzusetzen. Ja, klar, verständlich. Ähm, haben Sie einmal einen Ausweis für mich? Äh, ja, warten Sie. So, warten Sie, Ausweis brauchen Sie. Bitte schön. Sehr. An welcher Seite war das? Liegst du da rechts? Es war ein bisschen rechts vom Kopf. Hab ich jetzt, hab ich jetzt so ein bisschen so, ich, ich glaub so einen kleinen Bluterguss oder so, wenn ich da drauf drücke, tut es halt weh. Und wie gesagt, ich hab jetzt nur gesehen auf meinem Helm, dass da eben die Patronen halt eingeschlagen hat und da hat es mich halt mit dem Kopf ziemlich nach hinten. Vor Erkrankungen, keine ist noch korrekt? Äh, keine Vorerkrankungen, nein. Allergien, keine ist auch noch korrekt? Nö, keine Allergien. Regelmäßige Medikamente, keine ist auch noch korrekt? Äh, derzeit keine, ja. Implantate und oder Prothesen, keine ist auch noch korrekt? Ich hab, ich hab ne Prothese und zwar, also Prothese, ich hab irgendwas mal an der, an der Niere bekommen, so ne, okay. Ich weiß nicht, müsste irgendwo drinstehen, da wurde ich mal angeschossen. Ja, ich schau einmal. Da wurde ich mit einer Schrotflinte angeschossen, da wurde an der Niere, äh, wurde irgendwie was, äh, gemacht, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. war eine etwas größere OP. An der Niere? Mhm. An der Niere, oder, äh, was, 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 irgendwo wurde da unten, am, am Bauch, äh, ist schon so lange her jetzt, das war, da wurde ich mit einer Schrotflinte angeschossen? Oder war's die Galle? Nee, ich glaub, die Galle war's. Nee, die Galle war's, glaub ich, die Niere, die Galle, Entschuldigung. Oder an der Milz? Also im ganzen Bauchbereich hab ich hier nix. Nee, nee, an der, an der Milz war's, an der Milz war das. Ja, aber da, also dazu hab ich auch nix. Er wundert mich, dass da nichts eingetragen wurde, weil ich wurde da, es kann mich gut erinnern, da wurde ich in den Bauch geschossen und, äh, da haben die dann, ähm, irgendwas haben sie da nähen müssen oder so, oder irgendwas, an der Milz haben sie so ein, so ein, ähm, Ding drangebracht, so wie so ein, ach, ich weiß nicht, wie das heißt, aber da haben sie was gemacht mal. Also das ist keine Prothese, aber da haben sie was dran gemacht. Ich stell' etwas länger her jetzt, also kann sein, dass das nicht eingetragen wurde, ich weiß nicht. Nee, also ich find' persönlich nichts. Ja, aber es ist abgeheilt, ich musste auch nix mehr nehmen, da ist, äh, ist abgeheilt. Ich kippe ihn erstmal hier, hier in den Ausweis. Perfekt, das wurde nicht eingetragen, dass ich da eine Opel hier hatte. Dann war es die linke Kopfseite, richtig? Genau, also, wenn Sie mich jetzt hier anschauen, von links, für mich rechts, für Sie links. Also Ihre rechte Seite? Meine rechte Seite, Ihre linke Seite, ja. Dann schau' ich mir das einmal an, nicht erschreckend, ich bewege dazu einmal ein bisschen ihren Kopf. Aber ein Fiepen oder ein Piepston auf dem Ohr haben Sie nicht? Nee, auch wenn es sehr laut war, das ist jetzt schon Gott sei Dank weg. Nein. Immer wenn man ein bisschen schießt, dann wird es schon laut, dann hat man einmal so ein Fiepen, aber es geht dann schnell wieder weg. Ja. Aber das, also das hatten Sie und ist jetzt wieder weg. Genau, aber es war aufgrund der, der Schusswaffen, das war ziemlich laut dort. Ich würde trotzdem gerne einmal sicherheitshalber ins Ohr schauen. Klar. Gerade auf der Seite, wo auch die Patrone oder die Kugel eingeschlagen ist. Ich sag mal so, die Patrone macht ja kein Geräusch, das macht in der Waffe ja ein Geräusch. Die Patrone selber, wenn sie fliegt, dann fliegt ja nur das Projektil und nicht das, das Projektil hat ja kein, kein Pulver mehr. Ist ja in der Waffe, deshalb ist die Waffe laut und nicht das Projektil an der Stelle. Das ist durchaus leicht beschwollen, also ich würde das jetzt... Das ist so viel vor, die sind am so sorry, Leute. Ich gehe jetzt einmal ein bisschen drauf rum, das könnte jetzt durchaus ein bisschen schmerzhaft werden. Alles klar. Wenn ich das nicht erschrecken, wenn es gar nicht geht, sagen Sie bitte so. Ne, ich halte das schon aus, das mit der Mildzahl ist jetzt das Schlimmste. Okay. Also der Schädelknochen darunter scheint auch nicht beschädigt zu sein. das wird dann ein reines Hämatom sein. Mhm. Ich würde Ihnen dazu einmal Ibuprofen mitgeben, dass die Schmerzen ein bisschen weggehen. Jawohl. Und das zudem wirkt Ibuprofen auch entzündungshemmend. Genau, kenne ich ja. Ist auch gut gegen Schmerzen insgesamt, ne? Genau. Dann würde ich Ihnen dann noch ein bisschen Voltaren drauf schmieren. Das muss ich Ihnen leider in Ihre Haare mitschmieren. Ja, kein Problem. Ich versuche das nur auf den Ort einzugrenzen, aber ein bisschen Voltaren, wenn sie schon in Ihren Haaren haben. Jawohl. Es lässt sich aber aus Erfahrung leicht auswaschen. Siv NBK, moin mein Bester. Bin auch wieder dabei. Hashtag Sven Rumpel. Dankeschön, Siv. Alles klar. Chris Paschk, danke für zwei Euro. Real Life Roadplay German. Danke für den 20. Viel Spaß dir heute. Mach immer fun, dich zu schauen. Dankeschön. MTP und Soccer Content. Moin, bist der beste YouTuber und deinen schönen Livestream noch. Dankeschön, vor drei Stunden. Drei Stunden, du nädelt. Ich lese es jetzt erst. Marvin Radtke, bist der Beste und bleib für uns der Beste. Dankeschön. Bolle, echte Polizeihunde kommen zu spät im Polizeidienst. Dankeschön, Bolle. Lukas, mit 25 Euro mit Fies aktiv. Wie geht es dir heute? Sehr gut. Schaut uns, jetzt lese ich mal vor. Jetzt habe ich den ganzen Stream keine Donuts vorgelesen. You love roleplay German. Let's go. Schnapp das Böse. Viel Spaß. Haben wir Gott sei Dank geschafft. Für mich sieht es jetzt nicht so rosig aus. Das muss mich verdeckt halten. Arthur, hi, wie geht es dir, mein Bester? Wann kommt wieder Hartmann? Und danke, Robert. Kannst du einen guten Freund grüßen? Heißt David. Der heißt David. Dann grüß man David und Hartmann weiß nicht, wann er wieder kommt. Ich gebe Ihnen erstmal die Übungen und die können sich dann schon mal gerne einnehmen. Oh, Dankeschön. Leon, danke für 91. Kuss an dich. Kuss zurück. Mo, hallo, wie geht es auf den chilligen Stream? Dankeschön, Mo. Sehr gut. Manuel, äh, Bogolta, mein Fogel, Sie haben den Fufi vorhin. I've been try, liebe deine Streamsack, 5 Euro. Mika, Tabel, danke für 2 Euro. Lukas, 1 zu 7, danke für deinen Euro. Iceberg, danke für den Euro. Tyron Wenzel, ich bin seit 3 Jahren dabei und ich liebe dich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Stefan, mit Zeusi, danke auch für deine Doni, dann Rosa Panda, hey, auf einen tollen Stream, love you. Liebe, zurück. I'm Coco, danke für 2 Euro, mit zu spät. We love rope the German, King 4, Cloud Fahrräder, als echter Polizist. dürfen Sie sich gerne einmal wieder hinstellen. Perfekt. Gibt es jetzt von mir noch einmal die Rechnung. So, die sollten Sie auf Ihr Handy geschickt kaufen. Jawohl, habe ich bekommen. Perfekt, bist du bezahlt. Top, danke sehr. Und dann wünsche ich weiterhin gut Besserung. Dankeschön. Na, hier raus, durch die Tür. Jawohl, danke. So, dann gehen wir wieder in Dienst. King 4, wieder back 10-8. 4-8, ich glaube, ich komme zu kurz. 7-8, komm mir so durch das bitte, Officer Herr Kommandive, was die der Leute da unter glaube ich, aber dass die rauskommen. Ja, check. So, ganz schnell gucken, dass mein Auto... Ich will meine Ärzte überlegt, bis hier. Runter, runterbringen. Ja, dann kommen wir. So schnell wie möglich. So, ich brauche jetzt beide Offizier, die jetzt hier noch frei sind, hier unten in den Zellen. Ich habe es dreimal gesagt, abarbeiten wegen der Innung der Justiz, außer Peter Siede, der wird verarbeitet wegen Rot-Erstung-Hares. Hätte ich sonst gemacht, aber ich muss mir eine Maske holen. Das ist mir jetzt zu, äh, das ganze Thema, wenn es zu fisch ist, wenn ich jetzt ohne Maske rumlaufe, bin ich, äh... Wobei, ich hole mir die da drüben. Ich hole mir da eine Maske. Ich brauche die mich ganz schnell, dass, äh, mich keiner mehr identifizieren kann. Ich hätte eigentlich heute, in dem Fall, eine Maske tragen sollen. Ich habe, ich habe aber keine scheitere Maske dabei gehabt, ich hätte sie sonst aufgezogen. Ach, so ein Scheiß. Ja, das sieht mau aus. Hätte ich heute noch eine Maske gehabt, dann hätte ich, äh, jetzt nicht das Problem, dass ich jetzt eine Maske tragen müsste, ne? Ihr seid beschissen. Seid richtig hart beschissen jetzt. Ja, ja. Ach, hätte ich das nur gemacht, Alter. Aber ich hatte halt keine richtige Maske dabei, ist das Ding. Der Stream ist Hammer. Dankeschön. Ja, ähm, Linken 9 und, ähm, King 8 kommen auch dazu. Ja, Linken steckt da. In fact 10 8. Dann müssen wir mal ein Fahrzeug umdingsen, dass es ein anderes Kennzeichen hat und dann, äh, muss man halt hoffen, ne? Sind die drei Personen fertig, die da gehen? Hallo, wer hat denn die drei Personen bearbeitet, die jetzt hier gerade Zellen verlassen sollen? Perfekt. Tief 3 negativ. So, Tief 1 mit der Info, wer hat jetzt die drei Personen aus der Zellen im Mission Road, äh, im Lito-BD entlassen? Frau hat mir nur 15, der ist negativ, 16, der Birk hat sich beim Eingang. Linken 9 negativ. Wo ist der Sheriff, der was jetzt da gerade in den Zellen war? Oh, oh, stinky. Ich wollte nicht noch runter. Hört sich gar nicht gut an, ich brauche noch ein Kennzeichen. Linken 52 für Edward 36, bitte kommen. Linken 52 hört. Das hört sich gar nicht gut an, was da gerade läuft, Leute. Habt ihr gehört? Das weiß keiner, wer die rausgelassen hat, oder was? Waren sie vorhin im Palito, What the hell? Negativ. 10-4. Also, ich würde halt tatsächlich, wenn es um Felgen geht, nehme ich mir tatsächlich immer noch eine gute Stunde, anderthalb Zeit. Nö, und die Zeit hatte ich bisher noch nicht, deswegen sind da noch die Serienfelgen drauf. Ich weiß nicht. Ja, gucken. Na gut, dann fahren wir den mal. Macht das. Willst du zum Auto aus? Äh, ja. Nein. Könnten sie Kennzeichen verkaufen? Äh, ja. Könnte ich von ihnen drei Stück haben? Drei Stück? Mhm. Wunderbar, dann kommen sie mal eben mit, dann müsste ich mal eben von drinnen, weil ich habe jetzt gerade keine mehr da. Jawohl. Ja. Linken 43 für Edward 36, bitte kommen. Gleich sehen. Hinterladen, kurz die Router, ist außer Funk gegangen. Dann fordern habt ihr euren Sheriff, den ihr zu retten. Ja. Dann können sie einmal da vorne bitte 1500 einzahlen, dann muss ich auch gestiegen der Zeit. Ja, wir müssen share it, dann gucken Sie mal aus. Hat jemand den Gefangenen, die jetzt plötzlich im Zellenforum unterwegs sind, die Rechte vorgelesen, als du sie hierher transportiert hast? Äh, alle drei in den Zellen? Ja, es sind jetzt gerade noch welche im Zellenvorraum, die behaupten alle, ihnen wären ihre Rechte nicht vorgelesen worden und wollen jetzt sofort gehen. Äh, King 4, ich habe, äh, beiden Tätern, der eine, der geschlagen hat, so auch dem Herrn Toni, äh, alle Rechte vorgelesen. So. Ich sehe, ich kann das bestätigen, ich würde sagen. So. Ähm, einmal für Sie, bitteschön. Dankeschön. Kann ich Ihnen sonst noch helfen? Äh, nö, danke, ist alles. Wunderbar. Alles klar, danke. Bitte. LHBMW 93. Informativ, die Ambulanz. trifft ein. Umarmung, an die Gepitie. Das ist der Sound auf, ich spinde. So. Gut, dann werde ich mal mein Kennzeichen montieren. Äh. Freddy David, guck, guck, guck. Ähm, wo wird der Notarzt gebaut? Versorgung. Irgendwas random draufballern. Äh, vermutlich unten in den Zellen. So. Hauptsache steht irgendwas auf dem Kennzeichen. So, also jetzt sind wir wieder relativ, äh, zivil unterwegs. Ich werde nur ganz schön mein Auto reparieren lassen. Und dann geht es wieder richtig auf Streife. so. So. Wenn ich MPD mal eine kurze Klopause einlegen. Äh, MPD sei schon im, äh, beim Mechaniker. Dann lasse ich den mich komplett herrichten und gleich vielleicht tunen oder so. Mal schauen. Mal gucken, was mit dem passiert. Holy shit. Ach, ein NPC. Guck. NPC hat gerade gegen das Regelwerk verstoßen. Den hat es aufs Dach überschlagen und der fährt einfach weiter. Krass. War ja auch nicht schlecht. Sind wir auch nicht alle Tage, dass ein NPC gegen das Regelwerk verstößt. Unglaublich. Was ist denn doper's? Das ist so gut. Ja, tunen kann ich so, Leute, tunen kann ich so sowieso nicht. Der Wagen muss erstmal repariert werden. Das heißt, ich fahre damit jetzt zum Mechaniker, lasse ihn reparieren und dort gleich tunen, leistungstechnisch. Und dann werde ich den noch optisch machen lassen. Äh, also ja. So. Dann gehst du Granth ein bisschen später. Ich werde hier noch so ein bisschen zocken, Leute. Permaband ist raus, an den NPC. Ah ja, Leute, ich muss euch was erzählen. Du bist doch der eine aus dem letzten Cop-Stream, der mit seinem VW Golf gefahren ist, den ich angehalten habe. Ganz am Anfang vom Stream war das. Das war der letzte Polizeistream, glaube ich. Da war ich ja in einer Highspeed-Unit gesessen und da ist so ein so ein silberner Golf ist entgegengekommen mit überhöhter Geschwindigkeit. Den habe ich angehalten. Und dann hat ja der Chief oder, äh, doch, der Chief hat dann gesagt, äh, du, schau mal, da möchte, da möchte jemand, äh, mit dir nochmal reden über eine Anhaltung. Ihr werdet mir nicht glauben, was passiert ist. Ich werde es euch gleich erzählen, Alter. Ihr werdet euch so ins, ins Fäustchen lachen, was da passiert ist. Ich muss, äh, Mechaniker, 10-6, Mechaniker. King 4, kurz 10-6, Mechaniker. Was, das kann ich eigentlich zumachen? Okay. Keine Ahnung, ich muss jetzt aufs Fluss im Netz haben. Ich muss mit Ludwig sprechen. Guten Tag. Hallo, wie kann ich helfen? Ja, folgendes, mein Auto hat ein bisschen was abbekommen. Ähm, wie lange es dauert, weiß ich tatsächlich nicht. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum das so demoliert ist, das Fahrzeug. Ja. Es war auf einmal so demoliert, ich habe keinen Unfall mitgebaut oder so, vielleicht ein Kollege, der reingefahren ist. Jedenfalls, Freunde, die Front ist kaputt, äh, links die Tür ist kaputt und das Hack halt auch. Okay, ich kümmere mich drum. Ich hätte eine Frage, haben Sie einen Tuner da? Haben wir da, ja. Der steht gerade da drüben. Könnten Sie sonst, ohne Gürtel. Könnten Sie sonst nach der Reparatur ein volles Tuning drauf machen, also leistungstechnisch alles, was geht? Ja, ich hole ihn gerade, Moment. Perfekt, danke. Sascha? Die führen da oben Gespräch, einfach mal hochgehen. Ja, Sascha, äh, guck mal, was Tuning kostet. Äh, ja, mach ich gleich, ähm, wir möchten gerne einen Kollegen, ähm, abwesen, melden. Der meldet sich nicht mehr, weder im Funk noch per Telefon. Dispatch, oder kannst du das gleich aufnehmen? Ähm, ich bin jetzt gerade außer Funk, ist das Ding. Ich bin gerade, äh, äh, bin auch beschäftigt gestellt. Achso, alles klar, dann mach ich den Dispatch. Wirst du ja am besten Dispatch schreiben, weil ich bin jetzt halt gerade außer Funk und bin beschäftigt hier? Alles klar, dann machen wir gleich den Dispatch. Ähm, wäre vielleicht besser, aber dann wissen alle Bescheid. Weißt du wegen dem Ram? Nein, nicht wegen dem Ram. Das ist, äh, Mika ist nicht, Mika ist nicht mehr ansprechbar, weder, er meldet sich nicht im Funk und geht nicht ans Telefon. Äh, okay. Also bitte als vermisst melden per, äh, Dispatch ans LAPD. Ist auch besser so, weil dann haben sie direkt eine Nummer, wo sie anrufen können, wenn was ist. Das ist, glaube ich, bescheuert. sie wissen nicht, was mit dem grünen Dodge Ram auch ist, ne? Ja. Der vorne? Was soll damit sein? Der sollte abgeholt werden, der ist fertig. Da haben wir doch schon den Dispatch geschrieben. Ähm, Ja, wir haben schon den Dispatch geschrieben, aber es meldet sich keiner, deswegen. Wo haben sie den abgeschleppt? Äh, der wird dann jetzt gleich auf den Abstepphof gebracht, ja. Eben, deswegen fragen wir nochmal nach, damit er... Muss ich eigentlich sagen, wenn der Kollege sich hier nicht meldet, dann ist es am besten, wenn man den einfach abschleppen lässt. Genau. Ähm, das ist ja ein Dienstfahrzeug bei dir. Ähm, mit Fahrwerk oder ohne? Äh, bitte mit Fahrwerk. Also wirklich alles. Äh, dann 13.650. Jawohl. Äh, krieg ich komplett? Ja. Komplett. 13.650. Perfekt, dann zeig ich einen. Gut. 13.650. Da soll ich euch die Story noch erzählen. Ah ja, die Story dazu. Ähm, damit ihr auch mal bescheid wisst, was da passiert ist. Also dieser, dieser Golf, dieser, also ich hoffe, der Chat weiß noch, welchen Golf ich meine. Also alle, die da dabei waren, vielleicht schreibt er ja, nein, keine Ahnung. Äh, dieser Golffahrer hat ja, oh nee, das ist ein Panicbutton. Ich hoffe, der ist false. Was ist denn gedrückt? Das weiß ich nicht. Und dieser, dieser Typ hat halt, äh, dann noch nach mir gefragt und hat gesagt, äh, also in einem Dispatch, er möchte mit mir nochmal über diese Anhaltung sprechen. Und ich hab ja dann onstream gesagt, äh, diese Anhaltung, da ist ja, da ist ja nichts komisches vorgefasst, das war eine ganz normale Anhaltung, was will der jetzt so von mir, ne? Und, er hat mir dann nach dem Stream erzählt, was eigentlich passiert ist. Die Polizei hat das nämlich, ähm, weitergeleitet ans Homeland, also Admin-Fall, weil die das etwas fishy fanden. Und dann sind die halt angefahren, Homeland, und haben gefragt, was der wollte. Ihr werdet, ihr werdet es jetzt nicht glauben, er hat einfach so gesagt, er hätte gerne, weil, ähm, Sven Rumpe anscheinend eine, ja, eine Persönlichkeit ist, wollte er eine Autogrammkarte haben. Im RP aber. Das Ding ist halt, der Typ hat halt, der Typ hat halt, der Typ hat halt, OOC mit IC vermischt, ist wahrscheinlich da auch noch gemetert, und hat halt auch zugegeben, dass er halt, mich deshalb dort haben möchte, damit er halt, ne, ähm, von mir da öffentlich irgendwie eine Autogrammkarte bekommt als Charakter. Was keinen Sinn ergibt, weil ich bin ein ganz normaler Cop und ich bin EC, bin ich, habe ich nichts mit ihm was zu tun, was YouTube oder sowas betrifft. Und er hat halt IC gesagt, ja, ist ja ein YouTuber und so. Und alter, ich dachte mir, wie ist der durch die Whitelist gekommen? Und wisst ihr, was dann passiert ist? Andl hat mir das gezeigt, Andl ist dann mit, äh, Homeland gefahren mit, mit Bajella drin, hat den einfach abgeholt und, und der so, was habe ich denn gemacht? Äh, was ist denn passiert? Ich habe nichts damit zu tun und so. Und dann so, ja, ja, wir, wir fahren jetzt wohin und er hat nicht gewusst, wo sie hinfahren. Und dann waren sie halt im, im Airport und erst da hat er dann gecheckt, was passiert. Gab's eine Ausreise wegen Meta. Ihr wisst ja, bei uns Meta ist halt bei uns wirklich auf, ähm, höchst Niveau Ausreise, ne, wenn wer metert und das ist offensichtlich, ist bei uns direkt der Ausreise, da gibt's kein Wenn und Aber, da ist dann aus. Und das war wirklich fehlende RP-Qualität. Und unser Server sagt auch, wer so eine fehlende RP-Qualität hat wie der Typ, dann bist du direkt raus. Aber da hab ich mir halt auch gedacht, Bruder, wie kann man so blitz sein und sowas machen? Er war komplett lost. Und er hat, er hat mir, der hat dann, wirklich, also eigentlich hat er mir leid getan so dann an sich, weil er hat ja nichts Böses vorhin so, aber es geht halt im RP nicht. Es geht halt nicht, ne. Es, es macht dann halt das RP auch kaputt, wenn einer zu mir kommt und sagt, er hat gerne eine Autogrammkarte und die Scheren da als Kopf und denkt mir, sowas will der von mir. Das ist die Sache. Hammer, die Story, weil ich schon erzähle, was da passiert ist. Weil ich fand das schon sehr auffällig, weil der mit so einem Golf direkt an mir vorbeigefahren ist. Am Anfang vom Stream, das passiert schon fast nie. Also das war sehr komisch. Wie lost man sein kann, ja. Aber der ist nicht mehr auf dem Server. Also der ist, der war, glaube ich, zwei Tage am Server und das war dann direkt der Ausreise, ne. Schade drum, dass man so verscheißen kann. Wirklich schade drum. Verstehe ich bis heute nicht, warum er sowas macht. So, ähm, passiert, ne. Hat der Perma bekommen? Ja. Meta ist bei uns Perma-Bahn. Und vor allem, ähm, fehlende RP-Qualität. Das war mehr als so fehlende RP-Qualität. Das ist direkter Ausschluss. Also da gibt's auch kein Wenn und Aber. Da haben wir, äh, kein Abarmen, was das betrifft. So. Autogrammkarte von einem Kopf? Ja, dachte ich mir auch. Hä, was will der? Und das war halt so komisch, weil er immer RP so komisch gefragt hat. Er möchte mich noch mal sehen, so. Er möchte noch mal mit mir reden, so. Das war halt das Komische. Hab ich noch mal, ich hab noch kurz einen Kaffee dabei. Ja, der Arme. Also eigentlich nicht arm, ist halt selber schuld, aber trotzdem, dass man sich so verkacken kann, ist halt auch, verstehe ich nicht so ganz. so, äh, Dankeschön an, ähm, ähm, oh nee, was kommt denn da jetzt noch? Paulus haben wir vorgelesen, ne? Nee, hab ich noch nicht vorgelesen, aber das sind noch sehr viele Dosis, die ich noch nicht vorgelesen hab. Stefan, mit Zeusi, Dankeschön für 1,40, vielen, vielen Dank. Marcel, Reinhardt, echte Polizisten verspäten sich, ist immer so. Paulus, 1 zu 7, kennst mich noch und bist der Beste, hab dich als Hintergrund beim Handy und Laptop. Erik, raus an Paulus und Paulus sagt mir was. Kuss und Gruß geht raus. Mika, äh, Table, Dank für 90 Cent oder Tabel. Leon Berger, dann 5 Euro, Xunstika C, nach 2 Jahren meine erste Spende, vielen Dank. Bros, echte Polizisten, versteht, verspäten sich zum Dienst. Zwei Bomben im Keller, sagt die eine, lass mal hochgehen. So, äh, Bruders, äh, kenn das mit den, äh, Schlafstörungen, hab jetzt aktuell auch, gute Besserung auf jeden Fall. Danke, aber das ist bei mir schon seit Jahren, also das ist, äh, ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, ähm, derzeit, ich glaub, die Schlafstörung ist das eine, ich glaub, ich glaub, das ist einfach gerade, was ich so ein bisschen durchmache, ist No Chug so ein bisschen eine Depri-Phase, warum ich diese Schlafstörung auch habe. Ähm, also ich merk das schon hart. Und, für mich, ich weiß nicht, ich bin ja sehr anfällig auf, vielleicht willst du das nicht, ich bin sehr anfällig auf Depressionen, ich hatte ja als, als Jugendlicher übelst die Kranken-Depressionen. Und ich glaub einfach, dass dieser ganze Corona-Scheiß und so, das hat alles gerade ein bisschen so untergezogen bei mir. Also, ich bin jetzt nicht, wisst ihr, ich bin jetzt nicht so todesunglücklich oder so, das nicht. Ähm, ich bin, ich bin an sich so ein Happy-Mensch, aber ich merke, wie ich mich selber teilweise komplett gerade abisoliert habe. Und das ist ein bisschen schlecht. Und vor allem dieser Schlafrhythmus macht's halt schlimm, weil du wenig rauskommst. Du, du wachst halt am Abend auf und verpennst den ganzen Tag, machst dann die ganze Nacht durch bis, sagen wir mal, 10 Uhr morgens und dann gehst du wieder schlafen. Das ist, das ist so ein Scheiß. Und, und das ist aber, glaube ich, das, das ist, glaube ich, bisschen so, also, wenn man es, wenn man es auch so nachguckt, depressionsbedingt so. Und oft weiß man das gar nicht. Ich habe die letzten Tage so viel nachgedacht und dann denke ich mir so, maybe depressive oder so. Ich bin schon, ich muss schon ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen isoliert. Also wirklich, ich bin, es ist echt nicht gut. Es tut nicht gut derzeit. Aber die Werkstatt scheint gut zu laufen, definitiv, weil, ich glaube, das ist auch wegen Corona so passiert, weil du halt mir, es war halt alles Kacke. Du bist halt nicht mehr rausgegangen und so. Ja, Sascha hat das im Griff, das ist halt Kacke. der hat, der macht es gut. Also nicht, weil ich, bist du zufrieden, der Herr? Ja, natürlich. Gucken wir das hier von oben an. Super. Das freut mich. Das freut mich. Sehr zufrieden. Gut, dann läuft es, würde ich sagen. Jungs. Ja, ja. Die Jungs, das ist jetzt. Wo ist der Bewerber jetzt? Ja, Auszeit. Naja, Auszeit. Ich schau mal runter. Ich muss auch ehrlich sagen, das Ding ist, ich habe es doch ein bisschen so eine, ich meine, das kennt ihr vielleicht auch, diese, 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 YouTuber sagen immer, das ist so eine eigene Krankheit, diese YouTuber-Krankheit, du musst immer Content bringen, das stimmt ja auch. Du musst als YouTuber, wenn du das Fulltime als Shop machst, musst du immer Content bringen. Und wenn du dir dann eine Auszeit nimmst, bringst du halt kein Content mehr. Und, äh, da müsste ich dann mal vorproduzieren, aber ich glaube, ich muss mir echt mal, will ich mal wieder eine Zeit Urlaub nehmen und dann mal für ein, zwei Wochen nichts machen und einfach für ein, zwei Wochen mal vorproduzieren. Wäre vielleicht nicht schlecht. Weil, ich glaube, es wird mir echt mal gut tun, weil dieses, alle zwei Tage Streamen, ich habe jetzt auch wieder zwei Tage nicht gestreamt und, und dann noch den Server machen, ist halt, ich weiß nicht, das ist nicht gut, dass es die ganze Zeit nicht. Da ist ja im KD-Lehrer stehen wegen Balkoncheck, weil wir nicht dann, ja, wo hacken will. Was? Weil, wir wissen ja nicht, was der nebenbei gemacht wird. Ja, genau. Ich fände mal runter, will die hier oben nicht stören. Ja, ist halt so. Aber, wäre vielleicht nicht so schlecht, das mal zu machen, so wirklich. Wissen Sie, das letzte Mal Urlaub, das war jetzt, wie ich in Italien war, das letzte Mal, das ist auch später länger her. Das war letztes Jahr im Sommer. Letztes Jahr Sommer, war das letzte Mal, wo ich wirklich Urlaub hatte. Herr Officer? Ja, bitte. Darf ich Sie kurz, äh, äh, entführen? Also, kurz oben haben wir einen Bewerber. Ja. Ähm, könnte man gleich mit, mit dessen Einverständnis seine Akte prüfen, wenn Sie Zeit hätten? Mit seinem Einverständnis, ja, also. Natürlich, ja. Ist nur gerade schlecht, wir haben da gerade einen Einsatz reinbekommen, aber ich weiß nicht, wie lange es noch dauert mit dem Auto. Welches, welches ist denn Ihr Fahrzeug? Ja, da vorne. Ne, aber es geht sich eh nicht mehr aus, ist schon zu spät jetzt, jetzt ist gerade ein, ja, egal, passt schon. Okay. Ich bin gerade eh, out of, out of service gerade, ich bin gerade in der Pause hier. Mhm, Ach, Sie haben Kollege. Perfekt, ähm. Perfekt, ja, dann passt das eh gerade. Ja, sehr gut. okay. Also, wenn der sehr einverstanden ist, kann ich gerne nachgucken, aber da muss der sehr einverstanden sein. Alles okay, ja. Guten Tag. Sind Sie das? Guten Tag. Bitte? Genau. Also, wir hätten gerne von dem Herrn die Akte geprüft, wenn er einverstanden ist. Für mich ist das okay, ja. Jawohl, dann krieg ich mal bitte den Ausweis, dass ich das mal abchecken kann. Na klar. Oh, warte, lass mich mal aus. Sie sind damit auch einverstanden, dass Ihre Daten hier jetzt geteilt werden, früher neunten, dass Sie das auch wissen? Ja, natürlich. Perfekt hier, Alexander Berger, perfekt. Schauen wir gleich mal nach. Richtig. Das kann ich wieder klar sein, Ludwig, ja? Also, wir haben hier nur eine Führerscheinnsperre vom 27.01., weil er zu schnell gefahren ist und Geschwindigkeitsüberschreitungen hat er dann Eintrag auf vom 27.01. Dreimal überhöhte Geschwindigkeit, zweimal mehr als das Doppelte am 27.01., also sonst keinerlei Einträge. Alles gut. Okay, super. Einfach frei. Perfekt. Dankeschön. Bitteschön. Dann lasse ich sie wieder raus. Ciao, ciao. Danke, ciao. Ciao. Perfekt. Alex, sieht gut aus. Keinerlei Einträge, der hat sich richtig, also seit, ey, der hat jetzt, der seit ein, acht, der Typ hat einfach acht Monate lang keine Scheiße auf dem Server gebaut. Ich glaube es nicht, dass ich sowas sehen kann. Also sowas ist ganz selten. Seit keinerlei Einträge im, im, im DT. Das ist heftig. Ja, leider ist gerade jetzt gerade ein Raub, ne? Muss halt. Ja, ich muss mir vielleicht echt mal ein bisschen, äh, Zeit nehmen. Also man merkt schon. Ich bin auch, ich muss auch sagen, ich bin innerlich immer so ein bisschen stressed out, weil so viel auf den Schultern liegt. Äh, müsst ihr aber auch bedenken, es ist tatsächlich so, je mehr, je mehr Leute du hast, die dich sehen, je mehr Abonnenten du auch teilweise hast, desto mehr liegt er auf seinen Schultern, weil du so denkst, so viele Leute warten, dass du einen Stream machst, ein Video machst und wenn du das nicht mehr machst, ist halt auch wieder doof, ne? Weil du musst ja trotzdem die Leute irgendwie nur halten. Es ist dein Job und das liegt halt auf den Schultern, aber du musst auch halt so wissen, ähm, Job ist Job, ne? Das ist so. Das ist das Ding. Das ist der Sound auf der Spende. Und dieses, dieses Vorproduziert, das hat die eine gesagt, muss ich halt auch mal dazu kommen, dann kann ich mir, die einzige Möglichkeit, wo ich es nämlich sagen kann, da kann ich, da kann ich mir eine Auszeit nehmen, ist halt, wenn ich was vorproduziert habe, ist halt so. Dann muss ich halt, weil ich möchte ja auch nicht dann zwei Wochen einfach weg sein. Das Ding ist, wenn ich zwei Wochen nichts machen würde, würden sich die Leute auch Sorgen machen, so, weißt du? Dann würden Leute kommen und fragen, was ist mit dir los und sowas. Gegen der Person hilft übrigens, mit zu durchlesen oder so. Ne, aber ich bin jetzt, sich hart depressed oder so, aber ich habe, ich habe dieses Scheißgefühl, immer, wenn ich im Bett liege und aufwache, dann bin ich wie ans Bett gefesselt und das hatte ich als Jugendlicher so hart, ne. Ich hatte als Jugendlicher übelste Depressionen, das wisst ihr vielleicht gar nicht, aber ich hatte da echt die übelsten Sachen. So, dein Auto wäre wieder fertig. Alles klar, danke. Was macht's aus? Äh, ähm, war doch nur das Tuning. Hast du das schon bezahlt? Ne, ne, das Tuning habe ich bezahlt, aber die, äh, die Mechanikerrechnung auch nicht, weil dir war ja komplett kaputt, der Wagen. Ja, das haben wir gleich mitgemacht. Ach so, okay, perfekt, danke. Das ist Service. Perfekt, danke. Gut, einmal bitte nicht vergessen einzuparken und dann kannst du dann Spaß haben. Ruhigen lieb noch, bitte. Ciao. Ciao. Aber dieses Gefühl habe ich halt jetzt auch wieder, ne, dieses im Bett hängenbleiben, das ist ganz schlimm. Und dieses nicht aufstehen können teilweise, das ist echt nicht gut. Ich musste echt jetzt mal irgendwas angehen, äh. Gott sei Dank, Andel zieht mich da immer so ein bisschen aus der Scheiße raus, weil er fragt mich mal, wollen wir was machen, wollen wir was machen, wollen wir was machen, ne? Also Andel löft mir da schon krass aus der Scheiße. So, ich geh jetzt mal in den Funk rein, dass ich jetzt wieder Ten-Aid bin. Also ich muss halt, ich muss halt viel mehr raus, also ich merke das. Es ist nicht gut, ich bin so viel zu Hause, das macht, das macht so viel schlecht eigentlich. Ist nicht gut. Ich bin so gut. Ich bin nicht dabei. Frage, mit was responden Sie? Actual 2 1050. Bitte dann auch Funk 1 wieder wechseln. 1040? Ähm, kurze Frage, wurde es im Funk schon durchgegeben, dass wir den gestohlenen Frontenverfolg verfolgt haben? Negativ. Wurde nicht durchgegeben, wo war letzter Sichtkontakt? Äh, letzter Sichtkontakt war von Military Base Richtung Route 68. Dann vorne. Ich park den mal schön ein, wie gesagt hat, oder wenn ich mal zum Tuner fahren und mal herrichten den Wagen. T3 für Link, 3. 3. 3. Entry. Äh, oben beim Burgerladen in Palito. 2. Extra General, wieder Frage, ob eine freie Petrainer zeichnet ist für Ocean Bewachung. 3. 3. 3. 4. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 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 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Das ist der Sound auf die Spende. Sound Opposite. 140. Also ich weiß nie was die da gerade für ein Problem hatten. Ich wollte nur gucken warum die da raus, also reinfahren oder wieder rausfahren. Ich hab denen doch gar nichts getan. Die haben voll Angst vor mir bekommen. Hä? Warum hatten die so Angst gerade? Ich wollte ja weder jetzt irgendwie anhalten oder so. Die haben ja nichts gemacht. Ich wollte nur gucken warum die jetzt... Also die machen sich unnötig verdächtig. Die hätten ja jederzeit reinfahren können. Die hätten ja nichts gemacht bei denen. War schon strange gerade. Das war schon... In irgendeiner Hinsicht war das gerade sehr strange. Was die ja gemacht haben. Sehr hart strange. Ich muss mal was zu essen kaufen. Stimmt. Dann fahre ich nochmal zur Tankstelle hinten hin. Und ich hab noch kein... Ah! Was ist denn da schönes? Eieieiei! Ein unbenutztes Motorrad was hier rum steht. Der darf ja nicht stehen. Der steht ja mitten auf der Dings... Brumm brumm! Geh mal gleich mal ein hier. Brumm brumm! Torsten Herbst. Schauen wir mal. War wieder klar dass so ein Torsten hier sich einparken musste. Herr Herbst. Torsten Herbst. Telefonnummer. Ich rufe den mal an was das hier soll. Also das kann ich hier gar nicht eingeben. Ja super. Ah das einfach abschleppen. Äh. Torrad zum abschleppen. Steht auf dem Gehweg. Schau jetzt wollte ich... Eigentlich wollte ich aufs Klo gehen. Habs aber vergessen. Perfekt. Panic-Button. Panic-Button. Panic! 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 Wir haben einen boll cinematic von der Autobahn eing cui ausgleichevoll claim. Panic! Die Vorwärme-Fänger ist mein Ursprung faitig! Es war allen aber nicht informativ. Allebiorunda parliament basta mit der Steuerung auf dem Seuss Wildlife were근. Und funktionieren wem nicht nur auf!! Circa?! Konkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkbelращ funcionen. Best bestbe Foi für die Einции? Gra Mana Keso случа und tek минут sie 1. Ja klision. Ich hab's nicht den eigenen Weg. Ich hab's nicht den Weg. Die Matriebe von zwei von mehreren Personen in der Turnhalle bei der Schule. Da wurden wir gar nicht in die Reife irgendwie zerschlossen. Also warte mal bitte mit an. Da Schule? Im Schulgebäude! Ich bin noch mal zu den Treffen gekommen. Ey, pass auf, da vorne sind, äh, da vorne sind auch noch Türen. Nicht, dass die da rauskommen. Schaut, dass ihr die Absicht habt, da hier die Türen. An der Schule eine Geiselnahme, das hatten wir auch noch nie. Ja, positiv wäre gut, wenn wir alle auf einen verlegen. Dann würde ich sagen, auf zwei. So, der ist okay, Respond. Positiv. Genau, die Leute, die anfahren, bitte in Funk 2 wechseln und durch dort fahren. King 4, Funk 2. King 4, für Sie zur Information, weitere Geiselnahme an der Sporthalle. Wie sieht's in dem Funk 1 aus, dass wir wieder alle wechseln in den Funk 1? Äh, negativ, wir sollen alle, die jetzt hierher responden, zur Tornhalle. Ich hab nichts zum Essen dabei. Jo, check. Äh, hat ein Kollege was zum Essen dabei? Ne, ja. Ja, sehr lieb von Ihnen. Ich hab leider nichts mehr. Ne, weißt du nicht, zu trinken hab ich noch, ich wollt grad noch zu der Tankstelle anfahren, auf einmal kam der Einsatz rein. Dankeschön. Was ist das? Kommen wir heute nicht zum Essen. Oh, das ist die Baru, ich will auch. Jep. So, wir stellen uns jetzt nicht alle hier auf einen Kreis, wir verteilen uns jetzt mal ein bisschen. Ne, es gibt vier Eingänge jeweils überall an. Ja, es gibt hinten und vorne. Die sind da vorne, drei Täter, vier Täter. Ja, die sind hier vorne reingefahren und da... Ja, die stehen da vorne. Achso, okay. Ach, das hinten, ja. Ach, das hinten, ja. Ach, das hinten, ja. An der Ecke, unsere Ecke oder weiter hinten auf der Strasseite? Ne, da vorne, wo das gelbe Ding ist. An der Ecke, da stehen drei Täter mit Geisel. Sind es nur drei Täter oder sind es mehr? Wir sind leer. Ich hab drei gerade gesehen. Aber wenn es mehr sind nicht, dass die da vorne rausrennen, das ist das Ding. Kann man sich in der Schule umziehen? Ich glaube nicht. Weil die, weil du sagst halt, die müssen ja anders sein. Weil, ähm, drei, also zwei, die flügelten von hier raus, das waren welche mit einer Maske. Fähig nicht. Ähm, und die drei, die jetzt vorne stehen, ähm, die sind dann wahrscheinlich dazugekommen. Oder die warten da drinnen bestimmt. Aber eigentlich ist das mindestens über fünf. Ich hab eine Frage, Verhandlungsführer ist vor Ort. Ist klar. Äh, King Xen, du könntest vielleicht nochmal bitte dann, ähm, drüben Bescheid sagen, dass wir hier auf jeden Fall noch ein paar Einheiten brauchen. Was brauchen Sie konkret? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, Petrols, ähm, Die haben sich in der Turnhalle bei der Schule einfach verbarrikadiert. Ja, ich schicke vier Petrol-Einheiten in den Punkt 2. Perfekt, danke dir, wir haben auch vier Punkt 2. Ja, hier ist noch der eigentlich hier Feindungsführer, King Fu. Keine Ahnung. Ich muss Petrols eintragen. Alle, die jetzt an der Turnhalle sind, einmal 10, Anti-7-9-3. 11 David, 14 David. Kurz warten. X-9 ist autospawning. Sogar mehr. Äh, Frage, wie sieht's aus mit Patientenzone und, äh, 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir jetzt mal 6 Täter. Sollen wir mal 6 Täter schon mal mindestens? 4 und 2 Geiseln, ne? Ne, 6, 6 Täter. Äh, die zwei, die auch noch rein sind, muss man auch noch mit berechnen. Äh, sollen die FV-Einheiten jetzt auch fortbleiben? Ich steh' nach vorne. Ich steh' nach vorne. Ich steh' nach vorne. Ob die FV-Einheiten jetzt auch hier bleiben sollen, bei der Geiselnahme? So positiv. Du bist mit Moppet da, ne? Ja, ich bin mit Moppet da. Du wechselst einmal auf Straßenwagen. Ja, mach was. Dann meldest du noch mit mir. Ja, mit auch fort da, ja, ich steh' nach vorne. Ja, mit auch fort da. Äh, dann stellst du dich bitte einmal an die Kreuzung Nordwesten, äh, Nordosten. Sprich, dahinten wie die Kreuzung. Ja, mach ich. Kommt dazu noch hin. Der Kostektor und Test, damit ich den Kostektor, Kostektor, Kostektor auf Straße. Da haben wir eine Frage schon, was von Täter und Geiseln bekannt ist. Nee. Mal schauen. Das ist auch krank, ne? Wär krass gewesen, wenn die in die Schule reingerannt. Wir haben ja eine Schule, da kannst du reinrennen. Schau dir mal vor, da wäre, das wäre richtig heftig gewesen, weil dort ist alles verwinkelt und es gibt nur einen Ausgang. Es gibt, es gibt halt wirklich nur einen Ausgang in der Schule. Das ist das krasse. Und hier haben sie vier Ausgänge, glaube ich. Du kannst überall raus. Das ist halt der Shit an der Stelle. Soll ich auf der Offroad bleiben? Ja, du kannst erstmal auf der Offroad bleiben. Also, äh, ich mein, jetzt sieht's echt, jetzt sieht's halt echt nach, äh, Amiland aus hier. In der Schule mit so Einsatzfahrzeugen. Krank. Aber wenn du denkst, in, also gut, das ist jetzt ein geileser Name, wenn du denkst, im Amiland, wie oft du so eine Schulschießerei dort hast, das ist schon heftig. Und das vergleicht's mit anderen Ländern. Informativ, da ich nicht wusste, dass die noch Geißen drinnen haben und die Reifen zerschossen sind, habe ich Werkzeugkästen besorgt für den Fall der Fälle. Das ist halt die Waffenpolitik, die dort geführt wird, ne? Die drücken ja einfach jedem 18er in eine Waffe in die Hand. Ja, Schiff, du einmal bitte mit anrücken. Das ist hier eine große Lage. Fünf, ähm, Fluchtwagen und großes Gebäude mit, äh, an der Hanglage. Kurze Frage, wo ist das jetzt? Funk, Ruhe, Funk, Ruhe! Oh, Schulkine geläutert. Fendi? Gut. Fünf, äh, Funk wieder auf. Das ist der Sound auf der Spende. Bitte einmal Mechaniker benachrichten, dass wir hier ein paar Reifenkits brauchen. Nein, stimmt, wir sagen Bescheid. Und, äh, ja, pronto, ansonsten steht ne Geisel, versuchen wir ein Bit zu verklickern. Informativ für die Devil-Einheiten, vier Minuten dreißig haben wir Zeit, wenn wir nicht einhalten, dann, äh, können die die Geisel töten, dann hat die ihr Kau von mir. Äh, 10-1. Die haben gesagt, die haben ungefähr jetzt noch vier Minuten Zeit, um die Reifen zu flicken. Wenn nicht, dann töten die die Geisel, dann hat sie das Kau von mir. Hat keiner ein Kit dabei? Äh, ja, folgendes, ähm, es sind alle vier Eingänge, BG, also zugänglich in die Turnhalle, so alle vier Ecken. Äh, bittet dich besser den Mechaniker schreiben. Okay, wenn das so weit kommen soll, wenn wir von alle vier Seiten reingommen, dann werden die wahrscheinlich hinten dran relativ überfordert sein. Informativ vier Minuten. Ja, aktuell ist ein Eingang unbewacht. Äh, welcher Eingang ist unbewacht? Äh, der, nordwestliche. Äh, King 4 würde sonst, äh, den Eingang sichern. Wo sind die drin? King 4, schnapp dir nochmal ne zweite Person am besten mit dazu. Jawohl. Da kommen der SOG-Einheiten mit dazu. Den V, ich bin unterwegs. Ähm, nimmt seinen Suburban mit. Können wir nicht. Ah, ich hab den Berge dabei, äh... Äh, der hier ist auch gut besicher. Soll ich mich anfangen, oder wollt ihr jetzt? Dann... Macht's ne Aufruf. Na negativ, äh, gib mir das nochmal. Wo bist du? Äh, am RSV. Äh, kann ich bitte mal durch? Babyblauen. Ja, danke. Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab auch noch einen Dings. 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 Drei Minuten. Ich würde euch nochmal drei, vier verkaufen. Glauben wir die erstmal. Chief 2 trifft ein, wo soll ich hin? Oh shit! Hier, welche Reifen müssen noch gefliegt werden? Ja, den Eingang hier. Informativ 2 Minuten 30. Geißeln stehen wieder vor der Tür. Nextūna name oder frage, wer ist äh.. Einzugs live und Taktik? Ich bleib bei dir, ja? Jawohl, Frau Reelbecker. Wo bist du? Also lass mich kurz das hier vorne abchecken. Ich renne mal kurz nach vorne. Ja, bleib du da weil da. Die sind abgesperrt, den Eingang hier? Jawohl. Jawohl, das ist eine Kontrolle, der Eingang. Perfekt, dann haben wir noch den. Da hat nämlich der Bruder schon bewacht hier. Perfekt, alles gut. Gut, ich fange mit einem Fahrzeug an, mit dem weißen Silvick, bitte, wenn der so nicht kaufert. Informativ, jetzt sieben Minuten, zehn Sekunden. X26 haben wir zu mir kommen. Sind jetzt ziemlich umstellt, ne? Krass. Ja, wir werden noch Repair-Kits für die Fahrzeuge, für die Flugfahrzeuge benötigt oder Mechanica. Ja, weiß nicht, der Motor. Ein Repair-Kit. Edward Sixty, mit Frage von den FD, wie viele Geister sind das ungefähr? Wisst ihr das? Ich setze uns beiden gestimmt. Oh ja. Aber immer so dringend aufs Klo pissen, Alter. Edward Sixty, final mit der Frage, dürfen sich die Patrolleinheiten Helme aufsetzen? Helme aufsetzen ist erlaubt. S&V, danke. Also das ist, glaube ich, den ersten Einsatz, den ich auf dem Schulcampus habe. Informativ, sechs Minuten. Hatten wir schon mal einen Einsatz auf dem Schulcampus? Ich glaube nicht. Das erste Mal, ne? Ist auch mal cool, weil ich finde, das Areal ist ganz cool, weil du überall reingehen kannst. Du kannst ja in die Schule kannst du gehen, du kannst in die Sporthalle gehen, du kannst sogar hier hinten so eine kleine Hütte, so eine kleine Sporthütte, wo ich umziehen kann. Sogar da kannst du reingehen. Also das ist schon cool, so zum AP-Spielen. Ah, da wird ein Auto geklaut da oben, perfekt. Bobcat XL. Du musst aufs Klo, er trinkst du noch. Ja, das ist meine Intention dahinter. Dann muss ich gleich noch mehr aufs Klo, Alter. Ey Leute, lasst mal ein Like, da sind über 8.000 Zuschauer. Hau mal drauf hier auf den Like-Button, Leute. Auf die 8.000 Likes, hätte ich gesagt. Rauf geht's, Leute. Rauf geht die Luzi. Haut mal drauf. Haut mal drauf, Leute. Kostet ja nix. Und vergesst nicht, abonnieren, Glock aktivieren, damit macht ihr einen kleinen, schiebe ihn nur glücklich. Nicht vergessen, wichtig und richtig. Like und Abo. Auf die 8.000, wir sind bei 5.700. Die 8.000 knappen wir heute noch. Die werden heute noch schön frisch geknackelt. So ist es. Einer geht ins Mitten, Code Pi, okay. Ob die sich rauf helfen, hier guck. Das ist krass. Weil wenn nur wieder einer rauf gekommen ist. Kannst aber auch rauf springen, ne? Die machen das RP-technisch so. Das ist krass. Die können da einfach auch drüber springen. Dann kommt der auch rauf. Und die machen das RP-technisch. Das würden die sich gegenseitig hochhelfen. Das ist mal cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist auch mal schön schlecht, ja. Ich würde die sich da oben verpissen und wir sind da unten. Wir sind die ersten, die drauf gehen. Was heißt Code Pi? Code Pi ist, wenn du pissen gehen musst. Also Code Pi mit Toppel E dran. Kannst du dir vorstellen. Code Pi Pi? Ach, also heute ist Action, Alter. Heute ist bei der Copparino richtig Action angesagt, Leute. Krass. Er ist echt krass. Aber das ist so ein RP, was ich halt liebe, ne? Wenn du so eine angespannte Situation hast, wie hier gerade, dann noch auf dem Schulgelände, wo sich Leute verbarrikadieren mit Geiseln, das ist halt... Das ist mal was Neues. Das ist immer dasselbe. Informativ nach unserem Timer 3 Minuten 12, nach denen er im Timer 2 Minuten 40. Aha. Alles gut. Andere Zeitzone. In Turnzahl herrscht eine andere Zeitzone. Ich habe es schon immer gewusst. Turnen verging immer so schnell die Zeit. Das weiß ich noch. Und sobald du dann im Deutsch- oder Mathe-Unterricht warst, hast du nur gedacht, Alter, was ist das für eine Scheiße. Wie lange dauert denn der Kack? Dann ist denn endlich schul aus. Boah, Alter. Bruder. Ich dachte, jetzt geht es hier gleich ab. Holy shit. Alter, okay, das... Jetzt hat es mich gerissen. Holy shit. Error 904. Es ist schon wieder soweit. Wer ist es denn heute? Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Was ist denn da los? Wer haut denn auf den Bauch auf hier? Lukas Müller schallert 515 Euro und 46 Cent raus. Alter. Ich würde jetzt gerne abgehen, aber es geht nicht. Lukas. Lukas Müller. 500 Schweizer Franken. Und ihr werdet es nicht glauben, aber Lukas schreibt dazu. Dankerob. Eine Minute. Bert. Aber Bruder, ich muss mich gerade konzentrieren. Bruder, ich küsse den Nacken. Lukas Müller. 500 Schweizer Franken. Das ist das Sound, aber ich spreche. Haut alle mal das Schweizer Herz rein, Leute. Das kann jeder reinhauen hier auf YouTube. Haut mal alle das Schweizer Herz rein. Lukas Müller. Ich küsse deinen Schweizer Nacken-Käse. Informativ notfalls. Ich habe den Täter rechts. 500. Und die Doni. Danke, Robert. Leute, haut alle mal ein Danke, Robert, in den Chat. Alle mal ein Danke, Robert. 500 und ein Schweizer Herz dahinten nach in den Chat. Wo sind die Schweizer Herzen? Wo sind die? Das ist das Herz mit dem, wer noch nicht immer weiß, was ein Schweizer Herz ist. Aber da haben es ein paar gecheckt. Hier ist es. Das Schweizer Herz, Dicker. Danke, Robert. Das ist ja unglaublich. Danke. 500 Schweizer Franken. So, jetzt müsste eigentlich Andl wiederkommen mit mir ins Ohr schreien. Wo ist er denn? Andl? Wo ist denn mein Andlchen? Andl war doch vorhin da. Wo ist er denn? Andl, ich brauche dich. Brauche jemanden, der mir ins Ohr schreit, Robert. Ich habe den Mechaniker. Also, den, der der Mechaniker hat. Alter, ich küsse den Nacken so sehr. Ey, vielen, vielen Dank, Bruder. Vielen Dank. Ich habe den letzten, der an der Türe steht. Bin jetzt reingestimmt? Jetzt habe ich nichts mitbekommen wegen dir. Ich glaube, das hat sich gleich erledigt, ja. Ich glaube, das ist gleich durch. Wir sind jetzt 20 Sekunden über und bis jetzt noch keine Reaktion. Wunderbar. Wenn 20 Sekunden noch Zeit, das ist schlecht. Frage, ich renke an einer Einheit um die Schule. Ja, hier rennt eine Person die ganze Zeit um die Schule. Mit, mit einem Langweilfenner. Bitte wo? Ähm, jetzt hinten Richtung Sporthalle, Richtung bei euch. Dann läuft hier die ganze Zeit. Ich dachte, das ist nur jemand. Und der auch mal. Ich schaue mal schnell. Kingforschaut. Und ich. Ich nehme wieder. Läuft jetzt. Ja, bitte. Bitte von keinem halten. Bitte mal ein Schönenchenchenchenchen. Bleibt jetzt vorne stehen. Läuft jetzt für den ganzen Fahrzeug. Wir bräuchten bitte genau, ich sehe keinen hier. Schönenchenchenchen, der ist hier. Wenn du hier geradeaus fährst, die Straße ist da in der Nähe. Wenn ich hier geradeaus fahre, die Straße runter. Ja, der hat das ganze Rettungsfahrzeug in deinem Brotterverrät abgebogen. Ja, steigt mal ein, bitte. Der ist in so einen komischen Garten reingelaufen. Ich kann aber nicht genau sagen, wo das... Siehst du den? Ich sehe den nicht. Ich muss mal gucken. Der nordöstlichen Teil ist das. Hier rein? Nee, weiter geradeaus. Okay, weiter geradeaus. Da, wo der Streifenwagen steht. Da. Mit Langwaffe. Da oben ist ein Kollege, links. In den Garten links rein? Nee, hinter uns rechts, da ist ein Kollege auf dem Berg. Ja, und da oben links ist er rauf. Ja, ja. Da soll wohl jemand sein. Kollege? Sieben geist und informativ. Hallo? Ja, ja, ja. Wo ist denn der hin? Er ist da vorne rechts reingelaufen. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich bin gerade hier hochgelaufen, um zu gucken, wo er ist reingelaufen. Aber der ist dahinter weitergelaufen. Hinter dem? Meinst du das Tennisplatzfelter? Der ist die ganze Zeit hier rumgelaufen, der ist jetzt hier so rum rum und ist hier rechts reingelaufen durch den, ja gut, das ist Tennis, habe ich gar nicht so richtig gesehen. Und dann hier hinter weiter dann. Ja, ich habe da keinen gesehen. Ich gucke mal, danke. Hm, komisch. Das ist sehr cool. Ich habe keinen gesehen. Ich habe extra geguckt. Da ist keiner gelaufen bei mir. Ich auch nicht. Check dich mal schnell den Tennisplatz ab. Wollen wir aufpassen. Mit Langwaffe rennt er hier anscheinend rum. Vielleicht hier. Ähm. Also ich frage die mal, ob die was gesehen haben, die Kollegen. Hallo? Ihr habt da nicht den rumringen gesehen, oder? Ne, ne, ich bin nicht selber gerade hier langgelaufen, alles gut. Okay, wir checken sonst schnell den Tennisplatz ab. Weil irgendein, also er meinte von hier oben, der ist hier am, am, äh, am Schulgelände rumgelaufen, von der Seite aus. Ist ja hier reingelaufen und dann ist er hier irgendwo in die Richtung rein. Also bei uns ist keiner durchgekommen, bist du? Ja, dann kann er nur beim Tennisplatz sein. Hey, komm mal mit. Wir schauen mal schnell. Nicht, dass der hier irgendwo rumgammelt. Nee, hier ist keiner. Ich glaube, hier kommt einer hoch. Die Rastwerke sind angetroffen. Nee. Ist ja komisch. Mehr als sieben Täter bestätigt. Das ist der Sound auf der Spende. Vielleicht meinte er hier vorne, die Klinge oder so. Ich habe keine Ahnung, was er gesehen hat von hier oben. Das finde ich mir jetzt falsch. Er meinte, er meinte von hier aus, von der Richtung, da ist ja keiner von uns langgelaufen. Das macht es halt ein bisschen komisch. Der ist hier reingelaufen. Hier rein und soll er hier dann rechts rein. Ja, auch. Das macht, macht dem keinen Sinn. Checkst uns mal hier. Inwiefern meinst du das? Nee. Ja, die haben wahrscheinlich eine Außenstehende, sagen sie. Und die sind wahrscheinlich auch mit mehreren Täter da drinnen, so wie die auch sagten. Und sieben Geiseln unter anderem. Ja, aber sie sollten uns mal... Wir haben jetzt die Fahrzeuge repariert, da sollten sie uns auch entgegenkommen und mal ein paar Geiseln entlassen hier. Ja, alles gut, alles gut. Keine Ahnung, wo der hin ist. Aber wenn die sagen, die haben Außenstehende Leute, dann könnte es der auch sein, aber wäre halt komisch. Dann gehen wir wieder zurück. King4 hier, keine Person außerhalb gefunden, wir haben alles abgecheckt. Das ist eine ganz angespannte Situation. Da geht nochmal Danke raus, auch an Sven Müller nochmal hier für... Hat fünf Mitgliedschaften nochmal verschenkt. Vielen Damen. Aber ey, Lukas Müller. Die Müller-Familie einfach nochmal mit Danke rum. Der bleibt jetzt den ganzen Tag hier oben angezeigt. Das ist das Schöne. Kuss geht an dich wirklich raus, Bruder. Lukas, ich küsse deinen Nacken. Am liebsten würde ich jetzt eine fette Einblende machen, aber es ist gerade sehr spannend. Das kann ich jetzt leider nicht machen. Aber spät... Vergess nicht, später mache ich für dich noch eine extra Einblende. Die ist dann nur für dich. Und danke fürs Abo verschenken, wie gesagt. Vielen, vielen Dank hier an Sven Müller. Und die ganzen restlichen Donis werde ich noch alle vorlesen, Leute. Es ist nur gerade schlecht im HP, da jetzt alles vorzulesen. Sonst kriege ich hier nichts mit. Das würde das jetzt sehr beeinträchtigen. Deshalb nochmal Kuss geht raus an alle, die donatet haben. Ich lese dann alles vor. Auto umdrehen. Habe ich zuerst auch gedacht, aber ist eigentlich scheißegal. Wenn ich Rückwärtsgang mache oder nicht. Der Motor ist immer anders. Gehen wir ein bisschen auf... Also ich muss mal gucken, den Motor. Möchte ich den mal ausmachen? Ne, das ist eh vom anderen Auto. So. Lieber hinten an dem Spot hier ist besser. Was die jetzt wollen da drin, das ist die Frage. Die sind ja gerade da im Dienst. PCL... Alter, die sind gerade... Die meisten ist gerade hier, guck mal... X-Ray ist im Dienst. Äh... Das ist krank. Einer... Der Chief ist noch im Dienst. Einer ist Ausbildung. Und sonst sind nur X-Ray Einheiten ausstehend gerade, die da sind. Äh... Das wundert mich gerade ein bisschen. Viele Officer sind gerade insgesamt online. Es sind gerade... 26 Polizisten plus Rookies. Ah, stimmt ihr mir noch? Rookies ja auch noch dazu. 26 Cops, Alter. Holy shit, das ist echt viel. X-Ray 10 Einheiten. Eine Ten-Eight. Das ist... Das ist nicht gut, wenn nur eine Ten-Eight ist. Hm. Und wie lange die da jetzt noch hinhalten worden da drin? Wenn das hier so weitergeht, wird der bald gestürmt, Leute. Wenn die hier so lange brauchen. Auto drehen. Ich wollte nur sagen, für alle, die schreiben Auto drehen oder so. Spexid Gaming im Chat. Please don't do that. Kannst du kurz beraten? Hier. Danke. Da werden die Mods, wenn das wegbannen, für 300 Sekunden. Dann noch mal einen freien Status. Verhandlungen laufen aktuell. Okay. Ich muss nur gucken. Komm, check. 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 Erdotser, die sich expectant nach Kontrollen. Es wird spannend, was da passiert. King-10 und G3 in Punkt 2 haben wir jetzt in die R1. Ich habe das Gefühl, dass wir zu einer Schießerei oder so. Oder das dreckige Gefühl gerade. Ist schon irgendwas losgegangen oder? Nee, negativ. R1, für euch zur Information einmal bitte diese Position und dann oben mal bei den Hills lang fliegen. Ob irgendwo auf den Dächern oder auf den Terrassen oder irgendwer rumsteht. 10-4. Bist du Position 1? Achso, nee, wir sind Position 2. Dann die Position bitte nochmal. Jetzt. Positiv. Ja, informativ. Oben im Norden bei den Villen sind mehrere Leute auf den Terrassen bei mehreren Heuern. Ja, 10-4. Danke für die Info. Hier kann ich was hier anhaben. Der eine scheint hier zu wohnen, hat einen Anzug an. Einen braunen Anzug. Hier schwarz. Die läuft aus und Farbe. Ja, komplett schwarzer Anzug. 10-4. Oben auf der Terrasse lief auch ein schwarzer Anzug mit Kleidung rund. Also schwarze Kleidung, schwarz angezogen. Wir kommen mit Kleidung. Bist du in der Tour? Gebrüßt. Haben alle David anhalten, wir wechseln auf blaue Kleidung. Schnell vor. Schnell vor. Informativ, SOG sind Kammer. Ich hab wieder den mit dem Weißen. Ich hab den mit der P90. Das ist der Sound, aber ich spende. Huuiuiuiuiui. Entnehmen mit Info. Wenn bei einem Haus eine Person mit schwarzem Jackett rumläuft, ist das Ethan Hobbs. Das ist dein Haus. Der Hobbs läuft da rum, okay? Schön zu essen. Ja, er steht vor mir. Wir wollen höher fliegen. Nicht der Ernst jetzt, oder? Na, Flieger. Bei den Leuten können die kleinen Banken wieder ausgerupt werden. Ja, ich glaube, wir müssen den von hier schicken, weil dem P90 ist, glaube ich, keiner mehr frei. Ich frage so, Linken, wenn ich keinem respawn. Ja, King-6 will respawn linken. Dann geht ihr bitte, macht euch einen anderen Punkt raus für die Bank, bitte. Danke. Und, und die, äh, zwei, ähm, Linken-Einheiten, bitte, mit hin. Linken, ich verschied schon. Perfekt, dann muss ich dich drum kümmern. Linken, ich verschied schon. Dann fährt schon eine King-Einheit an. Perfekt. Ich habe Funk für die Bank. Funk 1, am besten. Linken, ich verschied schon. Also, jetzt geht hier richtig die Scheiße ab. Jetzt ist es ein Bankraub, jetzt ist es in der Schule, eine Geiselnahme, also, jetzt fehlt nur noch der große Bankraub. Der wird jetzt noch fehlen und ein Juni noch gleich dazu. Also, ich habe jetzt irgendwie voll Bock bekommen, den M5 besser auszustatten mit geilen Lichtern. Ich glaube, ich möchte mich mal updaten, den Wagen, weil ich finde den ganz geil. Vielleicht vorne neue Frontblitzer, also nicht die, sondern da im, im Dings drin, im, 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 und die vorne ausbaubar machen. Hätte ich voll Bock draus. Muss ich hier mal machen. Ich muss hinten vielleicht andere Blitzer mal gucken. Entschuldigung. Aber erstmal die Collisions bei manchen Autos fixen, das ist das Erste, was ich machen muss. Am besten noch irgendwo anders ein geiles Name. Alter, ich schwöre euch, heute haben wir so much Action, das ist nicht normal. Aber es liegt halt auch daran, weil auch viel los ist am Server. Guck mal, wir waren vorhin über 200 Spiele, jetzt sind noch 150 Leute da, um die Uhrzeit. Das ist schon viel. Ich habe eine Frage, hier, ähm, irgendwo nördlich ist gerade ein Chief angefahren, ist das richtig? In dem Taurus? Ja, das war Chief Du. Äh, positiv, ja. Ja, als Chief Du, ähm, hast du die Personen, die hier oben waren, aufgefordert zu gehen? Das war Efenhops, das war einer von unseren Leuten, in Privat. Ja, hat denn vor ein Haus weiter, waren noch zwei weitere Personen, deswegen frage ich. So weit nicht angetroffen, wurde er nicht gesehen. Äh, R1, guckt mal rechts von euch. Hauptsache, jetzt ist der Motor an vom Auto, ne? Weil es ist wieder so klar, Alter. Ja, jetzt ist 12 Uhr, wenn ihr drauf zu fliegt, habt ihr ein Haus, das Tank, da ist ne... Nur halb voll, das ist scheiße. Guckt dann mal bitte, ob ihr da irgendwelche Personen findet. Macht den mal voll, den Tank. Man weiß ja nie, wann es zu einer Verfolgung oder so kommt. Tief, äh, zwei Personen, weißer oder weiß-gräulicher, P1, ohne Kennzeichen, sind grad weggefahren. X-Wir-6, mal aufpassen, landen da hoch. Ja, TV, wir bleiben zu zweit. P1 hat grad Westpunkt, ähm, passiert, fährt bei der Rettung in den Start. Tief, Tempo-Zone. Fährt langsam weiter. Die Häuser sind sauber. Alter. Als wenn ich mal in den Haus in den Haus entließe, da kann man rein, das ist komplett vergebbar. Bruder, ich werd auch schrocken. Lauten, ritt raus, Sympatialarm. Von Hi, viel Spaß noch weiter, danke schön. Auf alle Fälle. Es gibt noch sehr viel vorzulesen. Ja, aber ich werd's doch nicht überhaupt sagen. Ja, ein Schiff, du kommst mal hoch. Okay, informativ, wichtig für die Verfolgungseinheiten. Ich bin der Verfolgung um Viertel vorgeben. Um Viertel vor kommen sie raus, übergeben die anderen fünf Geisel. Steigen dann in ihre Civics ein und werden dann losfahren. Wollen freiem Begleit keine Nagelbänder haben. Ja, das wird mal lustig. So, Schiff, tun wir kurz mal an alle Einheiten. Wir legen überall Nagelbänder außer an Eingang 1 vor die Türen, sodass die, wenn die mit den Motorrädern rauskommen könnten, dass sie da durchfahren. Lege ich mal den Nagelbänder. Bitte, die Einheiten, die dort an den Eingängen positioniert sind, mal bitte die Nagelbänder hinlegen. Information bei Passage Westbereich, Nagelbahnplatz, Tüste, Schweinbarrikant. Legst du die? Da leuchtet die Person mal in den Hausraum. Machen sie? Erworn gelandet nördlich vom Einsatzort. Informativ, ich habe zwei SOG-Einheiten, die oben die Hills ablaufen. Okay. Weiter in Camo-Outfit. Nordwest. Okay, aktuell zehn Geiselnehmer, laut Geisel. Zehn! Zehn Geiselnehmer. Oh shit. Nicht schlecht, der Specht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist nicht schlecht, ne? Ist schon sch... Schee ist es, ja. Schee. Nicht schlecht, der Specht. Erst. Unglaublich. Das ist ja unglaublich, Robert. Unglaublich. Oh Leute, ich muss so dringend pissen, Alter. Ich schwöre, ich piss mich fast ein. Bei einem FD. Ich wusste nicht, dass das so lange hier dauert. Das ist das, Alter. Ich stuhle mir fast ein und ein, ne. Ist mir fast ein und ein. Was ist das denn? Ach, ich dachte ganz kurz. Holy shit, mit der Hose. Welcher Cop trägt eine weiße Hose? Geil, sagt aus, dass es alles Supermotors sind. Also auch alle geländefähig. Na gut, dann bin ich hier draus mit der Waage. Der Waage bin ich dann draus. Ist halt so, nicht, dass Sie sagen, Sie flüchten mit den Civics und dann kommen Sie auf einmal mit den KTMs rausgeschossen. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Also pass auf, informativ. Die eigentlich sind Eiler-Eingänge jetzt außer die hier vorne. Ja, mit den Spikes wird es voll. Ich konnte es sehen, vorhin machen gerade, ich habe Überschlüsselgeräusche gehört. Sind die Spikes, du bist einsehbar? Ne, nur wenn du die Tür open hast direkt. Sobald du raushörst, siehst du die. Also, ja, die sollten eigentlich weg. Die wollen keine Lage mehr. Alter, nochmal von High. 107. Ich habe keine Lage mehr. Das ist schlecht. Südwestliche Seite ist ready. Linken einhalten da. Geh mal vor. Auflösen an den Straßen. Ja. Und verfolgen. Hier ist eine Frage noch draußen. Frage bis zum anderen rein, ja? Negativ. Anfangen. Negativ, ich glaube, die sind wieder reingerannt. Ist das richtig? Das ist natürlich sehr schlecht jetzt für die. Informativ, der P1 passiert gerade wieder. Der P1 ist in der Westen, das ist in Frank Frank. Vorne wieder reingelaufen. Der P1 kreiste gerade die ganze Zeit rum. Soll ich den sonst anhalten? Weg schicken. Soll es King 4, ich schicke den weg. Informativ, alle David einen, wenn die wieder in dem Gorde drin sind. Verhandlung ist gescheitert. Sind nicht dem Plan gefolgt. Das sind zwei P1. Fahren die jetzt alle wieder zurück, oder was, die Motorräder? Ein Motorrad fahre. Sinn, ist wieder reingegangen. Die sind alle wieder drin, die rausgefahren sind mit dem Platten. Dann habt ihr geloppt, es wird überprüfen. Ja, Einsatzleiter Taktik. Kurz warten. Eine, eine noch in den Süden, bitte. Also jetzt nochmal zwei, die haben noch fünf Geiseln, richtig? Ich versuche nochmal den Kontakt aufmerkriegen. Jetzt sollen wir mit da vorne in den Reingang mitgehen. Ja, das ist wieder überall zu dritt sind. Das Ding ist nur, ich habe jetzt nochmal geguckt wegen dem P1, aber irgendwie ist der nirgends. Nordwesten. Vordereingang mehrere Personen, Vordereingang. Ja, bitte. Geh mal gerade da bitte vor. Wohin? Waffe wird auf uns gerichtet. Perfekt. Was? Ich bin wieder Geräusche von Keyes zu hören. Gut. Wir werden es schon machen. King 4 wegen dem P1. Ich habe leider keinen gesehen. Gibt es irgendwie ein Update, wo der ist? Der ist nur Reststurm, Dön in die Stadt dran. Weitere kann ich auch nicht sagen. 10-4, danke. Der Officer wird immer noch mit Waffe bedroht. Alles gut, ich wollte das nur schnell abklären, weil ich habe vorhin den P1 gesucht. Ja, wir haben es so gemacht, 15 der jetzt komplett rechts, wir jetzt 180 Grad nach vorne machen, ich mache über uns dann. Ja. Was ist wieder noch im Anschlag? Da kannst du dir dann auch suchen. Wir würden hier dann südwestlich. Südwestlich. Also hier direkt vor uns. Ja, und wie wollt ihr rein? Oder steht das noch gar nicht, dass wir reingehen? Äh, ist soweit schon. Wir würden geschlossen reingehen, also nebeneinander. Also laut einem Verhandlungsführer sind hier Verhandlungen gescheitert, weil sie haben es nicht an dem Plan gehalten. Sie sind einfach rausgekommen. Ja, ja, ja. Wenn du da nicht in Deckung bist, dann geht wieder ein Lass lieber nach. Das stimmt. Also Verhandlungen gescheitert. Die haben gesagt, sie wollen vorne raus und dann in Civic holen. Das ist, äh... Vorsicht, der König ist auf sich zu G. Das wird ne Schießerei, Leute. Haltet euch fest. Schnallt euch an auf eurem DX Racer. Jetzt geht's gleich los. Oder schnallt euch im Bett an. Ich hab keinen Bock ins Krankenhaus zu kommen, aber es sieht ganz danach aus. Wir müssen da jetzt rein. Wir müssen die Geisern befreien. Sobald die Verhandlung gescheitert und dem nicht nachgekommen wird, dann müssen wir mal gucken, ne? Hast du den, der mit dem Verhandlungsführer spricht? Jo. Ich hab den, äh... Er sieht erstmal schlecht aus, auf den ersten Blick. Ich hab den mit dem Verhandlungsführer auch noch. Kann man DNA-Sprung nehmen? Von Motorrädern? Alex. Versuchen, Fahrzeugkennzeichen zu klicken. Also Fahrgeschlellnummern. Positiv. Man kann von Motorrädern die DNA-Sprung nehmen. Kennzeichen UES-134. Braucht ihr noch einen DNA-Test? UES-134, Göt-L, in der Korb. An meiner Position zwei Motorräder. Ander Apfelia und eine SMCH. Ähm, hier ist ne King-Unit. Braucht ihr einen DNA-Test für die Motorräder? An meiner Position, ja. Ja, geh mal bitte hin. Ja, King vor, ich geh mal schnell zu Motorrädern. Ich check das schnell ab, ich bin gleich wieder da. BWC 2. BWC 2. Mach das andere Motorrad. Okay. Achso, du machst das, ja. Frage, ist ne Straße oberhalb von der Schule Richtung Naden, Fahrzeug für uns durchgefahren? Soweit negativ, ich stehe nur an der Gabelung. Ja, ich hab'm Fahrzeug gehört. Ich hab nur DNA speziell gestellt, perfekt. Ja, der von Range Rover ist gerade von oben vom Berg runtergekommen. Ja, und ein Kollege war gerade hier. Beziehungsweise war es ein Streifenwagen. Sollten wir zugreifen, wir sind auf die Gute. Der Nick ist von der Bank. Das ist Fliegerwagen. Wir sind in 19 Mission Row wegen den Arschbunden. Okay, wir sind bei der Weitmausbranche. Der Nick positive. Das ist Fuggerwagen mit der Funk. Leitwort 59, Frachtwagen, Funk 1. Also jetzt geht grad hier richtig. Ich hab jetzt aber einen zweiten Panic. Wir brauchen nur das Go von euch. Informativ, es werden jetzt an zwei Ausgängen, werden drei Gerseln und einmal zwei Gerseln rauskommen. Komm bitte einmal vergewüstern, dass es denen gut geht. Also wir werden ready machen. Jetzt wollt's doch fahren, äh fahren, oder? Naja, vielleicht weil sie gemerkt haben, dass sie jetzt in einer Zwickmelle sind. Besser ohne Waffengewalt als mit. Nein, 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 aber bitte zum Eingang. Fäden, oder? Fäden, oder? An den Eingang, an den Eingang, an den Eingang. Wie viele haben die da noch drin? Äh, fünf. Und fünf kommen aber raus? Äh, so wie ich da verstanden hab, sind es fünf insgesamt. Drei an einem Angang und zwei an einem anderen. Ja, da haben sie ja keiner mehr, oder? Beinrechnung ist. Die kaufen mit dem Take-Horstitch-Tabüroß, also den Namen. Die nehmen die in den Rahmen, nehmen die raus, jeweils drei oder zwei. Was wo offen ist? Komplett hin, weil jeder Hauptslaveni sieht, bitte einmal fragen, ob dem wir jetzt gut sind. Wo ist das offen? Naja, wenn die auf einmal von hinten kommen mit dem Bein, ist der da wahr? Ach, du meinst, das Feld hinter uns, ja, ja. Genau, ja. So, wenn ich meine es die Tür. Nö, nö. Warst du vorhin auch dabei, bei dem Schusswechsel, mit den Kategorien? Ja, ja. Das war ganz schlimm. Ich glaub auch, dass die da sind, die da sind. Glaubst du? Warum? Ich hab schon nie was. Ja, das Problem ist, ich war ein Limit-Kliverer. Glaubst du, die wollen da so eine Rache-Aktion machen? Schon, ja. Entweder Hinterhalt oder Schisserei hier jetzt. Warte, haben die, äh, die jetzt da drin sind? Die haben nur Geisen genommen, ne? Ja. Die sind negativ, die sind wohl, äh, einer ist von der, die sind mit der Karte. Die haben da rein von, äh, vom Juwelier. Ach, vom Juwelier, okay, versteh. Hm. Dann ging's hier drinnen weiter. Waren die nicht angezogen? Gute Frage. Du bist ja, also ich hab jetzt nur diese, diese, äh, Affen da gesehen. Ja, Affen-Pferde-Outfit. Also, Super-Helden-Outfit mit Masken. Die haben so einhören, kommst du dir mal an. Ja. Nee, weil ich, ich frag mich dann, wie du auf die Idee kommst, dass die vom Quartell sind. Naja, die Anzahl an Menschen. Würde, würde zeitlich nicht zusammenpassen. Sag ich schon, aber. Ja, zeitlich auf jeden Fall nicht. Die waren beide beim Juwelier, die waren beide im Juwelier, die waren beide im Juwelier. Ja, 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 wissen wir. Nee, weil, weil die haben gesagt, wir werden schon noch sehen, also, die wollen irgendeine Aktion gegen den Staaten. Die haben ja gesagt, wir werden noch sehen, so. Genau. Ja, die haben so oft gedroht. Ja, ja, machen die das immer mit dem Drohnen? Ja, ja. Okay, gut. Ja, gut, wenn das aber eh immer so ist, dann können wir davon nicht ausgehen, wenn der jetzt da drinsteckt, ne? Nee, nicht gut. Aber mir haben sie auch schon persönlich gedroht, deshalb gehe ich heute nur noch mit Maske rum. Ich hatte leider beim Einsatz meine Maske nicht dabei. Leider. Nicht. Alle fünf Geiseln kommen vorne raus. Kurze Frage, die Geiseln können Sie dann nach der Erflichen Umsuchung gehen? Also nein, Telefonnummer bitte aufnehmen. Ja, 10. Ja, 10. Naja, jetzt müssen sie mit Nutz hier wegflüchten. Mhm. Check mal kurz hinten, ob du schon saßt. So, jetzt wird die Situation etwas brenzlig, weil sie kommen nicht mehr mit dem Motorrad weg. Okay, jetzt wird die Situation ganz schön brenzlig. Ey Leute, das ist echt angespannt, hier da zu sitzen. Du weißt halt nicht, was gleich passiert und du musst so dringend aufs Klo. Alter, ich piss mir fast in die Hoss. Alter, ich pinke mir wirklich gleich in die Hoss, wenn das jetzt so weitergeht. Wie lange sind die da schon drin, Alter? Das ist schon übelst lange jetzt. Muss ich auch dran in der Schule verschanzen. Also ey, langsam wird es mal mit echt grenzwertig mit dem Pissen gehen, Alter. Das wird langsam echt grenzwertig. Ich bin gerade erst gekommen, was haben die gemacht? Die haben Juve ausgeraubt und sind mit anscheinend 10 Geiseln hier in dieser Turnhalle jetzt drin, von der Schule. Ich mach mal 60 Sekunden draus. Ich zöger da ein bisschen raus, ja. Ähm, haben wir schon eine kleine Streifenanteilung? Äh, Verfolgungsanteilung. L-65 verfolgt den pinken, den rechts vom orangenen, in 4-6-201. L-65 verfolgt orange in 2-0-2. Bitte drauf achten, dass die Verfolgung besser läuft, als die bei der Nationalbank. Entschuldigung. Kein Problem. Schon die ganze Zeit, ob da ein Licht vorne kaputt ist an dem Waren. Guck mal. Schau dir nicht hier hin. Ne, das rote, innen. Achso. Da blinken nur 2 und... Ja, das ist ein bisschen verschoben, ne. Achso. Das ist das. Ne. Täter kommt nach vorne. Ähm, informativ bitte 2, Officer. Wenn man jetzt die Schule geradeaus rausfährt, aus dem Bänderhammer raus. Bitte links in die Straße und rechts in die Straße. Nagebinder liegen. Unsichtbar. Nicht einsehbar bitte. Ich hab keine mehr. Hm, es steht noch keiner mehr. Das geht's mir aus. Ja, G, ich bin bei der Verfolgung dabei, nur dass du bescheidst. Ja. Wer jetzt sogar einen Nagebinder hat, im DINTAO LAPT 6.0-6.0, holt irgendwas, was ihr braucht. Alles gut, das passt. Kann ich grad verstanden. Für alle Einteilung ist so, von drauf schauen, ob die Service rechts nach links, PBC links. Hat er gesagt 60 Stück? 0102, 0304, 0304. Ich hab's nicht ganz verstanden. Naja, der hat ja ein bisschen genug steht. Nagelbinder hat er 60 Stück, aber das ist auch ein 16, keine Ahnung. Ich dachte mir grad 60 Stück Nagelbinder, was? Okay. Na bumm. Haben wir die Nagelbinder jetzt? Haben wir die Nagelbinder links und rechts in die Straße? Ne, wenn ich nicht mehr schnell. Bitte schnell links. Mit 60 Nagelbindern kannst du den ganzen Highway zulenken. Ja, die ganze Schule umkreisen. Informativ nach rechts, bitte auf dem Fuß wegen bleiben. Und dann bitte, wenn die Geiseln haben, bitte schnell aus dem Weg schaffen, falls sie dann wütend werden und schießen. Bitte auch, das gilt für die Offen, äh, für die Offen, für die Verfolgung. Das kann was werden. Das stimmt. Ich bin vor Verfolgung jetzt schon genug, äh, Offen ist da. Okay, ich werde jetzt den Prozess einleiten. Moment, ich mach mal, Schuhe jetzt für den Nagelbinder. Oh, ich bin da, ich bin da. Ich würde mich einfach mal abziehen. Ich bin da. Wenn ihr das geht, dann geht das Stück weiter. Wo ist der Nagebinder links, wo ist Cessar? Nur auf dem Fußweg gefahren Bei links und rechts, okay Ja, positiv Da liegen die Nagebinder, linkseitig Welche Funksumme hat die Darut ja Erstes Fahrzeug fährt raus Ein Vorliegen, es sind zwei Fahrzeuge, die flüchten Und die anderen nicht? Da werden drei bei mir stehen Ein Fahrzeug fährt vorne los Nicht rechts ab Die anderen bleiben stehen 2.01 fährt in die Held Sind alle Täter draußen aus dem Gebäude? Drei Fahrzeuge stehen da noch Noch einen zweiten Suburban hier bitte am Wendehammer Ich will euch den Delt bringen Danke Kollegen in der Held, vorab, euch folgt ein B1 Sind vor Ein Zivik ist jetzt bei der Goldwäsche vorbei 5.01 fährt in die Heldung Oder G7 Oder cheitig 12.01 fährt in die Heldung Die otra ist dadurch 7.01 fährt in die Heldung 11.01 fährt in die Heldung 11.01 fährt in die Heldung Haben wir noch Detektive 1 einen freigraubt? King Tenny sitzt aber im Heli King 4 wäre noch frei Ich brauche hier 3 Detektives für DNA-Entnahme eines Fahrzeuges vor der Dingung Vor dem Stadion Eingang Problematisch ist King 4, ich habe schon eine DNA-Entnahme genommen und ich kann keine mehr Von uns zu Fahrt dem hellblauen RSX Street Du bist BWC 2.05 Negativ, ich bin 2.02, weil ich eigentlich einen anderen verfolgen sollte, der ist auch stehen geblieben 10-20 bitte mal 10-4 Route 68, jetzt gleich Harmony durch Richtung alte Biker Bar Sind alle draußen? Die wissen wir noch nicht, aber wahrscheinlich 11 Davids für 19 Davids Wie gesagt, ich kann ja jetzt keine DNA-Spuren nehmen, ich habe nur eine Probeform genommen Ja alles gut Das müsste ich die weg tun Jetzt für Satelliten-Schüssel Ich enttelle mal die Nagel-Penser Wo sind die DNA-Spuren? Vor allem beim Auto glaube ich hier, da sind 3 Fahrzeuge Ich fette zum zweiten Mal in die Höhe Das Ding ist nämlich, ich habe schon welche genommen von dem Motorrad, deshalb kann ich hier keine mehr nehmen Okay, nur noch vor dem Motorrad, die anderen beiden haben nichts Jetzt am Bahnübergang Achtet, der kann ich nicht kurz Fahren jetzt Richtung Neue Biker Bar Hat nur das gezündet glaube ich Wie viel seid ihr dran? Äh, 201, Sperrfahrunfall übersteht Oioioioi Oh Graukappe, das ist ein richtig süßer Schieber-Sticker Kuss geht raus Oh ist der süß! Ganz so viel zu neun, ich habe hier rausgeguckt Vielen Dank Graukappe Kuss geht raus Kuss geht raus Linkl0 hey, wo seid ihr? Linkl0 hey, wo seid ihr? Linkl0 nein, wir sind jetzt gerade East Highway, ähm, gerade Erdbeerfeld vorbei Bisschen palito Ja, wir sind gleich hinter euch mit der Air 1 Gleichhöht, der Tunnel Ich muss da rein stürmen Leute ich weiß wir wissen nicht ob da noch Leute drin sind Okay, Schieftour an alle X-Ray und SWOT-Einheiten bitte stürmen jetzt Sir Sie gehen jetzt rein Check Backup halt ich bin wieder eine X-Ray und SWOT-Einheit Dreh da oben Ja negativ wir sind eigentlich genug wir fahren jetzt Richtung Tunnel wieder Ja Halle ist sicher Alter hier sieht es aus Halle ist sauber Kängern halt vielleicht nochmal Spuren sichern Wo genau Spuren sichern In der Tornhalle sind in den 5-Kartenhänden Wie Der R6 da von uns auch Ja Deggert Street glaube ich Der Babyblaue ja Wie viele Leute sind jetzt hinweg? Zwei Sag mal Kollege Ja Ja Wenn wir die Spuren nehmen werden die dann auch irgendwann mal kaputt wenn wir die länger halten? 05 Jo Scheiße Wievre seid ihr da dran? Gut dann werde ich hier mein Glück versuchen Weil ich habe mich vorhin die genommen von einem Fahrzeug und da habe ich eine geholt aber damit die auch nicht mehr funktionieren Dürften zwei Stücke sollen Dürften zwei Stücke sollen Dürften zwei Stücke sollen Ja Tun Fahr Dann Sorge Pit Alarmus Pit Alarmus erteilt Wenn keine Gefahr Alter YouTube ist grad bei mir abgerastet Was ist bei YouTube los? Gut Gut Nebens vorne drin So dann die Einheiten die jetzt nichts zu tun haben an der Turnhalle Soweit wieder zurück Rüsten Und kann an die Verfolgung Dann schrauben mal tief Bankraub bei den Täter gefasst Wird jetzt bei euch noch Hilfe benötigt? Negativ Wir sind gerade aktuell bei zwei Verfolgungen dabei Tim Ich schwöre den Highspeed sitzen falls Verstärkung benötigt wird Sind jetzt gleich Höhe Mautstationen statt einwärts Easterway Mal gucken Ist grad die YouTube Streaming Seite ist bei mir grad offline gegangen Ganz komisch Ich werd nochmal gucken um eine Spur trotzdem noch gültig ist oder nicht Du hast ja auch nicht dass sie abläuft Das ist der Sound auf der Spende Pferd links Richtung Casino Pferd am Casino vorbei Ich fällt in die Auffahrt vom Casino Da steht noch ne Auto Da steht noch ne Auto Einen Siyan glaub ich Jawohl Einer steckt um Einer steckt um Ist doch ne Heißpick? Er muss ne Heißpick verfolgen Der Civic Wir brauchen ne Heißpick unbedingt Das war ne hinter dir Heißpick ist dran Heißpick ist dran Er muss den Civic verfolgen Wer gehts nicht Ja der Civic ist Ja Herr One bleibt noch Civic dran Dann fahren Civic ist jetzt bei der Kirmes Er legt die Schichtschluss auf dem Weg Er legt die Schichtschluss auf dem Weg Er legt die Schichtschluss auf dem Weg Er braucht noch ne Boden halt am Civic Er fährt weiter in nördlicher Richtung Ja dann dreh ich ab dann komm ich zum Civic Dann ist hier erstmal ne Safe ne Der Civic fährt die Straße bei 107 Kurz davor Jetzt über Freilichttheater Freilichttheater passiert weiter in nördlicher Richtung Jetzt auf der Straße zu 107 Wenn jemand in Harmonie ist könnte man den da abfangen Wendet Fährt wieder statt einwärts Ja perfekt Ich schreibe mich bei 107 Fährt weiter statt einwärts Weiter statt einwärts Schwer verunfalt Hat er sich überschlagen oder Ja Sind alle hin? Verfolgungsjagd und so weiter Ich hab jetzt mal einen Mechaniker angerufen Dass er mal kommen soll die Sachen abschleppen Braucht ihr bei dem anderen noch Hilfe? Falls das klappt Also erstmal alles mitnehmen was geht Ich hab noch mal einen Dispatch geschrieben Weil ich nicht wusste ob die Kollegen sich schon kontaktiert haben Wir bräuchten da sehr viele Abschlepper Da sind 3, 4 oder 5 Stück Motorräder Und 3 PKWs zum abschleppen Mögen sie mir das mal eben kurz zeigen? Ja natürlich Also hier vorne 3 PKWs wie sie hier sehen Die 3 Fahrräder Genau und dann vorne Wenn sie gehen Da ist noch Motorrad Ach brenn da schon hin Das ist etwas lang Wiegt wieder am Rockford Plaza ab Südliche Richtung Hier vorne Fährt westlich vom Rockford Plaza Okay das Ding ist weg an Schau Da stand vorher einer Warten sie mal kommen sie mal mit Schreibt gar nicht So hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Und draußen stehen auch noch 2 Stück Mal gucken Weiter in westlicher Richtung südlich der Nationalbank die Straße Die 2 hier genau Also das wären 8 Motorräder und 3 Fahrzeuge PKWs Ja gut alles klar Bisschen aufwendig ich weiß Vielleicht holen sie ein paar Kollegen dazu Ja wir sind gerade ausgelastet Okay ja das ist schlecht Also sonst dass sie das einen Tag Vielleicht rüberbringen direkt zum Abschlepphof ne Ja genau Da können sie auch gut Geld machen mit den Autos und Fahrzeugen Perfekt jawoll Gut Alles klar danke tschau Bieg wieder links ab Westliche Richtung Straße südlich der Nationalbank Bieg wieder rechts ab Südliche Richtung Richtung Mechaniker Fällt jetzt gleich Mechaniker vorbei Johnson Mechaniker hi Guten Tag ich habe den Kollegen schon Bescheid gegeben Da sind sehr viele Fahrzeuge zum Abschleppen Insgesamt 8 Stück Ja wir brauchen deutlich länger Weil wir sind gerade voll ausgelastet Ja hat der Kollege auch schon gesagt Ist kein Problem Alles klar Alles klar Danke Danke Tschau Jetzt beim Jubilieren Weiter Richtung Makler Höhe Golfplatz Fährt am Golfplatz Nördliche Richtung 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 Außen Wird Backup benötigt? Wendet Ne wir sind genug Dann fahr So Wieder westliche Richtung Bei den Maklern vorbei So dann haben wir das gemacht Und ist hier ready Fährt Wendet bei den Maklern Fährt jetzt wieder Richtung Jubiliert zurück Ich mach die immer weg Das hier Jetzt kann ich endlich mal pissen gehen Alter Es kam zu keiner Schießerei Das will ich nicht Haltes Auto aus 19 David mit Frage Was ist mit der zweiten Verfolgung? Hat sich überschlagen Wird jetzt gerade vom FD behandelt Sprich vom Stuhl Oh Wieder Richtung zur Framecourt Ist jetzt Höhe Rockford Plaza Fährt rechts Richtung Hauptplatz Aktuell auf der Überführung Arcadius Tower Östliche Richtung Äh ne doch weiter südliche Richtung Rotes Parkhaus durch Östliche Richtung Richtung Hauptplatz Südliche Richtung Richtung Arbeitsamt Arbeitsamt passiert Fragetank von den Fahrzeugen hinten Biegt links ab Am Abschlepphof vorbei Jetzt Gebrauchtwagenhändler Am Gebrauchtwagenhändler Recht Südliche Richtung Ich mach den ganzen Dreck hier weg Biegt ab in östliche Richtung Richtung Autowaschanlage Jetzt Vanilla Unicorn Biegt links Abbring zum Hauptplatz Haben sie weggemacht? Wisst ihr ja ich bin in Mafia Ich mach sonst die Auffahrung Arbeiten nie Und deshalb mach ich ihn heute Das kauft dort zwei Motorräder Wechselt vermutlich auf Motorrad Ich mach dafür zuständig heute Aufräumen erwarten Das ist nie was man mir gefällt Wird eingebockt Ist der Auspass bei der Tagstelle Aufpassen Boxt sich frei Boxt sich frei Kollege Fährt weiter Richtung Altes Krankenhaus Er war noch drei Minuten Am Alten Krankenhaus Dahinter südliche Richtung Am Alten Krankenhaus Jetzt werden wir Wir haben Bennys ein Motorrad Richtung Maze Bank Tower Richtung Maze Bank Tower Vorne hat er hingelegt Ich hab aber da Hingelegt Ich glaub wir sind jetzt relativ safe Dass die weg sind Die Nagelbänder Perfekt Hör auf was mal Dann hoffen wir das mal Dass wir jetzt mal safe sind Wieder in nördlicher Richtung Gleich Höhe Arbeitsamt Arbeitsamt Passiert Weiter in nördlicher Richtung So Da sollten jetzt keine mehr liegen Ne Ich werd nochmal drum rum geschauen Ob ich noch welche finde Aber ich glaub nicht Wiegt links ab Richtung Rockport Plaza Ehm Eben gerade noch von der Geisel-Informativ Der Name Olli ist gefallen Und Annegret Als Kosenamen Hink Rockport Plaza durch Informativ für dich Müller Da soll die Gäse bitte dazu Und ist dann noch mal geschrieben Es sind schon mehrere Ideen Auf Olli Plaza Ich fahr kurz dann Der Name Olli ist gefallen Der ist 1.7 eigentlich Schreibt das auf Was ich hier alles gesammelt hab Ist wieder am Golfplatz Fährt weiter in nördlicher Richtung Fährt in den Golfplatz rein Fährt in den Golfplatz rein Der Kollege Hier oben kein Flugzeug noch Da steht ein Fahrzeug Wir können das glaube ich vorne schon auf Das hier abbauen Das hier man durchfahren kann Ja Das ist so gut wie weg jetzt Fährt wieder raus Fährt wieder raus R1 dreht ab Kein Sprit mehr Schnappt euch Jungen Das ist hier weg Wie viel Sprit haben die Einheiten hinter mir noch? Halb voll knapp Super Seid ihr gerade? Ich hab gerade vollgetankt Wir fahren gerade Wir sind jetzt am Friedhof beim Ocean Sie wurden Sie liegen wieder links ab Richtung Golfplatz An welcher Stelle Genauso der Kollege Silvika, dann habe ich heute kein Sprit mehr Mich rechts ab Wo ungefähr? Ja Ist jetzt meine Zeitung klar Ist jetzt meine Zeitung klar Ja Waren Alles klar Warten sie auf eine Abholung Auf einen Taxi Alles klar Haben sie aber schon gerufen Ja? Ich hab kein Handy Die Kollege da vorne bei Die Achso Der andere hat Gerufen Perfekt Okay, gut Dann weiß ich Bescheid Danke 2-7er Ihr seid in die falschen 2-4-1 2-4-1 2-4-1 Vielleicht ein H-Suite Unit dazu kommt Haltet den Behälter auf irgendwie Zumachen Die Beine zu Wörmens hier vorne bleiben Schauen wir es mal an Linker Suburm Link Suburm Link Suburm Link Suburm Link Suburm Ich hab 3 Kilometer mit der H-Suite 2-4-1 Schauts Feuer Schauts Feuer Schauts Feuer Ja jetzt müssen wir eingreifen Leute Jetzt ist doch Schusswechsel Schauts Feuer Schauts Feuer Schauts Feuer Start das Spanx Button Sind vor Rundumsicherung aufbauen Rundumsicherung aufbauen Ein Kollege hier Down Gute Arbeit 3 Täter Sind die jetzt alle down oder was? Alle 3 Täter in dem Spanx Einzelbörm bitte vorne zum Eingang Einmal bitte Einzelbörm vorne zum Eingang Ach du Scheiße Heute ist was los Das ist ja unglaublich Hier gehts grad richtig ab Welcher Kollege hat mein Auto geklaut? Ich Ich komm zurück Aktiv ein Kollege Ja alles gut Hier steht noch ein Zivikding Was ist mit den beiden geein? Verfolgen oder nicht? Die stehen hier immer noch Aktuell nicht verfolgen haben Sind nur der Verfolgung hinterher gefahren Wo ist denn der dritte Täter? Ja, die P1 zum Kreisen kannst du den Golfplatz also bedacht haben. Da kommt noch ein Orangener Civic zum Eingang. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, bitte. Chiefs Free hier, wenn bei euch soweit Code 4 ist, würde ich zu den Stadtwerken fahren, bezüglich Wohnen. Wir brauchen bitte hier noch eine Einheit, die nochmal das CBR mitmacht. Bei mir liegt ja hier vorne. FD ist ein Treffen. Wo sind die? Ganz kurze Frage, habt ihr mehr als die vier oder habt ihr noch mehr? Wir haben nur die vier. Habt ihr alles schon zusammengekloppt? Ja, wir haben alle, ja genau, wir haben die alle schon hier. Alles klar. Hier bestätigt die bewusste Personen am Golfplatz. Hohohoho. Alter. Ey, ich habe heute keinen Rubel losgezogen, aber mich erwischt es heute gar nicht. Allein der Helm, wie der Helm mir schon vorhin gesaved hat, alter Bruder. Und ich muss so trinken Pipi. Das ist unglaublich. Wie Glückspipi ist das? Der Glücksurin. Und auch hier. Negativ. Flusswechsel. Drei Täter, ein Professor. Oh ne. War schon richtig flusswechsel. Die meldet sich im Vogue an. Ja, ist jetzt drauf. Was ist das Zweck für den Padding-Fappen? Fing bei uns die Blutung vor allem auch nicht gestillt. Vielleicht können wir da zuerst mal hin. Vielleicht können wir da zuerst mal hin. Das Code 4. Ja. Code positiv. Ja, 10-4. Danke. Merkwürdiger Raptor. Warte Sondersignale an. Höhe? Perfekt. Große, stark. Ja, der ist da hinten aufgeploppt. Ja, der ist da hinten aufgeploppt. Ja. Haben Sie das schon abgeschnitten? Ja, ja. X-rayt wechselt wieder den Funk. Mir gehen dann langsam die Kompressen aus. Kollege übernimm du bitte mal kurz. Ja, dann muss es. Ja. 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 Das ist ein schönes bisschen. Ja. Ja. Ich bin jetzt dort und muss das mal verroren. Ich bin jetzt hier zu Wort und muss das mal verroren. Jetzt nur nichts trinken. In diesem Moment. Holy Shit, Alter. Da geht jetzt aber richtig die Post ab. Da ging es jetzt richtig ab, Bruder. Ähm. Da wird das Streamtitel ja gerechtfertigt. Aber sowas von das Böse schläft nie. Also das ist heute mit der Faust aufs Auge getroffen. Aber richtig hart. Das Böse schläft nie. Und das ist... Also das heute ist echt krank. Boah, ich muss so dringend pissen. Aber ich kann grad nicht. Das ist... Ich hab's irgendwelche Informationen... Ähm... Könnt ihr mal kurz einen Kollegen übernehmen? CPR? Waren das groß... Kann ich überhaupt eingehen oder was waren das? Ja, das war groß... Ähm... P90, glaub ich. Ich muss... Ich muss ganz drehen, Code P. Bin gleich wieder da. Ja, alles gut. Danke, danke. Ich muss schon die ganze Zeit. Ich konnte nie. An Informationen... Das ist sehr nett von ihm, dass er mir das... Äh... Dass er mich das zulässt. Ich geh hier mal Code P. Äh... King4 kurz Code P. Bin gleich wieder da, Leute. Ich setz mich hier schon rein. Ach, ich bin gleich wieder da. Ich... Künchen, Alter. Ich muss so dringend... Ja, ich muss so dringend damned electromagnetic animation Che可是 passe ich mal so ein bisschen, Ich gehe mit der Frage der anderen Platte, ist der Wicke weg oder, oder haben wir den gestellten bekommen? Ich glaube der hat einen Schweren VKU gehabt. Ok. Sind wir oben? Negativ. Ich gehe ein 9, dann 20. Äh, Golfplatz. 15 Davids mal ganz schnell copy. 7 Davids, 13 Davids. Gut. Wir müssen alle Davids anhalten bei Golfplatz. 4 Einheiten müssen hier oben sein. 2 Setser vorne auf der Baderstraße. 10-1. Wir haben 2 Setser beim 2er Besetzung vorne bei der Straße. Ja dann ist positiv, dann haben wir alle hier. 3 Setser. 15 Davids. 3 2 4 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 6 10 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Wir hatten den Civic, der sich überschlagen hat, Zeta und 1020. Es könnte möglich sein, dass sie schon wieder in Funk 1 sind. Ja, ich würde sagen, würde ich es auch schon mal essen. 200 Jahre später ist er ins Klo gefallen. Nein, bin ich nicht. Schandal ist gerade heimgekommen und ich habe mir noch was zu trinken geholt. So. Klingt vorher wieder back to Nate. Sie müssen das denken, der ist ziemlich neu auf der Insel. Bitte was? Sie müssen das etwas laut denken. Ich glaube, der Herr da drüben, der da noch liegt, ist neu auf der Insel. Ach so. Okay, verstehe. Wurden Sie schon versucht? Ja, gerade eben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich lass das lieber den Kollegen machen, der kann das dann in die Akte schreiben. Entschuldigung. Aber das ist krass, dass wir... Ja. Welcher Kollege hat den Herrn da hinten untersucht? Der auf der Liege, der gerade liegt. Ja, ja. Auf der Liege hier. Ja, den habe ich natürlich. Papa, Mann. Äh. Die anderen beiden müssen noch. Ja, mach malst du das dann, damit du alles notieren kannst. Also Bodycam ist neu. Ich würde sagen, bitte. Eigentlich am besten einer durchsuchen, damit einer das alles irgendwo reinstellen kann. Damit es nichts wieder durcheinander gibt am besten. So ist es. Deshalb bitte alle durchsuchen. Danke. Ja, aber hattest du eigentlich die... Was? Neun Täter waren es. Neun Täter. Ja, okay. Dann haben wir doch eigentlich alle. Soweit Gordon jetzt richtig durchgerechnet hat. Ähm. Hattest du nicht irgendwie den A-Spuren abgenommen habt? Oder hattest du da etwas rausgekriegt? Ja, aber ich glaube, die sind nicht mehr gültig. Weil wir da so lange gestanden sind, wenn wir den A-Spuren direkt frisch nehmen müssen. Aber wir waren ja alle umgestellt und die wären ja kaputt. Ich habe zwar noch einen. Ich könnte mal hinfahren. Aber ich glaube, die wird nicht mehr auswertbar sein. Das war jetzt hier... Ich denke auch, dass sie mittlerweile für den A-Spuren ist. Ja. Ne, das war jetzt hier alles. Aber wir haben eh die meisten bekommen. Denke ich mir gerade. Ja. Ähm. Wie viele haben wir jetzt? Neun Stück? Bestätig neun. Soweit ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Bestätig neun, die wir festgenommen haben? Ja. Okay, ja. Das ist dann nicht schlecht. Habt ihr schon einen Abstopper gerufen von euch? Hm. Gut, mach ich gleich. Die sind ein bisschen überfordert, dem nicht drüben auch noch zu tun. Die haben gesagt, die brauchen ein bisschen länger heute. Ja. Ja. Ansonsten wir haben ja eine schöne Wiese. Also heute ist wirklich so viel los, lange nicht mehr. Das stimmt. Ich habe auf die Bodycam vorhin nochmal geguckt. Ähm. Wo das mit dem Kartell war, wo die geschossen haben. Der Typ, der geschossen hat, hat das auf mich abgesehen gehabt. Okay. Oh. Der hat durch alle Leute, die geschossen haben, nur auf mich gezielt und auf mich geschossen. Obwohl ich gar nichts gemacht habe. Weil die zwei, es waren ja zwei Leute, die getasert haben. Die ja geboxt wurden. Und anstatt, dass er die angeht, hat er einfach richtig in meine Richtung geschossen. Also auch noch ohne Grund einfach. Ja. Komplett. Der hat voll auf mich abgesehen gehabt. Der hat in meine Richtung geguckt. Alles, was vor ihm stand, war scheißegal. Hauptsache er trifft in meinen Kopf. Der wollte nur mich umnieten. Hab ich das Gefühl jetzt gehabt. Also ich habe mir das nochmal angeguckt. Weil ich habe mir gedacht, es kann ja nicht sein, dass ich angeschossen werde. Wenn nur einer da die Waffe gezogen hat. Weil wir ja relativ schnell dann waren. Und mir ja vorgeworfen wurde, wir haben zuerst geschossen. Und da habe ich nochmal nachgeguckt, der hat zuerst geschossen. Oder er mag keine Nikes, das kann auch sein. Ich weiß nicht. Hätte ich meinen Helm nicht aufgehabt, ich wäre weg gewesen. Ich wäre einfach weg. Schönen Feierabend, gute Arbeit heute. Achso süß, wir können auch mal wieder oben. Ja stimmt. Komisch. Okay. Gut. Dann werde ich mir auch die Socken machen. Dann werde ich meinen Funk auch wechseln. Ja. Jawohl. Ciao, ciao. So. Tschö. Alle die jetzt hier noch im Funk sind, wir wechseln auf Funk 1 wieder. Und auch die Position Funk 1. Dann fahr. Sollten wir eigentlich ausschalten. Kling vor, wieder Funk 1. Linkenheim, Back108, Funk 1. Da muss ich schon ehrlich sagen, das war jetzt heftig mächtig. Nein, 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 eine Einheit auf dem Weg jetzt. Kriegst du auch so? Ja nein. Ich habe eine Einheit zum Oceans werden. Für eine Abholung? Nein, zwecks mit Beobachtung eines Gefangenen. Ich bin hier komplett alleine. Ja, King4, ich könnte sonst anfangen. Ja, Ten4, ich danke dir. Der muss doch nachher noch eine Akte kriegen und sowas. Fürs Startgefängnis. Das ist schon schnell. Das erste Mal, dass ich ins Krankenhaus fahre, ohne da AP zu machen. Hätte ich gleich mitgenommen. Der braucht ein bisschen Unterstützung, kann ich voll verstehen. Ich habe auch keinen Bock drauf. So, erstmal die Waffe einracken. So. Ja. Danke, Robert. Danke, Robert. Das ist ja unglaublich. Danke. Okay. Äh, King4 hier, welches Zimmer wäre das im Hospital? 10-1. Welches Zimmer wäre es im Hospital bezüglich dem Täter? Warp 200. 2-1. Alles klar, danke. 10-4. Wie, sind da jetzt schon Einheiten da oder wie viele? Wir sind ja zu zweit dann, wenn er da ist. Das reicht. Bei neun Tätern? Nein, nein, hier ist ein Täter. Für die andere müssen natürlich extra kommen. Ich wollte es kurz sagen. Informativ, einer von euch am Goldenplatz hat einen Code Zero. Da drin ist er? Ja, das ist richtig, da drin ist er. Oh, perfekt. Wart mal hier. Ja. Genau. Echte Polizisten stehen cool vor der Tür. Ja. Das ist Polizeiarbeit, die wir sehen wollen. Ja, Mann. Ja. X-Ray 18 für 21. Fertig. Äh, ja. Für den Fließabbeinkraub muss keine Akte angemeldet werden. Ist ein mittelschwerer Raub. Schwerer Raub? Okay. Mittelschwerer. Mittelschwerer gibt es eine Akte. Ja. Das war das Staatsgefängnis halt, genau. Äh, aber das gehört ja nicht übers Gericht. Nein, nein, nicht übers Gericht. Nein, nein. Ja. Ja. Brauchen wir noch. Also, sollen wir jetzt eine Gerichtsakte anlegen oder nicht? Nein, keine Gerichtsakte. Ist ja nur mittelschwerer Raub. Info. Nein. Meinst du vielleicht MDT als Akte einlegen? MdT? Ja. Meinst du jetzt MDT was anlegen? Meinst du das? Als Akte? Genau. Ja. Okay, weil das ist ein Mittelschwerer. Der kommt nicht ins Gericht. Weil die da jetzt... Nein, nein, nein. Das weiß ich. Das habe ich heute gelesen. Das ist um das Gericht ein bisschen zu entlasten. Danke schön. Entschuldigung. Wir sind etwas weit voneinander entfernt. Hörten wir sonst nicht. Ne, also wie gesagt, ähm, bisschen schwer auch. Ich weiß ja nicht, ob das mal so war. So lange bin ich auf jeden Fall nicht im Team. Ne, also früher war es so, da wurde auch das vor Gericht genommen. Ja. Das stimmt schon, ja. Ist mittlerweile nicht mehr so, damit das entlastet wird, das Court. Ja, sonst ist ja wegen der Kleinigkeiten ein Gerichtsakte. Genau, ja. Da sind ja schon ein paar Seiten offen, habe ich gehört. Weißt du eigentlich, wo ich die Gerichtstermine nachlese? Die Gerichtstermine? Ja. Boah, das wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, ähm, ich müsste mal fragen. Es gibt, glaube ich, auch ein Login für uns. Da müssen wir mal gucken. Weil die Kollegen haben gesagt, wir sollen auf die Gerichtstermine achten. Aber ich habe keinen Plan, wo. Müsste ich auch nochmal fragen. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Achso. Ne, das war kein Problem. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es da liegt. Weil ich, äh, ein bisschen höher gestellt bin. Ich habe irgendwie, äh, auch ein Login. Ich könnte eben in die, äh, ich sag mal ins Court mich einloggen. Ah, okay. Ich weiß noch nicht, ob das, ob das jetzt für alle so ist. Weil da steht, glaube ich, sowieso alles drin. Wo, wann das ist. Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht schreiben die das Kollegen ja noch ein. Weil es ist selber nicht. Äh. 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 Heute ist extrem stressig. Wir hatten gestern schon bis 5 Uhr. Und jetzt, boah. Es ist heute stressig, ja. Äh. 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 Wir hatten eine Pause zwischendurch. Und heute auch nur eine. Ohohoho. Auch, wie lange hast du im Dienst jetzt? Seit 15 Uhr. Ui. Also das ist, äh, gewaltig lang. Ja, gestern seit 12 Uhr bis 5 Uhr morgens, also. Oder ich bin jetzt, bin jetzt auch schon wieder seit 5 Stunden circa im Dienst. Mhm. Ich versuche mein Team zu unterstützen, soweit ich kann. Da investiere ich halt meine Zeit rein. Ist eh gut so. Macht man mal Überstunden. Ja. Vielleicht. Irgendwann wird es belohnt. Irgendwann steckt man dadurch auch auf. Ja, das stimmt. Ich meine, je länger du da bist, desto besser ist es. Ist so. Ja, ich weiß. Ja, ich bin jetzt zwar erst seit, äh. 5 Tagen bin ich jetzt aufgestiegen, aber. Ja. Sie können dann reinkaufen? Ja. Wir stellen noch eine Rechnung aus und dann werde er hinten lassen dann. Perfekt. Alles klar. Immer mit rein. Äh, wie geht das überhaupt? Rechnung. Ach, der ist auch neu. Ja, dann direkt am SG überstellt er noch. Hast du noch? Ja. Kann er direkt am SG überstellt werden, oder musst du noch irgendwas eintragen? Wer muss wo was eintragen? Naja, kann er direkt dem SG überstellt werden, sag ich. Oder? Du meinst, dass wir ihn direkt dorthin bringen? Ja, oder. Du musst ja nochmal zumischen. Ich weiß nicht, äh, wer der Täter ist, ich seh ihn auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo er grad beteiligt war. Ich bin jetzt nur angefangen zu helfen, also ich weiß nicht wer ist. Ach so, äh. Ja, das geht jetzt um dieses Jahr. Peter hat sich einfach überschlagen und bestellt. Ist er noch da? Im Fall, dass er mittelschweren Raub geworfen bekommt, ne? Ja, genau. Ja, dann können wir direkt ihn rüberbringen zum SG. Mittelschwerer Raub und schwerer, äh, illegale Waffen besitzen. Ja. Wir können eigentlich hier drüber führen. Das ist nicht das Problem, weil, äh, das ist ja unter unserer Hand. Das wird ja nicht vom Gericht abgedingst. Ja, richtig. Hallo, der Herr. Genau, also wir können hier richtig drüber fahren. Okay, tausend. Der wieder. Wir reden mit einem Bett. Gibt es auch Kaffee für alle Polizisten? Natürlich, hier. Kaffee. Könnte mich jemand mitnehmen? Das heißt 40 bis 55 Monate. So wie es geschrieben steht. Ich, äh, muss immer selber nachlesen. Ja, steht drinnen. Äh, steht hier. Bis 50 Monate. Äh, nein. Strafe von 2000. Ich muss schlafen. Danach. Hast du schon eingetragen alles, was auf hinzukommt? Ja, wo kann ich denn hier in der Ocean schlafen? Wo? Ins MDT eingetragen. Ich hab nichts eingetragen, ne. Kannst du das machen? Äh, ich weiß nicht, ob du das machen. Das macht normalerweise SPD eigentlich. Gut, dann mach ich das. Ich wusste, ich dachte, ihr macht das auch mittlerweile. Ne, also wir bringen eigentlich nur ins Gefängnis. Okay, dann reg ich das ein. Dann stelle ich Ihnen einmal eine Rechnung von 10.000 Euro aus. Euro? Wem Dollar? Ja. Kannst du mir wirklich den Namen geben von dem Kollegen? Äh. So, dann einmal 10.000 Euro, einmal 2.000 Euro. Meinen sie nicht Dollar? Dollar, schuldigung. Das sind ja. Ich dachte, die machen auch Dings, weil sie zum Gefängnis bringen, ne? Genau. Dann können sie sich auch gleich mitbringen, ne? Klar, die tragen das schon ein. Hab ich ausgestellt? Ja, ist okay. Ich faule Sau. Ich hab eh genug Geld, aber wenn ich das bezahle. Ich hab so ne faule Sau für Papierkram. Sie haben eine Woche Zeit. Das ist zu bezahlen. Trag du mal ein. Mach das gar nicht. Sie haben eine Woche Zeit direkt. Sie faule Sau. Ich bin Papierkram scheu, ne? Einen schönen Tag noch. Einen schönen Abend. Bitte? Paul Hamilton heißt der, ja. Paul Hamilton? Ja. Kann sie mitnehmen. Das ist nicht Paul. Warte mal. Guten Tag. Alles klar. Tschüss. Schönen Abend noch. Herr, warten Sie noch ganz kurz. Können Sie mir noch kurz beim Kleidungsland schieben? Dann haben Sie nicht weg. Kann ich die Taten zusammenklappen? Sonst bin ich komplett durchgelöchert. Äh. Schwierig. Die kriegen gleich die Klamotten am Gefängnis. Und dann ist das schon. Wir haben das geschrieben. Okay, zu. Nochmal mit der Frage. Könnte mich jemand mitnehmen? Wir begleiten jetzt noch kurz raus. Daher. Haben Sie? Haben Sie? Haben Sie? Haben Sie? Haben Sie? Haben Sie? Haben Sie schon über die spirituelle Lösung nachgedacht? Dürfte ich mal ganz kurz fragen, was wurde dem jetzt als vorgeworfen? Mittelschwerer Raub und dann Flucht? Flucht. Genau. Flucht. Mittelschwerer Raub und illegale Waffen. Illegaler Waffenbesitz. Okay. Sollen wir das alles? Ja. Okay. Aber abgefeuert hat er die Waffen nicht, ne? Nein. Negativ. Alles klar. Vergegen zufügen. Ähm. Informativ. Letzter Sitzpatch am Menü. Klotzkarte am Hocke. Geldstrafe. Worum steht denn? Ja, Mann. Ne, zwei Einheiten bitte mal angucken. Wie kommen Sie? Sie kommen, dass ich jetzt doch ins Gefängnis komme. Wenn nicht. Wie kommt's? Wie kommt's? Wie kommt's? Normalerweise wird doch Gericht zulegen. Ja, ist nicht mehr. Mittelschwerer Raub. Ist nicht mehr bei... Ist nicht mehr bei... Ja, alles gut finden wir. Alles klar. Schönen Abend Ihnen noch. Gleichfalls. Ne, für sowas ist es leider nicht mehr. Äh. Könntest du mir nochmal sagen, Geldstrafe fällt keine an, ne? Geldstrafe 2.000 Dollar. Sie werden jetzt im Ocean Bar. Haftzeit? Genau. Ich hab jetzt Mittelschwerer Raub, Flucht, illegaler Waffenbesitz, 2.000 Dollar. Und Haftzeit wie lange? Haftzeit ist 40 bis 55. Dann machen wir 50 draus. Machen wir 50 draus, ja. Sollen wir 49 machen? Wäre auch lustig. Machen wir 49. Machen wir 49. Ist okay. Die eine... Das eine Jahr äh... Braucht er nicht. So. Reload. Hamilton. So. Gut, ist eingetragen. Perfekt. Dann fahren wir mal rüber. Gut. Alles klar. Fangen wir zusammen oder... Was ist alleine? Also ich hab ein Auto hier. Ich weiß nicht. Ja, kommt drauf an. Ich weiß nicht, äh... Wie bei ihm das grad aussieht. Wird der... Wird der Herr irgendwie bewacht von jemanden? Hat der irgendwie Leute, die ihn vielleicht rausholen wollen? Negativ. Ich hab keine... Ja, das... Das sagen wir alle. So. Du mein Freund. Äh... Hat sich schon geklärt, Aiden. Brauchst nicht mehr. Ja. Ja, ja. Alles geklärt. Ja gut, weil sonst lass ich allein fahren. Ist sonst nicht das Problem. Nein. Also es kam auch keiner. Also... Wurden sie schon festgenommen? Nein. Äh... Wenn wir sie... Nehmen wir mal fest. Die Rechte und so wurden ihn verlesen. Das... Alles abgenommen. Wurde... Ja. Die Rechte wurden mir vorgelesen. Saßen sie schon mal im Gefängnis? Ja. Okay. Also kennen sie sich aus? Ja. Ich habe... Trinken habe ich nicht mehr so viel. Gibt's... Gibt's... Zwei Wasserflaschen. Zwei Wasserflaschen. Ja, dann kannst du sicher im Gefängnis hererst erhaben. Ich habe kein Geld. Ja, das kannst du nicht da erhaben. Mhm. Gut, ähm... Daher... Da leg ich ihn einfach vorne Kabel benahmen. Daher links neben mir. Vor ihnen meinen sie? Ja, vor ihnen. Ja bitte. Haben sie schon über die spirituelle Erlösung nachgedacht? Das haben sie schon vorhin gefragt. Und nein, habe ich nicht. Okay, tu. Vorher ist wieder Tencent. Was ist denn mit ihrer spirituellen Analyse? Was kann man damit? Erlösung, nicht Analyse. Ja, die... Die Auflösung, ja. Wie ist der? Wer löst wen aus? Wer löst wen aus? Nein. Es ist so, dass wir... Unser Geist... Ins unendliche Kosmos übergeht. Und das frei lebt. Ja. Dann sollten sie vielleicht mal ihrem Geist im Kosmos sagen, dass er vielleicht nicht kriminell sein soll. Gut, äh... Der Herr... Wir haben jetzt mit... Wir müssen los. Jetzt sind sie erstmal eingesperrt für ein paar... Ich bin in die Treppen. Geht schneller. Ähm... Auch etwas Logisches kaufen möchte. Da bitte ein Auge aufhalten. Gut. Dann, äh... Bis später, ne? Ciao. Äh... Äh... Ich mach'n Kopfschlösen-Konflikt mit... Auf- und Kopfschlösen-Kennzeichen. Haben sie schon mal über die spirituelle Erlösung nachgedacht. Ich denk' mal so, ja, erstmal nicht kriminell werden. Dann können wir noch mal reden. Eine Runde. Die spirituelle Erlösung. Au. Was nach unten? Ja. Zählt der MRT-Bereich. Bisschen was los, du helst. Nein, in der wir tanzt da bin. Schau. Schau. Mach' ich mal nen Helm mal abziehen, ne? Immer mit nem Helm rum. Mal check'n wir mal ab, ist ja alles clean? Ja, alles clean. Ich hoffe, der hat sein, äh, Auto zugelassen. Ja. Perfekt. Hat er. Ehrenmann. Muss immer drauf hinweisen, dass er hier vielleicht die Dings, äh, ab, ab montieren soll. Die, äh, das Blaulicht. Na egal, komm. So. Ich würd' sagen, jetzt gehen wir mal, äh, an die Devils beim, äh, Golf-Platz. Wenn soweit alle Täter dann weg sind, AMR und sowas weg ist, dann könnt ihr da auch einen packen. Na bitte. Seid vor. Ich würd' sagen, gehen wir 10-7. Und dann gehen wir noch ein bissl auf Grandln. Gehen wir noch ein bissl branden. Ha, branden. Eh schon wieder ne ganze 5 Stunden nur RNO. Ey, da ist Street. Was müssen wir nochmal lernen, ne? So, guck mal her Street, was ist denn da gerade passiert? Was ist denn da drin? Ja. Wir brauchen mal ne neue Regeln für Ampels. Es ist echt nervig, bei jedem roter Ampel anzuhalten. Es ist so hart nervig, Alter. Die besten Neuregelung. Immer Ampeln grün. Ich hab niemanden durchsucht. Ja. So. Dann fahren wir mal. Ui. Du bist so deppert, Alter. Du weißt nicht, was mit ihrem los ist. Aber ey, der Wagen ist geil. Also ich muss sagen, der M5, den werden wir vielleicht mal umbauen. Vor allem innen, äh, hier die Lightpass ein bisschen modernisieren. Und vor allem, ich glaube, die Blitzer hinten werde ich weiß machen. Leute, was sagt ihr? Statt diesen rot-blau hinten in den Rückleuchten, die weiß machen? Was seid ihr dazu? Ja, schon geil, ne? Mhm. Und oben noch den, den, äh, oben die Frontbilder. Da gibt's halt jetzt derzeit, also kann ich nicht, kann ich mir nicht zeigen. Sorry. Da gibt's ja diesen, wie sagt man beim, äh, welcher, der E90 hat das, glaube ich. Diese, diese Klappdingsen da. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss euch das nicht erklären. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Auf alle Fälle wisst ihr das. Was auch cool wäre, dass man den vielleicht selber einklappen könnte mit, ähm, Motorhaube. Statt die Motorhaube auf und zu geht, dass du da das Licht ein- und ausklappen kannst. Dann kannst du vielleicht noch komplett zivil fahren. Mal gucken. Das wär schon geil. Und vielleicht den Tacho machen, dass der funktioniert und so. So Zeug halt. So lassen. Findest du das so besser? Also ich finde das, äh, ohne, also ich würde das voll geil finden, wenn das vielleicht wirklich weiß wäre, dann sieht das auch heftiger aus. Weil ich finde, die gehen so ein bisschen unter, die Heckblitzer. Die gehen so ein bisschen, weiß nicht. Geht ein bisschen unter. Wir hätten da so, Justiz fällt ein bisschen schneller, ha? Über 107 da. So. Ein Kennzeichen Justiz. Schauen wir mal, ist das ein, ist das ein Ding? Darf ich jetzt mal hinterher? Den bin ich mal auf dem Schirm. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. 2,30, 3,45. 2,30, 33, 35, 35, 45, 31, 31. Da vorne ist dann die 100er Zone. Ne, hier weiter mit 224 Schraubladen. Vorbei, boi. Okay. Hier ist 100. Front, away. 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 Och. Och. Mit dem los? Herzlichen Glückwunsch. Blinkln 52, ist ein letztes Mal 10, 42 sorry, ist ein letztes Mal 107 und ist jetzt als King 18, 108. Ui. Na Glückwunsch. Glückwunsch. Klickstrampf. Entschuldigung. Glückwunsch! 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 King4 1086 bei Postleitzahl 5146 mit dem Kennzeichen COB Leerzeichen 721 Hallo Servus Das ist eine ganz schön komische Gefahr und haben Sie das gemerkt, dass sie so ein bisschen gestockt haben auf einmal? Ja Ich bin auf einmal hinten draufgeklebt also das ist ganz komisch gewesen Sie waren viel zu schnell X218, 1015 end, würde er jetzt zum Potions kommen bis sechs den anderen gefangen haben Ich geh mal mit dem Führerschein bitte Ja Ja, bräuchte aber trotzdem Unterstützung Dankeschön, ich will bei Ihnen ja, Hoffmann Helfen zum Abarbeiten, weil ich will jetzt nicht noch 2 Stunden am Abarbeiten Das war aber nicht, den ich eigentlich aufhalten wollte, ne? Hallo So, ich schau mal schnell in meine Dashcam, wie schnell er gefahren ist Der Kollege, der gerade am S geht ist, könnten Sie mich gleich mal mitnehmen? Ich bin am FD-Fahrzeug hier Eigentlich wollte ich ja 107 gehen, aber jetzt muss ich mal gucken wie schnell er war Ich habe ja mehrere Aufzeichnungen von seiner Geschwindigkeit Da hatten wir 2,30 2,45 Schauen wir mal, das ist gemessen 2,40, 41, 24 2,60 Ja, der ist schon ab und zu schneller gefahren vor mir 2,40 Dann wird er wieder auf über 2,80 2,48 Dann ist er mit über 200 Dann ist er mit über 200 Dann war er auch ein 100er Also ja, das ist schon ganz schön schnell gewesen Der ist auch ein 100er mit 200er rein Das ist eigentlich Führerscheinabnahme Was ist bei ihm das war? Ja 10V, weil Ich bin ein Täter Alleine ist Ich Geht so schnell Ja ne, vor allen Dingen müssen wir auch gucken, dass wir den Transport vielleicht absichern So Ja 10V, ich bin eben schon alleine in Transport Ja Autos angemeldet auf sie Weil Ja Ich bin allein nicht, das soll ich machen Ja, kleinen Moment, wir kümmern uns drum 10V, danke euch 136, 1019 Oceans 11 David kommt auch nochmal Dann können alle heute nochmal, ne? 11 David für Linken, nein Hört dich So, das Problem ist Äh, sie wurden mit über 270 In der 130er Zone geblinkt und mit über 200 in der 100er Ne, 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 das kann gar nicht sein, der fährt nicht so schnell Also hier ist wirklich Äh, was besser gibt es Ähm, aber der fährt ungetuned 240 maximal Ja, 240, aber der fährt nur kurze Zeit über 260, ich kann nochmal gucken Würde sie das wollen, aber ich hab Ich glaub wegen meinen Kopfschmerzen Ja Das könnte auch sein, ich bin Ja, wobei, wenn sie stecken bleiben, ich weiß es nicht, aber sie sind auf jeden Fall Mit 200 da durch, da hatten sie keinerlei Kopfschmerzen, wenn sie da unten durchgefahren sind Da waren sie mit 200 unterwegs Das Radar sei auf was anderes Hm, ich mein, ich, ich hab's auf einmal da drauf, da steht's, da steht keine Geschwindigkeit, die nicht geeicht ist Ich mein, sie sind aber nicht durchgehend gefahren Ich, wissen Sie was, ich, 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 tu da nochmal einen kleinen Augen zuzwinkern Aus dem Grund, sie sind nicht durchgehend die Geschwindigkeit gefahren Also hätten sie jetzt, hätten sie jetzt durchgehend hier die Geschwindigkeit, sie haben immer wieder, es hat immer geschwankt, weil sie immer Gas gegeben haben Dann haben sie einmal, äh, ein bisschen geruckelt mit dem Auto, dann wieder Gas gegeben Ich drück dein Auge zu, äh, trotzdem zahlen sie für mich bitte heute die, äh, 1500 Dollar Wir müssen sie heute hier und da gleich zahlen, warten wir mal ganz kurz die Schrauberchen auf Dann fahren sie wieder nächstes Mal langsamer, weil ich bin ihnen wirklich hinten dran geklebt, sie sind nur in der Stadt, sind sie mit über 100 gefahren Das ist auch viel zu schnell Alles klar 11, 13 und 18, David, verlegen ins Ocean, mit ner Biercat und dem Suburban Wir haben auch nur ne Radarfalle offen, 428 Dollar, das ist die Radarfalle, die da beim 100, aber es wahrscheinlich ist, hier vorne Ah, die zahl ich auch Eigentlich mach ich sowas nicht, aber Ich muss auch sagen, äh, ich hab jetzt nochmal extra auf meinen Tester gegenseit geguckt und da haben sie halt immer ganz kurz, mit nem kurzen Zeitpunkt sind sie drüber Und dann wieder zurück, ne So auf, ich sag mal, 180 Zum Beispiel da drin Ah, ok Gut Fahren sie einfach langsam mal, machen sie den Tempomat an, vor allem hier bis 100er Zone, dann passt das Alles klar Alles klar Alles klar, gut, wiedersehen Schönen Tag Ich wollte jetzt mal nett sein Wollte jetzt keine Arsch sein zu ihm Weil er ist nicht durchgehend seine Geschwindigkeit gefahren Ich hab's ja gesehen vorhin Ich hab ja mal wieder geblitzt Dann war einmal 141 Dann wieder so, dann so, dann so Dann hatte der auch Kopfschmerzen so ein bisschen Also Kopfschmerzen heißt bei uns eigentlich Game Crash, ja Aber, äh, jeder sagt Kopfschmerzen dazu Hab' ich gedacht, komm, äh, ich geb ihm jetzt das, äh, das größte mit 130, also 100, also 30 Kammer drüber, das meine ich Er ist schon etwas, äh, zu krass drüber gefahren Aber, ich hab jetzt wirklich noch zwei Augen zugedrückt Weil das nicht durchgehend gefahren ist, wisst ihr Er ist 30 Kammer auf jeden Fall drüber gewesen, aber Er ist nicht durchgehend auf diese, äh, 60 drüber, wisst ihr Oh, wenn's knapper mit dem ist Ich hätte mit das jetzt auch reindrücken können, aber ich wollte jetzt kein Arsch sein Mein Gott Weil, ich hab in so eine Aktie geguckt, da war alles clean Alles schön und gut und so, ne Also, was ist da denn los? Was ist denn der denn für ein Auto? Holy moly Jetzt gucken wir mal 10-7 3 10-7 2 1 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 7 7 Auf in den Urlaub! Das ist die Frau White. Ich habe die vorhin voll vertauscht mit der anderen Dame. Boah, wenn die das rausfindet, ist sie ja ins Bett. Ich habe die andere Dame gedacht, dass das ist die Frau White. Das ist voll verwirrend. Dann packen wir mal die Kiste ein. Dann machen wir für heute mal Dienstschluss. Da werde ich dann später noch meine Dashcam einzenden. Das habe ich nicht vergessen von heute. Mit den ganzen GoPro und Dashcam aufnahmen. Weil heute war sehr viel los. Heute ist sehr viel passiert. Und das braucht das Gericht. Als Kopf hast du immer was mit dem Gericht zu tun. Auf 5 Dollar Beschädigungsgeld. Das zahle ich gern. So werde ich das noch in die Asservatenkammer schmeißen. Die AOG und so weiter. Ich habe da andere Kollegen mich schon aufgenommen. Schmeiße ich die mal in die Asservaten. Ach, die ist ja unten, Alter. Jedes Mal vergesse ich, dass die nicht oben, sondern unten ist. Ab in die Asservatenkammer. Zeigen Sie mir Ihre Asservatenkammer. Hallo. So. Und in die A. Da ist so viel drin, Alter. Bruder. Viel zu viel. Also es war einmal die Glock 18. Die wir gefunden haben. Die... Was braucht etwas lang heute? MP5 haben wir gefunden im Kofferraum. Und die AOG war im Kofferraum. Und ich bin in meiner RPG immer noch nicht los geworden. Da liegt ganz schön viel in der Asservatenkammer. Holy Shit. Die muss echt mal ausgeräumt werden. Also... Die muss mal... Ich glaube, die müssen wir mal in der Datenbank durchclearen, weil das ist echt viel. Gibt euch das bitte. Die muss mal durchgecleared werden, weil das kriegst du nicht raus so viel. Also vor allem die Waffen müssen wir durchclearen. Spike Strips. 164 Stück Spikes. Was? So viele wurden geklaut von der Koperei. Heftig. So. Hammer alles. King4107. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. CRT. King4107. In den Abend. Und jetzt geht es gleich weiter, Leute. Wir machen noch keinen Streamschluss heute. Heute geht es nochmal zurück in die Gang. Für die Gang. Der wird noch ein bisschen geschäbert. Commander. Achso, der ist beim Mechaniker. Ich denke mir schon gerade, wo der ist. So, ausgetragen sind wir. Dann tun wir uns auch noch Off-Duty melden. Und dann werden wir uns nach oben hin hocken. Keinen Plan fahren. Keinen Plan fahren. Ja, er ist auch jetzt. Habe ich. Also. Ich glaube gar nicht, dass die Stunde noch einen Keinen Plan fahren bringen wird. Ja. 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 Ich bin jetzt einfach, weil ich weiß. Jetzt fängt es gleich ab. Ich weiß. Ich weiß es dann Pech als Kopf. So, Leute. Dann will ich mal sagen. Geht es mal gleich weiter. Äh. Ich werde noch die ganzen Donis vorlesen. Und dann gehen wir Richtung, äh, Grand. Dann gehen wir ins Grand Geschehen. Wobei ich glaube ich muss eh updaten. Dann kann ich ja eh mal raus. Äh, Quitt. Einmal quitten bitte. Oh, mein schönes Soundpack wird wieder überschrieben. Das ist, äh, ja. Das wird richtig lustig. So. Zu viele Donis noch. Tut mir echt leid, dass es heute so lange gedauert hat mit den, äh, Donis. Aber ihr wisst, ich, äh, ich, äh, probiere trotzdem noch gutes AP zu spielen auch. Wenn ich Donis kriege, äh, ich lese dann halt trotzdem alles vor. Und ich, ich sage auch, man kann es nicht jedem recht machen. Ich bekomme leider Kommentare, wo sich Leute beschweren, dass ich im Stream, wenn ich gerade am Streamen bin, äh, Donis vorlese. Und dann gibt es wiederum Leute, die sich halt beschweren, ich habe ihre Doni nicht direkt vorgelesen. Du bist halt als, als Streamer, wenn du alles vorlesen möchtest, natürlich so in einem Zwiespalt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sehr viele Streamer sagen, sie lesen gar keine Donis mehr vor. Ne, aber ich, ich probiere trotzdem, äh, mein Bestes, dass ich, äh, die Sachen vorgelesen bekomme. Okay. Äh, gut, äh, ich starte das gerade. Ne, aber es ist halt, du bist halt immer ein bisschen im Zwiespalt. Das ist leider so. Ab einer gewissen Größe muss man immer gucken, was man richtig macht und was nicht. Das ist halt immer die Problematik, ne? Was ist richtig, was ist falsch? Wie macht man es am besten? Und ich bin halt dafür, wenn ich gerade im RP bin und gerade echt keine Zeit habe, lese ich es nicht vor. Und wenn ich dann Zeit habe, dann wird es später nachgelesen, ne? So, äh, vom Iceberg. Da bin ich, glaube ich, stehen geblieben irgendwo. Der Iceberg hat mich einen Euro von donated. Da war ich, glaube ich, stehen geblieben irgendwo. Äh, hier bin ich, ja, das habe ich auch vorgelesen. Mit King4Cloud-Fahrräder. So, ähm, hier von Manuel Rostar bin ich komplett stehen geblieben. Mit 5 Euro, Liebe geht raus, Liebe geht zurück. Was zuckst denn so? Habe lang nichts gespendet auf einen geilen Stream. Das waren vor 5 Stunden, Alter. Kuss geht raus und was zuckst denn so? Kalibra136, danke, dass du mit dem heutigen Stream mich aufheiterst. Liege seit gestern mit Corona daheim. Kannst du mich grüßen? Heiße Fabian. Grüße mal den Fabian und ich wünsche dir gute Besserung. Äh, Knaribo, wer zuletzt lacht, hat es zuvor schon nicht kapiert. David Plenzank für 3 Euro, Liebe deines Streams, Dankeschön. Jakob Fafheksun, bist mein bester YouTuber. Dankeschön, es freut mich. Und, äh, kauf dir davon Eis für 5 Euro. Da kann ich mir ein gutes Eis von gönnen. Vielen Dank. Erstmal stand auf Eis einladen. So, ich komme gerade nicht rein, keine Ahnung. Der lässt mich gerade nicht in, äh, Rage rein. Auf dem Server, der mag mich gerade nicht. Ich hoffe, jetzt klappt's. Puma de Sascha, ich wollte mich bewerben. Real-Life-Online-Server, ich wurde blockiert, weil ich 3 Bewerbungen geschrieben habe. Deswegen, äh, geht es schlecht. Schlechte Bewerbung an diesen Server? Äh, was? Es geht eine schlechte Bewerbung an diesen... Meinst du eine schlechte Bewertung an den Server? Ja, wenn du 3, ähm, Bewerbungen geschrieben hast, ist es klar, dass, äh, du dann gesperrt wurdest. Da steht auch fett dabei. Wer mehr als eine Bewerbung schreibt, wird instant ausgeschlossen aus dem Serverprojekt. Ist so. Das, äh... Es gibt Leute, die teilweise denken, sie können, wenn sie 3 Bewerbungen schreiben, haben sie 3 mal die Möglichkeit, ähm, eingenommen zu werden. Das ist das Ding. Äh, Chabo3, danke für den Euro, dann Arthur. Moin. Servus. Hast bei der ersten Spende vergessen. Arthur? Hab ich die vergessen? Von Arthur? Doch nicht. Ja, Arthur. Sehe ich aber jetzt auch gerade nicht. Aber ne, hab ich glaube ich heute nicht gesehen, Arthur. Nö. Sehe ich gerade auch nicht. Vielleicht hat Tipi wieder irgendwas untergehen lassen. Das ist meistens so. Manchmal suche ich da, da finde ich es nicht. Der Gruß geht raus an Arthur. Ich, äh, tut mir leid. Oft kann ich nichts dafür. I'm sorry about that. Ähm. Ja gut, der Typ konnte nicht mal real-life-online-Server richtig schreiben. Der Puma. Ist das schon. Du leid. Ne, aber da war die Bewerbung entweder nicht gut, oder wenn du heute 3 mal Dings geschrieben hast, ne. Ähm. Lolgamer. Und ist auch geklaut von, von, von Twitch. Ach, der, der Pool meinste. Der, der ist auch von, also Twitch hatte da schon vorher diesen, äh, Auswähepool. Ach so. So, ich muss mal hier. Nina Dragon, danke für 49,99. Kuss geht raus. Wirklich danke für den Euro. Jochen der Rochen, kennst du mich schon noch? Kauf dir einen Dosh Durango und den Civic und fahrt halt so mal so für RLO 3.0. Danke. Wir haben heute einfach einen 5 dann gekauft. André mit ganz 49,99. Und André schreibt nichts dazu. Der Arme hat gerade 5 Stunden drauf gewartet, dass ich es vorlese. Kuss geht raus an dich André. Ich hoffe, du bist noch am Start. Ich glaube, das war so ein Sticker oder so. Es war 100 pro ein Sticker, aber bei den Stickern steht eh was dabei. Cyber King, 1364, Antonio. Kauf den Civic, hab ihn in echtem Leben. Ja, sollten wir vielleicht auch mal holen. Nächste Polizei, dann wieder Civic. Der Gamer hat zu 7, danke für den Euro. Das müssen wir mal anmelden. Und dann geht's hier los, Leute. Scheiße, Passwort falsch. Äh. Äh. Wo geh ich denn hin am besten? Ähm. So. Nicht wundern. Na? Furcht? Richtig! So. Warte, zack, zack. Zack, zack, zack. So, wir sind back. Ah, ist das schön. So, ich trete ins Casino, gehen mal Geld verzocken? Ich glaube, ich fahre jetzt mal an. Eintritt ins Casino. Ich wollte erst mal Casino streamen. Oh, ist das schön, wenn nicht so viel los ist im Casino. Ist das angenehm. Guten Tag. Boah, ist das angenehm. Ein Chip kostet Dings. Ach, da muss ich nur noch abheben. Ah, ich habe ja nur noch 3 Millionen auf der Bank. Nevermind. Nur 3 Millionen auf der Bank? Habe ich so viel verzockt? Laber nicht. Da ist mein ganzes Geld hin. Ah, wieder 20.000 für Dings zahlen. Ich weiß, bis jetzt sind ja wieder sicher Autos irgendwo abgestellt. Also 100%ig. Fünf Tage bezahlen. Ja. Ich muss echt aufpassen. Ich habe so viel Geld letztes Mal verzockt im Dings hier. Da muss ich echt. Nur noch 3,7 Mille. Und ich verstehe nicht, ob ich das mit den 10 Millionen, ob das überhaupt geklappt hat. Aber ein Dude da. Keine Ahnung. Können Sie sich das mal mit dem Auto wiederholen? Wo ist denn das? Dann lasse ich das lieber heute mit Casino spielen. Ich lasse das mal lieber heute. Ah. Dann gehe ich mal zum nächsten Park. Dann ist das eh gleich hier oben. So. Irgendwas soll ich machen? Ach, ich weiß, warum ich so wenig Geld habe. Weil ich den Tesla gekauft habe und den so getunt habe letztes Mal. Deshalb habe ich so wenig Kohle. Ich habe den Tesla letztes Mal voll tunen lassen. Wisst ihr noch? Der von selbst fährt? Boah, ich traue mich ja was. Auf Grand über die Autobahn zu gehen. Da traue ich mir aber ganz schön was. Traut sich nicht jeder, ne? So, ähm. Äh. Der Game 1 zu 7, danke für den Euro. Easy Wolf. Ich möchte meinen Namen überall ändern. Discordsteam EDC. Äh. Du darfst den Namen bestimmen. Von Easy Wolf. Boah, das war vor 5 Stunden. Ich hoffe, der ist noch da. Nenn dich einfach, statt Easy Wolf, nenn dich, ähm, was ist das? Hardcore Wolf. Keine Ahnung, oder, äh, ja, eigentlich Hardcore Wolf. Genau das Gegenteil von Easy. Ist ja genau das Gegenteil. Wo ist mein Tesla hin? Ich hoffe, den haben die nicht. Habe ich den eigentlich, äh, ach, da ist er. Oh, ja. Was ist er denn? Ach, da ist er. Ah, den hab ich ja schwarz lackiert. Ja, da war ja was. Doch, hast du jetzt hier erreicht, joh, dicker. Dann kommt dann eigentlich wieder, äh, hier Dings dazu. Ähm. Ich muss ja mal aufladen, ne? Wo gibt's da die Zapfsäulen für? Ah, hier, eh hier. Ah, nee, warte. Das sind ja die Zapfsäulen. Hier unten sind die. Ich muss den ja elektrisch aufladen. Aber wisst ihr, wie gechillt das ist, wenn du mit so einem Tesla fährst? Also, wir brauchen unbedingt auf RLU auch ein Stück, dass Elektroautos von selber fahren können. Das brauchen wir unbedingt, das ist richtig geil. Feier ich richtig hart. Ah, hier ist die Zapfsäule, ja. Interaktion. Und wie viel kostet das? Ladet das Auto? Das ist richtig günstig. Gibt's da eigentlich auch Premium? Tragbares Ladegerät kaufen, 500. Das würde ich mir kaufen. Ah, das ist ja geil. Es kostet ja echt wenig hier. Cool. Also, muss ich schon sagen, äh, Elektroauto hier auf dem Rand ist schon nice. Das ist eine nice Sache. Habe ich noch meine Sachen dabei? Ich bräuchte nämlich mal Munition langsam. Ja, ich brauche Munition. Wir müssen zum Schwarzmarkt. Äh, wir lassen uns jetzt mal hinkutschieren. Ich zeige euch das mal. Ja, der Schwarzmarkt ist ja hier unten, glaube ich. Hier ist er. So, jetzt passt auf, wir machen jetzt F7. Und da fährt er nämlich ganz allein. Autopilot aktiviert. Warum fährt er nicht? Super, der hat den Autopiloten kaputt gemacht. So, jetzt aber. Aha. Alter, bin ich froh, dass der Autopilot das noch gesehen hat. So, und jetzt lassen wir uns schaffieren. Ah, ist das angenehm. Da kann ich richtig geil mit euch einfach talken, Leute. Das ist richtig angenehm. Kauf dir Brot 1 zu 7. Kannst du bitte meine Freundin Beda grüßen? Beda grüßen mal, jawoll. Hobisch spielt mit 10er. Flachwitz. Äh, habe heute früh meinen Joghurt fallen gelassen. War nicht mehr haltbar. Das ist aber schon alt. Florian Adam, Heikurt wünsche dir einen schönen Abend. Kennst du mich noch? Natürlich, Flachwitz. Womit fahren Menschen? Gut, das kann ich auch nicht vorlesen. Danke dafür. Äh, King, danke für eure Heikurt. Äh, hoffe, es geht ja gut. Kann man auf RLU 3.0 auch mit Controller spielen? Natürlich, warum nicht? Manuel Rost. Für solche Einsätze wie bei der Hanfpflanzen bräuchte man die DEA-Deutsch. Ja, die DEA war schon mal eine Überlegung, aber du brauchst so selten, wenn von der DEA, dass es sich kaum was bringt, eine extra Fraktion dafür zu machen. Oh, wir sind da. Oh, Kinder, drei Uhr morgens. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass der... Fällt ihm jetzt den ganzen Tag nach, der Typ? Wäre was von mir? Möchte der mich heiraten? Ich glaube, der will mich heiraten. Ich glaube, der will mich wirklich heiraten oder so. So, schau mal. Ich brauch nämlich wieder... Ähm... Vielen Dank, wer auch immer das war, der den grad niedergeschossen hat. Liebe und Kuss geht raus. Der wurde grad niedergeschossen, der Typ, der mich grad verfolgt hat. Der wurde grad einfach niedergeschossen. So, Revolver-Munizier brauchen wir nicht. Äh, danke an die Person, die das grad gemacht hat, freiwillig. Viel Liebe geht an denjenigen raus, der mir da grad durch die, äh, schwere Zeit geholfen hat. Revolver... Was ist das denn hier eigentlich hier unten? Okay, das brauch ich nicht. Ich brauch Pistolen-Muni, brauch ich wieder. Ist ja gar keine Pistolen-Muni. Hier gibt's, äh, Scharfschützen-Gewerbe-Muni, brauch ich nicht. Äh... Laden hat geschlossen. Sturmgewehre, ich weiß gar nicht. Äh, Sturmgewehr hab ich grad eh nicht dabei. Ich bräuchte eigentlich nur für... Ah, Pistole hab ich auch keine mehr, die hab ich hier eingelagert. Aber trotzdem bräuchte ich Pistole für meine... Ich hätte so ne Glock, so ne automatische. Ey, haben die hier n Dings mit Pistolen-Muni dabei? Ja, ist alles ausverkauft. Weißt du was, ich hol mal sonst den Revolver, kaufe ich mir. Was kostet denn der? Ein Zehner. Och, dicker, ein Zehner. Ich hab nicht... Och, scheiße, ich hab gar Geld dabei. Ja, dicker, 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 ich hab gar Geld dabei. Hey, Johanna! That party was offensichtlich. Kann ich mir nicht mal, äh, Munition anleisten. Der 14.000 für ein bisschen Revolver-Muni. Ja gut, dann war's das aber komplett. Ja, da hab ich halt nur meine Schrotflinde dabei. Bin ich okay damit. Bin ich komplett okay. Dann nehm ich halt meine Schrot für heute. Und meine Sniper, mit der kann ich auch noch. Wird halt dann noch, äh... Ja, egal, wird schon passen. Das wird schon passen, Jungs und Mädels. Warum hab ich kein Mitleid mit dir? Guck, jetzt sind wir wieder mit den Schnellweg. Der kommt 100 pro wieder. Hallo, wo ist der Herr? Ah, da. Hallo, der Herr. Hallo. Schnell weg. Dann fahren wir mal rüber. Dann fahren wir zum Grundstück mit. Passt auf. Schauen wir mal, ob er bis ins Grundstück reinfährt. Ob er das kann. Glaubt ihr, der kann das, der Wagen? Ich glaub nicht. Ich glaub, das kann er nicht. Schauen wir mal. So, wieder komplett selber fahren lassen. Das ist schon geil. Der macht das richtig gut, der Wagen. Nein, es ist 1.07 Uhr, Leute. 1.07 Uhr. Da haut's mal ein Router mal raus. Es tut mir leid, Leute. 1.07 Uhr. Jetzt muss ich wieder neu rein. Och, nee. Mein Tesla fährt im Hintergrund noch. Hört ihr ihn? Könnt ihr ihn hören, wie er noch fährt? Reconnecting? Aber ich glaub, das geht nicht. Ach, das ist doch wirklich ein Dreck. Ah, doch, warte. Ich fahr wieder. Can't reach the server. Aber wenn ich jetzt hier stehen bleib, ist doch mein Auto weg, oder? Der fährt hier trotzdem... Warte, ich bin jetzt in der... Bin ich... Warte, bin ich jetzt in der... Bin ich jetzt in der Offline-Lobby? In... In... GTA RP? Warte, wenn ich jetzt zurück... Warte, das schau ich mir jetzt aber an. Das heißt, wenn ich hier jetzt zurückfahren sollte, sollten... Ach, ich hab mein Auto nicht mehr an. Okay, ja, Skripts werden jetzt nicht mehr funktionieren, aber jetzt müssten theoretisch... Dort, wo Leute sind, müssten die noch stehen, oder? Ich seh sogar hier mein Dings. Guck mal, mein Screen ist noch so. Krass. Jetzt bin ich in der Offline-Lobby. Hab ich auch noch nie so gesehen. krank. Hab ich ein Maßband hab? Äh, ist die neu? Ne, das ist die von vorhin schon. Komisch. Ja gut, ich mach mal Relog, Leute. Ich hab mich mal neu ein. Oh, hallo Katze. Hör den Mann. Ah, perfekt. Sehr brav. Unsere Katzen müssen in den Nägel schneiden, weil die zu lang sind. Weil es eine Hauskatze ist. Die ist nur im Haus. Aber dicker Waller Film heute, weil es jetzt erst mal um 1.07 Uhr direkt immer Router aus. Der macht das immer um 1.07 Uhr. Und Leute, ich hab wirklich geguckt, wenn ich das ausschalte, es funktioniert trotzdem nicht. Auch wenn ich den... Jetzt mach ich 5M auf. Ich bin ein Trottel, Alter. Ich mach einfach 5M auf. Ich mach einfach 5M auf. Ne, ich bin Rage. Hallo. Ja. Äh, der Router macht das immer. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hab ihn um 4 Uhr morgens gerestart. Das heißt, er sollte erst um 4 Uhr einen Restart machen. Alle 24 Stunden. Keine Ahnung, warum er das um 1.07 Uhr macht. Ich glaub, der mag mich ganz doll. Ich glaub, der hat mich ganz doll lieb. Armee, Grüße aus Oberösterreich. Dankeschön zurück. Ryan Deutsch, danke für 99. Bitte auch für Ehrenmann. Danke. Foxy the Animaltronic. Xion, könntest du mal einen neuen Charakter erstellen und hauptsächlich Martialarbeit machen? Ich werde das nicht machen. Ich bin eher Cop-Arbeit. Martialarbeit bin ich nicht so. Ich bin eher als Cop mit Radarfall unterwegs. Julian Seiner, danke für 1,07 Euro. Lauding Finn, wollte nur mal sagen, dass ich dich schon seit 3,4 Jahren verfolge. Bin jetzt endlich auf VIP. Mach weiter so. Dankeschön. Lauding Finn. Jason H., morgens, das ist mein erster Spender an dich. Dankeschön. Vielen Dank. Gulis hat die. Was hat ein Mann? Ach, das kann ich auch nicht vorordnen. Farming Simulator, das ist nicht Pro Real Life. Ich liebe dich so sehr. Kuss geht raus. Tanja Felsmann, schönen Abend. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich grüße dich auf dir auch. Und danke für deine zwei Donis. Zieh uns linkes Ohr, kratz mich. Und nochmal, zieh uns rechtes Ohr, kratz mich auch. Perfekt. Truckerbaum. Gestern neue TV geholt. Jetzt schaue ich mein Lieblingsbild auf 75 Zoll. Schon geil. Bitte was? Dein Lieblingsbild? Du schaust jetzt dein Lieblingsbild auf 75... Okay, gut. Der hat sicher ein Bildschirmschoner drin. Hundi1,7. Dankeschön für 1,16 Euro. Ritter, ich verfolge ich schon lange. Feier dich, dankeschön. Chill Kaffee, danke auch für deine Doni. Stoff ist heute wieder dabei. Ich bringe auch mal den einen oder anderen Witz. Kommen zwei Flöhe aus dem Restaurant? Fragte eine. Gehen wir zu Fuß? Oder nee? Wir uns ein Hund? War es der Gegenteil von Frühlings... Frühlings... Was? Äh, Frühlings... Was? Frühlingserwachen? Ich habe gerade Frühlingswachen gelesen. Frühlingserwachen? Oh mein Gott, jetzt verstehe ich es erst. Spätrechts einschlafen. Gut, äh, das ist... Ja, das ist das nicht schlecht. Äh, Frühlingserwachen? Spätrechts einschlafen? Ja, das ist das... Was muss denn kommen, Alter? Ich habe zuerst... Ich habe jetzt echt gebraucht, um das zu lesen. Weil ich mir gedacht habe, was meint ihr damit? So, letzter Aufwand. Ich hoffe, mein Auto steht noch da, Leute. Ich hoffe es zumindest. Drückt mir die Däumchen, dass es noch da steht. So, das Bild wieder neu einstellt. Ich glaube aber, das Ding ist weg. Aber es hat sich jetzt in Luft aufgelöst. Ah, nein, es ist noch da, hallo? Ah, schick. Ist der Tempomat noch an? Selbst fahren. Hör mal vor, das Auto wäre weiter selbst weitergefahren. Da sitzt keiner drin. Und einer kommt im Grundstück an. Muss wieder los. So, jetzt aber. Und jetzt fahr, warte. Ach, muss das Motor einschalten. So, jetzt aber. Jetzt macht das. Immer heute kein Router restart mehr. Sind wir froh drüber. Es ist so schön, ich kann dosieren. Donis vorlesen, wenn dessen wir Autofahr. Hermann Winkelbauer. Danke für deine Donis. Der Nerfi. Guten Abend, der Herr. Guten Stream, bis jetzt gab. Natürlich. Tanja Felsmann. Namen noch für deine Donis. Schnitzel. Kannst du andere Donis grüßen? Andere Donis. Riesmann, natürlich. Rupisch spielt. Ab am Freitag mein Gespräch gehabt und morgen kann ich endlich einreisen. Hype. Das freut mich. Manuel Rost. Beim Zocken ist man AFK away from keyboard. Beim Videos schauen. Am Handy ist man AFD away from display. Das ist aber ganz schlecht. Damit kannst du ein ganz schlechtes Wahlplakat machen. Was auch Bock hast. Benni, 1983, danke für 5 Euro. Schnitzel. Hi, schön. Feind an den Streams kannst du André und Derek grüßen. Nochmal Gruß geht raus an euch zwei. Wie gesagt, es dauert leider, wenn mir ein bisschen was vorlese. Kümmern Nord bin auch wieder da. Wie geht's denn, Baubau heute so? Immer gut. Ben, ins. 14, kannst du mal bitte den Autobahnsimulator spielen? Habe ich tatsächlich vor... Ui, das ist das neue MLU, guck. Das ist im GTA Online Modus. Kennen ihr das? Das ist jetzt das neue GTA Online Update, wo es so eine Garage gibt, wo ihr einfach nichts damit machen könnt. Ihr könnt weder reingehen noch dort was kaufen. Es ist einfach nur da. Das ist schön, ne? Danke Rockstar Games. Vielen Dank. So, wie bringt ihr mich jetzt hin? Ah, was macht ihr? Hallo? Was macht ihr denn jetzt, der Wagen? Äh, halt. Ich fahr grad nix, nur so zur Info. Äh, okay, das mit der Einfahrt verwirrt ihr ein bisschen. Ich mach grad gar nichts, Leute. Der macht das von selber, ich schwöre. Ich, ich, schau noch, ob er... Oh, jetzt hat er's geschafft. Ah, nee, er fährt weiter. Tesla. Okay, weil Tesla kann nicht nach Hause einparken. Der dreht gleich durch, der Tesla. Der frisst gleich jemanden auf. Hat er's jetzt geschafft? Nee, er fährt... Hä? 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 Oh, Entschuldigung, mein Tesla will da einparken irgendwo. Tut mir sehr leid, warten Sie. Okay, ich glaub, ich mach den Autopilot aus. Ich glaub, der mag nicht mehr. Bevor der jetzt noch irgendwen umbringt oder so. Ich hab ihn so ausgemacht. Aber gut, dass ich das weiß, wenn ich einen Tesla nach Hause einparken möchte, klappt's nicht. So, ich glaub, der scheiß nicht. So, aber jetzt. Tesla geparkt. Perfekt. Da ich auch nochmal rein ins Haus, ob die Sachen drinnen sind. Ins Haus, dicker. Tesla müde, Tesla schlafen. Erinnert mich an das Video, ne? Äh, Waffenlager. Haben wir jetzt eigentlich mal Waffen... Wir haben schon wieder keine Waffen angelangt, wir haben nur eine Pistole wieder. Ich dachte, die Jungs kümmern sich drum, so wie im letzten Haus, dass hier richtig fett Waffen drin sind. Munition haben wir, aber wir haben weder Waffen, noch haben wir hier Dings. Ich muss echt mal mit denen reden, mit den Jungs. Ich bin ehrlich, das hier manage ich nicht, das machen eigentlich die anderen. Aber die anderen machen das irgendwie nicht. Oder es wird... Oder irgendwer nimmt die ganze Zeit die Sachen aus dem Waffenlager. Ich weiß auch nicht. Weil im letzten Haus hatten wir richtig viel Waffen eingelagert. Aber in dem hier irgendwie gar nicht. Nee, gar nicht. Hier ist auch nicht mal eine Waffe eingelagert. Also irgendwas machen die Jungs falsch. Hier ein bisschen Öl und Barsch haben wir eingelagert und das war's dann. Äh, da muss ich echt mal ein Wörtchen mit denen drehen, dass die vielleicht hier mal... ...auf die Idee kommen... Ey Jungs, es fehlen Waffen im Lager. Können wir mal gucken, aber es ist hier alles Null Stück, Null Stück. Nö, eine Waffe haben wir hier. Eine Pistole, das ist eigentlich so traurig. Dann wundern sie sich, dass wir niedergeschossen werden draußen. Ja, das wundert mich echt nicht. Und hier haben wir halt auch nichts. Keine einzige Panzerung so. Nee. Ich kann nur Munition bestellen. Das wäre das einzige, aber Waffen fehlen uns komplett. Können wir mal gucken, ähm... ...wie wir so eine Waffenlieferung machen. Innenraum, aber es kostet mir zu viel. Wäre jetzt auch geil, so ein Innenraum changing. Gehen wir auch mal in die Dings runter. Ich muss mal gucken, in die Garage, ob da noch die Autos stehen oder ob die die auch alle verschrotten haben lassen. Und mal ein ernstes Wörtchen reden mit den Jungs. Oh, da fehlt aber viel. Aber hallo. Da fehlen schon ein paar Autos, doch. Ja, ich wette was mit euch. Die kann ich dann wieder drüben ausparken. Da fahre ich gleich mal hin, weil die... ...können die ja nicht holen, ne? Ja, die Frage ist, wie lange funzt ihr das so noch? Das ist die Frage. Ich fahre mal hin und schaue mal. So, mal gucken. Ist irgendein Hochrängiger da, der einstellen kann? Äh, jo, ich werde da. Jo, hier will sich jemand bewerben. Jo, alles klar. Mal gucken, meine Familie. Wie hier? 78 Personen, ja, da werden wir mal ein bisschen mehr. Schauen wir mal. Ich bin dort was geblieben. Ja, servus. Ich möchte mich gerne bewerben. Jo, äh, Bewerbungsphase geschlossen. Okay, schade. Hier ist ein Heukopf für Sie. Dankeschön. Bitte, wollt ihr mit Pokern? Ich möchte nicht mit dem Pokern, nee, danke. Okay. Aber Dankeschön für den Kopf. Den wirst ich mir jetzt erst mal aufziehen. Und damit werde ich jetzt viel Spaß haben, Günter. Wegen was sind Sie hier? Was? Wegen was sind Sie hier? Ja, ja. Ich wollte mich auch bewerben. Sind Sie mir nicht vorhin hinterhergefahren mit dem Scooter? Ja, ist sie. Und ich wollte gerade zusammenhauen. Weil der hat mich vorhin überfahren. Ich bin gerade eh in den Auto gefahren. Nein, sind Sie nicht. Ich bin vielleicht noch ein bisschen. Nee, der ist mit dem Roller vorhin hinterhergefahren. Hab ich gesehen. Ich sehe doch das Outfit. Ist er, ist er. Er hat mich auch zusammengehauen. Was? Günter. Äh, ich bin hier ein Motor zu fahren. Oh, perfekt. Komm, wir fahren zusammen. Ey, steig auf. Steig auf, wir fahren. Ja, aber Sie waren doch vorhin mit dem... Warten Sie ganz kurz, kommen Sie noch mit. Wir fahren doch mal weg. Warte mal. Oh mein Gott, Sie gehen mir das auf den Senkel mit dem hinten einsteigen. Können Sie das mal ändern mit dem hinten einsteigen? Erstmal eine eigene Taste für hinten einsteigen kannst. Das wäre super. Steigen Sie mal ein, Herr Maul, steigen Sie mal ein da. Nehmen Sie mich mit der Herr. Ne, ich nehme den Herrn Maul mit. Ja, steigen Sie einfach nicht. Ach, wie viel. Ja, Gott sei Dank nicht. Herr Maul, sind Sie vorhin in dem, in dem, äh, auf dem Roller? Sind Sie doch erschossen worden am Schwarzmarkt oder nicht? Nein, ich weiß nicht. Ja, das waren doch Sie. Ich denke, nein. Ja, natürlich waren Sie das. Sie haben das sehr, wie ihr Outfit an. Also, ich bin mir sehr sicher, dass Sie das waren oder nicht? Ja, Herr Maul, Sie müssen jetzt schon mit öffnen Karten spielen. Waren Sie das oder waren Sie das nicht? Ach, das waren Sie. Warum lügen Sie mich dann an? Herr Maul, warum lügen Sie mich dann an? Herr Maul! Herr Maul. Doch, dann haben Sie nichts mehr zum Sorgen, natürlich nicht. Noch perfekt. Wenigstens hält er jetzt mal sein Maul. Dann hätte ich mich so oder so nicht eingestellt, weil er mich angelogen hat, ey. Dieses blöde Stück, der hat mich gerade angelogen. Er hat gesagt, nee, er war das nicht. Und jetzt habe ich ihn nur mal drauf ausgepresst. Ja, ich mache es doch. Aber wenigstens hat er es dann zugegeben. Er hat es am Anfang gesagt, hätte ich ihn trotzdem eingestellt, wäre nett gewesen. Hätte er mich nicht angelogen. Ich mag es nicht, wenn ich angelogen werde. Sobald ich angelogen werde, ist es bei mir aus. Dann ist er aber aber unten durch. Aber cool, ich habe von dem einen, habe ich den Haifisch bekommen. Ja, ich möchte mal gucken, was zum Abschlepphof ist. Strafe 900.000. Ach, willst du mich verarschen, Alter? 900.000 Dollar, weil die Leute die Autos wieder falsch geparkt haben, oder was? Ich werde arm, Alter. Ich habe jetzt eine Million Dollar gezahlt. Ach, das war ja nicht... Ich habe... Oh, Alter, laber nicht. Warte, welche Autos? Ach, ich muss die unbedingt hochsetzen. Die dürfen nicht mehr fahren, das ist mir zu viel, Alter. Die müssen wir rausnehmen. Das ist okay, die 20k. Aber das andere geht gar nicht mehr, Alter. Das werde ich umändern. Die können ja nicht hier für 900.000 Dollar die Autos jedes Mal... Was ist hier? Konfisziert, was ist denn das hier? Entführer, Moe Lacasto. Also, das ist der, der es hier hängengestellt hat, ne? Rolls Royce. Ja, ich muss 700.000 für den Rolls, Alter. Die spinnen doch. Ne, also jetzt... Also, jetzt reiße ich hier die jüngeren Arsch auf, aber wirklich. Jetzt reicht's. Jetzt werden die Autos aber von mir... Höchstpersönlich... ...nicht mehr freigegeben für Höherrängige. Den muss ich jetzt ganz hoch stellen. 700.000, das eine 900.000. Also, das geht gar nicht, Alter. Das geht gar nicht. Also, jetzt guck ich mal rein hier. Meine Familie, ähm... Ne, hier muss ich mal gucken unter Fahrzeugmanagement. Ähm... Ah, doch, war eh richtig. Meine Familiemanagement oder Fahrzeugmanagement. Weil, Alter, das kannst du nicht machen. Ab welchem Rang haben wir die freigegeben hier? Ab Rang 5. Ich bin jetzt Rang 10. Ich mach die ab Rang 7 jetzt. Die werden jetzt alle auf Rang 7 gemacht. Ich geb doch keine 900.000 Dollar aus. Nur weil Leute, die genau diese Fahrzeuge falsch parken, also sind sie selber schuld, dass die erst später die, äh... ...Wägelchen hier kriegen. Äh, mir komplett... Lass mal mal schnell schauen. Was haben wir auf Rang 7? Familienmanagement. Da haben wir ja die Management-Rollenverwaltung. Rang 7 ist Kapo. Das heißt, die Knights schaffen's nicht. Street Boss ist, äh... Ja, da mach ich auf Rang 6 Stellvertreter. Street Boss. Mach mal das so. Rang 6. Dass die, die fahren dürfen. Weil ich... Also mittlerweile, also das geht halt echt nicht. Die können nicht diese fetten Autos fahren. Und die dann eigentlich irgendwo stehen lassen, dass die abgeschleppt werden oder so. Und ich darf die dann für 1 Million auskaufen. Das geht halt echt nicht. That's too much, Jungs. Das geht nicht. Jetzt machen wir mal Rang 6 alles hier. Alles, was teuer ist, Rang 6. Dann kriegen die unten halt gar nichts mehr, weil es ein paar gibt, die es nicht schaffen. Ähm... Rang 5, den werde ich auf jeden Fall auf mich stationieren. Auch nicht mitbekommen, dass der da drin ist. Rang 6, Rang 6, Rang 2, 2, 2... Warum ist der auf Rang 1? Müssen wir auch auf 10. Das ist Privatfahrzeug. Ich muss sagen, das Management-System, das könnten sich echt mal neu machen. Der ist auf Rang 1. Dann dürfte eigentlich auch keiner fahren. Da ist Rang 10 bei mir. So, Familienmanagement. Familienmanagement. Rang 10, 10, 10. Das passt. Das sind alles meine Autos. Hier, Rang 4, die Maybach-Pulmen. Auch Rang 6 nur noch. Das tut mir leid. Nur noch weiter oben. Den Rest können sie sich dann privat bei sich kaufen. Dann machen wir da Rang 5. Wobei, die Pulmen kosten ja saumäßig viel. Ja, alles Rang 6, hätte ich gesagt. Alles, was obere Klasse ist. Ist halt schade drum, ne? Nur, was ich ein paar nicht dron häuten kenne. Ist unglaublich. Dann werde ich wieder angeschrieben. Kannst du bitte dann immer runtersetzen. So, den habe ich auch rausgekauft. Der war saumäßig teuer. Da habe ich 900k bezahlt. Der geht auch Rang 6. Da habe ich saumäßig viel bezahlt für den Wagen. Rang 6. Wenn wir das Familienmanagement mal echt umsetzen könnten, dass man das direkt einstellen kann und nicht immer wieder neu anbauen könnte, das wäre echt toll, wenn man so viele Fahrzeuge hat. Insgesamt ist das halt echt ein bisschen blöd umgesetzt. So, Rang 10, 2, 10. Gott sei Dank ist der auf 10, der ist nämlich eine der krassesten Sachen, die du kaufen kannst. So, die sind ab Rang, warum ist der auf Rang 6 und der auf Rang 2? Warum ist der auf Rang 2? Bestimmt mal Rang 4 oder so. So rummisch das. Verstehe ich zum Beispiel nicht. Rang 3 ist okay, die hier. Rang 4, nee, dann mache ich die aber auch Rang 3 hier. Passt schon. Mal mal Rang 3. Rang 2, Rang 6. Warum ist der Rang 6 auch Rang 3? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 zahme Ziegen zum Zoo. Am 10.10. Um 10 Uhr 10 Zoo. 10 zahme Ziegen, 10 zahme Ziegen. So, dann machen wir den aber auf 5, ne? Die AMGG-Klasse machen wir da auf Rang 5. Wir müssen halt alles höher stellen. Das geht halt nicht anders. Sehr, sehr schade, drum dicker. 5, dicki. Wird das nicht auch in einem Stream gemacht? Dieses Einstellen von Fahrzeugen? Ich glaube nicht alle, ne? Alle haben natürlich nicht gemacht. So, die sind Rang 6, dann sind die Rang 5. Das passt. Das wäre doch wahr. Ey, positiv. Ich glaube, das ist jetzt okay, so, ne? Ja. Ah, was? Warte, warte, warte. Warum ist der hier unten auf Rang 6? Ah, ne. Das passt ja. Nevermind. Das passt ja Rang 6. Der Rang passt. Rang 6. Rang 5. Rang 6. Das passt. Alles auf Rang 6. Jawohl. Perfekt. Haben wir das Problem. Erledigt. Weil ich nie mehr ausgebeutet werde hier. Das ist ja unglaublich. Eine unglaubliche Repotenz, die wir hinten da kriegen. Ja, ich habe noch zwei Grand Coins leider. Muss ich wieder aufstocken. Jetzt ist es echt schwer mit dem Geld. Das wird jetzt echt schwer. Oh, seit wann haben die hier ein Riesenrad stehen? Jungs, Mädels, ist das Riesenrad gewollt? Ist das gewollt hier? In meiner Hinsicht sieht das ein bisschen strange aus hier. Ich glaube nicht, dass das hier gewollt ist. Warte mal, ist das hier oben ange... Doch, das ist gewollt, dass es hier oben angedings ist. Aber nicht schön angedings... Was? Warum macht man sowas? Also, das muss ich nicht verstehen, oder? Ja. Das muss ich bei Gott nicht verstehen. Aber das ist jetzt cool mit den Wänden. Okay, das muss ich auch nicht verstehen. Durchgehbare LED-Wände. Oh, wie war Stress. Der Stress ohne Grund. Ich glaube, auf der Tanzfläche darfst du aber nicht reden, ne? Oh, nee. Jetzt schallert es mich, glaube ich, gleich weg. Sicher nur wegen dem blöden Riesenrad, Alter. Wirklich. Das ist hier dieses blöde Riesenradrad gewesen. Wenn ich mir das angeguckt habe, was vielleicht übelst verbuggt war oder sowas, weiß ich. Das hat mich rausgeschaut. Der hat mich einfach weggeschubst. Ich habe nichts getan. Gar nichts. Der absolut bekannte Hauptplatz-Crash, meine Damen und Herren. Riesenrad, ja, aber der Crash juckt. Jetzt habe ich einen richtigen Crash und der juckt jetzt richtig hart. Der juckt jetzt hart. Der juckt. Oder ist es vielleicht das Andi-Cheat? Cheat ich zu viel? Vielleicht cheate ich einfach zu viel. Das kann sein. Ich glaube, ich cheate einfach zu viel. Vielleicht greift das Andi-Cheat die ganze Zeit. Ich glaube, ich muss mein Mod-Menü rausnehmen oder so. Wäre schon traurig. Mit meinem Aim-Bot, den ich immer benutze. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber in Rage, manchmal habe ich so die Tage, da kann ich übelst lang drauf zocken. Dann habe ich wieder die Tage, da crash ich mich dauerhaft raus. So wie heute. Ah, kurz geht raus. Pinky, habe es in Zeitlupe angeschaut. Zwei Leute hatten Waffe, war sehr unlogisch. Ist, wenn 20 Cops da sind. Verstand ich vorhin halt auch nicht, dass der die gezogen hat. Marcel Schüßler, guten Abend. Habe eine Stunde und 40 Minuten Geburtstag. Kannst du noch auf den Helion Koch um Pflanzen suchen? So viel dazu. Das war vor drei Stunden. Auf jeden Fall schon mal alles Gute. Das heißt, du hast schon Geburtstag. Dann auf jeden Fall alles Gute. Marcel Schüßler, Kurs geht raus. Bolle mit Krankenhaus-RP. Ja, Gott sei Dank nur kurz. Marvin Sieben, kannst du mich grüßen? Mach mal weiter so. Marvin Sieben grüßt mir, jawohl. Chris Saftik, dafür 90 Cent. It's the max. Danke für deine Doni. Bettina Schneider, Chris Saftik. Äh, Tort. Was? Tortis-Burf? Und Tobias Halbwitz. Danke für eure Donis. Und er schreibt, wie geht's dir? Liebe Grüße aus Grat. Dankeschön. Tobias, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Und Gruß zurück. Noch Grat, so letzter Aufenthaltsort. Aber das, Alter, ich will mich unbedingt in dieses Ding reinsetzen. Kann man, dass ich... Alter, das fährt ja gar nicht. Das steht einfach nur da, ne? Der kommt auch nicht so drauf. Das Ding steht einfach nur so da. Guck. Sind Sie mein Freund? Ich glaub nicht. Sind Sie nett, mein Freund? Ich glaub nicht. Mein Freund war da auch und hat nach Kleingeld gebettelt wie ich. Ich glaub, das sind Sie beim Veräuschen. Ich hab noch kein Kleingeld gebettelt. Ich bin weg. Schüpp, 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 schüpp. Können Sie mich mitnehmen? Können Sie erst mal im Auto ersteigen? Bitte, ich muss mich mitnehmen. Bitte, der will mich ausrauben. Wer will Sie ausrauben? Der will mich ausrauben. Wer will dich ausrauben? Der ist grad mit dem Motoren, der ist. Entschuldigung? Ich hab mir die Frage, wollen Sie den ausrauben? Hören Sie auf. Ja, das Lustige ist nämlich der, dass Sie ausrauben wollte. Das ist ein Freund von mir, dann raub ich sie mal aus. Ey, du wolltest den gerade ausrauben? Der wird gerade ausgeraubt von dir. Wer? Ja, der Typ da. Sie wollten mich ausrauben. Das geht so nett. Jens, der kann auch in den Tor. Willkommen, wir fahren mal zusammen. Kommen wir mit. Hilfe! Was hauen Sie uns? Was ist denn jetzt? Was ist das Schlägerei? Hilfe! So, jetzt hört ihr alle mal auf hier. Was wird denn das? Jetzt hört man auf. Das ist eh eine Schuld. Jetzt hört man auf, den zu schlagen. Der tut euch nichts. Jetzt geht mal weg da. Ja, doch. Der hat mir mein Dierchen... Jetzt geht mal weg da. Mein Gott, du. Ah! Komm, steil mal ein. Was fühlt denn der da von dir? Ich hab jetzt auf dem Rücksitz mit. Grüße. Der wollte sie nicht ausrauben, habe ich recht. Wie läuft's? Ne, der wollte sie gar nicht ausrauben, habe ich recht? Nicht. Scheiße, kein Bild. Also, sie sind hinter mir hergefahren, nachdem ich sie von Motorrad getreten habe, auszusehen. Jetzt hat sie mir die ganze Zeit hinterher gefahren. Ich wollte sie garantiert nicht ausrauben. Der wollte sie sich ja nicht ausrauben, nein. Okay, okay. Ja, tun sie das. Wie läuft's? Sie wissen ganz genau, dass sie nicht ausgraben werden sollten. Das ist ein typischer Fall da hinten. Ich setze jetzt da irgendwo aus. Sie fahren aber ganz schön, ganz schön radikal. Das ist mein, mein Tesla fährt das von selber. Ach so. War ich gar nicht, ja, ja. Können das so welche? Wie die was? Kann das jedes Auto? Ne, das kann nur so ein Elektro-Tesla kann das. Ach so, okay. So, ich setze jetzt aber da irgendwo mitten in der Gang-Viertel aus, dass ich auch neben der Grove Street, weil sie aussetzen. Und dann können sie von dort gerne wieder... Ach, dieser Autopilot ist ja unglaublich. Was ich zum Autopilot setze. Kann ich von da wieder ausgeraubt werden? Dann werden sie dort ausgeraubt. Genauso machen wir das. Ist das okay für sie? Kriege ich mich mal da nicht reinrennen? Nein, ich kenne gar nichts. Spitz können sie haben von mir, wenn sie das wollen. Ne, ne. Wollen sie einen Spitzer oder einen Spitzer? Ich habe beides für sie. Dann nehme ich den Spitz. Hallo, Entschuldigung. Nein, das ist... Ne, lassen sie mich, bitte. Dann warten Sie, ich muss nur fragen, ob sie behauen möchte. Ich verkaufe sie jetzt ohne irgendjemanden. Aber kriege ich das Geld, was sie eigentlich kriegen sollten? Ne, ne, ich verkaufe sie einfach. Okay, na dann, dann ist das ja eigentlich ein gutes Angeruch für mich. Entschuldigung, hallo, sie, hallo, sie, sie. Das kann ich gar nicht ausschlagen. Hallo? Warum hört er mich nicht auf? Ich kenne jetzt auch nicht rein von uns. Der Laufen ist am besten einfach rein, genau. Oh, ist halt keine gute Idee. So, da, la, so, da, la, so, da, la, so, da, la. Bleiben Sie ja drin, da, bitte. Sind wir schon drinbleiben? Achso, achso, okay. Ne, wie verkaufen Sie jetzt? Werde ich jetzt verkauft? Sie werden verkauft. Okay. Für zwei. Äh, meine Mide läuft vielleicht ab von meinem Motorrad. Ist mir auch scheissegal, wie verkaufen Sie jetzt. Aber das will ich nicht. Ist mir egal, wie verkaufen Sie trotzdem. Entschuldigung, hallo. Okay, der wurde auch weg. Ich würde sagen, ich steige jetzt einfach alle lieber ein. Ja gut, dann verkaufe ich es jetzt woanders. Ist gerade ein bisschen schlecht, wenn doch Gott geschossen wird. Machen Sie das bitte. Solange sie mich nicht hier verkaufen. Wo soll ich sie hin, wo soll ich sie denn hinbringen? Boah, ist eigentlich egal. An wem wollen Sie denn verkauft werden? Suchen Sie sich was aus. Was ist denn? Welche sind denn sehr radikal? Ja, die hier. Die sind ziemlich radikal. Die sind, oh ja, ich höre es. Ich höre es. Ja, ich hätte gesagt, wir setzen Sie doch einfach mit rein und dann hört sich die Sache. Ne, ne. Ja, warum nicht? Ja, da setzt man Sie ab oder will ich Ihnen viel Spaß? Warten Sie mal. Ich werde mal hier so ein bisschen ranfahren, dass Sie vielleicht mal Sie hinten sehen können. Vielleicht mal Lugi-Lugi machen. Oh ja, das sieht. Ja, das ist doch. Da ist es genau richtig. Das ist genau die Scheisse, auf die ich doch Bock habe. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Hallo, Entschuldigung. Ich bin jetzt raus. Ne, es ist erwischt. Ich bin schon vergeben. Hier ist, äh... Ne, ich schau jetzt mal, was Sie machen, wenn man da hin... Kann ich nicht zu Grölf? Was ist, wenn wir denn hier rückwärtsgang reinfahren? Ich will zu Grölf. Ich bin der Erste, der tot ist. Ja, genau das ist ja das Ding, was ich umsetzen möchte. So, muss ich mal gucken, dass Sie mich hören da hinten. Hallo? Hallo, Entschuldigung. Hallo? Guten Tag, hallo? Hallo? Oh, der ist jetzt aber... Hier Leute... Oh, ich glaube, Sie möchten nicht angesprochen werden. Ja, ich glaube, die wollen sehr wohl angesprochen werden. Hallo? Entschuldigung, ich habe eine Frage. Hallo? Haben Sie Lust, jemanden mitzunehmen? Der hinten drin, den braucht man nicht, weil wir würden ihn gerne verschenken hier drin. Ich dachte, verkaufen. Ne, wir verkaufen dich nicht, wir verschenken dich an die. Okay. Können Sie den bitte rausnehmen? Bitte nehmen Sie mich nicht, ich bin sehr anstrengend. Den können Sie gerne hinrichten, wenn Sie wollen. Ich wollte ihn auch hin, die Beine. Was ist denn weg? Der hat auch ganz viel Geld dabei, habe ich gehört. Ich habe kein Geld dabei. Hey, verpisst euch mal kurz hier. Ja, und wenn Sie nicht mitnehmen, brauchst du denn nicht hinten? Ich finde schon noch einen schönen Tag. Aber ich fange halt weg. So. Ja, für wollen wir. Das ist doch mal ziemlich schnell. Aber das ist übergängig. Ich will die Grauf. Das ist die Grauf. Nee, hier ist die Ballers. Hier vorne ist die Grauf. Ja, aber da hinten ist noch die Graufs drin. Da fange ich mal rein. Schau mal. Grauf steht hier sogar noch die Grauf. Ja, da sind wir Eugend safe im Ort durchfahren, oder? Nee, das ist nicht safe. Also wenn Sie hier reinfahren, dann sind es glaube ich, ich stelle, ich tut. Also gucke ich, okay. Die Grauf ist zu. Der V8-Mutter hat glaube ich einen kleinen Maggerer bekommen. Boah, der macht hier aber Blockade, ne? Da kommst du jetzt so einfach rein in die Grauf, da. Die Grauf, die Grauf ist zu. Die Grauf ist halt belegt. Ja, nee, dann fange ich nochmal vorne rein. Dann frage ich mal ganz nett nach, ob die das haben wollen. Fahren Sie am besten einfach schnell durch. Ja, aber das ist doch, ist das nicht Sperrgebiet? Ja, auf jeden Fall. Sie werden schon der Tod sein, als wir, äh, sie werden alle tot sein. Ja, dann weißt du doch, ob es Ihre Tod kommt. Das muss doch genau so, oder nicht? Das ist der Erster Sinn, der tot ist. Entschuldigung. Ich bin schon getreten. Hallo? Hier ist eine sehr radikale, oh. Ich hab ne Frage. Grüße. Helpen Sie mir. Ich hab ne Frage, können Sie den Herrn, der hinten drin sitzt? Können Sie den mitnehmen? Oh, bei euch läuft's ja. Ey, darfst ihr hier rein? Ja, das sind meine Freunde. Ich bin sehr angeschränkt, bitte nehmt mich nicht. Ne, können Sie den mitnehmen, der hinten drin sitzt? Weil der, der, der ist schon die ganze Zeit nervig und der nervt die ganze Zeit hinten. Könnt ihr mit dem irgendwas anstellen? Ja, komm, steig aus. Ja, komm, nehmt ihn mal raus. Nein. Dankeschön, das ist sehr lieb von Ihnen. Ich sehe Bewerbungsphase, oder ist sie zu? So. Grüße, ey, Grüße. Nein, lassen Sie mich. Dankeschön, das ist sehr lieb von Ihnen. Das ist wirklich sehr lieb von Ihnen. Hallo, ich will Sie sich gerne bewerben, oder ist die Bewerbungsphase leider zu? Äh, da ist noch ein Graufler hinten drin. Wollen Sie drin sitzenbleiben, oder wollen Sie aussteigen? Jo, 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 jo. Wollen Sie mitkommen? Ihr könnt auch gerne wo hinfahren, wenn Sie wollen. Ja. Ja, mir ist egal. Oh nein. Ja, ich will nicht gerne bewerben. Lass ich steigen aus, ist alles gut. Äh, vielen Dank, Jungs. Ich, ich hab euch was, äh, wenn es mal was gibt, dann bin ich für euch da, ne? Ähm, ich bin 15, aber ich werde dann 16. Scheiße. Gerne, gerne. Hast du gesehen, wie gut das gerade ging? Die sind voll, ne, die Graufler? Das gingen ganz gut. Oh, ich liebe die. Die haben ja auch mal gezeigt, wo man, äh, äh, Sachen verkaufen kann. Und die sind echt nett, ne, die Jungs? Immer, immer bereit, wenn es was gibt. Oh, mir hat gerade wer geschrieben, wir werden in den nächsten 10 Minuten zu ihnen kommen, und dann klären wir das. Wie ist denn das denn? Warte, wir mal ganz kurz unbekannt. Das ist ja schon wieder, das ist schon wieder der, der so viel nervig ist. Ich muss mal gucken. Ich habe bestimmt sechs umgelegt. Okay, ja gut. Hm. Gucken wir mal, wer das ist. So, wir sind ja in 10 Minuten mit uns treffen. Ich habe auch nichts gemacht. Der meint, äh, sechs, sechs Familienmitglieder haben seine Leute umgelegt, oder so. Also, sechs, äh, von ihnen hat es getroffen. Ach, scheiße, ich muss das Ding aufladen fahren. Wo ist es denn, ich sehe, Zapfsäule. Scheiße, ach, kacke da, irgendeine. Ich lasse ich, ich lasse den mal vorne, Tesla. Der fährt von Saves, ist ganz angenehm. Ich feiere, ich feiere es gerade so, wie die den mitgenommen haben und einfach schossen habe vor uns in den Augen. Ich feiere das gerade so hart. Ui, da dauert fünf Stunden, bis die... Hat so eine kleine Kiste, würde ich mal sagen. Aber fünf Stunden, bis zum, äh, Superpreis. Aber wenn ich das jetzt hole, kann ich das auch jetzt holen? Was soll das Ding hier aufladen? Ey, hat jeder eine andere Schatzkarte, oder ist jemand an der selben Stelle? Jeder hat eine andere. Okay, ja, ich weiß nicht, wo das ist, warte mal. Ich könnte dort hinfahren. Ja, bekommen Sie einen Containerpapier, müsste das eigentlich sein. Wo soll das sein? Jede Stunde kann man ein neues Team finden. Ja, ich fordere mal hin, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Muss irgendwo an dem, äh, Krankenhaus sein. Ich glaube, ich kenne das Krankenhaus. Okay, fordere mal kurz hin. Ach gut, dass du mir was sagst. So, komm mal. Kann man da was abstauen, meine Schatzkiste? Ja, man kommt in den Container, was ist das? Okay, das ist ein Win, da bin ich dabei. Gut, ich fordere mal hin. Ich vermute, es ist daraus. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin falsch abgebogen. Oh, das wäre doch geil, Alter. Gratis-Container. Ich glaube, das ist sogar richtig, wo ich gerade markiert habe, ne? Da fahre mal hin. Jungs und Mädels, da geben wir mal Gas. Nach großer Suche haben wir ihre Nummer bekommen. Sie sind doch der Kopf der Bande, oder? Muss ich schon da zurückschreiben, ne? Ne, keine Ahnung, kenne ich nicht, welche Bande? Was? Was? Wie? Eingestuft? Jede Stunde müsste man eigentlich ne neue Schatzkarte bekommen. Das ist halt komisch, wenn steht, 5 Stunden gibt es den Super-Schatz Standort. Also in den 5... Fällt man nochmal da irgendwo hin? Ja. Dann müsste man irgendwas Legendäres oder so kommen. Dann kriegt man ne legendäre Kiste, oder wie? Ja, was wahrscheinlich teuer ist. Achso. Das haben wir mal richtig gut gemacht. Ja, ich hoffe, dass was geiles drin im Container ist. Ich brauche nämlich Kohle. Aber das müsste... Hier, das müsste das Ding sein, ne? Hier müsste der Container sein. Hier muss jetzt irgendwo... Also hier müsste es jetzt irgendwo sein. Ich habe doch geguckt, das ist auf dem Krankenhaus, was. Also hier müsste es sein, irgendwo. Wenn nicht, bin ich komplett bescheuert. Ich muss... Ich gucke mir mal nach, was da drauf steht. Okay. Boah, das ist aber ganz schön schwer, das Foto, ne? Das ist richtig schwer. Hier, die Einfahrt. Ne, das ist doch ein bisschen an... Ah doch, das ist das Richtige. Hier ist die Einfahrt. Dann muss man links... Dann ist es hier oben. Oder unten. Oben oder unten. Ah, da ist es, oder? Ne? Ah doch, hier. Das ist sie. Ich bin richtig gut. Ich bin richtig an der richtigen Stelle. Ne, es ist unten, es ist unten. Aber es ist das richtige Haus. Ich sehe es am Ding, dass das richtige Haus ist. Das ist der Sound auf der Spende. Äh, so, das müsste aber... Hier müsste es jetzt irgendwo sein. Das ist ja... Ist das hier? Es ist das... Ich habe nicht geguckt, das ist das richtige Haus. Aber ich finde es gerade nicht. Die Location. Aber es ist das richtige Haus. Ja, bei meinem... Bei meinem ersten Container bin ich auch irgendwie 20 Mal vorbeigefahren. Warte mal, ich muss mir mal gucken. Das gibt es doch nicht. Das ist die richtige Fassade vom Haus. Das ist dieses... Oder? Wartet mal, wartet mal. College, Surgery, Clinic. Ja, das ist das... Das ist die richtige Textur vom Haus. Das ist richtig. Ich muss nur gucken, wo diese Ausfahrt ist. Das gibt es doch nicht. Die muss doch hier irgendwo sein. Bin doch nicht so bescheuert. Dann kann es nur... Ja, dann kann es nur hinten sein, ne? Hier, ne? Da ist es dann. Ja, hier. Ja, ich habe es gefunden. Da war noch hinten. Aber ey, ich habe an dem... Müssen Sie sich vorstellen... Oh, Wüstenschallcontainer. Müssen Sie sich vorstellen... An dem Foto habe ich direkt erkannt, wo es ist. Krass, ne? Der erste Ort... Nur diese Garage und hier links das Ding. Direkt gewusst, wo es ist. Mal gucken, wie ich das aufmache. Ey, wo mache ich den Container auf? Muss ich den erst abholen, oder? Ne, mit dem I-Muster. Achso. Bin ich mal gespannt, was drin ist. Ah, da ist er. Leute, seid ihr ready? Wüstenschallcontainer. Das ist mal geil, Alter. Und das sogar mit Geld kriegst du. Also entweder wir kriegen so einen Wüstenschall, der richtig geil aussieht. Den hätte ich übelst gerne. Schauen wir mal. Bitte Wüstenschall. Bitte Wüstenschall. Und der ist gratis gewesen. 5000 Dollar. Alter, leck mich. Ja, super. Ich habe richtig scheiße bekommen. Ups. Ich habe einen Wüstenschallcontainer aufgemacht. Und da waren jetzt... Da war jetzt nur 5000 Dollar drin, leider. Schade. Aber hey, ich habe mich trotzdem gefreut. Cool. Immerhin. Bitte? Oh, alles gut. Bin ein bisschen leise, ich weiß. Ja, das können Sie jede Stunde machen halt. Perfekt. Ich muss noch gerade schnell was abklären, weil da mich wer angeschrieben hat. Okay. Noch eine? Ne. Muss ich warten eine Stunde. Äh, boh, 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 boh. Wo ist er denn? Geschenke? Ne, brauche ich jetzt nicht. Ich gehe nochmal auf die Nachricht, dass er mir geschrieben hat. Er will irgendwas mit mir klären gerade, Leute. Er will irgendwas klären. Müll. Ja, 5000 Dollar nur, leider. Aber äh, ein Klingengauel schaut man nicht ins Maul, oder? Sind wir uns alle einig, oder? Oder nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich wäre schon irgendwo. Ich muss mich mal gucken, dass ich irgendwas zu essen bekomme. Langsam wird es nämlich knapp mit dem Essen. Ist da nicht irgendwo eine Tank... Achso, wir sind da in der Hood, da soll ich vielleicht nicht zu einer Tankstelle gehen und dort Essen holen. Das wäre vielleicht gar nicht so scheiße. Ach, das Ding ist fett schnell. Ui. Jetzt noch ein bisschen Noss, das wäre jetzt nice. Auf jeden Fall Noss, das ist ein Elektroauto. Bringt sich viel. Vielleicht für die Kühlung der Batterien vielleicht geeignet. Für mehr Leistung. Kühlte Batterien. Das ist nicht überhitzen. Oh, geschlossen. Ach, der Laden hat geschlossen, habe ich recht. Hm, ich glaube, der hat geschlossene Laden. Habe ich das Gefühl, das dumme, blöde Gefühl. Ja, wenn ich jetzt Produkte anzeigen gehe, wenn ich jetzt was zu essen haben möchte. Ach, der hat ja gar nichts zu essen. Oh, Schein. Der hat ja gar nichts zu essen da. Hä, was ist das denn? Weißt du, ich denke mir halt, wenigstens irgendwas kleines zum snacken. Ach, schau mal. Eine drehende Flasche kannst du kaufen. Das heißt, ich kann hier in dem Laden, wo alles gefüllt ist mit Essen und Trinken, nichts essen und nichts trinken. Also sehr toll. Danke, Bruder. Perfekt. Obwohl ich vorhin eingestiegen bin. Wer kennt es nicht? Der von vorhin, ne? Muss ich irgendwo abchecken, wo es Essen gibt. Ich glaube dann sonst vielleicht bei der Post-Abholstelle vielleicht. den Food-Wan oder so offen. Geht halt darum, dass ich mal... Oh ja, da gibt es einen. Oh, Gott sei Dank. Gehen wir auch schon was zu essen holen. Gott sei Dank gibt es hier was, ey. Gott sei Dank gibt es einen Food-Wan. Ja, Robert. Kaufen wir erst mal zehn Stück, oder? Hätte ich gesagt. Ja, Fakt. Boah, das hat viel. Huder. Hätte ich gewusst, dass er so viel wiegt, hätte ich nie so viel gekauft. Na ja, egal. Das ist schon drin. Ich könnte so kotzen beim Einsteigen jedes Mal. Ich bin da gleich schießt da hinten. So, das iPhone nochmal gucken, ob der mich den Zug beschrieben hat. Vielleicht gibt es gleich eine Massenschießerei, weil der Endsmatt ist. Guck mal mal. Ja, und was? Wollen Sie klären? Ach, jetzt ruft er an. Ich glaube... Hallo? Hallo, bitte? Ey, möchtest du mein Freund sein? Ich bin nämlich arm. Wollen Sie meine Nummer? Möchte ich raus aus der Leidung der Hohlbirne? Möchte ich raus aus meiner Leidung der Hohlbirne? Wollen Sie mein Freund sein? Wird Gott, wer angerufen hat und gefragt, ob ich sein Freund sein will. Ach, ich kriege wieder eine Nachricht dort. Ich muss gucken. Warte, eigentlich kann ich eigentlich Auto fahren, wenn dessen ich einen anrufe. Aber ich probiere das mal. Ich tue mir irgendwo für meinen Tesla versetzt. Dann guck mal, ob das geht. Schau mal mal. Klappt das? Oder es klappt? Ich kann Auto fahren und in der Zwischenzeit telefonieren. Ist ja voll geil. Also sagen wir mal so. Gestern gab es einen Konflikt zwischen ihrer und meiner Familie. Laut den Infos, die ich bekommen habe, wurden sechs von meinen Leuten umgeschossen. Na gut, dann... Ja gut, dann treffen wir uns zu Parkplatz in drei Minuten. Wollen wir mal. Dafür kann ich nichts. Das ist... Ja, super. Das ist der Erdpilot. Der kann dafür nichts. Der probiert nur sein Bestes. So, warte, was hat er jetzt noch geschrieben? Ah, das ist aber echt lässig so fahren. Meine Gang hat sich dazu entschieden, dass wir irgendwie Rache ausüben müssen. Erklären das einfach. Schauen wir mal, ob er sich, äh, Palito trifft mit mir. Boah, Alter, der Autopilot, der ist ja richtig gut, Leute. Guck mal, ich lasse jetzt den Autopiloten fahren. Das mache ich gerade gar nicht. Der Beifahrer wird sich denken, was mit dem fahre ich. Inzwischen kann ich mal Handy gucken. Das ist ja das Geile. Aber perfekt läuft der Autopilot nicht, ne? Das wissen wir schon mal. Aber er läuft gut. Also, ich muss sagen, dafür, dass er komplett von selber fährt, ist das schon mal ganz lässig. Vor allem, ich kann ja in der Zwischenzeit, kann ich hier reden, kann einfach SMS schreiben und er fährt nicht dorthin. Besser geht's nicht. Und vielleicht fährt er sogar besser. Nein, wir werden sie finden und dann zeigen wir euch mal, wie das Schießen richtig funktioniert. Ähm. Hallo? Hallo? Wer ruft an? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Warum leid, sind Sie jetzt schon? Ich wollte Ihnen nichts tun. Ich wollte Ihnen Geld annehmen. Ich habe gesagt, morgen Sie sich raus aus meiner Leitung, Sie holen, Björne. Weiß Sie, ich kenne ich. Nein, bitte. Ja, sind Sie denn? Warum wollen Sie mein Freund sein? Wo haben Sie meine Nummer? Wo haben Sie meine Nummer? Die, die Nummer, die war in einem Laden. Ach komm, seien Sie leise, komm. Ja, Mist. Ach komm. Schau mal. Nein, wir werden sie finden und dann zeigen wir euch mal, wie das Schießen richtig funktioniert. Ja, ich so, ähm, also sind Sie stinkig. Er ruft jetzt an. Hallo, guten Tag. Hallo, ähm, mir wurde Ihre Nummer weitergeleitet. Ähm, ich wollte fragen, ob die, ähm, Bewerberfaser gerade offen ist. Also, das Einzige, was gerade offen ist, ist gerade mein Arsch, weil ich habe richtig harten Durchfall. Oh ja, das ist was Schönes. Das ist ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Hallo? Hallo? Und er ist richtig stinkig, der anruft sich im Anrufen. Er so, nein, wir werden sie finden. Also, ich denke mal so, wir kann es, ich kann mir so kommen, sie in drei Minuten ein paar Liederleiten. Oh, was macht man? Ein Auto, Hilfe. Hilfe, wo will das hin? Tesla, hallo? Ich mach doch, hallo, Tesla? Ja, das ist Qualitätsarbeit. Ich würde Ihnen jetzt schon mal empfehlen. Sind sie stinkig? Waren sie duschen? So. Lass sich darauf einstellen, dass jetzt gleich mal hageln wird. Also, bei uns ist kein Regen und auch keine Wolken. Lell. Sind denn überhaupt nicht ernster Typen? Alter, dieses Autopilot ist doch nicht so geil, wie ich mir gedacht hab. Ne, ne, ich bin nicht stinkig. Ja, doch ein kleiner Stinky. Alter, wo will der Autopilot hin? Der macht hier komplett die falsche Welle. Ich möchte doch nur, dass der Autopilot... Wo fährt er mich denn hin? Was ist denn mit meinem Tesla los, Alter? Mein Tesla fährt dorthin, wo er gerade walk hat, hab ich das Gefühl. Fährt er in die nächste Mauer rein, .de. Sind ein sehr lustiger... Das kann man nicht ernst nehmen. Also... Das geht. Also, es ist beinahe, Brudi. Ja, aber... Sie kann... ...an leider... ...nicht ernst... ...nehmen. Das Lachen wird Ihnen noch vergehen. Wir werden gleich sehen. Okay. Viel Spaß. Stinky. Stinky. Oh, nee. Ich hoffe... Ich werde etwas mit euch mit diesem Meda-Peler, der guckt, wo ich im Stream bin und dann kommt er mit fünf Leuten und ballert mich um. Ich werde etwas mit euch. Und dann heult er wieder rum, wenn er im Admin-Knast sitzt, weil er gestreamt hat. Ich finde das immer so lustig, aber es sind... Es ist 100% wieder derselbe, der letztes Mal mich schon so angepisst hat. Oder ist es der... Ich weiß nicht. Also, es ist immer lustig, immer wenn ich online gehe, die wissen immer, wann ich on bin und dann schreiben sie mir, dann haben sie eine Nummer von irgendjemanden bekommen und wenn sie mir dann schreiben, dann sind sie richtig hart stinkig und ich weiß nicht mehr, um was es geht. Weil ich einfach nicht da bin. Dann kommt er, ja, sie haben sechs Leute umgeschossen. Ich habe immer so, ja, was habe ich damit zu tun? Ja, das ist Notter Gameful. Dann erklären wir das auf ein paar Lied. Und dann so, nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Nein, 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 das können wir nicht machen. Sie werden auch sehen. Es wird gescheppert. Es wird bald hagelt oder so. Ja, bei uns ist noch kein Regen. Lell. Warte, die Leute sind aber echt salty, ne? Aber der ist richtig salzig. Soll ich Salzstangen mitbringen? Oder sind sie salzig genug? Fragezeichen. Oder sind sie sauer? Dann kann ich auch gerne saure Gurken mitbringen. Oh, da ist jetzt keiner. Perfekt. Ja, der will sich nicht treffen anscheinend. Wollen sie sich wirklich mit der grünen Familie, äh, Frosch, was? Familie Frosch? Achso, das ist Familie Frosch. Ist das, okay. Sind sie die Froschfamilie mit den Einleg-Gurken? Wartet mal, Leute, ist das zu schön. Ich muss jetzt, äh, zack. Warte mal, ey, lass mich. Warte mal, ja. Dürft ihr mitlesen mit mir? Das ist grad ziemlich lustig. Ich unterhalte mich grad entsprechend, dementsprechend lustig. Sind sie die Froschfamilie mit den Einleg-Gurken? Ja, bitte rufen sie gerne an. Was ist die grünen? Meinen wir ich dir die Ballers? Ich war doch grad dort. Sind sie die... Oh, scheiße, ich muss meinen Motor abstellen. Ach, das ist, das ist aber filmreif hier, der, 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 die Konversation mit dem Chat. Äh, ich muss mal gucken, äh, ist hier irgendwo ein Lade? Ach, da gibt's wieder keine Ladesäule, ne? Ach, das ist der Scheiß an dem Auto. Es gibt nirgends Ladesäule. Dann fahr mal da hin. Ey, mein Tesla muss wieder zur Ladesäule. Ich fahr grad drüben, weil irgendwer meint, er wird mich jetzt gleich finden und mich, äh, und mich fertig machen. Deshalb guck ich grad. Also nicht wundern, dass ich am Handy bin. So, schauen wir nochmal. Krieg ich noch was zurück? Oh, jetzt, ja, ich krieg das zurück. Perfekt. Ich werde die Süßigkeiten dann einkaufen. Schatzi. So, wir brauchen... Doppelpunkt. Ein Liter Milch. Zwei Kilogramm, äh, Weizen. Äh, Weizenmehl. Dann brauchen wir noch, äh, zehn Dosen Cola Light. Dann einen Salatkopf. In Klammern Eisberg. Dann brauchen wir noch, was brauchen wir noch alles im Einkauf? Äh, gutes Kernöl. Und dann noch, ähm, zehn Dosen Gret Bull. Dann haben wir noch, was, was brauchen wir noch auf der Einkaufsliste? Bisschen, äh, Safran. Safran kannst du mitbringen. Äh, Curry. Pulver. Äh. Ich kann nix mehr richtig machen. Was haben wir noch? Ähm, Teebeutel vom Rind. Das gibt's gar nicht. Ich find's nur lustig. Und noch ne, äh, äh, ne, was, äh, ähm, Honig, Seife. Was könnten wir noch gebrauchen zum Einkaufen? Bisschen Brot. Brot, genau, ein bisschen Mett und ein bisschen Sal, ne, was brauchen wir denn, ähm, Zucker. Zucker ist gut. Zucker. So. Die Nachricht, du hast eine ungültige Nachricht eingegeben. Was hab ich denn falsch gemacht? Ist die zu lang? Ist meine Einkaufsliste zu lang? Das ist aber schlecht. Milchhüll? Wer kennt's nicht? Ist jetzt wirklich meine Einkaufsliste einfach zu lang? Perfekt. Ah, ist das nicht schön, dass mein Auto komplett von selbst fährt. Dann muss ich hier leider die Honigseife und so wegmachen. Ist das immer zu lang? Ach komm, laber nicht. Wie? Nur immer zu lang? Ach komm. Das ist vielleicht der Eisbergsalat, das Problem. So. Vergessen Sie nicht die Taschentücher, weil Sie verlieren werden. Ähm. Für den Salat. Das kommt aber ziemlich zackig zurück mit dem Kernöl, ne? Auto aufladen. Das ist gerade echt lustig, diese Konversation einfach. Das Auto fährt einfach komplett von alleine, seine Runden. Äh, ich fahr nochmal hier runter. Ich finde es wirklich lustig, wenn ich auf zack bin, dann kann er mich auch nicht kriegen. Wisst ihr, was ich meine? Was ist das Lustige? Wenn ich die ganze Zeit auf Tour bin, weiß er auch gar nicht, wo ich drin sitze. Aber der Chat macht gerade so Spaß, es macht gerade richtig hart Spaß, mit ihm zu chatten. Ähm. Nur Kirsche, also als Tee. Teebeutel vom Rind muss vom Rind sein. Sind Sie der Froschkönig? Also der Anführer von den Grünen? Sind Sie der Froschkönig? Möden Sie als Froschkönig auch Enten? Wenn ich 10 Enten und 10 Frösche kaufe, wie viele Enten sind dann im See? Fragezeichen. Der ganze Burfuidrottel. Ach ja, es hagelt noch immer nicht. Irre Wetter vor Aussichten sind falsch. Ah, Hilfe! Ah, mein Auto! Oh, mein Tesla! Mein Bein juckt. Ja, wenn Sie die 10 Enten in den See packen, sind ja 10 drin, oder? Nee, da bin ich anderer Meinung. Da bin ich, da bin ich, da bin ich anderer Meinung. Da bin ich anderer Meinung. Oh, die deutsche Bahn ist auch nicht pünktlich. Wann. 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 Wann schepperts. Endlich. Wann schepperts. Der Herr. Wann schepperts. Wann schepperts. Oh nein, mit dem Auto! Hilfe! Ah! Wo ist der Tesla so scheiße beim Fahren? Alter, ich höre, dieses Auto ist echt scheiße zum Fahren teilweise. Guck mal, irgendwas kaputt hier. Wir sind nur in der Planung. Alter, Hilfe! Ah! Das ist das Auto, das Autopilot. Wie kann... Wann muss das jemand erklären? Wann scheppert das denn über den Hauptplatz? Hallo? Ah! Hilfe! Ah! Der Tesla fährt amok! Ja, dann aber schnell. Die Wolken ziehen noch immer nicht auf. Ich dachte, sie scheppern. Scheppern heute noch? Fragezeichen. Wann schepperts denn? Alter, mein Tesla ist fast am Hauptplatz gerade amok gefahren, ne? Ich hätte lustig gefunden, wenn man dann dort hinten Richtung... Jetzt bin ich in der Grove. Bin in der Grove. Mit dem los. Was? Hahahaha! 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 Na, das Abrisse, dann nehme ich schon an, auf der Anfahrt. Ja, ich warte mal. Da wird mir nicht gescheppert. Wann scheppern die denn? Ich bin jetzt in der Grove. Ich bin hier. Also soll ich einkaufen gehen? Ich bin jetzt in der Grove, Alter. Ich muss jetzt hier... Es muss hier jetzt gescheppert werden, oder nicht? Weil er meinte, es sind die grünen Frösche. Jetzt bin ich hier und es ist keiner da. Ist wieder so typisch. Man schepperts denn hier endlich. Also, ich bin jetzt hier. Es muss jetzt gescheppert werden. Wo ist er denn? Oh, oh, stinky. Also, ich bin jetzt da. Also scheppern wir euch nix. Hätte ich nicht gesagt, dass hier gleich gescheppert wird, oder? Habe ich das nur falsch verstanden. Ah, da ist der Typ von vorhin. Der will mich scheppern? Oder wie? Das habe ich nicht verstanden. Der will mich scheppern? Ja komm her, scheppern. Wir machen eine Runde. Guck mal. Das end's, man. Weil ich mein Autopilot an. Der fährt mich dann. Autopilot aktiv. Der will mich scheppern. Guck, das ist der Typ, der mich scheppern will. Guck. Der ist richtig mad, Alter. Oh, 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 oh. Ich kann hier nicht einsteigen. Ah, Hilfe. Ey, ich hasse dieses Auto so sehr. Hilfe, ich werde gescheppert. Ich werde gescheppert. Ich werde im Auto gescheppert, Leute. Und das, weil ich hier nicht einsteigen kann. Ist das Ding kugelsicher? Das Ding ist kugelsicher? Ja, aber kein Scheiß. Das Ding ist kugelsicher. Der kann mich da drin nicht scheppern. Das Ding ist kugelsicher. Das Ding ist kugelsicher. Was? Ich glaube, Jens ist von uns gegangen. Ich bin… Äh, ich bin… Jungs, ich bin da, aber ich… Ich habe das Gefühl, das Auto ist kugelsicher. Äh, ich bin gerade im Tesla unterwegs. Sie haben gerade gescheppert und ich fahre gerade im Tesla und irgendwie geht da keine Kugel durch anscheinend. Ja, ich bin ausgestiegen und weckert. Ja, ich hätte sitzen bleiben können. Die haben nichts gemacht. Die ersten Leute haben sich schon wohl erreicht. Also wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt... Pass mal auf, ich mach jetzt was cooles. Pass auf, ich mach jetzt was richtig cooles. Na, warte, das Ding ist... Warte, wenn das Ding Kugel sicherst, ist das nicht so ein Bug-Abusing oder so? Verstehe. Soll ich das nicht reporten oder sowas in der Art? Soll ich ein Admin holen, dass das Ding kugelsicher ist? Ey, ich hol mal ein Admin. Soll ich mal reporten hier? Dann gibt es der Administrator, äh... Auto ist an den Scheiben. Warte mal. Das ist halt echt komisch, ne? Der hat ja, der hat ja reingeschirpert. Warte, ich wär eigentlich tot jetzt. Theoretisch. Also wenn der Tesla kugelsicher sein sollte, mit Absicht ist das richtig OP, das Auto. Denn die, die wollten mich ja grad scheppern, ne? Der hat ja, der hat ja reingeschossen hier. Aber es ging nicht weg. Oder hat der einfach nicht getroffen? Ne, der hat doch... Schau mal, ob ein Admin kommt, mal gucken. Schon strange, das Ganze. Ich hätt's lustig, dass die direkt wussten, dass ich im Tesla sitze, ne? Schon lustig. Sich der von vorne, der Typ, von vorne genervt hat. Also du musst die G-Taste drücken, ja. Warte reparieren. Die haben ja keine Mechaniker, das ist alles Self-Mechanik. Aber ich wär fast draufgegangen, weil ich ins Auto nicht einsteigen konnte. Fair enough, ne? Ich fahr nochmal vorbei, ich schau mal, ob das wirklich kugelsicher ist, das Ding. Das kann doch nicht sein, oder? Ich hab mal ne Frage. New. Äh, könntest du mal gucken, ob mein Auto wirklich kugelsicher ist? Ähm, ich hol gerade jemanden bei einem Gefängnislauf. Könnte aber danach kurz um Anwesen gehen. Ach so, alles klar. Ich fahr jetzt mal an der Grove vorbei, vielleicht seh'n die das nochmal. Es war nochmal vorbei mit der Kiste. Alter, der Tesla-Verkäufer war richtig demento, ne? Die wissen ja nicht, dass da den kugelsicher ist anscheinend. Aber ich weiß nicht, ob das... Ich fahr da ganz langsam durch, Leute. Ich fahr da richtig langsam durch. Jo, wo wird denn das gescheppert? Wo scheppert's denn jetzt? Aber ich hab den Edmund geholt. Ich weiß nicht, ob's jetzt wirklich kugelsicher ist, oder ob das nur so war. Jo, du bist... Du musst ein bisschen mehr schäppern, Brüder. Ein bisschen mehr schäppern. Oh, ne. Da bin ich schon der Grove-Street. Das war mit richtigem Wort gescheppert. Hallo? Schon mal ne Frage? Ja, du bist ja bei den Fröschen, oder? Hm, kann man so sagen. Ja, suchen die so einen... Jens, Ben, suchen die einen? Ich weiss nicht, wo der Typ ist. Ne, kann nicht sein. Aber ihr sucht den, oder? Ich könnte den bringen. Der ist natürlich da, nein. Bitte? Hallo? Hörst du mich? Soll ich dir den Typen vorbeibringen? Die haben die grad umgeschossen da hinten, ne? Richtig was. Richtig. Der so, ja, ich weiss nicht, wo der Typ ist. Ich sitz neben ihm. Der Bruder muss los. Bruderfreie Stoß. Mal zurück. Ich besorge mir gerade noch ein paar Sachen und dann kann ich mich auf ein privates Treffen freuen. Ja, ich mich auch. Hallo, ich steige drauf beim Schäppern. Ich freue mich aufs Schäppern. Hallo? Hallo? Ich glaube, du hörst mich nicht. Kann das sein? Gut, ich glaube, der hat gerade Angst vor mir bekommen. Da oben wird geschäppert. Da oben. Sehst du? Da wird richtig hart geschäppert hier drin. Willen aufpassen ein bisschen. Wieder auf mich schießen? Ach, die befeuern sich da oben auf dem Dings, auf den Dingsen hier. Hm. Komm mir hier vorbei. Wo ist jetzt die Grove? Wo würde ich jetzt schäppern? Kann ich da überhaupt reinfahren? Hä, wo ist jetzt die Grove? Äh. Äh. Mr. Ich schäbber euch. Soll ich den Bild senden? Wie ist denn dem Bild? Pass auf. Aber ich kann den kein Bild senden. Scheiße, das geht dann auf dem vorn nicht traurig. Ich bin da traurig. Ganz cool hier in der Grove. Irgendwie cool. So, fahr mal weg da. War übrigens ein Standort gesendet. Die sind geschenmert. Aber ich wüsste echt gemissen, ob das die Kuchen sicher ist. Die meisten sind gerade leider nicht zuhause. Echt Bruder. Voll, volle Kattel. Was ist denn der Typ, der mich scheppern wollte? Muss ich jetzt hin? Kann ich gerade noch anziehen und ausrüsten, natürlich tun sie das. Was will der von mir? Was? Oh, das ist der Typ mit dem Freund. Nein, ich will kein Freund von ihm sein. Soll ich denn scheppern? Ich meine, wir sind im Gangviertel, da kann ich scheppern, soviel ich will. Können wir nicht jederzeit scheppern, den Typen? Na gut, wir scheppern ihn, oder? Ja komm, scheppern ich jetzt weg. Warum willst du nicht mein Freund sein? Warum willst du nicht mein Freund sein? Wie wollen wir Freunde sein? Ja komm, siehst du aus dem Land gewinnst. So, jetzt ist meine Tür kaputt. Jetzt hat meine Tür weggefahren. Guten Tag, das LSPD hat es her. Bitte über Rückruf. Besser wäre es PD? Dinkelberg, PD. Was ist denn da jetzt auf einmal los? Vielleicht wegen meinem Auto was? Wie? Das ist sicher wieder so ein Fake-Ding, ne? Hundertprozentig. Ich weiß, PD schreibt sowas nie, Alter. Wäre da schon so oft verarscht worden. Ich sollte echt mal meine Nummer wechseln. Wäre gar nicht mal so schlecht, dann habe ich mal die ganzen Leute weg. Die mal sagen, nehmen wir eine Nummer von da und da her, ne? Ist tausendmal besser, aber ich schaue mal. Wenn er sagt, er heißt ja Dinkelberg, dann rufe ich da mal an. Dinkelberg. Soll ich da mal anrufen? Einmal auf easy? Easy going, ich mach das mal. Ähm, er meinte ja, ja. Gut. Was sagt ein Hund, wenn er... Ach, komm. Müll. Passiert nichts. Guten Tag, da ist das LSPD. Ich möchte meiner Familie beitreten. Und jetzt ist er vom LSPD. Natürlich ist er das. Ja, natürlich. Rückruf vom SMS. Was siehst du mit Langwaffe auf mich? Nein, nein. Nee, habe ich doch gar nicht. Keine Waffe ziehen. Man hört sich nicht. Warum nicht? Ja, was ist denn los? Hallo? Ich bin friedlich. Ja, was brauchst du denn von mir? Entschuldigung, man hört sich nicht daher. Was brauchst du denn von mir? Ich gebe Ihnen auch meine, äh, abgesegte. Wir warten, sie wird auch gerade ein bisschen Problemkotik. Perfekt, danke schön. Oh, mein Rückwärtsgang klemmt. Entschuldigung. Ach, scheiße. Mein Rückwärtsgang klemmt. Am Tesla. Wer kennt ihn nicht? Der Rückwärtsgang, der mal klemmt im Tesla. Leute, wer kennt ihn nicht? Ich glaube, ich werde aber jetzt wirklich mal meine Nummer ändern. Ich hoffe, das klappt. Ich habe jetzt eine SIM-Karte. Ich kaufe dich eine neue Nummer. Da kostet das was. Muss ich mal gucken. Ich will hier Freund sein. Der Rückwärtsgang, der klemmt. Es scheint fast so, es wäre kein Atmen mehr da. Aber ich kann es um diese Uhrzeit auch verstehen. Ach. Guck mal mal. Also, Führerschein, äh, Führerschein sei ich genau. Ich jetzt meine Nummer ändere, dann, ähm... Ach, ja. Der klemmende... Ach, ein neues Ziel. Oh, da will ich aber hin. Wo ist denn das? Oh, warte. Ich weiß, wo das ist. Das hier sind die Dings. Ich weiß, wo das ist. Oh. Das ist am Land, ist das. Äh, hier muss das irgendwo sein. Wo ist das hier markiert? Hä? Zielort. Markiert ihr mir das automatisch? Weil da würde es sein, Theorie... Nee. Jetzt müsste ich hier irgendwo sein. Ihr müsst es sein, hier oben. Geh ich aber nochmal hin. Vielleicht schebert er mich dann nochmal oder so. Ja, nochmal schebern, Jungs, 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 Jungs. Ah, wir fanden eh vorbei, perfekt. Ah, da habe ich jetzt Bock drauf. Jungs, 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 Jungs. Ey, aber da habe ich jetzt der Arme. Ja, aber komm, ey, der geht mir... Der geht mir die ganze Zeit auf die Schnürsenkel. Das ist ganz schlimm. Ach, warum eigentlich so? Ich kann ja hier den Pomat anmachen. Mit Autopillow. Ist doch angenehm. Kann ich mal vorlesen hier. So. Auf entspannt, Leute. Wobei, es ist doch noch ein Admin da. Der hat hier gerade Leute in den Admin-Knast gesteckt. Perfekt. Ähm. Perfekt, danke fürs Reinfahren. Das ist... Ey, ich liebe meinen, äh... meinen Tesla. Der kann das echt gut. Der kann so gut von selber fahren. Das ist unglaublich. Hat mich echt, wer das programmiert. Was macht er denn? Er sieht... Du siehst doch, wo er hin will. Was macht er denn? So, du fährst hier lang. Oh, Reifenguggen, Reifenrauche. Was? Aber will er jetzt von mir? Was will er denn jetzt? So, äh... Boah, da mal vorgelesen. Das haben wir auch vorgelesen. Toxic for life. Was versteht man unter einer Turbirne? Nichts. Ist viel zu laut. Echte Polizisten. Dankeschön. Neuer Hashtag. Ach, vielleicht kann ich sich hier entscheiden, zu welchen Dingen er hinfahren möchte, ne? Wenn er jetzt umreht, dann weiß ich's. Was ist denn das überhaupt? Warum ist da was markiert? Das brauche ich nicht. Zielort. Okay, keine Ahnung, wo das markiert ist. Frag mir nicht. Das ist doppelt markiert. Äh, Slessens. Danke für 5 Euro. Und für 5 Euro. Und mein der Herr Julian Pichel. Wann kommt mal wieder Rich-Kid-RP? Und, kennen wir doch. Ja, sowas wie Rich-Kid-RP ist halt schwer, weil, äh... Wir machen jetzt komplett andere RP als damals. Damals hatten wir so einen kleinen Server. Jetzt ist das ja schon ein bisschen anders, was das betrifft. Mit, äh, echten Geld und so. Also, echten, äh, RP-Geld. Also, wer weiß, wer wisst, was ich meine. Damals war das ja eher so, äh, scripted-RP, was wir gemacht haben. Als das ja auch noch klein war. Oder halt, was heißt ja scripted? Wir haben halt gesagt, wir setzen uns zusammen. Äh, Fox macht Cop. Andel und ich machen Rich-Kids. Und dann haben wir halt irgendwas gemacht. Haben wir halt frei aus dem Kopf gemacht. Aber da hatten wir noch keinen, äh, Server, wo andere Leute draufgezockt haben. Und da hatten wir noch nicht dieses, ich sag mal, Finanzsystem, wie es jetzt ist. Weil jetzt musst du halt selber das erarbeiten. Kannst ja nicht einfach Geld cheaten. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn der Hund mal links sitzt, ne? Finde ich auch mal cool, so mit dem GTA. Schon mal chillig, weil dann könnt ihr auch mal sehen, wie schnell ich fahre. Weil auf RLO ist ja alles so ausgelegt, dass unten rechts nix ist. Und, äh, grüß dich Jens von dem Auto, das du gerade fährst, nicht. Nein, liebe Grüße. Ja, aber das Auto hat, äh, Ding. Also, ich sag's uns mal. Administrator kontaktieren. Ja, weil das Auto, welches ich gerade fahre, ist kugelsicher. Schau mal, vielleicht kommt der ja, dann können wir das mal testen. Oh, kacke. Oh, jetzt kommt wieder der beste Part an der... Oh, nee. Oh, du scheiße. Hilfe, Hilfe. Ich, äh, Hilfe. Oh, was macht der denn? Ah. Drecksautopilot, Alter. Alles okay bei Ihnen? Äh, ja, danke. Alles okay und bei Ihnen? Alles gut? Ja. Bei Ihnen? Der Herrmann hat sie nicht. Mir geht's ihm gut. Weiß es auch nicht gut aus. Hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt. Ja, mir geht's gut. Mein Autopilot hat mich darunter geschäppert. Die Technik heutzutage. Nee, ich schaff das schon. Danke. Wie hat's der Autopilot? Alter, aber der, der, der hat auch sich gedacht, er macht das mal nach, was ich mache. Perfekt, gut. Fuß geht raus. Ihnen geht's ja mal hoffentlich. Ach, gut. Oh, Lukas. Der Rückwärtsgang klemmt. Immer. Er klemmt ihn ins Mal. Kuss geht raus, Lukas. Der dicke Kuss geht raus, Dicke. Vielen Dank. Dicke Dankeschön. Alter, der muss aber ganz schön oft auftanken, den Wagen. So, jetzt machen wir wieder Tempomat an und auf. Alles gut und ja, danke nochmal. Bei mir ist alles gut. Man hört sich wieder nicht. Ja, nee, ich hab gerade was auf die Sniper. Alles gut, perfekt. Ich, ich kann gerade nicht. Ich fahre gerade wohin. Boah, das ist doch ganz schön knapp. Wir müssen doch mal testen. Also, wenn, wenn der Admin das sieht, dass der Kugel sich hier ist, ist das doch, ist das doch Baggerbius oder nicht? Oder darf ich damit trotzdem rumfahren, obwohl der Kugel sich hier ist? Das ist jetzt mal eine Frage. Äh, es ist offiziell kein gepanzertes Fahrzeug. Tesla verbaut. Doch anscheinend sehr stabile Scheiben. Das meinst du wahrscheinlich. Ja, ich hab halt nur Angst, dass ich dafür jetzt gebannt werde, wenn ich damit rumgurke. Okay, das ist jetzt, äh, der Doof sonst. Weil, dass ich dann das abuse oder so, ja. Ja, aber wenn ich dann sage, er scheppert doch ins Auto rein und der kann nicht durchballern. Okay. Es ist offiziell kein, also, es ist offiziell nicht gepanzert. Gut, da weiß ich Bescheid. Weil ich hab mich schon vorhin gewundert, dass der nicht durchballern konnte. Das ist einfach, ich sag mal, ein Tesla, der eine Panzerung hat, aber ohne Dings. Aber da werden die das höchstwahrscheinlich fixen oder so in Zukunft vielleicht. Ich sage euch, nach dem Stream werden sich alle jetzt einen Tesla holen. Ich sage euch, wie es ist, der Tesla ist komplett kugelsicher. Aber bitte abuse das nicht. Das ist nicht gut. Oh, was ist das nicht? Das ist doch hier der Ort. Ah, nee, doch nicht. Das ist nicht der Ort. Warte, ich hab Autopilot ausgeschaltet, aber er macht weiter. Genau, mein Humor. Hier hinten muss das irgendwo sein. Also, da hinten ist irgendwo dieser Tank, den ich gerade vorhin gesehen habe. Wartet mal, ich zeige euch den mal. Äh, nee, na, nicht das. Die Schatzkarte, guck mal. Hier, dieser eckige Tank hier. Seht ihr das hier hinten links? Da sieht man das Gebäude von hier. Dieses eine Gebäude da hinten. Nochmal, Lukas. Hauptsache schon wieder. Ah, ich kann's nicht lesen, aber doch. 600 Schweizer Frankis rausgehauen. Bruder, ich hab eh noch versprochen, dass ich für dich noch eine Einblende heute mache. In diese Uhrzeit. Da hau ich nochmal eine raus, hab ich dir versprochen. Dürfen wir nicht vergessen, Lukas. Da haben wir vorhin 500 Schweizer Frank und jetzt nochmal insgesamt 100 noch reingewuppelt. Da kommt jetzt mal noch ein Einblende nur für dich, Bruder. Hau wir mal rein hier. Leute, lasst alle mal einen Hype im Chat. Hau wir mal auf hier. Auf geht's. Jetzt wechseln wir mal die Tante Sabrina aus dem Untergeschoss auf. So machen wir das. Der ist für Lukas unglaublich. Robert. Für Lukas Robert. Der war nochmal für dich, genau. Nochmal danke für 50 Schweizer Franken und nochmal 50 Schweizer Franken. Der Ehrenwuppel einfach 600 Schweizer Franken heute donated. Ich hoffe, er kann sich's leisten. Kuss geht raus. Obwohl man sagen muss, die Schweizer, die haben ja ein bisschen mehr auf den Taschen. Das ist logisch. Wacht, die Schweizer. Die können sich sowas mal leisten, Dicker. Ach, bin Dario, Dicker. Lass mal gucken, wie ein GTR, Bruder. Du weißt, muss ich wieder tunen. Dicker, dann kommt wieder die Polizei, wirst du angehalten, Dicker. Was ist das? Das ist das Haus mit dem Flachdach. Ich werde das nicht vergessen. Jedes Mal, wenn ich jetzt als Schweizer denke, denke ich an ein Flachdach mit einem Haus, Alter. Nur wegen Dario. Vielen Dank, Dario. So, wir wissen das jetzt genau. Ich such das. Wir sind ganz in der Nähe davon, von der Schatz-Dings hier. Das hier ist, das ist doch hundertprozentig das Ding hier. Muss doch das sein. Aber irgendwie ist das viel weiter weg von hier. Bin da so irgendwie falsch, aber irgendwie auch richtig. Ja, das ist, hundertprozentig das ist die Silhouette davon. Ich seh's doch. Da, dieser eine Übergang und dann geht's hier einmal hoch. Das ist das Ding. Dann ist hier so ein Zaun. Das muss hier irgendwo, also ein bisschen hier in der Nähe muss das sein. Das muss, das ist nicht weit weg von hier. Das ist richtig krass in der Nähe, Leute. Das ist richtig krass nah. Das Ding ist nur, wo ist es denn? Das ist das, das große Problem aller Fragen. Wo ist es denn? Ich glaub, weiter hinten ist es. Aber irgendwo hier muss es sein. Das kann nicht so weit weg sein von dem Spot, wo ich grad war. Jetzt ist es natürlich Nacht. Jetzt sieht man schlecht das davor, aber... Ich dachte hier so irgendwie, ne? Das kann doch nicht sein, dass das so weit weg ist. Warte, war's das hier? Ne, das ist ein Haus. Ah, warte, hier vorne. Das ist doch, äh... Ah, nee, doch nicht. Ach, Leuch, wo ist denn das? Da muss auch ein Zaun dazwischen sein. Leute, ich schau euch komplett falsch. Bin ich so blöd? Nicht falsch, das ist doch... Das ist das Gebäude hier hinten. 100%ig ist das dasselbe Gebäude. Wo ist denn das? Wo soll denn das sein? Da geht so eine... Okay, warte, warte, warte. Okay, ich hab ne Idee. Da geht hier oben dieses Ding entlang. Irgendwo muss beim Strommasten, muss es stehen. Vielleicht ein bisschen weiter rüber. Irgendwo bei nem Strommasten steht's. Also komplizierter ging's nicht, ne? Komplizierter ging's nicht. Suchet den Strommasten. Das geht auch nicht wieder zu weit weg. Alter, wo soll... Ich mein, das hätte ich jetzt gedacht, ist es, aber ist es nicht. Da bin ich schon voll vorbeigefahren. Ey, die machen... Die Schatzsuche war ganz schön assi. Machen die die so assi. So, ich kann nur mal gucken. Was kann doch... Ich war doch richtig nah dran. Das ist, wenn ich in die Richtung gucke, das ist auch der richtige Berg. Wenn ich in die Richtung gucke, das muss irgendwo sein. Ach du Scheiße. Lukas! Mit nochmal 400 Schweizer Franken! Au, der fährt mit daher. Was ist denn da los? Um 2.30 Uhr. Lukas haut nochmal 400 Schweizer Franken in den Port mit Danke, Robert. Das ist ja unglaublich. Alter, sag mal, spinnst du, Lukas? Ich hab nur noch gewartet, bis Andel kommt. Aber Andel ist erstens nicht auf dem Server. Und zweitens bin ich nicht auf R... Also auf RNO, genau. Das zweitens ist schon viel zu spät, dass Andel noch Danke, Robert für mich reinschreit. Ey, vielen Dank, Lukas! Da schweizer Lukas. Ich muss gleich niessen, Alter. Warte mal. Oh. Oh, Bruder. Ich... Was ist denn jetzt los? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Hilfe! Ich will hier gar nicht sein... Äh, äh. Ich möchte hier nicht sein, wo ist mein Auto hin? Hilfe! Jetzt komm ich da mein Auto gar nicht ran, oder wie? Ich muss hier ganz schnell weg. Ich bin in einem Kriegsgebiet. Oh, bitte. Lass mich schnell weg. Oh, aber ich muss... Oh, Bruder. Ich muss gleich niesen, Lukas. Ich muss gleich niesen. Ey, Kuss, geht raus. Lass alle nochmal ein Herz für Lukas da. Der ist noch für dich. Der Herzregel hier nochmal für dich um diese Uhrzeit. Kuss geht raus an dich, Lukas. Wirklich. Vielen Dank. Und nochmal... 400 Schweizer Flanken ist das für dich. Ich hab' jetzt schon wieder angerufen. Unglaublich. Einen Herzregel... In den Chat, bitte. In den Chat, bitte. Aber wirklich. Mach die Schweizer Herzchen rein. Ich hoffe, Lukas kann dir sowas leisten, Alter. Ich hoffe, äh... Dass er durch mich jetzt hier keine finanziellen Schwierigkeiten bekommt. Bitte, wenn ihr donatet, Leute, dann wirklich nur, wenn ihr könnt und dürft. Ganz wichtig und richtig. Wenn ihr euch sowas nicht leisten könnt oder ihr knapp bei Kasse seid oder so, bitte spendet dann hier nicht. Es ist wirklich ausreichend, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst. Wirklich. Da geht Kuss raus. Also vielen Dank. Ich hoffe, Bruder, du hast ein gutes Leben. Du kannst dir sowas mal leisten. Weil das ist saumäßig viel Geld. Der hat hier jetzt, äh... Der hat hier jetzt 1000 Schweizer Franken. Das sind über 1000 Euro. Der hat 500 Schweizer Franken. 400 und nochmal insgesamt 250. Das ist echt viel, Bruder. Lukas, vielen Dank. Aber bitte übertreibs nicht. Das ist wieder zu viel. Von einer einzigen Person einfach mal ein Taui, Alter. Also 1000... Tu mir den Gefallen und sag einfach ja. Nee, sonst fühl ich mich mega schlecht, wenn ich sowas annehme. Weil es ist einfach zu viel. Das sind 1000 Euro, halt. Das sind über 1000 Euro, einfach so. Das ist echt, äh, heftig viel. Aber ich find diesen bläden Dings nicht. Ich find den nicht. Das kannst du nicht sein. Der muss doch hier irgendwo, muss dieser... Ey, Leute, ganz ehrlich. Der ist doch hier irgendwo da. Nee, der kann doch nicht so weit weg sein. Ich fahr hier... Irgendwo muss da ein Zaun sein. Irgendwo muss hier so ein Dings haben, wo es... Das kann doch nicht sein, Bruder. Dass ich so lost bin, dass ich diesen Ort... Der ist doch... Der muss hier irgendwo... Da muss der sein, dann guck. Schatzkarte. Ja. Wo ist denn das? Wo zum Teufel ist denn das? Das kann doch... Hier... Ach, warte, 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 warte. Hier ist der See. Warte, wenn das hier drüben der See ist, das heißt es von... Das muss viel weiter drüben sein. Das ist dann wo ganz woanders. Das ist dann von der Sicht aus hier drüben oder von der Seite. Man sieht den See auf dem Bild. Au. Äh, warum sieht denn das dann so nah aus, ist die Frage. Das sieht ja viel... Also von hier aus sehe ich das ja nicht. Okay, ähm... Leutchen, ich, äh... Mach mich grad komplett crazy deshalb. Dann ist das hier irgendwo... Ja, dann... Ja gut, ähm... Das ist dann hier irgendwo. Ich war falsch. Das, äh... Hier muss es jetzt irgendwo sein. Da ist es! Ich hab's gefunden! Ah, ich hab's gefunden! Ah, da ist es! Ja, auf Flugplatz! Ich hab den... Ich hab den See vorhin nicht gesehen, dass der da drauf ist auf dem Foto. Hier ist er, guck! Und hier kannst du den... Den Blick zu diesem Gebäude gucken. Hier, das Gebäude da drüben, meinte ich. Ich hoffe, da ist was Gescheites drin. Ach, bitte! Nur mal ein Wüstenschal... Ich denke mal Würstelschal-Container. Ein Würstelschal-Container. Bitte machen Sie ihn auf und bitte machen Sie ihn zu. Einer wusste es, schauen wir mal. Sandy Airfield hinterm Hangar. Ich wollte aber selber draufkommen. Ich wollte selber draufkommen, Bruder. Ich hab's aber geschafft. Äh... Ja, wir machen auf. Wir schauen mal, was drin ist. Ich hoffe, jetzt ist ein Wüstenschal drin. Bitte. Ab in den Container und rein in die Olga! Ich seh nix! Warum seh ich nix? Ah, 5000, komm! Halt die Fresse! Kein Glück bei den Containern. Kein Glück. Der... Glück war mal da, aber schon lange nicht mehr da. Also ich guck hier vorn, dachte mir so sehr viel näher dran am Bild. Weil ich immer gedacht habe, je weiter ich weggehe, desto mehr Bäume stehen davor. Aber ich wusste nicht, dass man hier so gut rüber gucken kann. Krass! Ist noch wer da? Hallo? Jo, ey, ey, Jens ist noch da. Ich hab grad ne Stunde gebraucht. Um meine verdammte Schatzkarte zu finden. Ich war auch grad bei der Schatzkarte, ich hab aber grad abgefunden. Holla! Holla, die Wolltvieh, bitte, wie kann ich ihnen helfen? Stimmt nicht. Stimmt, ich kann sie mich bitte mitnehmen. Sie wollten nicht. Soll ich sie mitnehmen? Ich geb sie gerne mit. Muss ich nachher mitnehmen? Ich geb auch Geld. Darf ich mitfahren? Wer möchte mitfahren? Der Typ, der hat ne Waschung. Der Typ, der hat ne Waschung. War schön, dass du dir was machst. Ihr wollt uns verarschen. Oh, tut mir leid. Äh, ich will nur noch kurz mit deinem Kollegen hier zum Reiden. Ich muss halt zurück. Fahr doch einfach weiter, bitte. Was soll weiter? Der möchte uns nur verarschen. Der will dich auch verarschen, bitte. Der Typ im Auto hinter uns warte. Ich brems mal ab. Kannst du was machen? Hallo? Der lebt voll. Ist höher. Kommt, ich fahre mal weiter. Ich verstehe gar nicht. Ich verstehe gar nicht mehr. Darf ich euch mal aussetzen? Ist das okay, wenn ich euch irgendwie aussetze? Ja, eigentlich wollt man mitfahren. So, wir sind da. Bitteschön, einmal bitte die Reiseprissi fertig machen. Krass, ne. Ich geb ihr noch Geld, wenn sie auf die Seite nehmen. Aber die Führerensprache, ich weiß nicht, ob ihr Geld habt. Ich verstehe es nicht. Das hat er von uns. Hallo? Ich habe da schon wieder Leute drin. Die können wir wieder mitnehmen und verschärbeln. Hallo? Okay, du, Leute. Du, ich schieße. Ja, ich, du. Alles gut. Du, da sind schon wieder Leute drin. Achso, habt ihr den gerade probiert auszurauben oder was? Ja, er hat mich versucht auszurauben. Habt ihr euch gegenseitig probiert auszurauben? Nein. Ich verstehe es gerade nicht. Ganz ehrlich, ja. Nein. Nein, 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 nein. Zugeschlossen ist. Boah, ist zugeschlossen. Da kommt jetzt keiner mehr rein. Guck. Aha, er, 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 dm, er, dm, er, dm. Rdm, 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 Rdm. Ist schon weg, alter. Was ist denn da gerade passiert? Ist ganz schön weg. Mit dir sind die nicht immer im Auto drin. Ich danke dem Typen. Auch wenn das jetzt gerade, weil ich nicht legit von ihm geplayt war. Aber ich danke ihm trotzdem, dass es mein Auto leer ist. Danke. Wo immer du warst. Weiser Ritter. War Ritter des Rechts. Jetzt fahrt du mal zu diesem Punkt hier, weil ich noch nicht weiß, was dieser Punkt hier macht. Da drüben. Steht einfach, ich soll zu diesem Punkt fahren. Wie lange streamst du noch? Auch ein bisschen. Gucken. Ich fahr jetzt mal zu dem einen Punkt hin und will gucken, was da... Die Tür geht nicht zu. Das ist der Sound auf der Spende. Kommen Sie zum Pier. Oh, ich soll zum Pier kommen. Ach, warte, ich lass mal in Automatik fahren. Dann würde ich irgendwo reinfahren. Perfekt. Was schreibt er denn? Ist das derselbe von vorhin? Äh, nö, kein Bock. Äh, muss noch die Windeln von... Was hat er geschrieben? Aha! Aha! Aber mein Auto hat gerade abgebremst wegen dem Typen, ne? Irgendwie. Ich fahr ja nicht. Windeln, aber die... Von... Äh, äh, meine... Äh, Ratte... Wechseln. So. Ich hab keine Zeit. Beste Ausrede. Wenn euch irgendwer fragt, ähm, sagt einfach, ich kann nicht. Ich muss noch die Windeln von meiner Ratte wechseln. Weiß was, Raus, äh, Anblatt mich vor... 50.000 Stunden gefragt, ob wir was machen wollen. Und ich hab nur nicht drauf geantwortet. Ich antworte jetzt um 2.37 Uhr drauf mit... Ja, gerne. Das ist... Beste Freund, ihr, was... Nee, um 19.40 Uhr. Deshalb, ich hab um 19.30 Uhr angefangen zu streamen. Deshalb hab ich das nicht geantwortet. Also, ich muss Anblatt im Livestream... Du, Söckeme, Anbl, ich hab um 19.30 Uhr gestreamt. Ich hab's jetzt erst gelesen. Ähm, das muss man was machen, gell? Du, Söckeme, was ist denn... Eigentlich gut passiert, Anbl, wovon man doch hin? Beste Audio-Notiz. Wenn er morgen aufsteht, freut er sich. Ach, ist das schön. Okay, dann muss ich das, äh, Pinky leider wieder abbauen. Picknick, achso, Picknick. Achso, da soll ich, äh, ich fahr sonst mal hin. Ich schau mal vorbei. Ich schreib mir sonst nicht, ich fahr sonst mal vorbei. Ich hab das Pinky abbauen. Warte mal. Ne, lassen Sie ihr Pinky ruhig da. Ich komme gleich vorbei. Lell. So, kann mein Tesla bitte aufhören? So. Er hat extra einen Grilltisch mitgenommen. Da will ich einfach vorbeifahren. So, was ist hier jetzt? Warum soll ich hier hinfahren? Hier ist nichts. Danke, Bruder. Vielen Dank. So, dann fangen wir zum Pier, hat er gesagt. Da soll ich mal hinfahren. Da wartet er auf mich. Dann schau mal, ob der Autopilot bis zum Pier kommt. Ich liebe meine Autopiloten. Auch wenn er überall reinfährt. Es ist ein rein... Es ist kein reinrasiger Tesla. Es ist ein reinrasiger Tesla. Warte, der hat mir verdient. So. Tobi, danke für 21 Euro mit Zers vor vier Stunden, als das Schöner jetzt vorlesen kann. Exion. Wenn, äh, was... Wenn du wen zum Reden brauchst. Es sucht... Es sucht... Es sucht hier auch jemanden. Es wäre schade, nicht zu viel... Nee, alles gut. Ich habe nur vor ein bisschen getrockt, dass jetzt gerade ein bisschen schwere Zeit so ist. War einfach psychisch gerade. Aber ich habe ja meinen Andel. Ich habe meine Schandel. Ich habe meine Leute von Erlore auf Discord, mit denen wir oft reden, so. Das ist schon schön. Ah, 1 zu 7. Oh, Entschuldigung. Ist vorbei. Affe. Danke für 20 Euro mit Hallo. Was wärst du so technisch, wenn ich jemals gelesen habe? Einfach Hallo vom Affen. Äh. Jan Luca gar nicht. Danke auch für einen Euro. Dann Julian Pichl. Das haben wir vorgelesen mit Rich... Äh... Rich Kid RP. Das war das letzte, was ich vorgelesen habe. Selsens. Danke für 3 Euro. Dann danke auch an Jochen der Rochen. Kommt auf 3.0. Äh. Wie kann man sich verbinden, um zu spielen? Das steht halt so da. Ich wüsste es genauso vor, wie es da steht. Server dankt, wie man sich verbindet. Das steht so da. Ich lese es nicht falsch vor. Ähm. RLO oder hier Grand. Wobei, das war vor 4 Stunden, aber das RLO. Willaufonline.net. Lauvelu. Moin. Hab mich, äh, gedacht, ich donate nach 2 Jahren auch mal was. Kuske draus an, äh, Lauvelu. Lillimausi. Du bist klasse. Vielen Dank, Lillimausi. Enrico, 87,64. Schrei mal bitte. Ah, hier steht ein Funk. Nein. So, äh, Handy, Let's Play. Danke für ein Film. Wie, dann Schork. Was habe ich verpasst? Alles. Hab bis jetzt geschlafen. Perfekt, Bruder, der Ehrenbruder. Bis jetzt geschlafen. Daniel Schmidt. Immer weiter so ein bisschen was für den Server. Vielen, der Arm. Wie viel ist das dann für den Server? 4,99? Schneiden wir ab. Mike Naumann. Danke für einen Euro. Vielen Dank. Enrico. Gibt es ein RLO-Discord? Und wenn ja, wie kann man da beitreten? Reelive-Online.net, da kann man beitreten. Wenn man, ähm, die Bewerbung durch hat. Da muss man sich bewerben und alles. Wenn du so zocken möchtest, du kannst auf Grand jederzeit drauf. Äh, Link in der Beschreibung, Grand RP. Wenn ihr auf den Server zocken wollt. Ist halt, äh, kein Hardcore-RP-Server. Das müsst ihr bitte bedenken. Das ist, äh, gerade so, dass ein bisschen RP gespielt wird. Und ein bisschen GTA Online-mäßig. So eine Mischung aus RP und GTA Online. Keine Ahnung. Ist was, ist was zum Abschalten für Leute, die ein bisschen von GTA Online kommen, aber ein bisschen RP spielen wollen trotzdem. Mit echten Automarken. Ja! Ich fahr gerade in deinem Auto. Danke. Kann gar nicht sein. Äh, wo ist? Achso, der war das, der im Auto gesessen ist. Ah, okay. Aber bis jetzt fährt da Tesla sich ganz gut Richtung Pier, ne? Ich wette nur was. Sobald wir in Pier angekommen sind, wird es den Tesla richtig zerstattern. Wir müssen das Treffen leider verschieben, aber ich bin auch schon da. Jetzt labert der, denn ich bin auch schon hier. Da sind sehr viele Fremde zum Treffen gekommen. Ist doch egal. Ich war da trotzdem hin. Ist mir doch egal. Vampir, aber los geht's. Wenn er sagt, wir treffen uns am Pier, dann sind wir auch Vampir, oder? So, wo sind das Fremde zum Treffen gekommen? Wo? Wo? Zum Teufel sind das die Fremden Leute? Äh, der lügt mich doch an. Der lügt mich an, der Typ. Da ist doch niemand. Ja, am Pier sind ganz viele Leute gekommen. Ach, sieht man ja. Oder meint der Ampir Parkplatz. Luna, er steckt ein. Lügen. Lüg, lüg, lüg. Lüg, lüg, lüg. Lü, 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 lü. Ja, ich bin, ich war jetzt da heute, das stimmt gar nicht. Also ich schreibe mir das jetzt aber schon, dass das nicht stimmt. Ähm. Also ich glaube, du lügst, da sind keine anderen, anderen Leute. Leute, das ist, also hier ist niemand. Also, bis auf der Typ, der da unten gerade sein Auto anguckt, aber ich habe hier sonst keinen, der hier irgendwie wuppelt. Also entweder der lügt mich gerade dermaßen an und wollte so, dass ich hierher fahre und dann war da nichts. So, das fisch mich gleich raus. Oh, Radiergubi und Reifenrauch. Danke, Robert. Was ist das denn? Gerade eben sind leider zwei Müllkarren gekommen und an den Grill hat sich schon einer bedient. Ah, okay. Warum rückzieher machen? Der Herr im Auto. Ich habe mich eingeschissen. Ist mir komplett egal, dann scheißen Sie sich weiter ein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich bin nicht ins Auto, ich habe mich eingeschissen. Okay. Schreien Sie sich immer noch an? Oh, für dir viel Spaß. Ich fühle mich ein bisschen bedroht damit. Ja, natürlich fühlen Sie sich bedroht damit. Ich habe mich aber ein bisschen eingeschissen. Ja, das kann passieren. Sie sind sich mal eingeschissen. Das ist auch gut so. So. Können Sie vielleicht ein bisschen Klopapier? Ob ich Klopapier habe? Ne, ich habe kein Klopapier für Sie. Vielleicht haben Sie ja Klopapier. Können Sie mich vielleicht nach Hause fahren? Ich bringe Sie in New York City mit. All is good. Ich bleibe da, wo ich bin. Sind Sie in der Toilette im Auto? Was? Schauen wir mal kurz nach hier hin. Was ist denn mit dem falsch? Das ist zu wichtig. Sag jetzt zu, kommt er nicht rein. Ein Stück. Ich war da wie jemand noch am Grill vor einem. Aber da kommt jetzt gerade keiner. Das ist schon traurig. Ich wünsche Ihnen einen schönen Arsch, ne? Ich kann mitgrillen. Was ist denn mit dem los? Ich habe mich jetzt auf den Grillabend hier noch gefreut. Und jetzt kommt nicht mal jemand mit so einem Standardgrill. Das ist doch... Standardgrill? Ein Standardgrill, ein Hirsch. Mit einem Hirsch zu pflegen. Oh, jetzt kommt er. Habe das Picknick nur für zwei Leute bestellt. Und nicht für zehn. Ja, da bin ich trotzdem anderer Meinung. Man hätte doch noch warten können, weil ich bin jetzt den ganzen Weg hier angefahren. Ich wurde auch mit Cola übergossen. Ich war kurz davor, die zu killen. Also unglaubliche Präpotenz hier, der in den Tag gelegt wird. Ich habe mich auf den Grill heute gefreut. Am Pier. Aber ich glaube, der war... Mein Auto ist weg. Mein Auto ist weg. Eine unglaubliche Präpotenz hier den Tag gelegt wird, dass mein Auto wieder weg ist. Guck mal, kann ich den hier wieder rausholen? Ach, nee, nicht zum Verkauf reinstellen. Mein Tesla verkaufe ich heute nicht. Der ist sehr viel wert. Aber hier kann man Autos kaufen, ne? Ich mache mir nochmal neue Mühe und baue alles auf. Ah, da ist er. Guck. Mein Tesla. Ich darf nie... Also man darf auf... Hier auf Grand muss man aufpassen. Wenn man in Orte fährt, wo ganz viele Autos rumstehen, dann aktualisieren sie sich und dann sind sie manchmal weg. Alter, nee. Jetzt fahre ich dann nirgends zu meinem neuen Ort hin. Vergiss es. Nee, da fahre ich nicht hin. Ich beeile mich, dass du nicht lange warten musst. Ja, wo? Also genau. Der Weh, der sagt jetzt irgendwo ein Palito oben. Dann muss ich den ganzen Weg wieder mit dem Tesla-Laut hochkurbeln und dann... Der will doch was von mir oder nicht? Ja, so von den Grünen. Oh, der verarscht mich nur. Das kann auch sein. Sag ich gleich durch. Wie wäre es mit telefonieren? Ich frage mal, ob er mit mir telefonieren will. Ähm, kann ja nichts sein. Das wäre die ganze Zeit hier. Willst du telefonieren? Willst du telefonieren? Willst du telefonieren? Boah, voll cool. Ja, ich bin noch schüchtern. Ich weiß nicht. Boah, du bist das erste Mädchen, was ich seit langem getextet habe. Oh, jetzt callen wir das erste Mal. Boah, ich bin schon schüchtern. Oha. Oh, was? Ich kann dich abholen, ja. Ähm. Boah, ich weiß nicht. Wenn wir mal das erste Mal telefonieren. Boah, ich habe mich nicht ganz anders vorgestellt. Oha. Oh, deine Stimme ist voll niedlich. Boah. Die ist ja voll süß. Nee, geht leider nicht. Wenn Nokia nicht mehr so viel will, wie ich. Ja, komm, Lava. Lava, dein Lava. Boah, ey. Ist ja sicher, wer mit einer Piepse-Stimme hinter der Telefonnummer wettet. Wetten wir was, wenn wir dort anfahren? Ist da so ein kleiner Typ mit so einer Piepse-Stimme? Wetten wir? Wetten wir, Leute. Ich bin so, ja. Sag, Ort. Das ist richtig spannend, was... Ich will wissen, wie der Typ aussieht, wo der ist. Am Strand, okay. Oha, ja. Boah, ich habe mich die ganz... Boah, das ist ja voll die piepsige Stimme. Oha, voll krass. Erstmal auf dem Date. Boah, hast du den Grill schon angeschmissen. Aber am Strand ist aber... Ist immer muckelig, wenn der am... Das sind so Sachen, die muss ich nicht verstehen. Die will und kann ich auch nicht verstehen. Ey, kann der mir wenigstens sagen, wo am Strand es gibt. Wo genau? Wo am Strand bist du denn? Ich gebe dir einen Tipp. Hol dir, äh... Einen Offroader. Ne, den werde ich nicht machen. Ah, da ist er. Gut. Wir rufen jetzt an, Alter. Um diese Uhrzeit. Erstmal... Erstmal auflegen. Äh, hallo? Ja? Ah, servus. Ich will mich eigentlich mit jemandem treffen, aber irgendwie gibt er nicht durch. Warte mal. Ich verstehe Sie sehr schlecht. Sie haben Musik, glaube ich. Hallo? Äh, wie ist es da? Ja, ich bin's, der vor niedergeschossen wurde. Jo, eine wunderschöne gute Nacht. Ja, ich... So. Eine wunderschöne gute Nacht. Äh, das ist unglaublich. Ich muss einfach eine Nummer ändern. Das ist ja wirklich schlimm so. Ich bin die ganze Zeit voll randoms angerufen. Ich muss die dann echt irgendwann mal auszensieren. Äh, sagen wir mal, wo das jetzt ist. Prinzessin. Also, sind Sie jetzt von vorn hin? Ich hab ein Zelt dabei. Und ein Leiderfeuer. Ich sprach von ihr nix. Doch, doch. Ich will mit Ihnen zelten. Nee, wir gehen nicht zelten. Doch, doch. Ich will mit Ihnen. Wir haben zelt. Ey, kannst du einsteigen ins Auto? Ich hab ein Zelt. Perfekt. Kein Problem, der Herr. Nö. Nö. Hoppala, was passiert. Ich hör irgendwie, äh, hören Sie die Musik auf? Äh, ja, aber ich kann die ausmachen. So, irgendwo, keine Ahnung, ich saue da ein bisschen, worten Sie. So, jetzt. Jetzt ist sie auf. Danke. Das ist der nächste Tank, Alter. Der Elektroantrieb, der kostet so viel Sprit jedes Mal. Da unten wäre eh ernst gewesen. Nicht-Dip. Hier, komm. Ich hab, ja, jetzt muss ich aber hin mal. Jetzt, äh, wirklich. Oha, jetzt muss ich aber mal hin, ey. Boah, ich, ich freue mich so auf ihn. Das erste Mal, dass ich mal zu ihm fahre. Oha, oha. Der ist ja voll süß. Boah, ey. Ich will über ihn so medisch spielen, will ich die ganze Zeit so reden, Alter. Boah, der ist ja voll süß. Voll der Süße, Alter. Ja, ich weiß nicht. Boah, ich trau mich nicht. Oh, nee. Ich trau mich nicht. Schau mal, was hat er geschrieben jetzt? Soll ich hinkommen? Und wo ist, wo ist denn jetzt der Ort? Ich habe, na, ich will nix von dir. Ich will von dem her. Er sagt, wo das jetzt ist, äh, Prinzessin. Er sagt doch immer nicht, wo das ist. Das gibt's doch nicht. Also, so langsam will ich das Gefühl, der will mich nur verarschen. Der will gar nicht mit mir auf den... Bitte, ich hab eine große... Na, ich, was? Ach, warte, jetzt hat er? Hat er es fertig? Bitte, sag das jetzt der Richtige. Bitte, ich will jetzt einmal nur hin und das abklären. Nein, ich möchte deine Überraschung nicht. Ich möchte wissen, was der Typ von mir will. Hallo. Baby, hab ich dir erlaubt zu fahren? Ich hab ein scheiss Zelt dabei. Ja, gib mir mal ein Zelt, bitte. Bist du der, der mir die ganze Zeit schreibt, der hat ein Geschenk für mich? Nö, nö, ich hab kein Geschenk. Achso, da bist du jetzt nicht. Ich brauche ich mich jetzt auch nicht. Schön, gut, jetzt haben wir ein Zelt und ein Lagerfeuer. Gut, jetzt steig ein, wir fahren. Machen wir eine kleine Party. Wir machen jetzt keine Party. Ich muss warten auf jemanden, der auf mich wartet, der will mit mir irgendwas machen. Und ich weiß nicht, wo der ist. Aber hier im Ghetto. Sie wissen das. Och, nee. Ach, so ein Stück Scheiße, Digi. Warum hab ich nicht schon davor abgeknallt? Ich war so kurz davor, und abzuknallt, dachte ich mir so, nee, das lass ich jetzt mal. Ja, das liegt da am Boden. Alan, okay, ja gut, warte ich. Ich muss immer, ich bin Polymer, Streamsniper, dann ist das mal weg, der Typ. Kondaktiere, äh, 5, 4, 9, 6, 9. Unsere Zeit hinterher und... Unglaublich hässlich sowas. Jetzt bin ich down wegen dem. Das ist unglaubliche Frechheit. Ja, das passiert... Leute, sowas passiert halt, wenn... Okay, das kann ich... Wobei, um die Uhrzeit kann ich es schon sagen, ne? Lieben und da haben wir ja, das passiert halt. Wenn sich Mami und Papi... Eine, eine, wenigstens eine Nacht lang es... Es vielleicht... Getan haben, wo sie es nicht getan haben sollen. So, äh, das ist... Oh, nee, ey. Das ist echt schlimm. Unglaublich. Unglaublich hässlich. Er ist doch Ghetto. Achso, ja, nee. Ach, stimmt, hier unten ist er doch Ghetto. Never mind. Ach, du Scheiße. Warum bist du ausgestiegen? Der hat gewusst, dass er aus dem gepantern ist. Wer war das jetzt hier, bitte? Der macht das in die Uhrzeit. Nicht schon wieder, Alter. Nein, der hat Lukas... Einen wunderschönen Damen. Danke, Robert. Vielen Dank, Robert. An der Lukas ist es... Oh, Scheiße, nein. Das sind nochmal 500 Euro für Lukas. Um die Uhrzeit. Also, ich kann jetzt nicht reden, weil es jetzt so laut ist. Schäm dich. Nur Spaß. Lukas, es ist zu viel. Einen wunderschönen Damen. Und danke an Robbert, schreibt der liebe Lukas. Vielen, vielen Dank. Auch wenn er es nicht zufällt, aber sein Arsch geht ihm ganz schön auf Grundreis. Hinterhofer, das ist knallt. Alter, ich küsse dein Herz, Bruder. Das ist viel zu viel. Ich will noch kurz mal eine Überraschung. Jens. Alter, das ist viel zu viel Lukas. Vielen Dank, aber bitte, Bruder, übertreibs nicht. Du hast über 1500 Euro hier gespendet. In dem Stream heute. 1000, nur von dir, Alter. 1500. Ich weiß, es ist jetzt derselbe Lukas, aber es ist 100 pro derselbe. Der ist jetzt über Tipi donated, Alter. Die hat schon, Alter. Ich warte zu, ich komme mal rum. Der hat ja nicht RDM'd, der hat, wir sind schon im Ghetto, ich habe es nur vergessen. Aber der Typ ist mir auf den Sack gegangen, ist mir ganz klar hergefahren. Hier im Feld, hier im Feld, hier im Feld. Komm, mach ich das halt an, mein Gott. Dann hör ich das halt an, Dingi. Na gut, ich schmeiß das mal weg, ne. Ne, ich fahr damit rum. Danke. Ja, ich bin auch obdachlos. Ich bin aber auch obdachlos. Ich atme nur. Ich will doch nur zu diesem Typen fahren. Und der gibt mir, der ist nicht mal da, kann das sein? Merlade, warte mal, hallo, hat er endlich den? Boah, nee. 2.000 Dollar. Wir sehen uns, schönen Tag euch noch. Warte, das kann nicht aufbauen. Ja, er kann kein Picknick mehr aufbauen. Das kann nicht aufbauen, mach ich nur nicht. Äh, er kann, ne, er kann kein Picknick mehr aufbauen, das war's mit ich. Ne, also, ah, ne. Das Streamsnipern, bitte nicht. Jetzt fangen wir hier los. Okay. Ich fahr aber weg. Jens, geht's ihm wieder gut? Äh, mir geht's ja weit gut. Geht's ja? Okay. Ich fahr nicht gar nicht hier weg, das ist immer zu viel. Das wäre wirklich zu viel da hinten. Alter, Lukas, ich kütze so deinen nackten Bruder. Ich hoffe, du kannst sowas leisten, aber das ist echt zu viel. Bitte lass es, das sind jetzt 1.500. Nur in diesem Stream jetzt, nur von dir, Bruder. Hinter uns ist er aber auch wieder weg. Wer denn jetzt? Was für Leute sind denn das? Ich bin froh, ich verreiß nicht, die gehen mir auf den Sock. Wir fangen hier immer mehr, Amy. Dieser Pforstach weg. Und scheppern. Perfekt. So machen wir das hier. Ich will das Geschenk ja nicht zu trocken rüberbringen. Also jetzt hole ich mir ein Wille, ich habe ein Geschenk gehabt. Kann ich diese Person einfach blockieren auf dem Handy? Der mir die ganze Zeit mit diesem Geschenk schreibt. Ich möchte das Geschenk... Ach so, nee, warte mal. Das ist der... Ich muss mal schauen, wie er es jetzt machen will. Ich will das Geschenk ja nicht zu trocken rüberbringen. Bring... ...trocken... ...trocken... ...bring... ...futter mit. Bring... ...tropken... ...futter. Kann ich mir mal schreiben, Alter, um die Uhrzeit? Hä, warum... Hä, warum scrollen das nicht mehr bei mir? Hallo? Habe ich das Handy kaputt gemacht? Also vielleicht geht's... Ja, keine Ahnung. Ich habe gerade ein Handy kaputt. Das Handy austauschen. Ich glaube, ich gehe meine Nummer wechseln. Was kostet denn, als ob ich meine Nummer wechseln möchte? Ja, hier oben. Hoppala. Ups, soll ich so... Geiße. Und eine neue SIM-Card kaufen, ne? Ich meine, eine alte SIM-Card rausschmeißen, ist die weg, glaube ich. Also, lass mal mal schauen, ob ich die jetzt rausschmaß. Sag mal, die SIM-Card. Ja, dann ist meine Nummer weg. Cool. Als ich hol mir eine neue Nummer, dann geht mir keiner mal auf den Sack. Dann bin ich nicht viel früher auf diese Idee gekommen, dass ich meine Nummer mal wechsel. Weil ich glaube, der Typ mit dem, mit dem, äh, Dings meint es halt auch nicht ernst mit mir. Schade, ich hätte, ich hätte gerne ein Picknick mit ihm gemacht, aber ich glaube, der verarscht mich nur. Ich hätte, ich hätte mich so gefreut auf ein Picknick. Schade drum. Sehr schade drum. Ach. Mein nächster Laden, wo ich das kaufen kann, äh. Oh, ah, der ist leer, der Laden, der ist leer. Ah, die haben ja nichts mehr. Ah, wobei, doch, doch, ah, nee, der ist auch leer. Shit, ey, die sind alle leer, die lehnen. Nein. So, wir sind es hier oben. Vielleicht ging da oben nur die gute 7-Card her. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist noch irgendwann eine on stock oder so. Vielleicht haben die alle zugesperrt. Warum sind die alle rot? Warum haben die alle ausgenommen? Weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Lukas überdimensioniert hier donatet hat und ich möchte noch mal sehr bedanken bei dir haben. Vielen Dank, Lukas. Wow, es ist zu viel. Der Epport ist viel zu viel. Sie sind nicht leer, ja, das sagen alle. Dann gehst du rein, ich möchte ein Produkt kaufen und dann sagt der SIM-Card ist, äh. Ah, ich kann eine 7-Stelle-Gerufnummer eingeben. 1-0-2-1-0-2-0. Au, 1-0-2-1. Oh, da warte mal. 0-1-0-7-1-0-7. Geht das? Hände oder das knallt? Hände oder das knallt? Ja, wie soll ich denn da... 3-2-1. Ja, wie soll... Wie soll... Also, ich hab grad eingekauft, du Stück Scheiße. Wie soll ich denn meine Hände... Ich hab die... Ich hab so eine Tastenkombi grad gedrückt. Gerade ist dazugekommen. Was ist denn das für ein Dreckskind? Was erwartet er? Also, ich geh in den Shop einkauf oder hab mir einfach die Dings drüber. Meine Güte, der gibt ja eine... Weißt du, wenn der mir wenigstens 5 Sekunden Zeit gibt. Ich hab extra... Ihr müsst euch vorstellen, ohne Tastenkombi brauchst du mindestens 10 Sekunden, bis du im Menü drin bist. Jetzt wollte ich schon mal in der Tastenkombi Alt 3 drücken und das geht halt nicht, ne? Das ist ja unglaublich, Alter. Was da für Drecksleute draufspielen teilweise, ey, die... So was gehört einfach weggebannt, direkt. Der ist schon seh, Alter. Max, kommt so. Hände hoch oder es knallt. Ich war grad da drin im Einkauf und bin nicht mal rausgekommen. Hände hoch oder es knallt. Ich würde sowieso irgendwie auf dem Server so eine Altersbegrenzung machen, dass wenn ich schon diese Stimme höre, diese Piepse-Stimme, und irgendeiner schon von hinten kommt, Hände hoch oder es knallt, dass ich den schon direkt vom Server schmeiße. Das ist eh verboten. Ja, Alter, 5 Sekunden, ich war im Menü drin. Ich war im Menü drin, Alter. Und er sagt, Hände hoch oder es knallt. Dann gibt es mir dann 3 Sekunden Schlafenszeit. Aber wirklich, Alter. Okay. Hände hoch oder es knallt. Ich lasse es weiterfahren. So, dass ich hände hoch oder es knallt. Bitte, tut die Hände hoch oder es knallt. Boah, was hat der davon? Ich gehe hier nur einkaufen. Jetzt hat er nichts von mir bekommen. Ich würde mir einfach nur einen in die Fresse reinschallern, ne? Das wird vielleicht auch mitten. Oh, er hat eine Verwarnung bekommen. Schau mal, Grundgesetz 1.1. Hände hoch oder es knallt. Ich habe mal einen Sanitäter. Er hat eine Warnung bekommen. Aber der hätte ich schon direkt rausgeschmissen nachdem. Soll ich es einfach schneller machen. Im Laden einfach umgeschossen worden. Es geht schneller. 24.7 ins inoffizielle Green Zone. Danke. Danke, einer, der es weiß. Eine inoffizielle Green Zone. Aber kann man auch verstehen, weil du bist halt im Laden und kaufst gerade ein. Du hast ja nicht mal die Möglichkeit, schnell deine Hände hochzunehmen. Geht ja nicht. Du willst das machen. Das ist ja nicht umsetzbar. Das geht eindeutig schneller. Ja gut, das wird auch sein Leben, ne? Damit leben wir. Sind wir froh, dass wir hier kein fettes Kranken-Kranken-Kranken-Haus-RP haben wie sonst. Jetzt habe ich nochmal ein Dings bekommen. Danke. Jetzt bin ich schon so oft gereckt oder so. Ja gut. Also ich muss sagen, in letzter Zeit. Seitdem Ferien sind, muss ich ehrlich sagen, teilweise nicht mehr spielbar. Also seitdem Ferien aber sind, ne? Da merkt man's. Da merkt man, dass die ganzen Kinder noch wach sind und das hier zocken. Das ist echt schlimm. Also ich bin ehrlich, wenn ich so einen Sohn hätte, der vielleicht so 10, 12 Jahre alt ist, der darf, an meiner Stelle darf der nicht auf so einem Server spielen. Also der dürfte nicht drauf zocken. Der dürfte nicht drauf zocken, wenn ich so einen 10, 12-jährigen Sohn hätte. Singleplayer, scheißegal, also. Auch GTA, ist okay. Ist zwar 18, aber scheiß drauf, wenn er 12 Jahre alt ist und GTA zocken will. Ja, alles gut. GTA Online, alles gut. Aber auf RP-Servern, wo du dann mit den Leuten redest, wo du teilweise mit Erwachsenen, Fremden redest. Also da, muss ich sagen, würde ich meinen Sohn nicht drauf lassen. Das will ich nicht machen. Aber man merkt, also seitdem jetzt die Ferien sind, merkst du halt extrem, dass das echt nicht mehr spielbar ist teilweise. Also ich kann mittlerweile nirgends wohin gehen, ohne dass mir so ein Kind um die Ecke kommt und mir den Kopf wegschießen möchte. So mein Dreh. Es war davor nicht so schlimm. Also seit dem letzten Stream ist er so schlimm. Und dass wir seitdem Ferien da sind, ne? Merkt man halt extrem. Also der Server würde echt profitieren, wenn es da wenigstens sowas gibt. Ich sag mal, ein Alterslimit. Der würde echt hart profitieren von. Also fürs Spielen halt, fürs RP-Zocken. Vielleicht bringen die mal einen Server raus ab 16 oder so. Das wäre auch mal geil. Ist halt ohne Stream viel besser, aber die Streamer haben es eh schon. Ja, das ist das Ding. Wenn du privat zockst, hast du ja das Ding nicht, das Problem mit den Leuten. Aber wenn du halt streamst, kommen halt die ganzen Kids zu dir und die wollen dann halt im Stream sein und wollen auf den Macker machen und dann wegschießen. Das ist das Ding, ne? Das ist halt das, was ein bisschen störend ist. Ich bin besonders beschissen. Ich kann nicht mitnehmen. Ich kann nicht mitnehmen. Jo, das meine ich. Warum ist der jetzt hier? Warum ist der jetzt hier? Ich will gar nicht mehr raus, Alter. Ich will, ich will. Der ist schon wieder hier. Ich bleib jetzt lieber im Hospital, Alter. Ich will gar nicht mehr. Der nächste, der mich mitnehmen möchte. Der wieder aus dem Nichts kommt. Ich will gar nicht mehr. Bitte lass mich in Ruhe, bitte. Der einzige Vorteil in den Ferien ist, dass er morgens auf zur Arbeit fährt, dass der Zug leer ist. Ja, das ist geil. Das ist dann alles leer. Das ist das einzig Positive dann. Versteck mich hier drin. Ich schwöre, wenn ich Milch jetzt hier verstecke, ne? Komm hier trotzdem rein. Komm hier trotzdem gleich rein. Auf dem Edi-Kit. Ja, ich wollte eh die Schnellbehandlung machen, dass ich hier gleich rauskomme, aber ich kann das hier einfach essen. Dann bin ich hier eh gleich raus. Warte mal, kann ich einfach mit dem hier raus? Geht das? Wenn ich esse? Du musst ja nur warten, dass mein Leben voll ist, ne? Oh nee, lass mich in Ruhe. Stehen bleiben. Ich heile dich jetzt. Komm, stehen bleiben. Nein, ich bin noch schon geheilt. Mir geht's gut. Mir geht's noch nie so gut. Hilfe, ich will hier einfach nur raus. Mir ging's noch nie so gut. Ich bin noch geheilt. Ist doch alles gut jetzt. Oh. Ich kann mir dieselbe natürlich gar nicht. Das Hilfe. Ich muss hier weg, Alter. Ich muss hier ganz schnell weg. Muss ich hier hinsetzen? Sag mal, ich hätte ja die hier drücken müssen, ne? Hier, Hände über den Kopf. Ich habe nicht mal die Dings gehabt. Jings. Nein, ich muss mich jetzt verstecken, Alter. Vor dem, ich habe so Angst. Ich bin hier einfach weg. Ich bin hier einfach weg. Bitte lasst mich in Ruhe. Bitte lasst mich in Ruhe. Bitte habt Mitleid. Ich glaube, ich habe meine Ruhe, ne? Die kommen da nicht nach. Ach, schön. Ach, schick. Schick. So. Schnell weg von da, Alter. Ich halte es ja nicht aus. Ganz schnell weg. Das Geil ist, man kann sich im Krankenhaus einfach heilen, indem man isst. Das feiere ich. Das hat schon Qualität, wenn man einfach was isst und man es geheilt. Guck mal ganz schnell raus. Kein Krankenhaus, AP. Einfach zack und weg bist du. So, was ist das? Ähm, ist da Musik an? Ich habe da so eine Musik an, dann ist ja nichts. Okay. Gut. Äh, ich glaube, da verbisse ich mich lieber mal. Das ist mir noch sehr unangenehm. Und ich muss noch schauen, die... Hab ich jetzt die Karte gekauft eigentlich? Nee. Das ist blöd. Ich hätte nämlich gerne eine neue Nummer gehabt. Ah, doch, ich habe die gekauft hier. Ja, toll. Jetzt sieht man ja die Nummer wieder. Ja, super toll. Die brauchen so einen Streamer-Modus, dass man die Nummer nicht direkt sieht. Oder man wechselt die die ganze Zeit schon. Das wäre auch unmöglich, halt die ganze Zeit die Nummer wechseln. Das wäre echt nicht schlecht. Ich setze mich nur irgendwo hin, dass ich noch die Sachen vorlesen kann, die ich heute noch vorlesen wollte. In Ruhe. Ich hoffe, das geht noch irgendwie. Ah, ich habe eine Idee, was ich mache, Leute. Ich habe eine Idee. I have an idea. Yes, I have. Let's go. Let's go bowling. Nee, wir gehen da hoch. Da habe ich meine Ruhe. Und wenn da wer hochkommt, dann weiß ich, dass er eh weht hat. Wenn er medapeda macht. Da oben habe ich dann komplett meine Ruhe. Schon schade, wenn man so seine Ruhe suchen muss, irgendwie. Schon traurig, in irgendeiner Art und Weise. Frage ist, komme ich dann unten wieder runter? Komme ich dann irgendwie auf oder so? Also jetzt meine komplette Ruhe haben. Ich hoffe es zumindest. Oh, nee. Oh, ich dachte schon, der kommt zu mir. Hier kann ich auch den ganzen Hauptplatz angucken. So. Das ist doch mal schön. Ich habe sie gleich runtergeschossen. Ich werde springen. Ich lese uns mal alles vor, Leute. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt vorwärts heute mal schlafen. Ich habe heute genug gesehen. Das war heute ganz schlimm mit den Leuten. Also das war, aber heute, ich weiß nicht, seitdem Ferien sind. Ganz schlimm. Für mich nicht mehr richtig spielbar. Egal, wo ich hinten fahre, immer Leute, die mir auf den Sack gehen wollen. Ganz schlimm. Ich hoffe, das wird wieder besser, sobald Ferien aus sind. Oder vielleicht soll ich mal früher streamen, dass mal, ähm... Da kommt schon der erste hoch, ne? Oder? Nee. Da kommt schon der erste hoch. Ah doch, ich höre was. Ist das dein Ernst? Ich bin neben ihnen auf dem Abschlepper. Da kommt wer hoch. Ist das sein Ernst, dass der jetzt da hochkommt? Soll ich dir mal zeigen, wie lustig es ist, gestreamsnipt zu werden? Hier sind meine Sniper. Och, ne, auf welchen Slot habe ich jetzt meinen Kack-Sniper gelegt? Oh, die ist weg. Die hat mir mal abgenommen. Ach, laber. Ah, nee, die ist da. Da habe ich noch eine. Aber die Munition wurde mir abgenommen. Ja, super. Danke. Danke, Robert. Danke, Klobär. Danke. Ich bin jetzt gerne weggesniped. Wäre schön gewesen. Ich habe noch meine Schrotflinten-Munition. Wie die Schrot so weit rüber? Was machen die denn? Ah, Sturostream-Snipen hier. Das ist unglaublich. Guck mal hier. Ich bin am Arsch der Welt und die sehen genau mal, wo ich bin. Und dann sagen sie, oh, ist so ein Zufall. Ich habe da unten weder ein Auto stehen oder so. Achso, die haben gerade rausgeschmissen. Guck. Wir haben gerade alle rausgeschmissen. Danke schön, wer auch immer das gerade macht. Vielen, vielen Dank. Vielleicht ist es noch meine Sniper genommen und hat in den Kopf weggeschossen. Jetzt habe ich hier meine Ruhe. Ah, oh, uiuiuiui. Ui. Das hat jetzt blöd ausgehen können. Das hat jetzt... So, jetzt aber. Das ist mal mit Streamsliver. Sehst du, die kommen da hoch und dann gehen sie da für die Nüsse. Das ist das Ding. Obwohl die nicht mal wissen, wo du bist. Die sind immer da. Sie wissen es einfach immer. Jedes Mal wissen sie es. Und das so auffällig, das ist ja abnormal. Das ist richtig abnormal. Jetzt muss ich noch viel vorgelesen. I'm so sorry about that. Handy, let's play mit 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Groß geht raus. Sean. Was habe ich verpasst? Ist jetzt geschlafen. Das habe ich sogar noch vorgelesen. Hi. Ich habe mal vorgelesen. Da war man dann richtig. Firefighter. Hast du mich vermisst, mein Kleiner? Immer. Firefighter. 1, 2. Vielen Dank für 25 Euro vor 4 Stunden. Dann hi nochmal. Danke für einen Euro. Leander. Dembeck. Dann für 94. Ja, Tox. Was macht eine King-Unit? Also, was ist die Aufgabe? Eine King-Unit ist, wenn du, ähm, Gute Nacht, Gauner, Titian, crazy. Sorry. Ähm, so. Was war die King-Unit? Also, King-Unit ist die Detective-Einheit. Die schaut, dass die Investigation macht. Glau-Kappe mit Danke, Robert. Auf einen gemütlichen Schusswechsel. Krankenhaus-RP. Gott sei Dank, mich passiert. Sobern17. Liebe Grüße aus Salzgitter. Ich mag deine Videos. Dankeschön. Arthur, bist du ein Hund? Dann markiert deine eigene Bude. Lauf ich. Danke. Äh, die Grau-Kappe sogar vorgelesen. Die hat vor 49,99 Euro. Vielen Dank dafür. Und habe gestern einen Schieber Inu gesehen. Er hat mich nicht getraut, dich anzusprechen. Danke. Leander, äh, Dembeck. Aber für 91,90 LD mit 5 Euro. Bis der beste Streamer. Vielen Dank. Fortnite-Verbot. Hey, feier der Streams. Bleibst, wie du bist. Vielen Dank dafür. Äh, King-Yau554. Hey, ich habe seit 15 Minuten Geburtstag. Kannst du mich grüßen? Grüße gehen draußen. Alles Gute. Äh, Lauding Finn mit 2 Euro. Wie nennt man eine tote Kuh? Ripsteak. Äh, Daniel, danke für viermal Donations mit, äh, dann ist er halt auf dem Klo und bin nicht zu spät. Immer. Dann ist immer zu spät. Handy, let's play ist echt, ihr Polizisten. Ja, danke dafür. Und Klinzerwub, danke Robert für den, kein Stream. Das wird sich bei Rohe für den Stream bedankt. Äh, Stormdudes. Grüße, äh, bin lange dabei, heiße Xavier, spende einmal. Vielen Dank, äh, Xavier, vielen, vielen Dank für drei Stunden. Da, echte Onkel M. Die spirituelle Erlösung. Robert. Ey, das ist Robert, das ist so lustig, wenn die Leute das so lang und groß schreiben. Silent, danke für 5 Euro. Silent 1108. Äh, gibt dich alles auf einmal aus. Danke für 5 Euro. Liebe draus. Äh, Xaytox. Nochmal, mit, was macht der King you und Tabea? Gott sei Dank jetzt erklärt, ne? Vielen, vielen Dank auch für deine Donis nochmal. Gaming TV, 3,3,5 Dank für den Euro. Dann Daniel, kannst du meine Donis vorlesen? Ja, war ich ja auch gerade dabei vorhin. Jetzt auch nochmal, Gruß geht man nicht raus, vor 2 Stunden. Zur Szene, putz mich mal. Ich putze jeden Tag. Hardcore Wolf, I made it. Auf Discord sofort umbenannt und soweit auch aktiv. Chat etwas geschrieben mit dem Namen. Gruß geht raus an Hardcore Wolf. Jetzt heißt wirklich Hardcore Wolf, das ist krass. Ach, das ist wirklich ein Gönter-Dame. Äh, Lauvelu. Danke für 1990, wann kommt wieder RHO? Äh, demnächst wieder, die Tage. Zum Beste Fuß, bist der beste Feier deines Streams. Mach weiter so, Dankeschön, zum Beste Fuß. Gamer Ehre, danke, dass es dich gut findet, deines Streams. Super, danke, dass es dich gibt. Dein RP ist einfach besser als jedes andere. Ich mag dich. Sehr, Robert, Dankeschön. Ja gut, auf Grant kannst du so schwer RP machen, leider. Ähm, leider. Würde ich auch liebend gern mehr machen, aber es geht halt schwer, wenn immer wer auf dem Poppe spickt. Ziv NBK, gute Nacht, mein Bester. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, gute Nacht, Ziv NBK. Mirkertimel, danke für den Euro. Und was geht ab? Dank für 90 Cent. Da ist einfach, was geht ab? Lukas, der Rückwärtsgang klemmt. Hauptsache schon wieder 68 Schweizer Frankis rauskommt. Das ist aber so vorgelesen. Also da geht nochmal kurz raus, dann Lukas vorhin. Firefighter, bekomme ich mal dann eine nagelneue Einblinde. Die links, rechts, soll ich die mal raushauen? Das Ding ist jetzt, pennen sich ja schon viele, ne? Ich habe immer Angst, wenn dann am Ende die Leute kurz vorm Abschalten sind, dass ich die nochmal aufwecke. Das ist das Ding immer am Ende des Streams. Äh, so. Lukas, danke, Robert, das haben wir auch vorgelesen. Simon Kuga. Jo, was geht? Ich liebe deine Streams. Kuss geht raus an dich und danke mal für einen Euro hinterhergeschmissen. Dann Yolokind, 1614. Schöne Grüße aus Bern in der Schweiz. Norman Schmiedsack, Gruß geht zurück. Da steht ja der, äh, der, äh, wie sagt, wie sagt man nochmal, der Beschleuniger, der, nicht Atombeschleuniger, Teilchenbeschleuniger steht dort. Glaube ich. Da steht doch in Bern, der, der, der größte Teilchenbeschleuniger. Oder wird das nicht schon neuer gebaut irgendwo anders? Ah, naja, gut. Ähm, Marcel. Was ist mit dem Büro? Zocke auf Krant, aber finde das Büro nicht. Äh, das Büro? Welches Büro suchst du denn? Falls du dieses eine Büro suchst, dieses, wo wir mal waren, ist, ist, ähm, da ist das beim A. Da gibt's so einen Eingang zu einem Büro rauf. Oder, was ist das hier? Eins von den beiden. Ich glaub, das hier war's. Das muss es sein. Da geht's dann hoch, äh, mit dem Fahrstuhl. Dass du das meinst, was ich grad meine. Ähm, Dankeschön an Lukas, einen wunderschönen Damen. Das haben wir auch vorgelesen. Das haben wir auch vorgelesen. Ich verstehe Lukas noch immer nicht. Gruß geht raus. Moon Lukas Daily Vlog. Wie viele Lukas gibt's denn hier? Danke für 90 Cent. Und Papa, E-Mail also 7. Kurt, kannst du mich grüßen? Heißt, E-Mail, über 13 Jahre schon dabei. Oder über 13 Jahre bist du? Oder über 13 Jahre dabei? Das ist jetzt die Frage. Steht einfach nur, über 13 Jahre. Ah, Gruß geht raus. So, warte, ich muss mich mal anders hinsetzen. Zack. So. Ob das wieder legit ist. Bin jetzt im ganzen Stream links gesessen. Unglaublich. Also den ganzen, äh, ja, den ganzen halben Grand-Stream. So war das. Genau. So, Leute. Ich würde mal sagen, wir machen für heute mal Schluss. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Wenn ihr heute Spaß hattet, lasst ein Like, da lasst ein Abo, da schaut bei Insta vorbei. Äh, wie gesagt, abonnieren, Glocke aktivieren, Like da lassen. Kostet alles nix. Damit könnt ihr Kosten nur supporten. Ihr müsst nicht wie Lukas sein, der hier so viel rauswuppelt. Und ich weiß noch immer nicht, warum er das macht. Aber Kostet, graust an dich, Lukas. Aber übertreib's nicht. Das ist viel zu viel Geld. 1.500 Schweizer Flankis heute. Also da geht nochmal Liebe raus. Soll man dann nochmal, soll man nochmal die Leute aufwecken dafür? Ich will sie nicht aufwecken. Zeist wieder. Ach nein. 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 Scheiße. Wo ist er denn? Ich bin so ein Trottel, Alter. Ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein Trottel, Alter. Jetzt hab ich sowieso alle aufgeweckt, Alter. Der Herr, geht's Ihnen gut? Jetzt kommt es hier gleich. Der Herr, hallo? Geht's Ihnen gut? Sag was, komm. Er sagt das sicher. Der Herr, hallo? Ja, komm, sag. Sag, der Herr. Sag's, komm. Sag das Wort, der Herr. Bitte. Ich will's hören aus deinem Mund. Der Herr, hallo? Nein, klar. Könntest du dem Herrn helfen? Ah, dem Herrn helfen. Das reicht mir schon. Ach, der Herr, Jens. Ach, du. Ah, Louis ist direkt da. Ach, du Heiliger, wir waren. Das ist nicht los. Ach, du Heiliger, bin. Was ist denn hier passiert? Oh, danke schön. Ich bin gestolpert. Ich bin über einen Stein gefallen und hab mir mein Schienenbein aufgerissen. Ja, das ist nicht cool. Eh, danke schön. Gut, dass Louis da war. Willi, ich hab's nicht verstanden. Hört ihr gerade was gesagt? Wegen Pampa was? Hallo? Haben sie gerade was wegen Pampa gesagt? Ich hab's gerade nicht verstanden. Ähm. Was hab ich gesagt? Hallo, Hilfe. Warum sind da so viele Leute? Ist irgendwas passiert hier? Das meine ich, Leute. Genau das meine ich. Ich würde sagen, wir machen heute mal Schluss. Das ist echt schlimm so, Alter. Das ist so echt schlimm. Ich hab vorhin gesehen, dass er eine Waffe hatte. Oh, ich will doch einfach nur meine Ruhe. Ja, er hat da. Ja, gucke. Ja, gucke. Ja, ne, ich meine. Ja, die ID 80. Also, also, Herr, also, der Beamte hier. Ich werde mir, wieso, ich... Soll ich den noch vorhin bringen? Nein, nee, ich werde mich doch schlafen legen in dem Herr Plätz. Ich meine, Sie können ihn ja auch gerne durchsuchen. Ja, okay. Ich muss ja ganz schön weg. Ich bin irgendwo und es kommen 50.000 Leute auf mich zu, aus dem Nichts. Ich hab's echt nie wieder verfolgt von jemandem. Lass mich doch in Ruhe. Das ist wieder dieser Maultyp, Alter. Diese Maultasche. Bruder, lass mich doch in Ruhe. Das ist wieder dieser Maultyp, Alter. Ich hab keinen Bock auf den. Lass mich doch in Ruhe. Ich will doch meine Ruhe haben. Ach, Gott sei Dank. Wie immer das war, ähm... Dann schauen wir mal, der nächste im Endeffekt, gefühlt. Wer ist denn das? Ein Fremder. Okay, den kenn ich nicht. Ach, Alter, Gott sei Dank. Das ist ja mal... Wollt er mich zusammenschlagen? Ich werde mich zusammenhauen. Ah, der will mich zusammenhauen. Guck mal hier. Was ihr forscht mit ihnen? Warum haben sie mich gehauen? Bitte? Da hab ich sie ausgerutscht, weil ich mir abgeschraubt. Da hab ich sie ausgerutscht sehen. Perfekt. Das meine ich mit, es ist echt schlimm geworden in letzter Zeit. Da muss ich echt aufpassen, Alter. Ich bräuchte wirklich 24.75 rum, gefühlt. Das ist echt schlimm sonst. So, jetzt aber, Leute. Jetzt hauen wir mal wirklich rein, Leute. Jetzt hauen wir mal wirklich rein. Ich weiß aber, wo ist euer Büro? Welches Büro? Unser Büro? Meinst du, von unserer Crew, das hier oben irgendwo hier? Ja. Also das meinst du, wenn man sich bewerben möchte oder so, wenn der da ist? Patrick schreibt. Mein erster Spende. Du bist der Beste. Vielen Dank, Patrick. Danke, danke. So, jetzt aber wirklich, Leute. jetzt machen wir wirklich mal Ende. Finn haut noch raus. Kannst du mal Karl-Heinz weinen? Jetzt ist es cringe. Wenn ich die Rolle nicht spiele, kann ich das nicht. Ich muss die Rolle spielen. Erste Prügel-RP. Wolltest du nicht was für Lukas noch raushauen? Ja, habe ich doch gemacht vorhin. Für Lukas habe ich rausgehauen vorhin. Eine Lasershow haben wir rausgehauen für Lukas. Die haben wir nicht vergessen. Die haben wir nicht vergessen, die Lasershow für Lukas. Die waren auch da. So. Jetzt sind ihr alle wach. Kannst du jetzt auch zeigen. Ja gut, komm, dann scheiß drauf. Dann machen wir einmal von links nach rechts und dann passt das. Jetzt waren wir doch mal alle wach um 3 Uhr morgens. Leute, haut rein. Ihr wisst, was es heißt, um 3 Uhr morgens aufzustehen und um ein bisschen zu tanzen. Jetzt geht's ab. Ich hoffe, ihr seid wirklich dafür. Scheiß, wer ist los? Weil wir stanzten. Und wir gehen nach. Oh nee, Hilfe. Warte auf, ich werde zusammen. Hilfe, ich werde zusammengehauen. Das konnte ich hier nicht. Der hat die Einbringung nicht gemacht. Ich konnte gar nicht mittanzen, weil ich im Hintergrund gerade zusammengeschlagen wurde und ich bin einfach ganz schnell gequittet vom Spiel aus. Bin einfach gequittet. Bei irgendein RAND, der mich wieder zusammenschlagen wollte, Alter. Also, ich muss sagen, GRAND ist derzeit für mich unspielbar. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch streamen kann. Das ist echt, also, sorry, ne? Aber, Bruder, der hat jetzt gesagt, ich konnte jetzt nicht mal meine Einblende machen, ohne dass irgendwie ein Kind reinkommt und mich hinten zusammenkloppt. Ey, damals war es spielbar, aber seitdem die Ferien sind, ich kann es nicht mehr spielen. Also, entweder ich warte, bis Ferien vorbei sind und zockst dann wieder oder es liegt an der Uhrzeit, weil einfach keiner mehr da ist, als Admin und da durchgreifen kann. Ich weiß es nicht. Das ist schon kacke. Ich kann nicht mehr drauf spielen. Ich hatte damals echt Bock drauf. Aber ihr heute gar keinen Bock drauf gehabt. Jetzt wirklich. Also, jetzt wirklich. Jetzt am Ende war ich schon am Limit. Jetzt bin ich froh, dass ich ausmachen kann. Aber ich glaube, ich werde das denen auch mal schreiben, dass die da, ich weiß nicht, vielleicht sollten die, vielleicht soll ich einfach ein bisschen früher streamen. Ich weiß nicht, aber meine Streamzeit ist halt um die Uhrzeit. Das ist das Ding. Ich stream halt bis in die Nacht rein. Vielleicht soll ich davor streamen und dann was anderes. Ich weiß es nicht. Aber das ist halt echt, also das ist halt echt nur noch nervig. So, wenn du die ganze Zeit verkloppt wirst von irgendwelchen Kindern und du, also ganz ehrlich, wir wissen dann darüber noch zum RP-Zocken. Das geht halt gar nicht. Ich frage mich halt, wie willst du RP spielen? So, es geht ja nicht, wenn du die ganze Zeit verkloppt wirst. Die ganze Zeit irgendwer, dir eine Waffe im Kopf hält und die ganze Zeit dich ausraubt. Also, ich kann es halt nicht mehr. Ja, wir haben jetzt mal gucken. Oh, wir warten halt, bis Dingsferien vorbei sind. Dann können wir vielleicht gucken, dass es wieder normal ist. Aber derzeit ist es nicht normal. Also, was ich gerade nur von Poppes bekomme von irgendwelchen Kindern, die vor die Kamera wollen, ich weiß nicht. Ah, das war missig. Oder vielleicht einen anderen Server. Vielleicht Server 4 oder so. Mal gucken. Aber Server 2 war damals echt geil spielbar. Mittlerweile unspielbar für mich. Leider. Macht mich traurig ein bisschen. Das war, also, ich muss sagen, die ersten, die, 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 nee, die letzten zwei Streams waren echt nicht mehr spielbar, oder? Die letzten zwei erst. Liegt es an, ich weiß nicht, liegt es an den Leuten einfach oder liegt es wirklich an den Ferien? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wenn die Ferien vorbei sind, wissen wir es eh. Mal schauen. So, Leute. Da will ich mal sagen, wir machen heute mal Schluss. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich die nächsten Tage. zum Anpass. Also, Leute. Haut rein. Hab ich irgendwas noch übersehen? Nee, hab ich nicht. Perfekt. Tschüss, Kowski. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Ciao, ciao.